So, Alter, meine Kamera ist so dunkel wegen dem Licht. Okay, jetzt passt. Ich habe irgendwie Lust, golfen zu gehen gerade. Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTR Roleplay. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr bei einer neuen Episode im Leben von Buddy Weiss Commissioners Los Santos Police Departments beziehungsweise das Blaine County Sheriff Office, also das San Andreas Police Departments. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Heute ist Tag 1, Leute, das LSPD 2.0. Gestern Abend wurden die Officer ja auf die einzelnen Departments verteilt. Falls ihr es nicht gesehen habt, gerne einfach mal die letzte Folge gucken auf dem YouTube-Kanal heideltraut.de. Und ich hoffe, euch allen geht's gut und ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag. Es wird heute eventuell Chaos geben. Es wird spannend, es wird vielleicht dramatisch. Wahrscheinlich wird es Beef geben, wahrscheinlich Kindergarten. Ihr kennt das ja, wir lassen uns da mal ganz, ganz offen und ehrlich überraschen, was euch da so Schönes erwartet. Aber ja, also ich freue mich drauf und wir gucken. Wir schauen nochmal, wie sich der Natschi macht, wie sich Miller macht, wie sich Kata macht, Eskeda macht, ob Kuriyama heute wieder zurückkommt. Er hieß es ja eigentlich, der sollte gestern zurückkommen. War ein bisschen blöd, dass er nicht da war. Aber ja, jetzt sind wir heute wieder da. Der Stream, der ist heute in 12 Stunden Stream, weil wir haben gestern die 6500 Subs erreicht. Bei 7000 Subs gibt es morgen einen weiteren 12 Stunden Stream mit GTA Roleplay. Und ja, wenn wir da 7500 dann erreichen, gibt es Mittwoch auch einen. Also, ne, ich sehe schon, diese Woche wird hart für Tenno. Aber egal. Ich freue mich drauf. Ich habe irgendwie Bock, diese Woche durchzuziehen. Und mal gucken. Vielleicht erreichen wir das ja, vielleicht auch nicht. So, macht es euch bequem. Wir haben sehr, sehr viele Funktionen auf dem Server, die wir tatsächlich selten zeigen, weil wir immer als Police Officer unterwegs sind. Und ich glaube, was ganz cool wäre, wenn wir mal eine Partie Golf spielen gehen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Und ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Mein Highscore war in letzter Zeit leider sehr, sehr schlecht, muss ich ehrlich sagen. Aber Walli könnte da vielleicht mal ein bisschen performanter sein. Weil tatsächlich, ja, nutzen wir tatsächlich die Funktionen des Golfen zu selten, bin ich der Meinung. Warum habe ich jetzt den... Achso, hier. So, ich lege meine Kleidung. Ich hoffe, dir geht es gut kleiner als 3. Anziehen wir, dann lege ich mal hier rein. So, wir brauchen ja eigentlich ganz offiziell... Ganz offiziell brauchen wir jetzt ja Kleidung, wo wir mit Golfen gehen dürfen. Oh, das sollte man nicht anziehen. Warte, das Brause-T-Shirt, schwarzes T-Shirt. Machen wir nicht so... Wir haben doch mal... Wir haben doch mal uns so Wolf-Klamotten gegönnt. Mal gucken, wo die haben. Nein. Kann ich nicht auf... Ah, das ist eine Käppi? Okay. Die Sachen haben wir damals hingetan. Fahrrad-Telmen. Oh, wir haben so viele Sachen. Heilige. Schwann mal. Das kann man zum Golf mal anziehen, finde ich. Schau mal. So, das ist typisch... So, jetzt brauchen wir noch... Ah. So. Uhr. Irgendwie sehe ich aus wie ein Zahnarzt. Also, der Walter sieht aus wie ein Zahnarzt. So. Sieht aus wie ein Zahnarzt. Aber wir haben eigentlich... So. Wir haben eigentlich... Nee, die passt nicht. Warte mal. Wir haben eigentlich noch... Nee. Nee. Wir haben eigentlich noch so eine passende... Wissen die? Ah. So. Wunderbar. Nehmen wir die. Sonst... Ich hatte eigentlich sonst echt so eine Mütze geholt. So eine Schiebermütze. So eine Schiebermütze. So. Dann nehmen wir aus dem Schrank... Nehmen wir unsere Golfkleidung mit. Müssen wir einen Werkzeugslot tun. Und... Das kommt in die Hosentasche. Glaube ich so. So. Wer ist schon Natschi Kukum? Wer ist schon Natschi Kukum? So. Jetzt gucke ich noch kurz was anderes. Weil wir haben hier noch was. Oh. Hier fehlt ein Icon. Machen wir mal Screenshots oder sowas. Honey Marshall. Wir haben sogar einen Rucksack. Okay. Das ist ganz gut. Weil. Frage mich gerade. Ich frage mich gerade, wo meine Angel ist. Keine Ahnung. Ja. Wäre jetzt cool, wenn man die Werkstin in den Golfrucksack auch umgeschnallt hätte. Wisst ihr, was ich meine? Müssen wir mal machen, ich meine. So. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen golfen. Und quatschen. Beim Golfen kann ich schön mit euch quatschen. Ein paar Fragen zum Server beantworten. Leute, es tut mir so leid, dass meine Kamera so dunkel ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist so viel Gegenlicht, weil die Sonne scheint. Das war ein Zapp. Kid and Fox, danke für 22 Monate. Ein bisschen Freizeit muss für den Valiweiß auch mal sein. Das letzte Mal, wo er angeln war, wurde er erschossen oder angeschossen. Und wo er golfen war, ist Gott sei Dank noch nie was passiert. Ich glaube, wir haben auch gestern Abend den Kaufvertrag für die neue Wohnung bekommen. Müssen wir nachher auch mal gucken. Wird es auch anders sein. Das war schön mit einem Pfister-Komödie, Leute. Oh. Alles andere wäre nicht elitär genug. Na? Oh. Auf zum Golfplatz. Ein bisschen mal den Schläger schwingen. Oh Gott, ich werde so abkacken. Ich weiß das jetzt schon. Ich weiß das jetzt schon. Ich hoffe ja immer noch insgeheim, dass wir eines Tages Billiard auf dem Server kriegen. Da sehe ich mich. Billiard würde ich so fühlen. Jetzt habe ich wahrscheinlich gar nichts zu trinken. Doch Wasser haben wir dabei, ne? Handschufer. Kusentasche. Trinken. Ich hatte damals deine Videos auf YouTube gesehen, wo du zum ersten Mal RP gemacht hast. Cool, dass du noch dabei bist. Ey, ich habe über 500 Folgen bald. Hier auf Lucky5 auf unserem GTA-RP-Server. Geh mal abchecken. Lucky5.de. Oder beziehungsweise auf dem YouTube-Panel heideltraut.de. Nice. Hier nochmal die Einfahrt zum Golfplatz. Jetzt sagst du, die ist da oben, ne? Abschnallen. So, jetzt kommt's. Tennis ist ja auch geil. Ich würde die Leute immer verprügeln mit dem Schläger. Da sind wir. Ey, ich meinte gestern, dass du Geburtstag hast. Ja, richtig, Leute. Komm mal bitte jeder 10 Sub-Gifts rein. Danke. Ne, ich hatte am 11. Januar Geburtstag. Kuba. Dankeschön für 8 Monate. Dankeschön. Aber ich finde, also es ist leider, ähm, es ist so schade, dass man eigentlich selten so alle Features des Servers zeigen kann, weil wir haben so viele Funktionen und euch alles zu zeigen ist einfach so viel Content. Deswegen versuche ich immer jetzt nach und nach euch was zu zeigen. Jetzt immer ein Golfen. Ja. Caddies wären geil, ne? Und da ist, glaube ich... So, hier geht's ja los, ne? Boah, ich hoffe, ich hab's noch... Alter, sind Caddies sogar. Wie kann man die denn fahren? Ah, da braucht man bestimmt, ähm, eine ID-Card, die man vom, vom, vom... Dings bekommt hier, von den Golf-Lehrern. Geben einem bestimmt so eine ID-Card. So. Schau mal, wie geht das noch? Ich muss kurz überlegen. Golftasche ist ausgerüstet als Werkzeug, ne? So. Ah, Golfen, genau. Dann finde ich das hier aus. Golfen. Genau. So. Zack. So. Gucken wir mal ein bisschen hier... Ein bisschen heute was zu reißen. Wir können ja auch die Schläger durchswitchen, ne? Wie war das nochmal? Na, oben, unten. Ne, wie kann man irgendwie die... Ähm, Schläger... Wie war das nochmal? Ich muss kurz gucken. Ah, wie ging das nochmal? Nichts sagen, Leute. Bild auf, Bild ab. Da kann ich mir die... Ah, ich hab das vergessen, wie das ging. Egal. Machen wir erstmal hier einen Schlag. So. Ja, wo, wo? Müssen wir da hinten hindübeln, ne? Ne! Der Ball hat das Spielfeld verlassen. Der Hälfte an den Startpunkt. Ach, scheiße. Ich muss gedrückt halten. Ich hab das voll vergessen. Boah! Na gut. Toll, ich hab schon ein... Warum Schläge drei? Habt ihr nur einmal geschlagen? Habt ihr nur einmal geschlagen? Vielleicht haben wir mich auch mal einmal verklickt. Warte mal, ich kann ja... Ich muss das Golf nicht noch eintragen. Flieger beim Golfen ändern. Ne. So. Müssen wir nochmal nachgucken. Alter, was nimmt meine Facecam halt los? Der nur einfach ultrabraun. Guck mal. Hä? Sag mal. Ah! So. Macht ihr das schon höher? Sollte es eigentlich klappen? Ne. Hoffe ich. Wo ist? Wie wechsle ich nochmal den Schläger, ey? Wie ging das nochmal? Ich hab bestimmt drei Schläger, weil ich vorhin einmal die rechte Maustaste gedrückt hab. Da haben wir Sand. Das ist ein bisschen problematisch. Da dürfen wir nicht hin. Einer Eisen. Wie wechsle ich nochmal den Schläger, Mann? Besser sie mal wieder. Aber das war ja nix. Okay, wie viele Schläger darf ich dann haben? Ah, fünf. Darf ich. Fünf Schläge darf ich haben. Okay. Fünf Schläge darf ich haben. Das sollten wir ja wohl schaffen. Ka-wum! Boah! Erdänen geflogen. Erdänen geflogen. Dahinten? Ganz dahinten. Guck mal. Leute. Paar fünf. Okay. Ja, jetzt sind wir schon einmal drüber, ne? Miest. Miest. Sind wir schon einmal drüber, ey. Scheiße. Schönes Wetter heute in Los Santos. Kann man ja einer sagen. Oder? Ja. Ne, 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 ne. Was gehen wir da rüber? Jetzt versuchen wir den Kollegen hier zu versenken. Das wird bestimmt in die Hose gehen. Da. Äh. Guck mal, pass auf. Wo ist denn? Wo müssen wir denn? Da müssen wir hin. Da hinten. Seht ihr? Da müssen wir hin, Leute. Da war nochmal die Taste. Da war nochmal die Taste zum Schlägerwechsel. Weiß das noch einer? Wechselgaming ist erlaubt. Oh. Nein. Ja, da habe ich den falschen Schläger. Guck mal. Scheiße, das war die Taste, ey. Weiß das noch einer? Welche Taste das war? Die Maustaste. Ne, das ist zum Schlagen. Aber zum Schlägerwechseln. War das nochmal? Weiß das nicht mehr. Das hat so lange nicht mehr gemacht. Wir haben so viele Tasten, die man... Ich glaube, wenn wir zu weit schlagen, dann war es das, ne? Der Mausrad ist das hier. Echte Maus. Ich habe mich da vorhin gedrückt. Das ging nicht. Oh. Siebener Eisen. Siebener BMW. Okay. Danke, Chat. Waren die unterschiedlich für die Schläger überhaupt? Weite und so weiter. Ja, guck mal. Kann man eigentlich direkt neu anfangen. Schläge sieben, Alter. Sieben Schläge habe ich gebraucht. Beim allerersten Ding hier. Na, super. Na, super, Leute. Jetzt... Versenken wir den Chat. Wir machen jetzt Umfrage, okay? Versenken wir den auf Anhieb, ja oder nein? Oh. Boah, das wird schwer, das wird schwer. Ne! Der holt noch. Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Was? Der holt noch. Der hört doch auf. Sag mal, willst du mich trollen, Alter? So. Der zählt nicht. Du hast doch auch eins mit Elf Schlinge bändet. Das ist ja... Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich, Chat. Ach, du Heiland. So auf den Tisch geschlagen, dass man eine Hand jetzt wehtut. Super. Ach, Mann. So. Pass auf, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang. Da hinten müssen wir hin. Guck mal, da hinten. Boah, ich weiß ja nicht, ne? Oder müssen wir mal... Ist das da hinten? Ich würde jetzt einfach sagen... So, ne? Aber das ist ein Baum. Ist natürlich ein bisschen kritisch. Das ist ein Baum und ein Gebüsch. Ich würde versuchen, über die Seite zu spielen. So. Am Baum vorbei, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Guck mal, so. Katschinga. Boah, Alter. Wie viele Schläge darf ich hier haben? Vier darf man hier haben. Vier Schläge, okay. Bei Loch zwei. Na ja, gut. Sehen die anderen Spieler den Ball? Ja. Das gesinkt. Ja, ja. Das sehen die. Das Geile bei uns auf dem Server ist, du kannst dir rein drittisch 300, 500 Leute hinstellen, die können dir alle zugucken. Das ist so geil. Das ist anders als in GTA Online. Bei uns ist es wirklich so, wenn du spielst, können die anderen Leute jetzt einfach aus der IP-Welt dazukommen. Das ist, oh, das ist ein bisschen. Ist das da vorne? Ist das da? Das da? Also das da vor uns. Ne, das kann es gar nicht sein. Das kann es nicht da vor uns sein, oder? So, wir müssen wahrscheinlich. Oh, der ist gegen den Baum geknallt. Habt ihr gesehen, gegen den scheiß Ast ist der geknallt? Im Gebüsch. Oh, ah ja. Wie soll ich den denn da rauskriegen? Na klar. Sucht ihr eigentlich noch Devs? Ja, einfach bewerben bei info at lucky5.de. Mit deinen Referenzen. Wir suchen immer Devs. Gerne, gerne, gerne. Was ist das? Oh, ne. Alter. Auf dem Golfplatz bitte nie rennen, Leute. Machen wir nicht. Das ist gegen die Etikette. Kommt ihr, werdet ihr. Da. Da müssen wir hin. Da ist rot. Seht ihr? Können es rein hypotetisch schaffen. Wir haben noch einen Schlag übrig. Wir haben noch einen Schlag übrig. Und wenn wir den versenken, dann haben wir es geschafft. Also, logischerweise. First try. Richtig. Chat. Was meint ihr? Da vorne ist es. Das wird. Pass auf. Oh, das wird. Kann man, kann man, könnte man, könnte man, könnte man es schaffen. Könnte man, wenn man gut ist. Oh. Du Highland. Okay, egal. Ich bin zufrieden. Bisschen mehr. Bühle, ein bisschen mehr, Leute. Was denken die, wie viele Schläge brauche ich noch? Ein bisschen mehr. Was wird jetzt? Patter? Hä? Oh mein Gott. Hier ist Gefälle, Alter. Oder was? Äh. Hä? Hier ist einfach ein Gefälle, Mann. So dann, warte mal. So? Oh. Nein. Doch. Der ist, also Leute. Der ist reingegangen. Der ist reingegangen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Kann man eigentlich, warte mal, kann man, kann man. Guck mal. Oh, geil. Der ist reingegangen. So. 169 Yards. Guck mal, jetzt können wir mal ganz kurz gucken, wie wir schlagen müssen. Pass auf. Das ist ganz hinten hier, siehst du? Das ist das Rote dann. Nach der Sandbank. Hier das Rote da vorne. Okay. Was soll ich hinstellen so lange, ne? Oh, die geht auf den Rücken. Ich sag es euch. So. Ah. Na gut. Nehmen wir doch wieder mit. So. Zack. Zack. Oh, das, das. Wie viele Schläge dürfen wir haben? Drei. Oh, Leute. Ich weiß ja nicht, ne? Der Baum ist halt heimtückisch, ne? Der Baum ist halt... Der Baum ist halt heimtückisch, der da hinten ist. Müsste vielleicht so und dann nach links, aber... Ich sag euch, der Baum macht uns den Traum kaputt. Na, ich nehme alles zurück. Ich nehme doch alles sofort zurück. Das war ja Töfte. Oh. Walter Wutz. So. Komm, jetzt, wenn ich einen Schlag mache... Aber wieso denn Loch... Aber wieso habe ich denn jetzt drei... Achso, ne, ist alles richtig. Hab ich mir das gesagt. Wenn ich jetzt einen Schlag... Wenn ich das jetzt beim ersten Schlag schaffen würde, dann habe ich heimtückisch sogar einen Punkt aufgeholt. Das wäre ganz gut. Golfkarte. Ja, ich habe leider keine ID-Karte dafür gerade. Ah, ne? Ach, ich weiß ja nicht. Da. Okay. Drei Schläge gebraucht. Er will besser. Er will besser, Leute. Wo müssen wir... Da müssen wir hin. Noch vier. Schon mal... Nie ohne gewesen. So, pass auf. Wir müssen jetzt gucken. Wir müssen erst mal hier auf dem... Daren gucken. Da müssen wir... Oh, da ist... Da ist ekelhaft, Leute. Da ist ein bisschen rechts jetzt. Oh, wäre ganz gut. Oh, da fliegt er. Da fliegt er. Wie viele Schläge dürfen wir hier haben? Vier. Okay. Vier Schläge dürfen wir hier haben. Na gut. Jugo macht den Meister. Leute, danke, dass ihr mich anfeuert, ne? Eigentlich irgendwelche Nachrichten. Ah, hier. Okay, das sind die ganzen Departmentleiter. Schon mal ganz gut. Call of Duties sind alle drin. Hallo und willkommen in der Gruppe der Departmentleiter. Bitte seien Sie heute Abend inklusive Ihrer Betretung um 20 Uhr im Lamesa Department. Der Roll Call endet heute um 19.30 Uhr. Ich dachte, du schreibst willkommen in der Hölle. Würde aber aufpassen. Nee, hab ich den Sand reingeschlagen, Chat. Oh, wir müssen da runter, oder was? Das ist heimtückisch. Das geht nämlich hier um die Kurve rum. Schau mal. Oh Gott. Nee, doch nicht in Sand. Ich hab nichts gesagt, Leute. Ich hatte hier kurz Schnappatmung. Schnappatmung. Da müssen wir hin. Wo ist er denn jetzt gelandet? Ey, was ist wie, wie? Wart, 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 wart. Der Ball ist im Wasser gelandet? Hör doch auf. Was? Hä? Ist doch gar kein Wasser. Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Der ist im Mission über den Parken gelandet. Wo ist er denn jetzt hingeflogen? Oh je, nee. Acht, du Heiland. Bisschen zu viel Kraft. Nur ein bisschen. Ja, nice, ey. Natürlich. Vom Kasa sitzen da bestimmt im Fernglas gerade und lachen sich ins Fäustchen. Guck mal da, der Kommissioner, der kann ja gar nichts. Ach du, also Leute, das weiß ich nicht. Arschlochbaum. Wirklich Arschlochbaum. Halloween, danke. Da rüberkriegen. Oh. Ja, immerhin. Wir müssen mehr golfen, die Leute. Da ist Potenzial nach oben. Ich glaube, aber viel mehr nach unten. Oder? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, Walter ruft gleich, dass FD zum Bäume fällen. Ja, zu Recht. Womit? Mit Recht. So. Komm. Ah. Nein, du bist so ein Heslon-Ball. Wirklich. Ey, willst du mich verarschen, du kleiner Ball? Da. Da. Krieg ich gleich wirklich. Vielleicht ein Ausraster. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Äh. So, pass auf. Jetzt haben wir. Das ist der Glas rein. Das ist der Donetsch. Wolf Ball-Sammler. Danke für die drei Euro. Dankeschön. Danke. Dahinten müssen wir hin. Okay. Mich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn Jasmin einfach Gewitter eingestellt hätte. Aber es war einfach nur, um mich zu ärgern. Das ist der Sturm. So. Ach, du Sche... Über das Wasser. Seid ihr denn jetzt völlig durch? Aber das wird mit einem Schlag klappen, Leute. Potz, Junge. Oh. Alter. Da war die so ein Gott. Wie viele Schläge haben wir? Vier haben wir hier. Mejun. Dankeschön. Hey, Denno. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's super. Rützli. Rützli mit der Hand. Ja, Freili. Ja, Mai. So. Dankeschön. Ähm... Was haben wir da rüber jetzt? Im Vergleich zu Wallis ersten Golf versuchen damals und heute ist er eigentlich konstant. Konstant schlecht halt. Arsch. Dankeschön. Sehr nett. Wüli. Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Hör mal. Ich merke schon, ich habe Fans im Chat. Wirklich Fans. Ja. Das war da wirklich ohne Fans.com hier, aber richtig, ne? Was ist alles darüber? Also, wir werden mal ganz kurz mal gucken. Pass auf, da vorne ist das Ziel. Der Rot da hinten, siehst du? Das Coole ist, also ihr könnt Golf einfach bei uns auf dem Server ausprobieren. Ihr solltet natürlich die passende Kleidung tragen, ne? Also ihr solltet da jetzt nicht mit Gangster-Klamotten. Ich sage ruhig, da kommt der Support aber schneller, als du denken kannst. Ihr könnt aber auch Golfkurse machen. Kann man alles machen auf dem Server. Einfach Venture checken. Äh, und bei uns ist es so, du kannst das wirklich in der Welt frei erleben, ne? Also es ist jetzt nicht, dass du irgendwie ein Minigame startest, sondern du gehst wirklich hin und dann geht's los. Der Golfball. Jetzt loch mich mal ein, sagt er. Drei Euro. Okay. Ich loch dich ein jetzt. Pass auf. Das habe ich gestern auch gesagt. Also pass auf. Oh, das ist schwierig. Kann man zwischen die Bäume schießen? Ich weiß ja nicht, ne? Der liegt halt schwierig jetzt. Ah, leck mich am Arsch. Wo ist er? Hat er... Das hat geklappt. Das hat geklappt. Oh Gott. Chat, ich kann euch gleich zwei coole Sachen noch zeigen. Ein Update haben wir ja heute angekündigt für Lucky5.de. Ne? Da zeige ich euch einen Namen Golfen. Und ein Update, was noch nicht angekündigt wurde. Wollt ihr da auch sehen? Zeige euch gleich. Was cool ist. Was kleines, aber sehr geiles. So, pass auf. Ah. Wie viele Schläger haben wir? Zwei. Und wir dürfen vier haben, ne? Oh, Junge. Warum haben wir nicht einen anderen Golfschläger genommen? Ich Idiot. Ja, mei. Das ist ja freilich nicht ganz sauber. Oh. Ne, ich glaube, in GTA sind es nur neun Löcher, oder? Wie bei meiner Mom. So, warte mal. Eiver, komm. Ah, das war nix. Scheiß Golfball. So, wenn ich ihn jetzt wegpattern, dann... Guck mal. Holter. Holter, Chat. Bei GTA sind es neun, äh, Dinger hier, Leute, oder? Neun, neun Löcher? Weiß ich gar nicht. Is it. Ja! Du bist so ein kleiner... Ganz ehrlich. Scheiß auf Gangs. Scheiß auf alles. Dieser Golfball, der ist mein Feind. Ich sag euch, wie es ist. Oh, ey. Das ist... Das ist aus reiner Provokation hier. Wirklich. Was rein damit, du Kleiner? So, Loch sechs. Wo ist er? Da. Ah, kriegst du Krawenzmann im Hals. Wirklich? Da platzt dir die Hutschnur. Wo müssen wir... Wir gucken mal. Pass auf. Ach, du mein... Mach doch direkt auf anderen Seite der Map hier. Wirklich. Weil ich's Mütze. Mein, was bin ich hässlich. Das ist nicht nett, Leute. Ne, das machen wir nicht. So. Ist Fünfe Eisen, sagt er. Ich nehm aber jetzt hier. Pass auf, Leute. Der Driver. Der Driver uns jetzt ins Erfolg. In den Erfolg. Ja, ey. Safe Call. Fast drin. Fast drin, Leute. Ich sag euch, jetzt ist fast drin. Gibt's auch Caddies? Ja, aber ich hab leider keinen Golfkurs mit Walli gemacht. Deswegen hab ich keine ID-Card. Gibt Caddies. Die stehen vorne. Pack mich voll ab. Muss man mal einen Golfkurs machen. Es gibt echt Spieler, die halt Golflehrer machen und so. Das ist doch geil, Mann. Ohne Witz. Ey, wir hatten gestern, Leute. 547 Spieler auf dem Server und 60 Streamer mit über 6000 Zuschauern auf Twitch. Hätte das mal jemand einmal mir mal gesagt, ne? So vor ein paar Jahren, als ich noch auf anderen RP-Servern gespielt hab. Gute Nacht, Leute. Keiner will mehr Hardcore-RP spielen. Das ist aus. Das will keiner mehr. Lucky 5 for my beer. So. Ich bin im Sand. Ja, geil. Ach, ich dachte... Ich brauch Dings hier. Hör mal welchen... Da brauchen wir noch den... 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 Den Wedge, oder? Boah. Genau. Dann müssen wir einmal da rauskoffern. Warst du schon mal Golf spielen? Ich war schon mal im Real-Life-Golf spielen, ja. Das war auch wirklich gar nicht so schlecht. Aber im Spiel... Ne. Boah, Junge. Der fliegt ja nach... Blaine County. Jetzt reicht's doch hier. Ey, wie viele Schläge haben wir denn jetzt? 38. Was hat Natschi so für das ganze Ding, Leute? 20? Dann ist es. Ja, komm. Nicht dein... Ja, ich wollte grad sagen. Also. Ich wollte grad schon sagen. Guck mal hier. Pass auf, Leute. Jetzt fliegt der Brie. Aber richtig... Wo ist der Plan? Na klar, Alter. Direkt am Wasser, oder was? Wollt ihr... Ey, das ist doch ein bisschen Trollerei hier. Hauen wir den Safe ins Wasser, Leute. Ich seh euch da, wie es ist. Ah! Oh. Ist er am Wasser? Ne. Doch. Scheiße. Äh... Super. Cool. Das war schon mal nix. So. So. Lick mir am Arsch. Das war ein Zap. Bowie, danke. So, Leute. Komm, Junge. Quats, Junge. Der ist es. Der ist gut. Der ist gut. Wir sind so einer, der kommt von der Seite. Weißt du? Der kommt von der Seite. Ich finde, hier ist Golfen sogar schwieriger als die GTA Online. Ich finde es auch gerade so geil, dass du kaum Hatz und so hast. Also kann er kaum anzeigen. Sondern, dass du den Ball aussuchen musst. Ja, fliegt er. Fliegt er, Leute. Oh, da hinten ist unser Ziel. In der SMS hier. Wer will was? Wie bereits am gestrigen Abend kommuniziert bin ich heute nicht anwesend. Das weiß ich doch. Okay. So. Pizza. 5 war Eisen? Ich würde 7 Eisen nehmen, oder? Komm weit, ne? Ah. Einen Driver nehmen sollen. Da hätte ich ihn vielleicht da rübergekriegt direkt. Wie viele Schläge darf man hier haben? 4. Ach so. Keines Loch. Da muss er rein. Ja, richtig. Hier ist schon wieder was los. Mal hier den. Ah. Ist da im Sand drin, Leute? Das wäre natürlich nicht so gut. Scheiße, ey. Ich glaube, der ist im Sand gelandet. Ich glaube, der ist im Sand. Ach Gott, nee. Dann brauchen wir den, den, den. Puts, Junge. Raus damit. Er rollt weiter wieder in den Sand. Oh. Im Bunker einfach. Das ist das Steigerung, ne? Sieht man ja. Oh. Hör doch auf. Neun Schläger, ey. Nein. Warte, er rollt. Plotz. Ja. So. Letzte Bahn, Leute. Letzte Bahn. Das machen wir jetzt. Das ist klar wie Kloßbrühe. Den machen wir jetzt mit einem One-Shot. One-Shot Rocket machen wir jetzt. Letzte Bahn. Letzte Bahn. Jetzt kann man sich an die hinsetzen. Schade. Das muss man auch mal machen. So. Mal da hinten. Jetzt ist der, Leute. Der fliegt dabei jetzt. Pass auf. Fliegt jetzt richtig über. Oh. Ich sag euch. Der ist drin. Habt ihr das gesehen? Ei, ei, ei. So, ich gucke mal mal. Ah, so. Ey, mit so viel Karacho geschlagen. Und der ist nur auf die Hälfte der Bahn gelandet. Boah. Alter, da hinten ist das Rote da. Guck mal. Wann, wir nehmen jetzt nochmal. Alter. Was? Wie ist der? Wie ist der denn geflogen? Wie ist der denn geflogen, Alter? 53 Schläge. Kommissioner. Mal so realistisch gefragt. Ja, guck mal. Wie viele Schläge brauchen Sie immer insgesamt beim Golfen? Zwischen 30 und 40. Was ist denn beim Funkloch hier auf einmal? Ja, klar, Alter. Zwischen 30 und 40. Ja. Oh, der war nicht schlecht. Okay, Luki. Dankeschön. Okay, warte mal. Einschlag haben wir noch. Scheiß Bullen. Einschlag haben wir noch. Warte mal. Nein. Einfach Nachi Sexualleben simuliert. Oh. Ey, jetzt verkackt das am Schluss. Ich glaube es ja nicht. Jesse, Dankeschön. Ah ja. Was? Acht. Loch acht mit sieben Schlingen wendet. Loch neun. Wo ist denn noch? Wo ist denn noch? Gibt es noch einen oder was? Oder bin ich jetzt lost? Gibt es noch eine? Sechs. War das eigentlich neun? Wo ist denn neun? Warte mal. Dann ist das acht. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Aber wo? Warte mal. Das ist sieben. Ist das da oben acht? Dann ist das hier neun. Hä? Neun. Ich brauche einfach 30 Schläge gefühlt weniger als wir. Ach, da ist neun. Ah. Na gut. Machen wir das jetzt hier auch noch? Schön, dass Grün lesen. So. MCO. Dankeschön für acht Monate. Pass auf. Deine Sonnenbrille. Ich glaube auch. Sag mal, wo sind wir denn? Der ganze Tag. Und das heißt, es ist ganz da hinten geradeaus. Okay. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Vier Schläge. Hm. Der war, der war, der war, der war knackig, Leute. Nachi macht auch mehr Übungen als Walli. Das stimmt. In die Tonne der Ball. Richtig. Da ist rot. Da ist rot. Da hinten ist die Flagge. Da müssen wir hin, Leute. Schaffen wir es. schon eklerweit, ne? Nicht, warte mal. Find ich den? Er rollt natürlich darunter. Ist ja klar. Scheiß Wind. Alter, wenn du dein erstes Hole-in-One machst. Hat das schon mal jemand geschafft? Jetzt ob. Ja, ich noch drei. Ah, hör auf. Ah, hör auf. Oh, Mann. Mann. Sabi. Danke. Hallöchen, Concha. Oh. Wollen wir das Ding einen Berg hochschießen? Komm. Oh. Ne. Ey, das ist doch wirklich, also. Na gut. 67 Schläge bei 9 Löchern. Lass dich darüber reden. Lass dich darüber reden. Wolf, Karriere wird beendet. Andi, danke für 46 Monate. Leute, bei 7000 Subs gibt es morgen auch einen 12 Stunden GTA-RP-Stream. Wenn jeder von euch zwei Sub gibt es rein, dübelt, dann habt ihr morgen ab 13 Uhr wieder einen 12er. Wenn wir 7500 erreichen, gibt es am Mittwoch auch einen 12er. Ja, wir müssen mehr üben, Leute. Wir müssen mehr üben. Ist es. Guck mal hier, da sind sie. Hau mich einer mit einer Pfanne weg, ey. Wann ist der 24er? Das steht noch offen. Eventuell anfangen, nächsten Monat oder noch diesen Monat. Weiße. Enttäuscht. Enttäuscht von unserer Leistung, Leute. So. Chat. Ich kann euch zwei neue Sachen zeigen, die jetzt auf Lucky5 kommen. Eine Funktion kommt morgen und eine Funktion kommt am Freitag. Mal warte. Mal zum Auto kurz zurückgehen. Dann fahren wir nach Hause und dann zeige ich es euch. Dann zeige ich es euch, wie es geht, Leute. Okay. 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 So, rein da, du Brie. Oh, hier ist ein paar Platz, ganz vergessen. Ja. Okay. Okay. Oh mein Gott. Ich habe auch so einen auf die Auflegen-Taste gedrückt, weil ich mich jetzt schon kenne. Ich dachte, ja Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt extra einfach so ein Ding von Ihnen. Kann ich Ihnen helfen, Herr Kokoben. Wenn es was dienstliches ist, warten Sie bis ich da bin. Ich bin nicht im Dienst. Aber es ist nur eine Frage und Sie sagen ja oder nein, das wäre super. Geht das? Nein. Das ist super wichtig, Tjvi, den reibungslosen Ablauf. Ja, ich komme gleich zu Ihnen vorbei und dann können wir reden, ja? Super, bis gleich. Tschüss. Prinzipien müssen gewartet sein, Leute. Ja. Aber wir hätten auch in den Briefkasten gucken sollen. Kann man eigentlich nicht von hier oben gucken, das wäre auch witzig. Egal. So, pass auf, wir gehen uns mal umziehen. Und die Golftasche wegbringen. Das hat schon wieder schief gesagt, ne? Ah-huh. Und, ah-huh. So. Und, ah-huh. Käppi sollte man dann am besten auch hier lassen. Wollte man ja Sport machen, ne? Dann ist ja wichtig, wenn man duschen geht. Ah, ah, das tut gut. Schön mit Seife sauber machen. Richtig. So. Ne? Das Gesicht auch schön waschen. Oh, die Sonnenbrille sollten wir noch abziehen. Ah, die ganze Sonnenbrille ist nass. Scheißdreck. So, scheißdreck, Sonnenbrille nass. So. So. Ah, da auch am Bein, ne? Da muss auch sauber gemacht werden. Da bin ich in den Dreck getreten. Genau. Ah, damit man nicht riecht. Wieder Kokum. So. Puh. Willst du eigentlich abtrocknen? Was? Ab. Ok. Ne, aber... Ah. 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 Aber was ist da denn? Hä? Gabeln. Ah. Ok. So. So. So, pass auf Leute, ich zeige euch jetzt was. Und zwar folgende, folgende, folgende Sache. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal von Lucky5.de heute einen Trailer veröffentlicht, der tatsächlich sehr interessant ist für viele Leute. Und das Feedback ist natürlich schon sehr, sehr verrückt. So, Moment. So. Äh, äh, äh. So, dann gucken wir uns den Trailer mal zusammen an. Das ist das Erste, was schon öffentlich angekündigt ist. Und zwar, äh, das FD-Update. Ja, das Fire-Department-Update sieht folgendermaßen aus. Wir gucken uns jetzt gemeinsam im Stream mal den Trailer an. Also, erklär mal ganz kurz. Hier gibt's, das ist jetzt auch verschnellert das Video, ne? Hier gibt's so eine Hausbrand. So, man sieht schon, das, äh, Feuer breitet sich selbstständig aus. Ja. Das heißt, es kann immer größer werden. Rein theoretisch kann der ganze Block hier abfackeln. Meist er hier unten? Weiß ich nicht. Ein Einsatz für die Engine 1 und den Ladder 1. Proverb der Station 7 an der Futschlein ist der Bestätigkeit 1076. Mehr Häuser betroffen. Aktuell... Also... Halt mal auf den hier. Halt mal auf den hier, Leute. Auf ihn hier. Achtet mal auf ihn hier. Achtet auf ihn. Achtet auf ihn. 1076. Mehr Häuser betroffen. Aktuell zwei vermisste Personen. PMD und PDI sind bereits alarmiert. Die Hütte brennt hier lichterloh, ne? So, das ist neu. Feuerwehrschlauch als Item wird im Werkzeugslot ausgerüstet. Ihr seht ja auch, guck mal hier, da sieht man den Schlauch. Und alle Spieler sehen den Schlauch. Das heißt, überall liegen hier bald Schläuche. Oder wie Bella Harley sagen würde, Paradies. Hier wird jetzt einmal die Mechanik vorgestellt. Natürlich fehlen hier noch die Icons. Die kommen jetzt auch noch alle, ne? Oh, du ziehst den Werkzeugschlauch 50 Meter in dein Inventar. Dann befestigst du das an der Engine. Wassertank, der Engine läuft leer. Das ist auch sehr interessant. Dazu zeige ich euch gleich noch was. Was im Trailer nicht zu sehen ist. Firefighter müssen neue Wasserquellen suchen. Ihr seht, hier ist so die Markierung, ne? Hydranten funktionieren nun auf dem Server. Das heißt, alle Hydranten, die es gibt, können benutzt werden. Also du kannst deinen Schlauch daran festigen. Guck mal. Und zack. Und dann. Also löschen. So, die Schläuche. Es gibt Schläuche in verschiedenen Längen. Ja, achtet mal drauf. Aber wenn ihr den zu weit zieht, passiert folgendes. Dann verschwindet der Schlauch, ne? Seht ihr? Weil, ne? Es ist halt zu überstrapaziert. Geil. So. Release am 26. Mai 2023 werde Firefighter auf Lucky5.de. Lucky5. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt gerne das Video auf unserem YouTube-Kanal von Lucky5.de sehen. Das ist der Channel hier. Und auch bitte gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Liebeskommentar, ein Like auf das Video da lasst. Und das Video natürlich freundlicherweise teilt. Denn mehr Support sorgt dafür, dass der Server natürlich umso größer wird. Neue Spieler, neue Storys für uns alle. Wir profitieren alle von immer mehr neuen Spielern. Und gestern hat Lucky5 547 Spieler auf dem Server live gehabt. Hinzu kommt, dass über 6000 Zuschauer auf Twitch den Server angesehen haben bei 60 Streamern. Gut. Das ist das Erste. Jetzt komme ich noch zu was Anderem, was das FireScript betrifft. Denn der Dev, der hat mir dazu ein kleines interessantes Video gezeigt. Das ist jetzt einfach mal für euch. Das zeigen wir euch jetzt mal hier im Stream. Und zwar, LSPD-Feuer-System-Wassertank. Ja. Das ist im Trailer nicht zu sehen gewesen. Damit ihr das einmal auch ganz kurz wisst. So, ne. Das ist hier der Firetruck. So. Schlauch entnehmen. Wasserversorgung herstellen. Steht jetzt hier. Ja. So. Dann haben wir noch, ähm, genau. Wassertank und Füllstand. Ne. So. Schlauch entnehmen. Mal gucken. Da haben wir den Schlauch jetzt. So. Da wird jetzt befestigt. Zack. Ne. Damit dir das auch mal Gameplay-technisch steht. So. Da ist der Schlauch. Ja. Da wird ordentlich mal Wasser auf die Bude gesprüht. So. Und da oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, da ist meine Facecam davor. Aber hier oben wird jetzt angezeigt, wie viele Liter ihr noch habt. 1050 Liter, 1200 Liter. 900 Liter. 750 Milliliter. Milliliter Kaffee ist 600 Liter. 450 Liter. 300 Liter. 150 Liter. 0 Liter. 100 Liter. So. Wassertank ist leer. So. Ende. Kommt kein Wasser mehr. Feierabend. Ja. So. Schlauch zurücklegen. So. Information. Füllstand. Jetzt muss wieder Wasser in den Wagen reingepumpt werden. Guck mal. Zack. Masse daran fest. Oh. Ist schon geil. Masse daran fest. Leider unglücklich abgekattet, aber man sieht, wie viele Liter im Wasser waren. Mach mal daran fest. Jetzt guck mal. Jetzt kommt vom Hydranten aus das Wasser in den Firetruck. und man befüllt den Firetruck wieder mit Wasser. So. Zack. Ich laufe wieder in der Hand. So. Jetzt hat man praktisch eine unbegrenzte Wasserquelle, weil man das als Überbrückung benutzt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist schon ultra sick. So. Also. Das ist tatsächlich das dazu. Ja. So. Und jetzt zeige ich euch noch was Kleines, was ähm auch auf den Server kommt, was ich sehr, sehr cool finde. Das ist so eine kleine Funktion. Warte mal. Ich muss mal gucken, dass ich das hier rüberkriege. Wutz. Oh. 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 Dann kann ich ja endlich Walters Wohnungen anzünden. Hahahaha. So. Das ist jetzt auch ein neues Update, welches morgen eventuell kommt. Und zwar, das Smartphone bekommt eine Aktualisierung und man sieht jetzt, in welcher Straße und in welchem Stadtteil man sich befindet. Aber das Coole daran ist, ja, guck mal, pass auf, ihr lauft. So. Es aktualisiert sich. Und, was jetzt auch ganz neu ist, ähm, danke schön, was auch ganz neu ist, ihr könnt da draufklicken, dann öffnet sich hier die Map und dann könnt ihr auch rein- und rauszoomen und könnt live gucken, wo ihr gerade hingeht. Ist ganz praktisch, also für Taxis und so auch. Und dann ist dieser Cringe-Moment vorbei, wo bin ich denn? Man weiß es einfach, man kann das wirklich danach gucken. Das ist jetzt auch neu. Also es kommen da echt krasse Sachen, Leute, auf euch zu. Also, genau, Munitions-Update habe ich ja schon mal gezeigt, da sind wir ja auch dran. Aber genau, das sind so die wichtigsten Sachen. Kann man nach Straßennamen suchen? Oh, das ist eine coole Idee. Vielleicht müssen wir das mal dem Def mit auf den Weg geben, das wäre ganz cool. Aber ja, es wird immer größer und größer und größer und wir würden uns, wie gesagt, freuen, wenn ihr Lucky5 supportet auf Patreon, auf Instagram, auf Twitter, auf TikTok, auf YouTube und dadurch, ja, dadurch wird es immer größer. So, das dazu. Also, ich hoffe, ihr freut euch auf die Updates. Wir haben in den letzten Tagen wirklich viel reingehauen und es kommt immer mehr und mehr und mehr. Neue Fahrzeuge kommen ja auch, die könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal von Lucky5.de sehen. Da gibt es ja ein Video zu. Und ja, ich hoffe, ihr seid happy. Ich hoffe, ihr seid happy mit dem Cyber. Ich will nochmal betonen, gestern 547 Spieler, das ist echt krass. Also, gestern 547 Spieler, Leute. Überlegt euch doch mal, wie viel das einmal ist. Und ich weiß natürlich noch von ein paar Updates, die wir jetzt noch nicht thematisiert haben, die auf dem Server kommen. Da sage ich euch, da kommen auch echt schöne Sachen. Aber da darf ich noch nicht drüber reden und will ja auch nicht. Aber es kommt etwas, worauf Leute viel zu lange gewartet haben. Was sind eigentlich diese FRB-Fahrzeuge? Die könnten wir so lange vom LSPD als Dienstwagen nehmen. Mal herausfinden, wo die sind. Haben wir die nicht im Live-Tracking? Sind bestimmt nicht im Live-Tracking, oder? Ah, ich kann von hier aus. Zählen nicht im Live-Tracking. Okay. Oh, shit. Wow. Okay. 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 Auch. Okay. 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 Hier wäre auch cool, wenn man den Schlauch endlich sehen würde. Jubi, mach das mal mit fertig, dass man den Schlauch von der Zapfsäule sieht. Ist ja so gut. Beim Helikopter und hier. Lauch und Geräusch wäre geil, ja das wäre nice, das stimmt. So, dass man so das Rattern der Zapfsäule hört. Die Funktion dafür haben wir sogar schon auf dem Server, also dass man Sounds hinterlegen kann an bestimmten Orten. Mhm. 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 Die ist gerade so in das Pedi, ne, und da laufen schon Leute so rum, das ist so nice, dieses Feeling einfach. Mehr Streifenwagen haben wir nicht hier. Die sind da drüben geparkt, okay. 4-1-1, 4-1. Ah, Junge, habe ich mich erschrocken. Und der hat Einschusslöcher, okay. Dankeschön, Wonsdorf. Dankeschön. Da ist eigentlich ein ATM in dem Department, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Du Sky, Dankeschön. So, heute, Leute, ist der offizielle erste Tag der neuen Departments. Gestern war ja Umzug und heute geht's los. Oh, da sitzt auch schon einer an der Leitstelle. Oh, ist das geil. Was sitzt denn da? Wunderschön, Mr. Schau, wie geht's Ihnen? Guten Tag. Wunderbar, wie ist es? Noch ruhig heute? Ja, noch nicht, ich bin nicht so lange da. Ich habe mir kurz das PD angeguckt. Und? Ja, sehr groß. Ich habe nur eine Frage. Ja. Wo wir die Akten schreiben. Können Sie oben machen, wenn Sie eine Etage hochgehen. Ganz hinten rechts ist so ein Schulungsraum, so ganz groß. Und da können Sie ganz in Ruhe arbeiten. Ah, okay. Oder Sie machen das hier. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja, ansonsten sehr cool. Schön. Ähm, waren Sie schon mal golfen? Äh, nee. Also, ich war schon mal dabei, aber selbst gegolfen noch nicht. Finden Sie, dass 67 Schläge normal sind? Ich glaube nicht. Na gut. Ich bin mit meinem Einstabbel, ne? Ja. 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 Ich bin mit meinem Einstabbel, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. War schon irgendwelche Leute hier heute mal oder so? Nee, ich bin glaube ich der Erste. Okay. Na gut. Bin gespannt, was der Tag heute so mit sich bringt. Jedenfalls, ja. Alles klar. Pd99, Punkt Check. Check. Ich kann erstmal den Weg selber merken. Ja, man kommt auch einfacher raus. Leute, ihr müsst zuhören. Ich dachte, es geht nach Sektoren. Walter Weiß hat keinen bestimmten Sektor, da er Commissioner ist. Und man RPD gesagt. Ja, ihr hört einfach nie zu, Leute, oder? Also, ihr hört auch einfach nie zu. So. Ich bin sensibel. Ja, anders versteht ihr es ja nicht, ihr. So. Wäre geil, wenn man das Tor aus dem Auto öffnen könnte. Was ist, wenn manche mal nicht da sind und das nicht wissen, mit dem Funk, dass du das so machen musst? Das verstehe ich. Aber man geht es darum, dass Leute sagen, oh mein Gott, er hat PD99 gesagt. Das hat ja einen Grund. Oh, der ist ja nicht. 1-3-2-2-2-5-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7. 5.15, 10.20, wird letztlich gut für Stoppverkettung. das tor bleibt offen das kannst du in der gegend nicht machen wir müssen uns leider abschließen 232 für die korrektur 231 für die 99 kommen hier aktuell ist die 20 kommen ja check ich stehe vor ihrem büro 99 ende ich grüße sie aus in dem hemd sie aber auch aber ist noch nicht ganz richtig der patch muss vorne noch aber das kommt glaube ich ja wir bestellen das heute beim warehouse sie kriegen noch chief of department kleidung kurze information haben sie kurze nachfrage haben sie was zu essen ich hätte klar ein apfel nee was richtig ist crispy chicken ja geben sie mir das wohl so dann gehen sie mal rein in ihr büro mr kukum ja ja der rains kommt auch gleich übrigens fühle ich mich jetzt schlecht setze ich mich hier noch eine sie sollen sich auf die andere seite setzen ich fühle ich das fühlt sich nicht richtig an ja aber dass sie sitzen das ist ihr büros so nee war telefon ist das schon schief ganz kurz 100 dollar kriege ich von ihnen in der dienst anweisung steht dass wir unser department online stellen müssen kann man das das geht noch nicht das ignorieren wenn das geht kommt ein eintrag ins schwarze brett okay alles klar sie können das geld einfach abholen und mir dann gleich bar übergeben ich habe auch eine notiz warten sie schreiben wir das direkt rein schon 200 so ich danke ihnen ja ich freue mich bis später habe die zusage für eine neue wohnung bekommen und wissen sie ich habe schon bald einen bruchteil der wohnung finanziert nur weil alle leute mich falsch betiteln ich habe schon gemerkt da kommt richtig geld zusammen ich habe gestern 1000 dollar damit verdient so schlecht eigentlich schief ich habe schief kukum da sitzen sie da sitzen sie schief kukum ich hatte noch nicht die zeit die übrigens wie sie wollten fünf minuten auch mal wirken zu lassen ja dann lassen sie das doch jetzt mal wirken ich sitze auf der anderen seite des tisches und sie sitzen dort ich kenne diese ansicht kenne diese ich kenne diese ansicht gar nicht ja kuckum nee das ist wirklich auch ungewohnt für mich ja aber ich finde dass sie passt passt was wöne ich mich gewöne ich mich dran ich habe auch direkt eine frage müssen wir fragen frau luis und herr palmer sind die vorgesetzten ja die sergeants ja dann mack kinney frau reed herdeeks die sollen auch ausbildung machen ich denke ja was ist mit miss kinney und herr stirling hören die auch sollen die auch mit ausbilden das sind normale police officer aber wenn sie die die ausbildung mit aufnehmen wollen praktisch sie haben ja in ihrem department die möglichkeit officer ihren schwerpunkt zu geben wenn sie sagen dass jeder officer eins der hier tätig ist oder nirma officer zwei drei wie sie das auch regulieren wollen ist mit in der ausbildung also dass alle wenn man hier automatisch ist ist man auch für die ausbildung dann können sie das so handhaben korrekt sie können aber auch ganz normal officer behalten sie also den erheblich zum machen und 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 wir sind auch gerade dran denn der herr palmer ist ja einfach sergeant der ist ja nicht ausbildungs sergeant der ist sergeant beim lspd und der kann aber auch weiterhin jetzt die sergeant module halten nicht die prüfung das läuft über herrn kurayama ganz klar ja ja das das bleibt alles genau weil ich drücke auch die ganzen officer sollen ihre module machen dass wir hier officer zwei und drei die leute machen dass das hier ist das ausbildungsdepartment sie können die sergeants hierher holen und hier finden oder die künftigen sergeants und hier findet alles statt genau dann würde ich nämlich miss kenning und herr sterling auch da mit reinpacken die werden natürlich an die hand genommen machen nix alleine und so genau super das ist geklärt dürfen unsere sergeants auch rechtsgrundlagen machen denn im grunde ist es nur gesetze vorlesen das können die alle auch selber da müssen wir wirklich nicht die ja irgendwelche leute belasten sage ich mal aber man soll die gesetze ja nicht runter erinnern sie sich daran wie ich das damals gemacht habe ich habe sie immer mit einbezogen ich habe jemanden die gesetze vorlesen lassen und dann habe ich gesagt habe ich einen anderen genommen habe gesagt können sie mir das in ihrer auffassung definieren genau so würde ich das gerne auch machen aber das ist gut wir wollen nicht so abhängig dann von anderen sein sondern dass wir das hier auch alles machen können das hier soll alles ausbildung sein das ganze ding hier ist der grundpfeiler des lspd super dann ist das auch geklärt mein wunsch ist sogar dass künftige sheriffs auch hier anfangen dass alle alles alles fängt hier an und dann werden die auf die departments verteilt da werde ich mit hän kowalski heute Abend noch mal reden wenn er da sein sollte das würde vielleicht auch frau seix so ein bisschen zustimmen dass sie doch mehr interesse auch fläche daran hat ja kann ich mir vorstellen ich weiß aber nicht wie sie darüber denkt und wie aktiv sie auch ist sie soll heute wohl aus dem urlaub wieder kommen okay das wäre gut ganz kurz für sie dass es noch wichtig zu erklären sie müssen nicht nur in diesem sektor streife fahren sie können überall fahren wir sind auch heute schon weil wir die einzigen waren sind wir sowieso alles abgefahren ja so nicht dass sie denken sind jetzt hier eingesperrt in einem in einem unsichtbaren käfig sie können überall rum fahren wichtig ist nur dass am ende des tages und ich bitte sehr kukum sie müssen da wirklich auch hinterher sein die fahrzeuge die diesem department zugeteilt sind am schluss auch wieder am ende des tages hier sind gestern waren wieder fahrzeuge kreuz und quer verteilt da kommen wir direkt zum thema was ich habe ich habe hier ein high command fahrzeug stehen tanaka meinte sie hätten das hier hingestellt ja richtig es steht aber auf davis geschrieben okay dann wir haben gar kein ja gar kein die davis hat sechs schieffahrzeuge ja ja das wird noch also passen sie auf das ist ich habe ihnen das ja von vornherein gesagt das braucht alles ein bisschen zeit ich kann ihnen gleich auf jeden fall können sie ja das problem das problem ist davis hat so viele fahrzeuge die an der cover sind aufgrund der situation dass das genau richtig das weiß ich alles gut es geht nur darum ich würde gern diese high command weg meinetwegen und dafür oder im grunde ist das auch die zweite frage also da kommen noch fahrzeuge sagen sie auf jeden fall es wird noch geregelt ja also vier fahrzeuge stehen also es stehen noch eine neue speed zwei speed units aus und relevant für uns und es stehen noch zwei undercover fahrzeuge aus wenn diese undercover fahrzeuge kommen wechseln die automatisch nach davis weil es sind detective fahrzeuge und sie bekommen dafür zwei undercover fahrzeuge ich warte nur auf diese fahrzeuge wenn die da sind kriegen sie direkt kriegen sie auch zivile fahrzeuge korrekt brauchen wir eigentlich brauchen sie die nicht aber ich glaube es ist gut wenn sie als chief eines department zu einem offiziellen termin fahren dann mit so einem fahrzeug kommen das sind praktisch so wenn sie zur staatsanwaltschaft müssen oder ist das von marshall ich habe keine augen mit dem kopf noch eine also noch eine frage und wir haben vorne ein stx der auch auf davis steht aber das ich glaube das ist ein fehler weil sonst hätten wir nicht mal ein stx okay welche ja davis hat tatsächlich drei petrol units wenn ich okay er gehört wahrscheinlich dorthin das ist ja blöd ansonsten kann ich ja auch so ein auto nehmen und das tauschen wenn die das mit dem budget und alles geregelt ist wie meinen sie das tauschen ich kann das doch wechseln einfach dass sie neues bestellen krieg dann kann ich das eine abgeben und dafür vielleicht einen markt kriegen oder so dass sie das dann dass sie das dann bestellen wollen oder wie meinen sie dass das eine geben irgendwie dafür ja dann müssen sie das dann müssen sie dann nach davis zu mir ins büro kommen und das beantragen das wissen sie aber dann weiß ich erst mal bescheid das mit den fahrzeugen klären wir und ich würde eine sache noch fragen ja ich habe mir die dienst anweisung durchgelesen ja die dienst anweisung steht man soll wer welches fahrzeug fahren darf separat noch mal nachschauen das ist ja im system hinterlegt genau richtig auf den karten jetzt meine frage die karten kann ich denn hier sagen dass die officer sollen das auto nehmen wir haben jetzt nicht die krasse auswahl die sollen einfach ein auto nehmen was draußen steht damit streife fahren egal welcher rang kann ich das bestimmen in diesem department weil im grunde kann ich die registrierkarten gehören ja nicht mit in die dienst anweisung deswegen jetzt die frage welche registrierkarten meinen sie denn jetzt wovon reden sie denn jetzt also wir haben doch ein fuhrpark system und in diesem fuhrpark system ist doch hinterlegt welches fahrzeug ja richtig und ich frage jetzt sie nur ob ich bestimmen kann wer hier im mission wo das fährt weil ich weiß dienst anweisung ändere ich das ja ganz klar aber in der dienst anweisung steht drinnen man soll auf die karte gucken darf ich denn die mission wo fahrzeuge ändern dass die ab hier einfach gefahren werden aber was meinen sie welche karte von welcher karte reden sie denn immer die fahrzeugkarte hier im streifenblatt die fahrzeuge wo draufsteht ach so sie man ja ja sie meint das fahrzeug was ich zuteile in der sektor mission wo pd 430 oder was weiß ich dass ich das ändern kann auf apricot meine ich aber da macht ja die dienst anweisung unnötig unnötig wenn das jedes departement macht wissen sie warum das so ist in jedem auto nicht mal eins wie sollen wir das machen ja das das kriegen wir hingekommen aber wissen sie was das problem ist wenn wir das umgehen ja so wie sie das sagen ich verstehe ihren ansatz aber das problem ist schauen sie mal ich habe was in der polizeiarbeit hier gelernt die cops kriegen nie den hals voll ja so wenn wir jetzt zum beispiel sagen dieses departement hier darf zum beispiel ein officer 1 zum beispiel auch ein rtx fahren ja dann ist das problem da wollen alle hierhin wechseln stehen sie also die dienst anweisung sorgt dafür dass die gleichberechtigung herrscht dass alle also wie so ein level system sie sie erreichen den rang dann schalten sie was frei sozusagen so so dumm gesagt so plump ja ist im grunde ist auch okay die zwei sergeants können ja aussuchen mit welchem wagen die fahren und der rekrut fährt und die officer müssen sich halt dran halten ja genau oder nehmen was frei ist genau wenn sie jetzt aber sagen wir mal es ist jetzt amageddon und downtown brennt gefühlt dann stecken sie einfach jemanden in die karre und der fährt los im allerschlimmsten fall also das ist ja genau also das ist schon in ordnung aber bitte halten sie sich da an die dienstanweisung mir ist nur aufgefallen gestern dass es sehr unübersichtlich ist das fuhrpark system da müssen wir das vielleicht noch mal ein bisschen anders machen es wäre einfacher wirklich nach den nummern zu gucken das muss ja gar nicht nach sektoren sag ich jetzt mal aufgelistet sein sondern wir suchen ja nach der nummer was auf dem auto steht ja ja im grunde aber das ich glaube dass das pendelt sich alles ein mit der zeit glaube das waren meine sachen ja lassen sie mich mal ganz kurz ich gehe mal ganz kurz gucken ja ich bin hier ich bin hier holen sie den her aber kuckum diesmal dominieren sie das gespräch mal das ding ist ich habe mir schon überlegt wenn der jetzt noch wieder rum ich will auch gar nicht über das thema reden das bringt sowieso nichts mehr er soll jetzt akzeptieren dass er sich hier an strukturen halten muss und das muss er einfach lernen ich sage ihnen das sehr viele probleme machen dieser mann schauen wir mal ja dann kann er gerne morgen hier wieder arbeiten 3000 dollar strafe und der wird hier verantwortlich sein fürs fuhrpark ob man damit man ein bisschen vertrauen da wieder auch aufbaut ja das ist jetzt das ding aber nur wenn also ich an ihrer stelle hätte genau und ich würde ihnen sagen wenn er sich nicht vernünftig benimmt schmeißen ihn raus wissen sie warum das ist ja klar dass das ich sage ihnen er kuckum sie haben hier den herrn palmer sie haben ja so gute leute und solche leute wie wie herr reyns würden ihnen nur belastung reinbringen und sie brauchen gerade alles andere als belastung weil ich sage ihnen dass sie aufzubauen wird sehr lange dauern und sehr viel mühen sein und sie werden oft verstehen was ich damit meine dass mein job scheiße war also oder anspruchsvoll ist oder beziehungsweise die sie sich wirklich sehr viel mist anhören müssen das habe ich mir gestern auch schon gedacht am ersten tag direkt ja aber ja wir gucken wie es gleich läuft alles klar ich danke ihnen kuckum ich werde dann jetzt erstmal mir um ich gucke mir noch mal diese fahrzeugliste an und wenn herr reyns da ist sagen sie bescheid ich bin hier am computer ja mache ich ihm da ist er gut dass er da ist pass auf ich weiß was du meinst dieben ich habe mir das auch anders vorgestellt so du meinst das hier steve ne dass sie dass das so unübersichtlich aussieht na es wäre cool wenn wir hier steht ja guck mal ab rang doppelpunkt ne es wäre gut wenn hier einfach wieder hier unten steht department und dann steht einfach das department da weißt du was ich meine und extra ding dann ist übersichtlicher weil das hier ist gerade du meinst halt was ich meine damit damit das sektor genau dann warte mal ich muss gerade kurz gucken ich bin gerade hier lost genau das hier wenn wir jetzt zum beispiel mal wenn wir jetzt mal den hier bei mir liegt da ich habe immer ein problem weiß ich warum wenn ich hier drauf drücke passiert nichts und dann stützt das system ab guck mal jetzt ich glaube jetzt geht es wieder nicht mehr jetzt doch okay ich habe es gesagt jetzt ist wieder offline guck mal so funktion wäre so gut ja oder in der filter drop funktion nach 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 dinks wäre auch geil also das ist ja geil wenn du beim streifenblatt drücken könntest nur davis department dreht man hier oben aus wenn du die davis fahrzeuge angezeigt ja aber pass auf leute das ding ist ich habe dem steven jetzt drei aufgaben noch gegeben die er fertig machen soll ähm und wenn die fertig sind ist das pd system auch fertig ne weil das ding ist wir haben auch andere sachen die wir auf dem server zu tun haben müssen und das pd hat schon so viel content bekommen und jetzt soll das auch mal hier beendet sein ne also jetzt kommen noch ich habe dem steam das geschickt ähm dass man pds online und offline stellen kommt ja äh was war es noch steam was war was habe ich dir noch gesagt ähm dass man personenakten im bordcomputer sehen kann ja das war es eigentlich was war das dritte das waren drei sachen dann müsst ihr jetzt praktisch das hier weg machen das hier ach guck mal wo ist das fahrzeug stationiert das gibt es doch hier ja diese anzeige ja nice diese anzeige müsste tatsächlich in der leitstelle angezeigt werden aber in kürzer vielleicht irgendwie ne brauchen wir das ja eigentlich gar nicht ja dann werde ich heute dem 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 gut hier sein der soll das nochmal entfernen das haben wir doch hier müsste also hier steht sogar stationiert steht ja sogar hier ja nice dann müssen wir das eigentlich hier wieder rausnehmen und das müsste dann einfach vom system her hier stehen so meintest du das doch steven oder habe ich das richtig verstanden ja ich mache das mal eben ich nehme das mal überall wieder raus da müsste eigentlich dieses icon hinter was soll das heißen vielleicht winterreifen ja man ja man sollte schnell gehen gut hier schön selber machen im dienst ich wollte eigentlich noch was offline nehmen warte mal presse erstmal offline nehmen weil das brauchen wir nicht mehr überfall auf geld transporter das lsp die graf haben wir auch ein bild hier ja ist kein bild drin deswegen kann es nicht benutzen rikata da muss ein bild rein so äh blablabla kommissioner der hirainz ist da ich komme sofort alles klar wo ist denn der neue wo hat denn der miller das system hoch der hat doch irgendwo die karte ich will gerne die karte hier einfügen dass man die daraus steht live map sehen dann ich muss mal warten bis die in den dienst kommen schön so ich bin in dem fall nur ein luftherr kuckum ja wo ist denn der hirainz hirainz kommen sie rein hirainz hirainz und ich denke ich hoffe dass sie mich auch verstanden haben warum warum es mir gestern ging warum ich das gespräch auch abgebrochen habe ja und ich will das nicht noch wir müssen das ganze nicht noch mal jetzt hier bequatschen ich verstehe es sie verstehen es wie gehen wir jetzt mit der sache weiter um wie gehen wir jetzt mit der sache weiter um zum vorgesetzten ne und dann wird noch mal gesprochen und so weiter aber erst mal unterordnen das ist einfach so hirainz glauben sie mir ich kenne das zu gut mit dem dazwischenreden ne ich muss auch meine fresse halten ich muss das lernen ich muss das lernen und ich muss das bestimmt auch noch weiter lernen wenn die hier nicht jede woche oder so irgendwie mit leuten anecken wollen das wird erstmal auch nicht geduldet dann müssen sie das irgendwie in den griff kriegen okay ja schaffen sie das ja weil zweite chance gibt es auf jeden fall da bin ich großer verfechter für dritte chancen gibt es aber nicht okay wenn ich mir jetzt sowas nochmal auftauche wie da reibereien kommen irgendwelche unruhen oder sowas dann muss man dann muss ich auch ganz klar sagen gehe ich den einfachsten weg ich gehe den problemen aus dem weg ich schicke die probleme weg einfach so zu sagen okay ja nun kann ich verstehen wobei reibereien und irgendwas wird es immer geben ich meine wir sind mehr als genug personen im pd so nicht jeder kann jeden immer zu jeder tageszeit leiten das ist halt einfach so das stimmt aber ich erwarte von entschuldigung reden sie bitte ne ich sag wir sind halt auch nur menschen eben aber wir sind menschen hier auf arbeit und ich erwarte von allen leuten die hier arbeiten auch von rekruten dass sie das auch wissen wir sind hier auf arbeit und ich muss nicht jeden mögen aber ich muss mit jedem hier arbeiten können ich muss mit jedem hier professionell arbeiten können und auch im ernst fall in heißen situationen ich meine jetzt nicht erotische sondern hier brennt es in der situation muss man sich auf den partner verlassen ist wichtig und da kann man halt so reibereien und so klar ich bin auch nicht mit allem auf einer Wellenlänge das ist ganz klar aber ich würde sagen ich komme mit jedem hier aus und ich kann mit jedem arbeiten das erwarte ich hier von den Leuten die hier arbeiten naja klar also ich glaube nicht dass man sich nicht auf mich verlassen kann nee sie machen ja auch super Arbeit würde ich sagen wenn nicht diese Dinger da jetzt immer wieder werden ich habe auch gehört zum Beispiel dass sie über die Dienstanweisung dementiert haben oder nee wie heißt das über diskutiert haben über die Dienstanweisung gibt es halt nichts zu diskutieren was haben sie da kritisiert nee das ist auch schon abgehakt das ist geklärt da wurde wie mit jemandem drüber gesprochen wie die Dienstanweisung zu sehen ist sie hatten glaube ich eine andere Meinung wie man etwas sieht und dann wurde das aber geklärt irgendwie ich weiß gerade ehrlich nicht wovon sie sprechen ich müsste nochmal nachfragen mit wem das war ist im Grunde irrelevant aber die Dienstweisung egal ob man die gut oder schlecht findet oder wie sie das finden akzeptieren sie es einfach wie sie ist natürlich kann man mit einem Kollegen mal sagen das finde ich blöd die ist das aber im Grunde die ist da und die müssen wir natürlich einhalten natürlich also wie gesagt das mit dem Motorrad ich habe einfach nicht darüber nachgedacht weil es halt nur über die Straße war aber ansonsten halte ich mich an die Dienstanweisung und dafür haben sie auch die Strafe bekommen die in zwei Wochen 3000 Dollar zahlen innerhalb der zwei äh zwei Wochen das kriegen sie hin ja ok dann würde ich sagen aufgrund des gestrigen Gespräches ruhen sie sich heute nochmal aus und starten sie ab 0 Uhr sozusagen ab morgen können sie hier wieder starten mit einer Geschichte dass sie sich in erster Linie also nicht in erster Linie aber auch nebenbei darum kümmern um die Fahrzeuge ich will hier nicht so ein Fuhrparkmanagement dass sie den ganzen Tag tanken fahren und so einen Scheiß das will ich nicht die sollen mal gucken wenn zum Beispiel Leute reinkommen ist das Auto richtig abgestellt ist getankt einfach so ein bisschen ne Überblick und wenn nicht sprechen sie die Leute drauf an ey ihr müsst das noch tanken oder so verstehen sie was ich möchte dass sie so ein bisschen die Verantwortung wir haben hier nur sechs Millionen Fahrzeuge machen sich keinen Kopf das wird jetzt nicht das Problematische sein aber dass sie da so ein bisschen verantwortlich sind ok ja und dass auch die wenn es Schäden gibt zeige ich ihnen gleich alles dass sie das eintragen dass ich das ordentlich melden kann dass die Fahrzeuge am nächsten Tag hier wieder repariert äh rausfahren können das ist gerade beim kleinen Fuhrpark super wichtig und da würde ich ihnen gerne die Verantwortung geben weil ich mache das ne kümmern sie sich darum und zeigen uns auch dass sie sich unterordnen können und äh dass man ihnen auch ein bisschen Verantwortung geben kann ja so machen wir das möchten sie dazu noch was sagen äh ich bin ja ein bisschen also sie disziplinieren mich und wollen mir aber gleichzeitig die Verantwortung für die Fahrzeuge geben mhm nicht in Ordnung das war sehr ich will nicht sagen respektlos aber es war einfach nicht äh so wie man miteinander redet das muss ich einfach sagen da war ich anders also wie gesagt wir wollen das ja nicht wieder aufrollen ich kann nur dabei zu sagen also egal wie das läuft und egal wie ich hier bin ich denke dass ich also ich glaube dass ich eine relativ gute Arbeit mache den Dienst Sachen entgegen in den vier Wochen wo ich jetzt hier bin denke ich habe ich das auch gezeigt Pakt ist aber ich kann Hierarchie und ich kann mich auch unterrollen habe ich kein Problem mit ne das können sie nicht aber keiner so nein ihr Vorgesetzter hat ihnen gerade gesagt dass sie respektieren zu haben dass sie erst morgen mit dem Dienst können kommt ihnen noch entgegen macht ihnen ein Angebot dass sie tatsächlich sich hier um den Fuhrpark kümmern können und sie fangen an zu diskutieren ob sie heute mit dem Dienst können das heißt sie missachten schon wieder das was Herr Kokum ihnen sagt und ich habe gefragt warum ja aber warum fragen sie überhaupt respektieren sie es doch einfach also verstehe ich nicht sage ich Ihnen ehrlich also langsam also warum kann ich erklären weil ich nicht das Gefühl hatte es kann ja sein dass sie damit hier recht hin gut umgehen können haben sie aber absolut gestern nicht gezeigt darum einfach ist ja auch okay nur also für mich ist es keine Strafe also den Kopf von der Straße zu nehmen ist nicht die Strafe gegen den Kopf sondern gegen die Bevölkerung nicht gegen mich also von mir aus war ich noch drei Tage frei den Tag heute nehmen und zu gucken ich bin jetzt nun mal in dieser Position ob es gefällt oder nicht und Herr Naudu war auf der Position ist jetzt auf einer anderen Position aber immer noch weisungsbefugt und so weiter und das hat mir gestern absolut Natsch hier muss ich durchsetzen wie man hier miteinander umgegangen ist von Ihnen aus muss ich aber auch ganz klar ja also wie gesagt ich akzeptiere das ich habe da kein Problem nur ich wollte halt nur nachfragen also welche welcher Hintergrund das ist weil wie gesagt für mich ist es einen Polizisten suspendieren sehe ich wie Herr Naudu schon sagte mit der Akte und so das kann ich ja verstehen wenn da jemand ist der eventuell gar Straftaten begeht oder sonst irgendwas den aus dem Platz zu nehmen wegen internen Dingen und ähnlichen das kann ich verstehen aber als als disziplinar den Kopf von der Straße zu nehmen damit straffen sie nicht den Kopf sondern die Bevölkerung also wollen Sie Ihrem Vorgesetzten wollen Sie Ihrem Vorgesetzten wieder in Frage stellen über sein Handlung doch das tun Sie ich habe keine Meinung aber Ihre Meinung spielt in dem Fall keine Rolle Sir nochmal also ich will Ihnen das mal kurz erklären Sie gehen disrespektierlich mit Ihrem Vorgesetzten um da Sie ihm unterschwellig erklären was er zu tun hat und was nicht also sehen Sie das immer noch nicht Sie verstehen die Hierarchie nicht das hier ist die Polizei verstehen Sie das hier ist nicht ein Motorradclub das hier ist kein irgendwelche Gangs draußen das hier ist die Polizei und eine Hierarchie Ihr Vorgesetzter der Herr Kokum hat Ihnen jetzt dreimal etwas gesagt und Sie stellen es dreimal in Frage und belehren es ihm wie er es besser machen könnte und wie Sie es machen würden wenn ich Sie wäre sage ich Ihnen ehrlich können Sie froh sein dass Sie überhaupt noch hier arbeiten dürfen Mr. Reigns ich weiß dass Sie gute Arbeit machen wenn Sie im Dienst sind aber aufgrund was gestern passiert ist das gibt es ab morgen los und in den sauren Apfel beißen wir halt dass Sie heute nicht auf der Straße sind das ist halt heute so das kriegen wir hin ja das war ja das also ich komme damit klar alles wunderbar ich habe eine Frage wenn ich ja alles so in Frage stelle und keine Ahnung was dann kann ich ja vielleicht doch noch ein oder zwei Fragen stellen bevor ich wieder in Dienst komme damit ich die Dienstanweisung und so auch richtig verstehe in der Dienstanweisung steht auch zum Beispiel dass Zivilisten die ins PD kommen durchsucht werden müssen gilt das auch für Polizisten die suspendiert sind wie meinen Sie das nur weil ich weder gestern noch heute durchsucht worden bin als hier reingekommen als Zivilist ja weil ich Ihnen so viel vertraue dass Sie hier nicht jetzt den Commissioner abstecken ich habe eine Pistole auch hier wenn Sie irgendwas falsches rausches wollen dann schieße ich Sie einfach das ist der Grund ich hätte Ihnen jetzt gekündigt ich hätte Ihnen jetzt gekündigt jetzt jetzt hätte ich ihn gekündigt nochmal ich frage ob das bei suspendierten Polizisten nicht gilt ich denke das liegt im MS im Grunde muss jeder durchsucht sein der hier reinkommt im Grunde sind Sie schon wieder disrespektierlich gegenüber Ihrem Vorgesetzten also Herr Kukum bei allem Respekt Sir ich will Ihnen nur eine Sache sagen ich rede jetzt ja wir warten mal kurz also ich hätte ihn schon dreimal rausgeworfen schon dreimal alter ich hätte ihn schon dreimal Willy das ist schon wild aber ey er reizt es glaube ich aus in Kuluba war das jetzt Mainstream der aus ist oder ist das Internet wieder weg haben wir ne bis live ok aber der Lucky 5 ist ja was down ne server ist down oder weiter aber wird schön zu sehen wie die einzelnen Leute es unterschiedlich machen und man sieht ob es gut geht oder zum Bumerang wird no cry danke dir für 55 no cry bei mir geht aber ah jetzt ist er wieder da ok irgendwie ja ich ok alles gut irgendwie war bei mir broken ich starte all win er macht geiles RP ich feiere das das tut er wirklich finde ihn auch ultra nice aber ich glaube er passt nicht ins LSPD weil er die Hierarchie missachtet und wenn Natschi zu viel durchgehen lässt tanzen die Leute ihm auf der Nase rum ja ich könnte ihn auch feuern ja aber dann würde ich Natschi seine Autorität untergraben und das würde ich ja nicht machen wilde 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 Brise ich glaube die Pappen gehört einfach bald Rains und nicht mehr Natschi Leute wir machen die Autorität in 12 Stunden Stream 12 Stunden wir haben noch 10 Stunden auf dem Tacho mit GTA RP habt ihr Bock habt ihr Bock ja kurze Sache also wir machen folgendes wir machen heute bei 7000 Subs machen wir morgen auch ein 12 falls ihr Bock habt ab 13 Uhr da 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 Aber Polizisten sind anzugehalten, Vielfalt zu melden. Ja. Aber dass er das vor dem Commissioner macht und nicht beim Natschi selber, ist schon ein Seitenhieb. Das große Lucky5.de Firefighter-Update, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Auf Lucky5.de haben wir einen Blog-Eintrag gepostet mit Informationen, wie das Ganze bald funktioniert. Ja. Es geht ja schon gut los mit Drama, ne? Ah, ich freue mich auf die nächsten Wochen. RP ist immer Drama. Dadurch entstehen auch Situationen und so. So. Ach, Herr Guckung. Nehmen Sie Platz. Ich habe ihn rausgebracht. Was? Ich habe ihn rausgebracht. Warum? Ja, weil es geklärt ist. Ich will jetzt doch nicht noch tausend Stunden darüber weiterreden. Der soll sich am Riemen reißen, anders mit den Leuten hier umgehen und kann 0 Uhr ankommen und dann gucken wir. Wie es hier weitergeht. Aber das... Wahnsinn eigentlich, oder? Äh. Äh. Was denn? Wo ist der denn jetzt? Den habe ich rausgeschickt. Ja, aber holen Sie den doch mal rein. Warum? Weil mich das interessiert, was er zu sagen hatte da wegen der Dienstanweisung. 1,70 Funk, check. Ach so. Entschuldigung. Check. Ja. So kurz aufmachen. Ja. Jetzt soll ich die Tür ab. Haben Sie Angst? Wird Ihnen jemand... Wird Ihnen? Haben Sie Angst? Hat Ihnen jemand die Hände? Hat Ihnen jemand die... Ne. Herr Reigns, kannst du nochmal schnell zurückkommen? Der Commissioner möchte doch nochmal... Äh, was. Doch noch nicht ganz fertig. Bis gleich. Was habe ich? Abgeschlossen? Sie haben doch gesagt, Sie müssen die Tür aufmachen, oder nicht? Ja, vorne. Ach so. Keiner vorne, der reinlässt. Ja, ja. Also eigentlich macht man das im RP so, dass man mit der RP-Situation wartet im Spiel, bis alle wieder da sind. Und ihn dann vorher rauszuschicken, finde ich ein bisschen schwierig, bin ich ehrlich. Es wirkt so, als Natschi was vertuschen wollte. Das macht man eigentlich nicht so. Joshi, danke schön für sechs Monate. Das ist halt... Jetzt habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Noch eine Stunde, dann Feierabend. Er könnte ja auch tatsächlich sich ja mit dem beredet haben und so. Das ist ja eigentlich schwierig für mich jetzt im RP. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, ja. dana dankeschön schick mir noch mal bitte damen noch mal das ist ja supi und setze ich kurz eine sache wenn einer von uns auf toilette geht in so einer situation dann wäre es wünschenswert wenn wir warten würden bis alle wieder da sind wenn sie verstehen ja haben sie recht das tut mir leid also 100 dollar herr kokum ich gleich so wo waren wir denn stehen geblieben also sie haben kritisiert dass in der dienstanweisung das genau sie haben ja ein punkt angesprochen dass zivilisten ja durchsucht werden müssten und so weiter so was war denn der andere punkt den sie ansprechen wollten das hätte mich noch interessiert der andere punkt sie sagten sie haben zwei punkte und sich nicht mehr an ihre worte vor sekunden ein punkt nannten sie ach so was ist der zweite ist mit dem mit dem dienst und ja also wenn es wenn es um so kleinigkeiten geht ich wollte noch mal nachfragen weil wenn jemand suspendiert ist das also jetzt sind zum beispiel die fahrt hierüber reicht der polizist oder euch das ist wenn jeder polizist sind sie denn gerade eingestempelt so nein aber welchen arbeitsvertrag haben sie polizeiarbeitsvertrag so und es gelten nach wie vor die gleichen rechte die in ihrem arbeitsvertrag stehen aber sind suspendiert das heißt sie sind praktisch kein police officer aktuell aktiv im dienst aber angestellt das heißt selbst wenn also nehmen wir ein beispiel sind suspendiert und gehen dann zum beispiel an den stadtpark und erzählen da irgendwas würden sie trotzdem ein vergehen an den tag legen da sie eine arbeitsverhältnis mit dem lspd haben sind ja nicht gekündigt das heißt ihr arbeitsverhältnis wurde nicht aufgehoben warum fragen sie da explizit nach wenn ich suspendiert am stadtpark stehe und ein polizist erzählt mir was dann sind das in ordnung das ist das ist tatsächlich in ordnung weil sie sind ja weiterhin polizeofficer aber eigentlich sollte sollte der polizeofficer ihnen das nicht erzählen weil so hat so wird das hier gehandhabt in welchem fall erzählen sie mir worum geht es da genau ja weil mir gestern halt mehrfach interne gesagt worden sind also hier im pd wie auf der fahrt hier hin und so weiter okay und wer war das ich wollte halt wissen herr naudo mckinny der mckinny im dienst herr kukum mckinny 30 von hier büro das war jetzt überhaupt nicht nein nein alles gut das gilt es aber zu klären mckinny welchen zustand hat mr raines gerade mehr los and das policy department ist also es beginnt als rekrut schon alles wissens und wieso erzählen sie ihm dann interne war damit jetzt in der erzielt bitte dann habe ich mit der erzielt serains ist ein abend als sie vor der türe standen aber ich habe auch ganz klar sie sollten sie sollen dass die kinder das sollen sie aber jetzt das spielt doch keine rolle er ist doch ein beispiel was haben sie ihnen gesagt es ging um dinge im dienst weiß ich mir wortwörtlich was er gesagt hat er hat ziemlich wichtig wenn so eine anschuldigung kommt müssen wir schon ziemlich genau auch wissen was da gesagt wurde er hat sich doch auch weggedreht doch gesagt so ich sag jetzt lieber nichts mehr weil es interner ist aber mckinny hat schon was geäußert korrekt ja eine kleinigkeit wie gesagt die anderen dinge waren schlimmer oder waren interessanter oder wie auch immer ich habe dauerlich mehr ich war stand gestern hier nervös vor der tür in dem moment ich bin gerade ich werde auch langsam nervös wie kommt das jetzt so vor als wenn sie jetzt noch in naudo mckinny noch einen reindrücken wollen dass sie irgendwas falsch gemacht haben kommt das kommt mir das jetzt so vor oder was ist hier los deswegen habe ich das gerade gesagt weil meine frage war wie das also ob das so okay ist ich möchte gar keinem irgendwas reindrücken das ist genauso wie das was ich gerade gesagt natürlich in den dienst vorschriften steht was anderes und ich habe gefragt wie das ist weil das nicht ganz genau oder explizit detailliert wie auch immer dargestellt ist darum habe ich gefragt damit ich weiß wie ich damit umgehen muss um nach sie tu es so war meine frage diesbezüglich gerade weil in den dienst vorschriften bzw im schwarzen brett steht dass suspendierten polizisten kann interna ausgegeben sollen also herr mckini wenn das gemacht aber nicht dürfen da steht ja nicht dürfen drin und meine frage war halt im endeffekt inwieweit das okay ist oder nicht okay ist mehr wollte ich gar nicht wissen für mich damit ich ein guter polizist bin ich höre das so ein bisschen wissen sie dass der der interessante punkt ich höre ein schmunzeln in ihrer stimme deswegen glaube ich ihnen das nicht wissen sie was ich ihnen glaube da komme ich aber gleich zu mr kinney mr kinney was sagen sie dazu zu den vorwürfen ich bin mir ehrlicherweise keine schuld bewusen ich wüsste gerade nicht was ich habe ja extra noch gesagt ich wurde gefragt bitte was ein bisschen lauter sprechen also ne genau ich wurde gefragt irgendwas von einem anderen guten glaube ich habe gesagt ich muss mich dort wegdrehen das ist glaube ich interner und dann ich habe mich weggeträgt also also haben sie nichts gesagt oder oder was hat sie gesagt es war kurz davor von der situation dass du irgendwas wie gesagt ich weiß es auch nicht hat er nichts das war er aber kurz davor also faktisch ich habe gefragt warum das was los wie lange noch ob du weißt wie lange noch suspendiert bist mir was denn los da meint man sie dass die nicht wissen was sie darüber sagen dürfen okay verstehe ich und dann kann noch jemand von hinten auf mich zu aber ich habe das gefahren ich sagte ja gut lasst du kurz beiseite gehen ich wir reden darüber also mit dem ja genau was gefragt hat ja auch eigentlich gesagt genau und dann später könnten sie noch mit ich weiß nicht mehr wer da noch bei stand bei mir und dann noch mal was gesagt aber wie gesagt ich weiß auch nicht mehr was genau das war ich weiß nur noch dass es irgendwas mit dem einsatz zu tun hat oder ich weiß nicht mehr ich habe irgendwas gefragt und sie haben darauf geantwortet das war dumm von mir genauso dann halt in dem moment von ihnen mehr oder weniger aber ich habe mir wurde ja gerade gesagt dass das okay ist von daher ist das ja nicht schlimm errede ich mich nicht dran aber ich finde das ist wischiwaschi unterstellung jetzt also da müssen wir wirklich konkret werden der mckinney sagt er hat sich sogar weggedreht hat nichts gesagt sie sagen ja da war was mit dem einsatz einfach mal so daher gesagt dann müssen wir schon wirklich danach konzentrieren sie sich versuchen sich zu konzentrieren was da gesagt wurde ja das weiß ich nicht mehr das kann ich nicht wortwörtlich dann frage ich mich warum wir darüber reden weil ich habe doch nur gefragt ich habe doch gefragt warum also ob das so okay ist oder nicht und mir wurde gesagt gerade ja das ist okay nur wollen wir das nicht gerne das war doch nur meine frage ich wollte darauf eine antwort haben also noch mal das meine ich ernst auch wenn sie den schmunzeln in meiner stimme hören möchten aber ich meinte das ernst ich wollte die frage stellen inwieweit wann welche also wie man mit einem suspendierten polizei officer umgeht das ging genauso mit dem untersuchen mit dem durchsuchen und dem verhalten dem ging über und so weiter ich wollte einfach nur wissen wie das finde ich komisch sie kommen für ein gespräch hierhin und fragen dann ob ich einen fehler gemacht habe also das finde ich schon ein bisschen komisch habe sie einen fehler gemacht ja weil ich sie reingelassen habe hier in spd und nicht durchsucht habe ja ist die frage stellt sich mir aber gestern schon weil ich gestern nicht durchsucht worden bin noch mal ich bin jetzt in der situation dass ich suspendiert bin mit mir wird auf bestimmte art und weise umgegangen und ich frage mich weil ich das aus den dienstanweisungen anders gelesen habe ob das so korrekt ist und aus dem grund frage ich nach bevor ich irgendwann diesen fehler ja okay aber da haben sie ja die antwort vom commissioner bekommen richtig okay also mr reins gehen sie mal raus von tim mckinney sie auch ich weiß nicht ob sie es nicht sehen wollen oder ob sie es ob sie sehen aber folgendes meine einschätzung zu dem fall okay es ist ihr department sie entscheiden aber wenn der ins davis department kommt werde ich ihn durch hentanaka durch die straßen schleifen lassen weil er auch hentanaka gerade ähm und auch andere police officer in den dreck gezogen hat ich glaube folgendes was dass ich ja herr tanaka und herr annaudo hätten auch interne ausgesprochen ja also ich habe wirklich das gefühl er wollte jetzt dass sie sagen war es okay das geht nicht und dann ich glaube ich glaube der will ihnen einen karren pissen und sich rächen und ihr department zerstören denken sie drüber nach meiner worte doch das schafft er jetzt schon er versucht ja aber wenn sie clever sind wenn sie clever sind schmeißen sie ihn jetzt schon raus solchen sagen warum sie werden erstens probleme kriegen erstens ein kollegenschwein das ist die zweite sache und drittens versucht er jetzt sich an herr annaudo zu rächen und sie können mir nicht sagen er hat an frechen untertonen in seinem stemmen er verfolgt das ganz bewusst dass er in meiner anwesenheit die dienstanweisung auf sie münzt heißt dass er sie überhaupt gar nicht respektiert null und auch in einer naudo nicht und auch ein na na lassen sie mal von allen anderen weg es geht nur um sie also der hat sie gerade vorgeführt das ist ihre entscheidung ich habe das ich habe das gespräch mit meine überlegung ist jetzt wir sind einfach zu gutherzig das ist das problem was ich vorhin gesagt habe und bei dem allerkleinsten ding nächstes mal klar ist heraus oder direkt aber aber er kommt um schauen sie mal sie haben ihm das angebot gemacht und danach drückt er ihnen zwei dreimal sachen rein und will ihre mitarbeiter hier noch einen rein drücken ja das ist schon seitdem ich tief hier bin habe ich bis jetzt überwiegend um den quatsch jetzt hier gekümmert ja willkommen in meinem leben herr kukum willkommen in meinem leben endlich ja sie fühlen das was ich immer gesagt habe herr kukum sind schuld gestern weil ich habe nach einer halben stunde beendet ja natürlich aber sie aber aber sehen sie der 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 lernfortschritt bei der person ist aber null prozent irgendwie ja das problem ist ist ich finde es schade weil wenn er den ganzen scheiß weglassen würde wieder ein guter polizist ich sage ihnen der wird riesen probleme bringen ja macht er jetzt schon sie werden sie werden sie werden in diesem ich sage ihnen dieses department hier wie das department sein mit dem meisten drama wenn sie den halten ja ja warten sie ja wissen was lassen sie ihn drin nur um mir diese show zu geben nein mache ich nicht so ich setze mich mit der tanaka setze ich mich vor diesem department zwei klappstühlen popcorn und ich guck mir das an nee sie haben recht präventiv muss ich jetzt einfach nicht reinreden ich will nicht rein im grunde hat er wollte er mich jetzt anschein er hat sie einfach bloß gestellt und das nach einem tag nicht mal nach 24 stunden wurden sie einfach gottverdammt bloß gestellt man hat einfach ihre ganze leitung ihre ganze art und weise einfach so dermaßen ins lächerliche vor mir gezogen das ist schon frech ja weil er sie provoziert er will gucken wie er will gucken wie weiter gehen kann und bei ihnen kann er sehr weit gehen wissen sie was was wir machen können ich nehme damit nach davis nee dann ist eine stunde gekündigt ich habe auch kein bock nächste woche ich habe keinen bock jeden tag solche gespräche ich muss mich um andere sache kümmern muss ich auch mal reinkommen ich kann doch nicht die ganze zeit mich jetzt im reins kümmern ganz ehrlich geht nicht dann lieber weg wir haben in der pipeline genug leute alleine dass er sagt alleine dass er fragt warum darf ich denn jetzt nicht in den dienst gehen also hören sie mich wird das keiner fragen und mit der begründung noch das heißt ja jeder gute officer darf scheiße wollen wie er will weil das wäre blöd den von der straße zu nehmen richtig albern ist ja die frau bahns ich sage ihnen die frau bahns hat schon einen richtigen riecher in dem fall gehabt die frau bahns war dass der typ der reins dass er tatsächlich der war mit frau bahns irgendwie die hat mir das mal erzählt auf streif oder so und der hat die ziemlich von oben herab behandelt ich meine die hast du ihn auch und so keine ahnung ich bin da nicht mehr durch ja ich glaube ich muss leider das tun sie haben im grunde recht profilaktisch schon mal ich will keine probleme morgen übermorgen über übermorgen ich will ihnen das nicht einreden sie können auch schauen sie können auch an dem festhalten weil er an sich ein guter police officer ist aber ich gebe ihnen einen brief und siegel drauf dass sie unfassbar viele probleme hier kriegen werden der mann wird hier innerlich dafür sorgen dass sie am schluss den job aufgeben weil er liegt überall schon klar der legt ab nein nein sie liegt über kleine feuer gucken sie mal er sagt doch folgendes schauen sie mal das ist ganz ganz wichtig er sagt ja zu ihnen ja wie ist das mit der interne regel und dann waren diese officer da und er nennt auch bewusst namen er erinnert nicht nur gefragt er hat ja nach officer gesagt der und der das gemacht er nennt bewusst die namen um die officer aus ihrem posten zu bringen und vor allem annaudo wird als erstes genannt das ist schon und dann noch mit jetzt sehr eng viel mit der frau war das ist alles sehr komisch ich habe da auch bauchschmerzen ja und im grunde haben sie recht müsste ich vielleicht ja normal würde ich sagen ja probieren was gucken wir aber im grunde möchte ich das nicht weil es geht ja jetzt heute genau was sagt er also ganz gucken sie ja gucken sie sind wissen sie was sie sind sehr gut hervorgesetzt und ich bin wirklich ich sage ihnen das wie es ist geholst auf sie wie sie das hier gerade gehandelt haben ja das problem ist nur sie müssen sie haben in dieser position absolut null erfahrung ja das ist auch okay das was kann man ich kann ich habe das drei jahre habe ich drei ich habe drei jahre dafür gebraucht den richtigen weg zu finden das werden sie nicht innerhalb von 24 stunden schaffen ja nicht mal so mehr und deswegen wenn sie so was sagen sie haben schon sie haben sie haben sie haben passen sie auf sie haben schon das richtige händchen dafür ich merke das auch sie wollen den leuten eine zweite chance geben das ist auch alles richtig so sie sind jeder der unterschiedliche weg der departement leiter sorgt dafür sorgt dafür dass man halt officer das ist ja der sinn und zweck der departements aber es ist hier der punkt letztendlich dass ich hier neben ihnen sitze und ich kenne ihre arbeit und ich kenne auch herrnaudo ich kenne herrn tanaka und auch mckinny mag manchmal vielleicht ein kastballer sein aber er macht trotzdem job wenn man das so unterbricht und mir geht es darum wenn ich dann höre wie er sie jetzt hier so behandelt da blutet mein herz ich will ihnen nur als ihr vorgesetzter sagen dass ich sie nicht auf den posten gesetzt habe damit sie auf eine schlachtbank geführt werden und bloßgestellt werden sondern sie sollen auf diesem posten mit einer mit einer also sie sollen eine eine haltung haben dass man sie respektiert und das haben sie auch erreicht sie sind seit drei jahren in diesem lspd hier fast das geht aber kaputt wenn jetzt so wenn das jetzt so das geht ja kaputt sie müssen glaube ich einfach verrückt noch mal anschreien ich sag's ihm aber der witz ist er hatte ja eine zweite chance und dann handelt diskutiert er weiter und und stellt alle bloß und und ja also was sagt denn ihr herz er wird probleme machen ja das sagt mein herz sie diese probleme geben sie die in den griff oder würden sie sagen dass sie sind so großes risiko weil es gerade zu beginn ist das ist es halt das weiß ich nicht ich würde gerne bei dem bleiben was ich vorhin gesagt habe dann ziehen sie es so durch die zweite chance geben beim kleinsten nur irgendeinen scheiß so ungefähr oder schon wieder in so eine richtung geht dann halt den stecker ziehen ja aber sie wissen müssen jetzt also wir müssen jetzt mit kinney tanaka und an auto erst mal suspendieren das ist ihnen klar oder ja weil es ist der vorwurf der interner herausgabe haben sie ja schon geklärt das ist suspendiert ist kein interner nein nein noch mal oder was es ist ja also es ist ja er sagte dass er tanaka an auto und mckinney interner regel gebrochen haben wenn ein officer suspendiert ist darf ein anderer officer ihm natürlich logischerweise keine informationen geben das ist ja logisch das ist ja seit tag eins bei uns im department so sind sie suspendiert keine informationen herausgeben diese drei mitarbeiter haben das ja wohl getan sie haben es ja gerade in rens anders auch erklärt nee nee ich habe dann nachgesagt ich habe ich habe es ja direkt korrigiert weil ich habe nicht gecheckt was er von mir wollte wer klopft denn da jetzt haben sie wer das ist ja bitte ich muss nur kurz stören nicht warum was hältst du los ja so meine rechnung zu bekämpfen ja gucken können sie mir dann auch direkt den 100 darüber geben klar ja alles klar dann schief und kommission wissen sie was erwarten sie doch mal den mister schon der ist auch ein sehr netter police officer war sehr fairer wie er das abhandeln würde das doch eine neutrale meinung da müsste ich mir alles jetzt erzählen nur erzählen sie einfach nur die letzten zehn minuten in diesem büro pass auf nephew los anke es geht jetzt darum er rains noch mal eine chance zu geben dass er wieder hier anfängt da um das das gespräch war heute aber in diesem gespräch beschuldigt er drei zwei vorgesetzte ein weisungsbefugten interne heraus zu geben also zu haben das kann das kann das kann das das wird schwierig warten sie ich versuche das kurz kurz im büro zu machen also der hat gestern scheiße gebaut ja so der hat annaudo was bezichtigt und so am schluss hat er sich bei annaudo entschuldigt war sehr frech und hat kukum angeschrien und sonst was alles ja so der punkt ist der herr kukum hat das gespräch dann auf heute vertagt er kam heute hier rein herr kukum hat ihnen dann gesagt passen sie auf sie haben jetzt noch mal 24 stunden zeit darüber nachzudenken was sie für ein handeln getan haben und morgen können sie wieder in dienst gehen ab 0 uhr er stellt dann vorher kukum vor meiner person herr kukums in frage und sagt wieso denn nicht sofort warum darf ich denn jetzt noch nicht schon in dienst gehen hinzu kommt noch das ist ja sehr wichtig dass er mich sachen fragt die einer dienstanweisung drin stehen vorher kukum zum beispiel also vor sein also er macht sein er macht seinen vorgesetzten praktisch schlecht indem er mich fragt ob es üblich ist dass man hier nicht durchsucht wird als suspendier polizist damit will er darauf hindeuten dass der kukum den herrn ja durchsuchen hätte müssen an die kommen kurz rein super dass sie da ist warten sie ich erkläre das mal kurz wunderbar dass du da bist ein wunderschön also folgendes gut dass du da bist also noch mal ganz kurz nach vorne wir brauchen jetzt bei ihre beiden meinungen das ist sehr wichtig weil ich brauche auch eine expertise ja also der reines hat gestern ist damit herr naudo aneinander geraten so ja die thematik ist egal blablabla so das problem war es gab hier drin ein sehr hitziges gespräch ich bin dann hierher gekommen habe mir das auch aus beiden seiten angehört herr kukum wurde immer wieder unterbrochen als der vorgesetzte eines rekruten herr reines ist nun mal rekrut und dieser hat dann auch sehr gestern hier hitzig rumdiskutiert und sonst was auch mit drohungen um sich geworfen dass er ja kündigen würde und er guckt mal wenn er die suspendierung ist bekommt blablabla wie dem auch sei hat der kukum gesagt wir reden morgen noch mal wir haben die situation versucht dann zu klären ein tag später also heute kommt der herr reines hierher und dann ist es so dass der herr reines ja von herr kukum dann eine zweite chance bekommen hat man hat das problem noch mal angesprochen herr reines allerdings hat dann nachdem herr kukum gesagt hat es gibt eine zweite chance allerdings ist es so dass wenn sie noch mal einen fehltritt leisten sie sofort eine kündigung erhalten mr reines wiederum fängt dann an zu sagen ja ich hätte zwei fragen wie der dienst anweisung und fragt aber nicht sofort wieder den dienst kann das heißt er hat also einmal den herrn kukum mal wieder disrespektierlich behandelt da er seine entscheidung in frage gestellt hat ist das eine aber ist egal die andere sache ist es gibt in dienst anweisungen ja den 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 paragrafen dass police officer zivilisten bevor sie in einen internen bereich kommen durchsuchen müssen der kukum hat also den herrn reines nicht durchsucht als er hier reingekommen ist weil er ein polizist ist aber er suspendiert der reines fragt dann in der anwesenheit meiner person ganz offensichtlich ob das normal ist dass das nicht so durchgeführt wird dass ein suspendierter police officer nicht durchsucht wird damit spielt er ganz bewusst mit einem lächeln auch in der stimme den herrn kukum praktisch er hat den herrn kukum praktisch genau er hat den kukum angeschissen dann hinzu kommt was ich auch gut finde er kommt er kommt da sagt er noch ja ich hätte auch eine andere frage wie sieht das denn aus dürfen police officer mir interner sagen da sage ich inwiefern warum fragen sie das denn dann hat er drei namen genannt die ihm gestern am stadtpark interner genannt haben obwohl er suspendiert ist das ist einmal mckinney annaudo und herr tanaka so jetzt frage ich sie was schließen sie aus diesem fall bevor du was sagst an ich kenne deine antwort schon mr show was mr show mr show was würden sie tun ich frage noch mal also also wie lange geht das seit gestern seit gestern ist das so ich frage mich gerade warum also es ist doch eine einfache sache gerade oder nicht also ich komme aus einer zeit wo man für jeden fall weniger gekündigt worden ist und wenn ein sorry das so sage aber wenn ein rekrut ich kann auch nur aus der seite jetzt bewerten ich habe seine perspektive nicht gehört aber aus dieser sicht gesehen ja einfache sache weg also als rekrut ich habe gar keinen bock mehr auf den dreck ich probiere noch so viele leute wie möglich mit ins loch zu ziehen richtig das bringt nur probleme vor allem halt dieses interne ja drei kollegen haben intern ausgeplaudert dann habe ich noch eine frage dazwischen ich habe ihm nämlich vorhin gesagt pass auf ne also diese diese ansage gemacht so ne ich will darüber gar nicht reden was gestern geredet wurde er hat sich hier unterzuordnen und so weiter und so fort er soll morgen kann er wieder anfangen hier das habe ich vorhin gesagt ne und noch ein ding so dann ist vorbei wie würdet ihr jetzt in dieser situation damit ja und danach hat er die kollegen angeschwärzt und den hänkukum angeschwärzt also wirklich also wenn also wenn ihr den halten möchtest habt ihr hier glaube ich noch sehr sehr viel spaß mit ihm kann das jetzt schon so eskalieren also sonst hätte ich eigentlich immer gesagt ne zweite chance blablabla und so oder vielleicht mal zu tanaka oder so keine ahnung aber meine tanaka herr naudo und der herr mckinny werden gleich suspendiert bis zum klärung des falls weil herr reins hat klipp und klar dass er hat ja recht damit wenn das wirklich so gewesen ist dann haben die interne rausgegeben und haben gegen die dienstanweisung verstoßen definitiv wir haben auch gegen die dienstanweisung verstoßen herr kukum da sie den ich kann das verstehen dass sie nicht durchsuchen aber faktisch hätten sie durchsuchen müssen der fakt ist aber darum geht es mir gar nicht mir geht es darum mein problem ist dass er sie so behandelt das ist mein problem vielleicht hat er mit seiner aussage recht aber wie er es macht ist das problem ich glaube nicht dass ich das bessern wird weil wenn er jetzt schon so ein verhalten an den tag legt und er damit durchkommt dann signalisiert man ihm ja damit dass er irgendwo im recht ist und vielleicht auch dass man irgendwie auf ihn angewiesen ist weil eigentlich gibt er genug grundlage sage ich mal da gehst du ein drecksack also muss man ja gar nichts darüber reden diese grundlage gibt er ja selbstständig und wenn er jetzt mit allem durchkommt glaube ich dass wir uns da selbstständig ich würde mal sagen dass ich den streamer dahinter sehr geil finde genau das ist es und vor allem jetzt für dich ist es auch gut zu zeigen dass du auch durchgreifst weil jetzt hast du so eine situation würde ich jetzt so sagen und also ich sehe da keine art von kann man vielleicht noch einsicht aber nicht man nicht nicht man ja genau das sagt zwar ja verstehe ich aber die 90 interveniert hier und sagt dass die pd das 1 1 und 3 2 2 und 3 das 2 31 gerade verhindert ist ich hab von raus so genau aus dem fall würde ich sagen drauf geschissen ganz ehrlich du wirst noch so viele weitere wir haben wir haben locker 10 20 leute in der pipeline also das ist nicht das ding und im grunde wenn du ja nicht darauf eingewiesen bist dann würde ich mir da gar nichts auf die nase rumtanzen lassen also er hätte heute die fresse halten sollen ich sag's wie es ist ja gestern schon gestern schon oder gestern schon genau und ich also ganz ehrlich nicht falsch verstehen aber das ist schon viel zu viel ressourcenverschwendung ja dann dass wir jetzt hier schon wieder eine stunde oder was da ja also er hat sich selbst verspielt so was willst du machen ja sehr gut welchen rang haben sie schauen noch mal o3 okay er kuskela können sie mir gefallen tut den herrn tanaka den herrn naudo und den herrn mckinney auf suspendiert stellen und erst mal die rechte blockieren ja sowohl im rdp als auch bitte im lspd system ja und der weiß mit wem er sich da angelegt hat ich sag's ja nur aber also er ist glaube ich der erst also habe mich gerade richtig verstanden tanaka wird suspendiert dann lass mich das kurz klären habe ich auch kein bock jetzt mehr drauf die frau marschel und ich bleiben dann hier drin und hören uns das mit an oder möchten sie das alleine machen das kann ich auch so machen also wir möchten ihnen jetzt seit meine vorgesetzten haben ja letztendlich aber sollten sie auch die die in den rücken her ja alles gut ist gerade kannst du ihnen reins dann rein schicken gerne also dann schönen tag noch dann klären wir jetzt gar keinen bock man ey ich will immer eine chance geben aber manchmal gibt es halt dann auch einfach wirklich nicht wahrscheinlich schöne armmanschette oder was das ist das ist alles nicht so gelaufen wie ich mir vorstelle und ich sage ihnen ganz klar eigentlich wollten wir hier aber die ich aus dem gespräch herausgehen dass sie morgen wieder anfangen diese diese strafzahlung machen wir sehen aber ich muss davon absehen denn im grunde ja gibt es muss ich jetzt sachen klären weil sie jetzt gewisse anschuldigungen auch hier in den raum gestellt haben und ich sage ganz ehrlich zu beenden das arbeitsverhältnis und erste könige von naci mark mark the days aus dem grund ausgesprochen wir sprechen aus dem grund weil sie glaube ich gestern wollte ich das gespräch beenden sie haben sie haben es nicht beendet sie haben weitergemacht weitergemacht heute ging es im grunde darum entschuldigen sie drei hochrangige officer hier im pd an internas rausgegeben zu haben muss das muss geklärt werden auf jeden fall noch da kommen wir noch weiter auf sie zu da sind mir aber alles viel zu viele probleme ich bin eigentlich ein freund von einer zweiten chance jetzt kann ich ihnen die zweite chance aber nicht geben zur zeit also wegen dem problem ist gut wenn sie sagen clusterfuck wurde das auch mal genannt das ist ja ich war ich war ich war eine halbe stunde im dienst als chief of department und und haben mir diesen diesen kladderer dutch und das wird nicht aufhören in zukunft glaube ich sie haben ein kleines problem mit hierarchie auch wenn sie sagen das haben sie nicht das habe ich gesehen dass sie das haben sie haben gerade noch zu mir gesagt aus respekt und so weiter soll man sich ja gegenseitig aussprechen lassen das haben sie gerade noch gesagt und jetzt sprechen sie mir wieder dazwischen das nächste ding ist ich habe zwei fragen gestellte ich habe einfach nur zwei fragen nein und jetzt rede ich wieder dazwischen sie haben eine frage gestellt wenn sie nur eine frage gestellt hätten sie gefragt wie sieht das und das ist passiert wie sieht das und das aus damit haben sie eine anschuldigung getan herr reyns sie denken vielleicht ich check das nicht oder so aber das ist also das war eine anschuldigung die auch intern ich feier ihn wirklich ich weiß nicht ob sie das wussten ist ja klar ist das für sie frage kurze frage als ich das letzte mal also die letzten zwei mal wo ich was gemeldet habe habe ich da eine frage gestellt oder habe ich bin ich zu ihnen gekommen und gesagt ich melde das und das bei was genau ja ja zum beispiel bei mckini als er das erste mal interna ausgesprochen hat und so weiter da haben sie das gemeldet ne geschichte auf der party das meinst du ja wenn ich etwas melden will dann melde ich das wenn ich eine frage stellen will dann frage ich ja gerade haben sie es gemixt gemacht richtig ich habe gesagt das ist das und das vorgefallen ist das so okay genau weil ich weil ich sie wollten mir an das bein pinkeln gerade mit dem kommissionern nebenan auf dem stuhl wollten sie mir ans bein pinkeln haben noch anderen drei ordentlich ans bein gepinkelt das haben sie getan das ist nämlich das problem dass sie das die einstellung von mir haben oder denken dass ich so bin ich habe sehr viel von ihrer arbeit gehalten ob der kommission da ist oder nicht ich hätte ihnen die gleichen fragen gestellt so oder so hätte ich diese fragen gestellt weil ich das gestern abend schon hätte fragen wollen ich hätte diese fragen definitiv gestellt ich sage ihnen das ist das ist ja nicht weil ich jetzt hier die fragen gestellt habe sondern weil es unangenehm ist mal aufgezeigt zu bekommen dass im pd nicht alles so läuft wie es laufen sollte und auch sie und auch als vorgesetzte genauso wie der herr naud und andere vorgesetzte fehler machen das ist natürlich unangenehm vor allem wenn man erst fehlern und vergehen und verbrechen einem rekruten vorwirft die nicht zustande kommen niemand hat den verbrechen vorgeworfen das geht jetzt hier wieder eine falsche richtung nein das wird geprüft von den attorneys und das wurde geprüft da wurde ihnen nichts vorgeworfen es stand im raum der stand halt nichts im raum die attorneys haben ganz klar gesagt es stand nie was im raum sondern das kam nur aus dem pd wir brauchen es trotzdem bestätigt und nicht nur von irgendeinem attorney am telefon gesagt das war das ding was das pd mir das nicht vorgeworfen hat das stimmt nicht das pd hat mir das vorgeworfen des weiteren gibt es so viele dinge die ich ja da ansprechen können die ich wo ich gerne bereit gewesen wäre das intern aber haben wir jetzt die chance uns vertan wahrscheinlich wollen sie jetzt sagen nee das würde ich gar nicht sagen so aber es gibt doch immer jemanden der vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm oder ein bisschen ungemütlicher sagen wir mal einfach ist ja ich zum beispiel wissen sie wie oft der commissioner mir gesagt hat ich soll die fresse halten ich rede dazwischen ich mache dies ich wurde suspendiert nach hause geschickt was denken sie denn ich habe in drei jahren auch eine menge da lernen müssen meine fresse zu halten und ich kann es immer noch nicht gut das gute ist ich bin jetzt chief of department ich muss jetzt klar wenn hier vom harschel und der der weiß was sagen halte ich die fresse aber im grunde muss ich bei keinem anderen jetzt auf arbeit meine fresse halten das ist eigentlich nur ein kleiner pluspunkt aber ich möchte das auch die ganze zeit das beispiel sie sind einer der unbequem war und sind heute chief of department ja weil ich nie so mit dem chief bei meinen vorgesetzten geredet habe wie sie bei meiner einstelle ach so ja gut das ist ein unterschied ab der vorgesetzter respektvoll und als vorgesetzter mit mir spricht oder wie mein papa sowie an auto gestern falsch und ich denke das thema ist jetzt auch beendet als guter kumpel von an auto das ist meckler ja aber ich kann das differenzieren auf arbeit ich habe die e mail zurückgeschrieben bezüglich dem gesetz im gesetz steht es dass ein staatsbeamter eine nebentätigkeit sowie eine freie beruflichkeit behandeln weil es der fall noch mal die beamtung nein war graf 4 absatz so habe ich ihnen aber zugeschrieben ist in ordnung da steht so im gesetz also wenn sie sagen dass laut gesetz darf ich das nicht dann sollte ich die bereits staatsverwalter sechsen sie scheint sich gut aus zu finden gute idee vielleicht ich wünsche ihnen einen schönen haben wir noch mehr so clowns aktuell im dienst oder nichts ja okay gut bist auch ein paar die ja was soll ich dazu sagen mit dem werden wir trotzdem noch viel spaß haben besser hätte es gar nicht laufen können kukuma ist an seiner grenze gekommen aber naja das ist eigentlich voll gut gemacht finde ich ja aber er wollte ihm er wollte ihm immer wieder eine zweite chance geben davor jetzt oder wie naja ne aber ganz ehrlich ich glaube mit dem das wäre nicht mehr lange gut gegangen eine woche und dann wäre hier irgendwas explodiert wahrscheinlich ja ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht also wir müssen auf jeden fall diese drei office sites anhören und erstmal suspendieren wer war das jetzt mit kim annaudo und tanaka mein puss was gela eigentlich muss es dann tanaka sein dann check ich es gleich mal ja aber im rdp haben sie das gemacht ja im rdp haben sie das gemacht werden also mckinny ist erstmal suspendiert ja ja ich habe mir keine hier reingeholt weil bis zur klärung des falls ich möchte das gerne schon die die werden alle drei gleichzeitig angehört okay dann schicke ich ihn raus und er soll warten oder was ich weiß nicht ob er tanaka ist heute nicht mehr da morgen wahrscheinlich morgen bin ich auch da möchtest möchtest du lachen er hat ja gemeint er darf noch meine zusätzlich also er hat zwei nebenjobs anmelden wollen neben seiner beamtengeschichte neben jobs ja ja dann habe ich ihm geschrieben einen muss er kündigen irgendwo noch kochen irgendwas anderes hier arbeitsschutzgesetz paragrafiert tätigkeiten absatz wo staatlich bedienstete personen dürfen zusätzlich zu ihrer staatlichen tätigkeit maximal eine weitere berufliche beschäftigung ausüben richtig eine berufliche da steht nichts von hier und dann rufen sie ihn noch mal an frau marschel und sagen sie ihm das ich würde ihn noch mal anrufen allein um in diesem paragraf um die ohren zu hauen allein deshalb ist aber ganz großen scheiß dass er jetzt auf zuruf vier leute suspendieren kann weil es ist das ist bullshit gewesen ich möchte das wirklich schnell klären und jetzt muss mckinney den tag hier einfach gar nichts machen weil einer hier einfach was zu gut und sind mckinney noch mal rein mckinney jetzt jemand in den typen also herr mckinney nehmen sie mal telefon weg sie standen ja schon mal im verdacht dass sie intern herausgegeben haben korrekt erinnern sie sich mal kurz ein stück groß an wenn sie das meinen nenni das meine ich sondern das telefon aus hand tun ach so warte ich okay ja alles klar sie hatten doch schon mal die situation dass sie mal suspendiert wurden weil sie schon mal intern dann herausgegeben haben erinnern sie sich ja genau das war auch bei mr reines tatsächlich der fall so und jetzt haben sie das ja schon wieder gemacht ist das so korrekt so nein ich kann mich nicht erinnern irgendeine interna herausgegeben zu haben naja das ist ja die definition der interna das ist ja die frage was sie daraus gegeben haben komm ich schnell reines hat gesagt dass er hat eigentlich sogar gesagt dass er mckinney nein 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 sie haben nicht genau zu gehört herr mckinney hat sich weggedreht danach danach soll herr mckinney noch mal irgendwas über den einsatz gesagt haben aber was konnte keiner sagen ich habe einmal durch den raum gegangen habe gefragt ob jemand rausfahren will aber mir auch nicht und das habe ich auch nicht direkt ich bin quasi im mittelraum gegangen und gesagt will jemand rausfahren und das war es eigentlich er aber kann doch also ich glaube dass es quatsch sonst hätte er auch gesagt dass und das wurde gesagt er konnte doch sonst auch zu einem irgendwas sagen ich weiß nicht ob ein persönliches problem wir hatten wir im ersten vorfall ein gespräch gehabt und da habe ich noch angesprochen aber wenn officer of police in der bewerbung stand und ich habe den begriffen nie gehört zuvor sag ich ja woher denn her irgendwie das hat sich auch ein bisschen aufkitzert gespräch weil ich halte meinung dass der begriff nicht existiert oder von nie gehört habe und weiß nicht ob das sich mit seinem mit seinem über einwand kann ich kann man das ehrlicherweise kann nicht erklären ok ja ihr namen ist also es sind alle namen gefallen mit dem er probleme hat merkwürdig aber es muss trotzdem klar werden ok herr mckinney folgendes solchen ratschlag geben ja sie bleiben jetzt für eine stunde suspendiert das heißt sie haben kein verdient kein einkommen war eine stunde und danach holen sich ein anwalt und klagen das sie rechtlich bei ihm wieder ein also ganz wenn sie ganz gemein sind machen sie das und sie würden damit auch gewinnen vor allem wir hatten halt davor mal ein gespräch über diesen vorfall damals ist ja eigentlich eine dumm gelaufen ist eigentlich sein fein jetzt kommt da kommt er hier so um die ecke und meint dass ich wieder interne auspläut also ich finde wenn jemand mit dieser anschuldigung kommt interne wurden ausgeführt da muss man auch ganz genau sagen was wurde gesagt und wie so wurde das gesagt und das kam gerade leider also was heißt leider zum das kam nicht rüber und deswegen glaube ich auch nicht dass das passiert ist selbst als ich hier stand meinte er er weiß selber nicht mehr was ich gesagt haben soll oder dass sie gar nicht gesagt ich bin verwirrt also okay gut dann ist ihre suspendierung erst mal aufgehoben und kontaktieren sie ja koskela ja die anderen zwei höre ich mir noch an genau also jetzt noch in der stunde oder jetzt sofort machen sie ruhig jetzt okay alles klar dann sagen sie ja koskela bescheid ja 100 dollar ja ich hol mir ganz kurz das geld ja ja bitte für den kommissioner der hat richtig immer wenn mich jeder der mich schief nennt der muss mir 100 dollar geben damit die leute es lernen hast du das heißt neben tätigkeit angemeldet das muss man nicht das ist das strafgeld was man mir gibt muss ich ja nicht naja dass du irgendwie mehr oder weniger als privatperson verhängst oder nicht ja aber ich verdiene ja kein geld damit durch die steuern oder sondern geben das auch freiwillig und umgehe den staat ja nicht freiwillig machen das ist ein geschenk genau richtig naja jetzt stell dir mal vor frau marschel sie würden die ganze zeit mit mit officer angesprochen werden also das wäre ja auch irgendwie anmaßend ne ich würde gucken sie dahin wieso kommt sie sollen kurskiller kontaktieren da kann ich dann bin ich ja mal spannend range ist übrigens der partner von frau bella harley mit wie vielen von pd war die schon zusammen ich glaube dass die dame nicht mehr lange leben wird so aber sie haben recht ich bin ein freund von zweiten chancen aber das war hier dass das wäre alles das wäre weiter so gegangen und ich glaube auch noch nicht dass das zu ende ist irgendwie ich glaube auch nicht wissen sie wer die partnerin von ihm ist ja ist harley und die wird jetzt information nach außen beschaffen da bin ich mir sicher ich weiß es nicht ich will dir nichts unterstellen aber ich kenne ja ja aber ich kann die ist nicht so der vorzeige police officer also ist eine gute police officerin aber die plaudert auch die macht in die schenkelschere tut mir leid beim besten willen und so eine sind sie also zieht sie mir einfach der geld von der hand oder was sowas gehst du davon einkaufen ja ja gut das passt richtig und richtig so gut ähm gut mckinny dann ähm koskela weiß bescheid und sie werden wieder insuspendiert ja und weitermachen immer so bis später man mann 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 so ach so jetzt muss ich mich um brains kümmern ne die müssen sie überall rausnehmen aus dem rdp aus dem polizeisystem überall sein spinnt sein spinnt schicken eine kündigung schicken ja ja hier ist ja irgendwo so gucken sie mal der ls observer hat auch ein artikel veröffentlicht bei zwei tagen kündigt die commissioner walter weiß in einem pressestatement eine neue strukturierung des loslanders polizdepartement ab heute 0 uhr werden officer des sapd dafür auf standort der davis delpero lamesa michael sowie sandy shows aufgeteilt während der kommissar unter anderem für die qualitätskontrolle der einzelnen departements zuständig ist werden die chief of departments ihre departements leiten für bürgerinnen und bürger sei es laut weiß wichtig dass sie künftig an das policedepartment ihre region wenden zwar gäbe es weiterhin eine zentrale leitstelle jedoch sollen die soll sollte beim persönlichen kontakt das departement einer region zuständig sein wenn der in davis wohnt würde beispielsweise künftig das davis department ansteuern hierfür sollen bürgerinnen und bürger wenn schon im auge behalten ob das entsprechende policedepartment geöffnet dazu erklärte weiß in einem departement ist ein departement geöffnet kann man dort seine bürgeranliegen an den tag legen in einem departement ist ein departement geschlossen kann man ein benachbartes departement gehen innerhalb der nächsten 48 stunden soll laut walter weiß eine funktion auf venture sichtbar sein das stimmt nicht sondern auf der offiziellen seite aber ist egal die über den status 1 departements informieren darf ich den nicht kündigen doch warum klappt ich gucke an die hat geklappt hat geklappt ich trage das noch ein ach ja gut dann fahren wir mal nach davis oder ja nachdem ich hierher gekommen bin und nichts mehr von mir war wenn ich so denken sie den arbeitsvertrag und so weiter viel erfolg gute arbeit so so killer sie haben ein eigenes departement sie arbeiten in davis ist ihnen klar oder was für ein auto wurde schon gesagt dass die autoverteilung irgendwie nicht so geil ist ja natürlich weil jeder das schnellste das geilste auto haben will wenn wir in davis alle officer 1 kriegen sollen und genau ein officer 1 auto haben naja das muss man auch besser oder muss ich jetzt auch noch in hallo 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 ist jemand von ihnen der was beim fd zu sagen hat gerade im dienst der battalion chief ist daher ja ja ist er bei ihnen im feierdepartment ne ist gerade unterwegs sie machen feiererwartungen sowie auch gerade hier könnten sie mal kurz den herrn anrufen fragen ob er um 17.30 zeit hat für ein persönliches gespräch ja klar kann ich dann würde ich einmal die davis in davis wache kommen ja ist hier hinten aber mcgill die in der east zeit die fire station ja ja meine ich ja sorry ich habe das noch mit davis erinnerung ja klar kann ich bescheid sagen wie geht es ihnen alles fit hängt der schlauch gut am wagen ja schönes weiter heute das stimmt was geht es um die klärung einer situation die gestern telefon entstanden ist und da würde ich gerne noch mal das gespräch führen verstehe der battalion chief fragt nach weswegen wegen eines persönlichen gesprächs das ist jetzt also einfach ein persönliches gespräch das ist spielt schon eine wichtige rolle 17 30 ja ok ich bin dann um 17.30 mit der formalistellen feierdepartement dann hast du perfekt nicht dass sie sich wundern wir machen ja einmal die überprüfung der steigleitung ja ja der kukum ist dran der was wenn sie bescheid sagen ja ich habe schon probiert aber schwierig anscheinend ok versuchen sie es noch mal er ist eigentlich eigentlich verflügt war alles klar hast du dein eigenes auto jub 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 und wissen Liverpool neben dem bank comprend warum nicht man nicht m du du 31, kurz den 30, M-A-P. Okay. Okay. Ich war gestern und das war gestern so anstrengend. Um vorgestern auch ganze Dienstanweisungen zu bearbeiten und alles. Hier wurde gestern schon rumgeballert. Ja, wir müssen noch mal drüber gehen über die Dienstanweisungen. Manche Sachen sind so ein bisschen schwammig, glaube ich. Aber alles ein bisschen kurzfristig. Ja, ja, alles gut. So. Ja. Also es gibt so einige Sachen, die gestern noch besprochen wurden. Okay. Die können wir ja mal ganz kurz, wir können uns ja sagen hier. Und zwar, hören wir auf zu kippen. Ich finde das wohl gut. Wie kann er das gehen? So. Also. Ihre Bestellung, bitte. Also grundsätzlich folgendes. Ab sofort gilt die Änderung im Funk. Aber da wir beide eine übergeordnete Position haben, ist es so, dass wir die PD99 und die PD66 sind. Und alle anderen müssen nach Sektor funken. Davis ist eins, Mission Row ist zwei und so weiter und so fort. Das steht sogar im System. Der nächste Punkt ist, wir haben gestern einen Rollcall gemacht. Da haben wir die Officer auf die entsprechenden Departments aufgeteilt. Die sind jetzt alle da stationiert, wo sie hin sollen. Wir müssen jetzt nur noch mal ein bisschen bei den Fahrzeugen gucken, dass wir dann auch ein bisschen schieben. Hier und da das noch ein bisschen anpassen. Wir müssen am System noch hier und da was anpassen. Dann kommt hinzu, dass wir gleich eine Bestellung verschicken müssen, dass wir Chief of Department Hemden und Klamotten kriegen. Das sollten wir hinbekommen. Wir haben tatsächlich jetzt gerade in der Planung, also ich kann jetzt schon mal sagen, so ein paar wichtige elementare Sachen, dass heute Abend eine kleine Pressekonferenz vom LS Observer und Visa News ist, wo wir einmal der Bevölkerung noch mal erklären, wie das Ganze funktioniert. Dann ist es so, die Hierarchie ist relativ simpel. Ich kann das noch mal ganz gut zusammenfassen. Es gibt den Rang Recruit. Der fängt im Mission Road Department an. Meine Idealvorstellung ist eigentlich auch, dass künftige Sheriffs ebenfalls im Mission Road Department anfangen, damit die Ausbildung einheitlich ist. Also einfach jeder Recruit. Genau. Die werden dann verteilt. Die wechseln dann nach Blaine County oder in den Sektor in der Stadt. Dann wird man Officer 1, man kommt nach Davis, auch die künftigen Sheriffs. Die werden in Davis erstmal Praxiserfahrungen sammeln, für einen bestimmten Zeitraum und wechseln dann zum Beispiel nach Norden oder da oder da oder dahin. Aber die wechseln dann erst mit Erreichen vom Officer 2 oder? Genau, genau, genau. Weil dann haben die Erfahrung in der Stadt und kriegen dann Erfahrung im Norden. Okay. Das wird Herr Kowalski heute auch so die Info bekommen. Genau. Und ab dann kann man sich in Departments versetzen lassen. Es ist wichtig, dass persönliche Motive keinen Versetzungsgrund ermöglichen. Das heißt, meine Freundin arbeitet dort oben. Dann erst recht auseinandernehmen. Ja. Genau. So, das sind erstmal die wichtigen Sachen. Die nächste Sache. Ganz kurze Frage dazu, weil ich habe in der Dienstanweisung gelesen, dass er jetzt hier erzählt, dass die Pappen dafür selber zuständig ist, die Leute fortzubilden. Korrekt. Ist es dann ab Rang Sargent, habe ich das erreicht und kann dann alle bis Rang Officer 3 quasi ausbilden? Oder wie läuft das dann? Nee, das muss das Department selber machen. Also der kann auch, Herr Kuhn kann zum Beispiel sagen, dass alle Mitarbeiter im Mission Road Department, die Officer 1 sind, rein hypothetisch gesehen schon ausbilden dürfen. Also darf ich quasi alles ausbilden, vom Rang her, was unter mir ist, bis zu dem Rang, den ich selber erreicht habe? Richtig, richtig. Okay, ja. Dadurch kann jedes Department flexibel seine Fortbildung. Dadurch sehen wir auch, in welchem Department besser gelehrt wird und in welchem Department nicht, wo höhere Defizite sind. Weil wenn wir jetzt alles wieder an eine Person binden oder in einem Department, naja. Ich finde es tatsächlich auch gut, wenn die Leute auch unter ihrem Rang ausbilden können. Ja. Nur wenn jemand nicht fasziniert ist, heißt das nicht, dass er nicht Inhalte irgendwie gut vermitteln könnte. Richtig. So, dann geht es weiter, dass wir im LSPD ja die neuen Sektoren haben. Also das spiegelt sich auf dem Funk auch wieder. Ist ein Police Officer in Davis stationiert, hat er die 1, Mission Road Department den 2 und so weiter und so fort. Das SD gibt es im Funk nicht mehr. Das heißt jetzt auch Sektor 5, also 5, ja, weil Blank County ist komplett 5. Aber wir unterscheiden da quasi nicht, ob der in Palito ist oder in Sandy. Das ist einfach alles. Genau. Der Norden ist sein eigenes Ding. Officer dürfen überall fahren, es sei denn, sagen wir, wir haben zum Beispiel abends eine Streifendichte von 20 und in jedem Sektor ist genügend Kapazitäten in dem Department, dann konzentriert sich jede Einheit auf sein Sektor. Ja, das ist ja sehr wichtig. Wenn jetzt zum Beispiel, wie so ein Wasserglas kann man sich das vorstellen. Oder genau, man verschiebt sozusagen. Also sagen wir, wir haben jetzt zum Beispiel drei Streifen, die gerade in Mission Road unterwegs sind, dann können die aber auch, ähm, dann können die auch in andere Bezirke automatisch fahren. So, jetzt kommt eine Sache, die müssen wir dringend etablieren und da muss ich an alle Departmentleiter wirklich, das wird sehr viel Arbeit, denen das einzutrichtern. Und zwar folgendes, ähm, also, es ist so, dass wir abends einen Watch Commander bestimmen. Ja. Dieser Watch Commander arbeitet zwischen 20 und 24 Uhr. Kann aber auch abgelöst werden, ne? So. Der sitzt mit einem anderen Officer in einem Department der Wahl, das müssen die, äh, Chief of Departments untereinander ausmachen, jeden Tag, sitzt der im Department und handelt praktisch, also delegiert Streifen. Also er guckt immer, in welchem Gebiet fehlen uns gerade Streifen, da schiebe ich wieder welche hin. Bei dem Watch Commander habe ich mal eine generelle Frage. Ja, bitte. Ist der eigentlich nur so eine Art, äh, Erweiterte Leitstelle. Erweiterte Leitstelle, oder ist es so, wie ich es eigentlich mal verstanden habe, dass er auch draußen unterwegs ist und da wirklich ja vor Ort die Leute koordiniert? Das kann er zusätzlich machen. Genau. Also er kann, Also er muss nicht zu 100% neben der Leitstelle stehen, aber er muss trotzdem eben den Überblick haben durch das Live-Tracking oder sonst was. Genau, über die ganze Stadt permanent. Ja. Ja, also er kann auch mit rausfahren. Und er ist dann aber auch sowohl für Süden als auch für Norden zuständig? Ja. Okay. Ja, für alles. Genau, er muss immer die Kapazitäten verteilen. Ja. So. Ähm. So, äh, dann machen wir weiter. Also dieser Watch Commander muss jeden Abend bestimmt werden und er muss abgelöst werden. Es muss immer einer zwischen 20 und 0 Uhr da sein. Ja. So. Ähm, am A. Und das ist aber dann jeder ab Rang Sargent? Nein, das kann auch ein Officer 1. Nein, nein, auch ab Office 1. Sobald man die, sobald man die Leitstellenschulung hatte, kann man das machen. Ja. Okay. Ja. Dann sparen wir Kapazitäten und die hochrangigen Officer sind auf der Straße. Ja. Und der Rekrut, beziehungsweise der Officer 1, der kriegt dann nochmal sehr viel Erfahrung obendrauf, weil er das Leitstellensystem gut dann behandeln kann. Aber dann sollten wir das vielleicht auch wirklich nochmal klar definieren und irgendwo niederschreiben, was der Watch Commander wirklich ist und wie er irgendwie zu handeln hat. Ich glaube, das ist auch nicht allen so richtig bewusst. 4-4-2-10. sollten wir tatsächlich, äh, sollten wir tatsächlich heute Abend im Rollcall nochmal thematisieren. Ähm, so, machen wir weiter. Ähm, genau, der Watch Commander, So, der Watch Commander ist tatsächlich auch der Einzige, der abends Einzelstreife nur zur Überführung fahren darf. Von Einsatzort zu Einsatzort. Genau. Oder eben wieder zurück ins Stil. Genau, genau, genau. Okay, ja. Also ein privilegierter Posten sozusagen. Mhm. Ähm, aber macht das dann Sinn, wenn das zum Beispiel auch im Officer 1 ist, klar, hier kann zwar theoretisch alles, aber macht es Sinn, so jemanden nachher in eine Einzelstreife, auch wenn es Sollte uns nicht interessieren, sollte uns gar nicht interessieren, weil das machen die Departmentleiter unter sich aus. Wenn der Departmentleiter sagt, der kann das, dann muss die Einschätzung, er muss ja dafür gerade stehen dann. Okay, ja. Ja. So, ähm, gut, machen wir weiter. Ähm, jeder Departmentleiter bekommt monatlich ein Budget. Herr Tanaka wollte eigentlich vier Konten erstellen, ich muss mal fragen, ob er das schon getan hat, oder fünf Konten erstellen. Da wird jeden Monat dann das Geld verteilt, das ist dann ein gewisses Budget. Kann man tatsächlich sogar im RDP theoretisch sehen, die sind noch nicht da. Okay, das müssen wir selber machen. Ähm. Es gibt halt Platzhalter. Vielleicht sind es dann auch die. Ja, okay. Ähm, genau. Und wenn ich hier rauche, geht der Rauchmel dann. Hast du was zu essen? Äh, ich hab noch eine Packung Dino-Nagis. Okay, müssen wir gleich was holen gehen. So. Ähm, Jetzt kommt eine noch wichtigere Sache. Ähm, ich weiß nicht, ob das heute oder morgen der Fall sein wird, kommt eine Funktion auf der offiziellen Leitstellenseite, die ein Department online oder offline stellen lässt. Das heißt, wir sind jetzt hier oder ein Rekrut geht zum Beispiel ins Mission Road Department, dann ist das Department ja erreichbar. Es ist offen. Da arbeitet ja gerade jemand. So. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Bewohner aus Davis zum Mission Road Department geht. Und das Davis Department ist geöffnet, sowohl aber auch das Mission Road Department. Dann muss der Mitarbeiter vom Mission Road Department sagen, okay, gehen Sie aber bitte nach Davis. Ja, da, äh, Moment, ganz kurz. Guten Tag, Walter Weiß. Guten Tag, so sieht sich McKinney hier. Ein Mr. Taylor Frey ist gerade hier im PD und wollte gerne mit ihm über eine Wiedereinstellung sprechen. Da meint er, Sie beiden hatten auch schon mal Kontakt gehabt. Ja, aber wir haben gesagt, er soll erst mal in der Woche in der Stadt bleiben. Das ist glaube ich vier Tage erst der oder so. Ah, okay, ja, er soll am Mittwoch nochmal vorbeikommen. Mittwoch, okay, alles klar, ja. Ja. Dann lade ich das an ihn weiter. Ähm, super, ich danke Ihnen, McKinney, ja? Gerne. Jo, einen guten Tag Ihnen noch. Kommt mir schon nach. Ciao. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, so, kommt jetzt ein Bewohner, der geht ins Davis, äh, der lebt in Davis, steht hier auf seinen Ausweis drauf. Hast du dich schon umgemeldet? Schön. Mhm. Hast du schon? Hast du schon? wir waren ja kurz da, aber ich habe noch nicht reingetragen. Okay, ähm, genau, so, das steht hier auf den Ausweis oder im System können wir das ja nachgucken, ja? So, und der kommt jetzt zum Beispiel aus Davis. Dann sollte tatsächlich der Mitarbeiter vom Missionary Department ihn nach Davis schicken, damit wir uns die Gesichter des Viertels einprägen. Okay. Ja, also es ist eine psychologische Sache. Lick mir mal. So. Ähm, ist jetzt aber das Davis Department geschlossen, so kann das benachbarte PD dann das Anliegen abhandeln. Okay. Ja. Äh, was haben wir denn noch? Ähm, irgendwas vergessen? Fragen? Ich hatte vorhin tatsächlich eine Frage, aber die ist mir gerade entfallen. Man kann es nicht so wichtig gewesen sein, glaube ich. Okay. Ja. Das ist overall aktuell so die Planung und ich denke auch, wenn wir das gut umsetzen, am Anfang werden wir halt paar Kinderkrankheiten haben. Ja, es muss sich halt alles etablieren, ähm, aber ja, Goum meinte, er hat ja 20, 30 neue Office in der Pipeline, das heißt, wir füllen die PDs relativ schnell auf. Ah, das ist ganz interessant für dich. Ähm, also, du kannst zum Beispiel, ähm, also ein Department, zum Beispiel der Herr Tanaka hat jetzt hier einen, äh, ein Fall, dass im Mission Road Department jemand Scheiße gebaut hat. Dann kann der Herr Tanaka dorthin gehen und die Person suspendieren. Departmentübergreifen. Genau. Ja. Wir wiederum, also die, also der, also wir können jeden suspendieren und entsuspendieren, das ist völlig egal, aber der Herr Kuckum, der das Department also leitet, ist die einzige Person dann, die die Person entsuspendieren darf. Für sein eigenes Depart. Genau. Es gibt aber tatsächlich noch eine andere Geschichte, das ist die Innerevision. So. Und die funktioniert folgendermaßen. Wir haben ja hier den Besprechungsraum, ja? Ja. Und dort drüben ist die Innerevision. Das bedeutet, es ist wie so eine Art Gerichtssaal intern des LSPDs, wo Strafen verhängt werden. Oder kündigt. Das ist doch eigentlich ähnlich wie das, was du damals geplant hast. Geplant hat. Bei Rockford vorhattest. Ja, genau, genau, genau. Wenn bestimmte Vergehen passieren, wie zum Beispiel jetzt der Bruch der interner Regel. Ja. Dann wird der Departmentleiter, wo der Officer angestellt ist, ihr Herr zitiert und ein Gremium aus hochrangigen Polisofficern nimmt sich der Sache mit mir gemeinsam an und auch mit dir. Wir hören uns das an. Der Departmentleiter steht ja auch konsequent dafür ein, dass sein Officer ja kein Fehlverhalten an den Tag legt. Also er ist praktisch wie sozusagen sein Anwalt, ja? Und kommt dann hierher und dann muss derjenige tatsächlich Rechenschaft abgeben. Warum hat er das gemacht und warum nicht? Das Gremium zieht sich dann zurück und der Commissioner oder der Vertretung, die beschließen dann abschließend, wie zu sagen, als Richter, ob die Argumentation sie überzeugt hat oder nicht und dann folgt die Konsequenz. Du kannst auch interne Geldstrafen verhängen. Ja? Okay. Ja. Genau. Das ist auch neu. Meine Frage ist mir wieder eingefallen. Ja, bitte. Und zwar habe ich gelesen, dass es ja so ist, wenn wir irgendwie eine OVI haben oder so, dass wir auch eintragen sollen, in welchem Gebiet das Ganze stattgefunden hat. Das geht noch nicht, ne? Das weiß ich nicht, aber das ist nicht meine Frage tatsächlich. Macht das nicht Sinn? Weil so ermitteln wir zwar in welchem Bereich quasi die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten passieren, aber es sagt ja eigentlich nichts darüber aus, wie aktiv die Departments sind. Macht das nicht auch irgendwie Sinn, Statistik darüber zu führen, welches Department irgendwie die meisten Sachen quasi anlegt, um zu gucken, wie die Aktivitäten generell in den PDs sind? Weil daran kannst du es ja dann auch irgendwie festmachen, ob du irgendwie die Leute wirklich verschieben solltest, weil die irgendwie nicht produktiv sind, nur dass du halt der Sache nachgehen kannst, auf welchen Grund die eben nicht diese Produktivität wie zum Beispiel andere Departments in den Tag legen können. Aber wie willst du das nachprüfen? Nein, die müssen ja ohnehin in den Akten angeben, wo das Ganze passiert. Genau, also das ist ein guter Punkt. Es wird wie bei den Ovis, soll es auch bei den Akten oben einen Reiter geben. Und mein Wunsch wäre, wenn der sich jeden Monat automatisch auf Null setzt. Ist jetzt der Erste, alles wieder auf Null. dass man einfach Statistiken hat, so ne? Ja, ja, genau. Wir haben ja schon Statistiken, aber wir bräuchten die auf den Monat auf die Departments selber. Ja. Das wäre super cool. Also man bräuchte eigentlich eine Statistik, wo aussagt, wo passieren die Sachen und durch welches Department wird es letztendlich aufgenommen. Ja. Das ist halt nachher eine Zahl, mit der kannst du arbeiten. Dann kannst du halt schauen, hey, habe ich in dem Department vielleicht irgendwie zu wenig Mitarbeiter? Sind da die Zeiten von den Mitarbeitern einfach so getaktet, dass die irgendwie, weiß ich nicht, abends, wenn irgendwie Highlife ist, sag ich mal, dass da irgendwie zu viel Inaktivität ist. Und vor allem siehst du ja auch, kümmert sich nachher das Department am Standort selbst um seine Fälle oder greifen da nachher eigentlich die anderen Departments ein? Also brauchen wir praktisch eine Funktion? Ja, ja, ich verstehe deinen Punkt, aber ich frage mich gerade, wie können wir diese Funktion, die Statistik erheben? Naja, letztendlich müsstest du wahrscheinlich nur einen weiteren Punkt machen, quasi dass die aussehen, wo ist das passiert, in welchem Gebiet und durch welches TD beziehungsweise oder das kann sich das nachher selbstständig ziehen, dass wir irgendwie hinterlegen hinter dem Mitarbeiter, der ist angestellt im Pidison und so, dass es daraus sich irgendwie automatisch diese Zahlen zieht. Weißt du, wie ich meine? Ah, ja, 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 okay, okay, verstehe. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wir haben ja auch zum Beispiel dieses... Ah, warte mal, das ist aber schon drin, ne? Das müsste schon da sein. Was genau meinst du jetzt? Das im System wird ja schon angezeigt, welcher Office da in welchem Sektor tätig ist, ne? Aber ist das nur so, dass wir das manuell eintragen? Nein, nein, nein. Also mit diesem 104 oder ist das wirklich auch hinterlegt in seinem Benutzerprofil? Das müsste in seiner... Achso, du meinst, ob das oben in einer Akte drinsteht oder nicht oder was? Neue OVI erstellen manchmal zum Beispiel. So, dann steht hier tatsächlich der Sektor. Guck mal, erstell mal eine neue OVI und da steht, in welchem Sektor er zuständig ist. Also zum Beispiel neue OVI, ne? Da steht da 3,91 zum Beispiel. Dadurch weißt du ja, der ist in Sektor 3. Ja, aber zieht sich das dann auch automatisch das nachher raus? Ne. Weil das wäre ja dann eigentlich ganz cool, wenn das sich auch nochmal irgendwie so statistikenmäßig... Ich weiß nicht, ob man das vielleicht so machen kann. Wir haben ja generell diese Benutzerprofile, wo die auch alle eintragen, hier, ich bin im Dienst oder Außerdienst. Ob man da nicht irgendwie ein Feld reinmachen kann von wegen zugehörig zu und dass man da dann per Dropdown einfach Davis und so anlegt, dass man das nicht irgendwie nochmal separat eingeben muss. Verstehe ich. Sondern dass es wirklich dem Nutzer nachher zugeordnet ist und das System dann einfach selbstständig das statistikenmäßig auswerten kann. Okay. Ja, ja, verstehe ich. Ja, müsstest du mal der IT schreiben. Gute Idee. Ja, Mensch. Ich gucke mal, ob ich die IT erreichen kann. Aber Statistik haben wir ja, ne? Also die haben wir ja im System, die funktioniert. Ja, ja, die Statistik, die existiert ja. Mir geht es nur um diesen einen Punkt, dass man das irgendwie auslesen lassen kann. Ja, letzte 30 Tage und letzte 7 Tage. Damit wir einfach mehr Zahlen nochmal haben, auf die wir zugreifen können. Das wäre gut, wenn die letzten 30 Tage und letzten 7 Tage auf Sektoren verteilt wären mit OVIs. Ja, das stimmt. Okay. Nehmen wir mal, machen wir mal weiter. Guter Punkt auf jeden Fall. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Was sind die Sachen eigentlich nochmal, diese ganzen Statistiken? Bei Fallakten? Ah, Statistik, okay, okay. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, ob die das hinkriegen. Also wichtig ist erstmal, dass wir eine Gebietzuteilung haben für Akten und für OVIs. Genau. Und es wäre gut, wenn du das PD-System öffnest und du gehst dann zum Beispiel auf Fallakten, dass oben, wo steht alle fehlenden eigenen Aussagen, nur PD freigegeben, nur Justiz, dass da oben die Departments auch noch verlinkt sind, dass man dahinter auch eine Klammer hat, wo steht, wie viele Akten jedes Department hat. Dadurch hast du halt auch nochmal einen ganz anderen Fokus, was wirklich diese, ich sag mal, Krisengebiete gerade sind, wo wirklich viel Aktivität ist, wo man vielleicht im Moment aufgrund der letzten Vorkommnisse vielleicht eher seinen Fokus drauflegen sollte. Mhm. Weil dann hast du halt auch einfach wirklich eine Zahl, mit der du arbeiten kannst. Nachher passiert viel in East L.S., aber keiner hat so richtig auf dem Schirm, weil halt jeder so in seinem eigenen Gebiet rumschlavinert. Ja, wir machen mal, ach guck mal, hier steht ja sogar Anzahl Akten, 147. Wenn du auf Gebiete gehst, da steht das sogar. Warte, ich benenn die mal um. Mission Row Police 442 wieder Department. Schön. Dann haben wir Del Piero, Police Department. Dann haben wir Weinwood. Weinwood gehört aber eigentlich auch zum Mission Row, ne? Kann man die, kann man die zusammenlegen? Ja, das Ding ist, jetzt gerade guckst du nach Gebieten wirklich und nicht nach, welches PD ist. Ja. Dann müsste man sich vielleicht Gedanken machen, lässt man es wirklich pro Gebiet, dass man es wirklich genauer eingrenzen kann oder nach Department. Dann müsste man es vielleicht Zuständigkeitsbereich nennen. Ja. Nicht Gebiet. Dann müssen wir Weinwood würde ich einfach löschen und das geht dann in die Übersicht drüber, weißt du? Ja, dann kannst du Mission Row nehmen und dann vielleicht in Klammer einfach noch Weinwood und Downtown oder so dazuschreiben. Das ist ja nachher kein Akt. Ja. Oder ich lösche es und das geht alles über, das ist ja scheißegal. Warte mal. Achso, nee, ah, ich kann es verschieben sogar. Das ist ja geil. Gebiet löschen. Ja, und alle Akten von Weinwood gehen automatisch in Mission Row Department rein. Hat geklappt. Wunderbar. So, dann haben wir Blaine County. Das sollten wir einfach dann im Fall Akten beinhalten und das heißt dann Blaine County Sheriff Office. So, und die Akten da drunter löschen wir und schieben die alle da rein. Ein bisschen Übersicht, weil da ist es echt so. So, dann muss ich noch einloggen. So, dann muss ich noch einloggen. Hast du natürlich darüber informiert, dass jeder Officer bei ihm dann auch schon noch Rekuten ausbilden kann oder geht er immer noch von Sarschins aus? Nee, ich habe eigentlich mit ihm davon drüber gesprochen. Okay. 5, 1, 7, es Akten. So, guck mal, das ist jetzt schon mal aufgeräumt. So, und jetzt wäre cool, dass wenn man zum Beispiel auf Gebiet geht, ja, hinter dem Gebiet eine Klammer steht, wie viele Fallakten da drin sind. Aber das passt ja hinten mit der Anzahl. Oder wie meinst du? Nee, nee, warte mal. Guck mal, du gehst jetzt mal auf alle Fallakten zeigen. Ja. Sondern gehst du auf Gebiet. Ja. Ach, in dieser Liste meinst du? Ja, genau. Das ist aus diesen anderen Gebieten. Oder man drückt einfach auf Gebiete, kann man auch machen. Aber es wäre gut, wenn da drin stehen würde noch diesen Monat. Weißt du? Und das gleiche bei den Ovis. Diese Anzeige, da müsste nur drin stehen in diesem Monat. Das ist ja eigentlich wie im RDP eigentlich, dass du halt begrenzen kannst die letzten vier Wochen, die letzten zwölf Monate und dass du vielleicht auch noch einen gewissen Zeitraum einfach suchen kannst. Ja, aber ich würde sagen, da steht einfach allgemein, ja, und dann steht da diesen Monat und diesen Monat aktualisiert sich immer automatisch. Also er setzt sich jeden Monat zurück auf null. Aber macht da nicht Sinn, dass man diesen und den letzten Monat hat und direkt einen Vergleichswert hat, oder? Ja, das wäre auch gut. Ja, okay. Das ist ein guter Punkt. So, pass auf. Was haben wir denn noch? So, das müsste bei den Ovis eins zu eins das gleiche sein. Missachten von Stopp-Schild. Stopp-Slit. So, da ist ein Stopp-Slit. Ja, die missachte ich auch ganz gerne. Check. Malte. Okay. Äh, d-d-d-d-d. So. Check. Okay. So, ähm, das haben wir, das haben wir, das haben wir. So, Fahrzeuge. Da müssen wir nämlich auch noch was gucken beim Fuhrpark. Pass auf. Ähm, wir müssen die ganzen Sektoren da wieder rausnehmen. Oh, Mann. Weil, tatsächlich machen wir nämlich doppelte Arbeit gerade. Denn, äh, unten steht doch schon, welches Department das ist. In der, wo ist das Fahrzeug stationiert. Und diese Anzeige müsste einfach nur in die Leitstelle. Wo ist das Fahrzeug stationiert? Und dann steht da unten das Department. So, ich mach schon mal. Ich fang schon mal an, die Sektoren alle rauszunehmen. Sind die macht sich Funkcheck? Check. Ist ja immer mal dran. Ist Quotier im Dienst? Quotier? Ja, selber machen. Ja, Fugrackmanagement ist da. Okay, welche PID-Nummer hat der Nummer? 88. 4, 88. 4, 88. Für die 99 kommen. Kommen. Ähm, kontaktieren Sie mich mal per Draht. PID 99 Ende. Mr. Gauthier. Okay, ähm, ich hab eine gute Nachricht und eine schlechte für Sie. Welche wollen Sie zuerst? Äh, die schlechte zuerst. Okay. Sie müssen tatsächlich nochmal die Sektoren aus dem Flurpark überall rausnehmen. Weil, unten haben Sie nämlich das Dropdown-System. Hm, ich weiß. Und da können Sie das direkt zuhören und ich denke, das wird so in die Leitstelle eingetragen. Ja gut, dann, äh, nehm ich das wieder raus. Ist ja nicht viel Arbeit. Das geht ja schnell. Ja. Wollen Sie die gute Nachricht noch? Ja, klar. Jetzt haben Sie was zu tun. Das war jetzt echt fies, ne? Eigentlich hast du ihm gerade suggeriert, dass du glaubst, dass er überhaupt nichts macht. Ja, ja, ja. Ähm. So, ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken. Mit der Weiterverwaltung. Äh, im RDP ist das auch alles schon aktualisiert. Super. Sehr gut. Also ich finde, wir haben den Übergang eigentlich einigermaßen gut. Ah, hier sind noch ein paar PD-Nummern drin. Connor Ward. Achso, der hat noch keinen, die beiden haben keine PD-Zugehörigkeit, deswegen haben die nichts. Okay. Sehr schön. So. Sonst noch Fragen? Möchtest du noch irgendwas loswenden? Ich glaube nicht. Also wie gesagt, das Einzige, was halt ist, dass wir nochmal mit den Dienstanweisungen in Ruhe drüber gehen müssen, das nochmal wirklich anpassen und auch ein bisschen ausformulieren, genauso Watch Commander. Dann lass uns mal über die, komm, wir nutzen das gerade mal. Lass uns das mit der Dienstanweisung fertig machen. Was meinst du denn, wo man drüber gehen muss? Lass mich das kurz mit dem Watch Commander reinschreiben. Ähm. Der muss halt echt klar definiert werden, ne? Ja, ja, genau. Warte, 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 Dienstanweisung. So, der fällt ja unter Punkt äh, zwei, das ist dann 2, 18. 2, 18. Der Watch Commander ist der, ist mit, ist, wie sagt man das, ist mit Ausnahme die Einheit, die eine Einzelstreife zu jeder Zeit zur klaren Überführungsfahrt durchführen. Willst du nicht unter 2.14 einfach alles sammeln, was den Watch Commander angeht? Ja, klar. Da schreibst du ja schon, der Watch Commander ist gemeinsam mit der Leitstelle verantwortlich. Warte? Ja. Ähm. So. Ich würde vielleicht erst mal anfangen mit der Watch Commander. Ja, ja, ich mach gerade. Sie wird jeden Abend besetzt. Ja. Das sind Voraussetzungen. Departments, genau. Hier steht es ja. Departments teilen sich untereinander Einsatzgebiete auf. So unterstehen diese gemeinsamen Abend zwischen 20 und 24 Uhr dem sogenannten Watch Commander, der der Leitstelle eng in Kooperation arbeitet und Einheiten delegiert. Der Watch Commander wird vom Chief des Departments beim Rollcall aufs Neue bestimmt. Und dann steht ja drunter, der Watch Commander ist gemeinsam mit der Leitstelle dafür verantwortlich. Also das ist ja definiert. 4, 2.1, 3, 2.1, 3. Und dann steht halt noch, dass der ab Officer 1 gesetzt werden kann. Ja, ja, ja. Mal kurz noch das Beispiel. Ja. Eine Schießerei entsteht in einem Bezirk. Der Watch Commander fährt an und delegiert aber von dort aus alle Streifen in ganz Andreas. So, der Watch Commander, mhm, ab dem Rang Officer 1 ist der Watch Commander einsatzfähig, sobald dieser das Modul der Leitstelle absolviert hat. So, das ist schon okay, ne? Genau, dann hast du dir schon rausgeschrieben, dass er auch rausfahren darf. Richtig. Die Überführung per Einzelsstreifen muss noch fallen. Steht auch drin. Der Watch Commander ist gemeinsam mit der Leitstelle auf der Stufe, achso, der Watch Commander muss dann eigentlich auch jeden Abend gebrieft werden, was ansteht, oder? Ob es jetzt Durchsuchungen sind, eigentlich sowieso passieren, also, da brauchen wir gar nicht, dafür sind Roll Call Setter. Ja, aber das müssen wir dann da auch nochmal kommunizieren, dass es auch wirklich passiert, weil die Leute... machen wir 2.15 daraus und anders, der Watch Commander muss jeden Abend von der Leitstelle und den Departmentleitern über aktuelle Ereignisse sowie geplante Einsätze gebrieft werden. So. Da komme ich schon so... Das ist dann 2006. Der Watch Command hat aber nicht automatisch die Einsatzleitung, oder? Nee. Weil dann würde ich das vielleicht auch noch mit reinschreiben, weil ansonsten fühlt sich ja wieder keiner verantwortlich. Aber er kann sie bestimmen, ne? Die Leitstelle bestimmt die. Genau. Schön. P&E 98, Punkt check. Check. 2, 0, 6, Punkt check. Check. So. Haben wir das auch schon mal. Okay. Und dann war hier noch mit den Streifen. war, glaube ich, auch ein bisschen schlafen. Ja. Äh, Officer, werden durch den Watch Commander in Einsatzgebiete geschickt, während der Streifen wird nur das zivitalische Gebiet beziehungsweise der Sektor bestreift. Weil das sollte man vielleicht auch rausnehmen. Weil ich habe das vorhin so verstanden, dass wenn ich in Davis bin, dass ich prinzipiell einfach immer nur Davis bestreife. Aber... Ja, lese doch weiter. Welcher Punkt denn? Welcher Punkt meinst du denn? Äh, 4.8. 4.8. Äh, der Officer werden durch den Watch Commander in Einsatzgebiete geschickt, während der Streifen... Äh, während der Streife wird nur das zugeteilte Gebiet beziehungsweise der Sektor bestreift. Genau. Officer werden durch den Watch Commander in Einsatzgebiete geschickt, während der Streife wird nur das zugeteilte Gebiet beziehungsweise der Sektor bestreift. Das heißt, wenn jetzt der Watch Commander sagt, du fährst nach Weidenwood, fährst du nur Weidenwood rum. Äh, ja, das ist ja schon klar, aber wenn, wenn wir jetzt irgendwie nachmittags sind oder so... Es sei denn, dass die Kapazitäten das nicht geben. Genau. Äh. Das heißt... Wenn du meinst, die verstehen das so, dann... Aber guck mal, eine Beispielrechnung. Ist ein Department beispielsweise Davis besetzt, Mission Row aber nicht, so kann das Davis Department auch downtown, äh, kann auch downtown gefahren... Ach, das verstehe ich, dass wenn das Department nicht besetzt ist, dass wir dann aushelfen. Aber so wie ich es vorhin von dir verstanden habe, es ist ja so, dass auch wenn wir hier in Davis sind und downtown ist besetzt, darf ich mich trotzdem nach downtown und auch nach Weidenwood bewegen. Außer wir haben eben wirklich die, die hohe Streifenanzahl, dann bleibt jeder quasi in seinem eigenen Gebiet. So habe ich das vorhin verstanden, wo du es mir erklärt hast. Aber das, was die Dienstanweisung mir sagt, ist eigentlich was anderes. Weil die Dienstanweisung, so wie ich sie jetzt hier lese, sagt mir, bleib mit deinem Arsch da, wo du eingeteilt bist. Ja, was die Leitstelle hat gesagt. Außer dir hat was anderes gesagt. Ja, richtig. Aber so haben wir es ja schon immer, oder? Also die Leitstelle gibt dir doch dein Streifengebiet an. Ja, ja, aber das machen die ja wirklich nur dann, wenn wir viel Kapazität haben. Ansonsten darf ich ja theoretisch fahren, wo ich möchte. Aber das suggeriert mir die Dienstanweisung zum aktuellen Teilpunkt, so wie es geschrieben ist, nicht. Ich weiß nicht, ob es an meinem Verständnis liegt. Ja, ich verstehe deinen Punkt schon. Aber hier steht, guck mal, Ist Blank County nicht besetzt, so können Officer aus Depero, Mission Road, Davis und La Mesa beispielsweise auch in den Norden fahren. Und umgekehrt. Jedes Department kann zudem Unterstützung für Sektoren und Streifendichte anfragen. Sobald eine Streifhaus im Sektor jedoch im Dienst ist, wird die Streifhaus aus einem anderen Sektor wieder abgezogen. Das heißt also, der Watch Commander, der teilt einfach immer auf. Das heißt, man sagt, wir haben jetzt vier Einheiten, ja, also vier Einheiten sind im Dienstag, eine im Norden, eine im Westen, eine im Süden und eine im Osten. Das ist der Watch Commander dann. Und dann bleibt die Einheit aber auch in diesem Gebiet. Was ist, wenn wir den Watch Commander eben gerade noch nicht haben? Dann können die rumfahren, wie die wollen. Das meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Okay, dann mache ich das, ersetze ich das noch. Klar, die Leitstelle kann ja dann trotzdem immer noch eingreifen und sagen, hey, wir sind viele Leute, bleibt ihr mal da, ihr da und so. Das ist ja gar kein Problem. Aber nicht, dass sie nachher denken, hier, ich bin im Mission Road wie eingeteilt, ich darf mich nicht über die Stadtgrenze nach Osten oder so. Ist kein Watch Commander oder Leitstelle aktiv im Dienst oder gibt den Befehl der Einteilung raus, so kann jedes Gebiet befahren werden. Ja. Das machen wir dann auch nochmal gelb oder grün. Gelb, blau. Ja, oh, da war falsch. Ja, ja. So, dann passt das. Ich würde sagen, das ist ja alles selbsterklärend. Da steht anscheinend nur oft noch Chief of Police und so drin, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht mehr. Danach habe ich gar nicht geguckt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir nur die roten Punkte angeschaut, die neu sind. Versuch mal kurz zu überfliegen, ob du irgendwo Chief of Police siehst. Wenn man suchen könnte, ne? Äh, gibt's doch. Wo? Oben auf der Luft, ne? Ach, Gottes Willen. Anpassung werden durch den Chief of Police oder wo geht's bei Uniformen? Kann man es dann auch ersetzen? Ah, das geht sogar. Das Einhalten... Das muss dann halt durch Chief of Department halt auch ersetzt werden, ne? Ja, ja. Das kann man pro Punkt machen. Das Einhalten von Gesetzen, Verordnungen und Dienstanweisungen ist Pflicht jedes Beamte des Los Angeles Police. Kommt ein Officer der Dienstanweisung oder Anweisung des Kommissioners nicht nach, zieht dies eine fristlöse Kündigung mit sich. Kommissioner oder Chief of Department, ne? Ja. Ich sag dir immer den Punkt, okay? Dann kannst du das ersetzen. Dann suche ich und du ersetzt, okay? Hast du vorhin gespeichert, was du geändert hast? So, weiter, weiter, mach ich das eben. Weil sonst arbeiten wir jetzt ja... Ist jetzt gespeichert. ...wärts und quer. Ja, mach... Aktualisier mal. Ja. Ähm... Ich sag dir immer den Punkt, ja? Also wir waren jetzt bei 1.3, ne? Nee, wir fangen... Also Chief of Department oder Kommissioner. Schön. Ja, 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 ja. Kommissioner und oder oder Chief of Department. Ne, mach lieber und Chief of Department, dann sichern wir uns ein bisschen mehr ab. Ja. Okay. Hab ich? So, so, ich suche den nächsten Punkt. ähm, 181. Versetzung in andere Abteilung, Units müssen beim derzeitigen Abteilungsklager beantragt werden vom Chief of... Da kannst du Kommissioner und Vertretung hinschreiben. Und seine Vertretung. Kommissioner und Vertretung. Ja. Gut. Inziehung zwischen Officer müssen unverzüglich dem Chief of Department gemeldet werden. Das soll mir jetzt am Arsch vorbeigehen, ganz ehrlich. Oder soll uns das auch gemeldet werden? Weil dann können wir die auseinanderziehen, ne? Wobei das ja eigentlich Aufgabe dann vom Chief of Department wäre, das eben entsprechend zu veranlassen, oder? Dass er bei uns quasi meldet, dass die versetzt werden müssten, weil die eben... Ja, okay, dann macht Chief of Department das hin. Dann muss dieses ganze Jaula nicht mehr an. Willst du dann 1.9.1 einmachen, dass der Chief of Department dann beim Kommissioner melden muss, um die versetzt werden zu werden, oder? Ja, genau. Der Chief of Department muss ansprechen. Die Meldung an den Kommissioner soll es eine Versetzung geben, sodass eine Versetzung... Oh, scheiße, wir müssen eigentlich zum FD nehmen. Genau jetzt. Ja, lass uns das noch fertig machen. Sodass eine Versetzung durchgeführt werden kann. So, dann sind wir bei 2.1.1. Das SWAT darf im äußersten Notfall durch Mitarbeiter des Ranges Commissioner Chief of Department kannst du hinschreiben. 2.1.1. Ja, 2.1.1. Da musst du nur Chief of Police mit Chief of Department ersetzen. Ich weiß nicht. 2.1.1. Das SWAT darf im äußersten Notfall durch Mitarbeiter des Ranges Commissioner dann schreibst du nur stellvertretender Commissioner Chief of Department bei Punkt 1.1. Commissioner Chief. Commissioner, stellvertretender Commissioner Chief of Department stellvertretender Chief of Department das passt. Ausrufen werden. Dann steht da Ausrufunger bis Chief of Police da steht ja genau 7.8.1. Bei entsprechender Witterung Temperaturen darf die Uniform angepasst werden zusätzlich zu ihrer Uniform können die Bereitsjacken des LSPD PCSO tragen. Die Anpassung werden durch den Chief of Police bestimmt. Sollen wir das Chief of Department machen oder soll das der Commissioner bestimmen? Ich habe ein bisschen Angst, dass dann wieder alle durchgewürfelt durch die Gegend laufen und kein Einheitsbild mehr entsteht. Aber bei es geht ja wirklich nur um Feld nach Das würde ich den Department Leuten überlassen. Dann sind wir schon bei Paragraf 11.1 Beförderung finden durch den Chief of Police im Los Santos Police Department statt. Da machst du Chief of Department. Die machen die Beförderung ja untereinander, da haben wir nichts mit zu tun. In seinem eigenen Depart statt, oder? Ja, genau. Jawohl. Was ist das denn jetzt für ein Punkt? Achso, nee, dann sind wir schon fertig zu speichern. Okay, perfekt. Gut, dann fangen wir mal zum Elfty, ne? Ja. Das war gestern echt, warte mal, wie kommen wir jetzt eigentlich hier lang? So. Dann müssen wir nämlich hier lang. Ja. Hier drin hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Petrol-Einheiten hier, ne? Ja, definitiv. Ich will nachher noch mal gucken. Also es hieß vorhin, dass wir einen Officer 1 und einen Officer 2 und einen Officer 3 haben, glaube ich. Okay. Willst du das Tor aufmachen? Achso, ja, warte. So, da gab es nämlich gestern eine sehr unschöne Sache und zwar gab es eine heftige Schießerei in Easterless und dann hat der das FDI einfach das MD angerufen und gesagt, ja, viel Spaß, die PDIler haben jetzt was für euch, wir melden uns dann mal ab. Und dann habe ich da angerufen und gefragt, was das soll und er meinte dann, wir würden bei Verkehrsunfällen auch keine Hilfe leisten, nach dem Motto, dann machen die das auch nicht. Und wann? Ich habe das... Also wir sind ja bei Unfällen oft die ersten, die vor Ort sind. Absicherung meint er wahrscheinlich. Aber auch fast, das sichern wir ja ab. Das ist also in die anderen Richtung, super. irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben so viel zu tun, Leute, ne? Dann sind wir ja auch nachher die Idioten, die warten, bis der Abschlepper kommt und so. Ja, eigentlich ist das deren Aufgabe. Und die wurde gestern niedergeschossen. Ah, ja. Dann kommt es bis Ende. Die 66 haben wir die 99 und 30 für die E-CLS. So, ein Wunderschön. Ein Wunderschön. Wir warten mal, bis sie fertig sind. Alles gut, danke. Ein Wunderschön. Ich hoffe, es wird in die Energie. so ein wunderschön so ich warte noch moment da kommt noch jemand aber sie können schon anfangs erzählen was kann ich dafür sie tun der komisch das ding ist wir hatten gestern die situation dass also ich habe mir auch die md nummer aufgeschrieben die mir das da mitgeteilt hat war das war in die 07 der war wohl irgendwie im dienst und es gab dann wohl eine 10 909 also ganz kurz für sie eine schießerei es gab ein überfall ein bewaffneter überfall auf ich james das ist dieser juwelier in easterles und am mirror park und wir hatten da glaube ich sechs verletzte person die schussverletzung beziehungsweise stichverletzung hatten also es musste da wirklich super schnell gehen und der mann vom md die 07 war sehr irritiert und sehr aufgebracht denn mitarbeiter des fd's hätten ihn angerufen und hätten einfach nur gesagt das pd hat jetzt was für euch viel spaß damit wir sind dann mal außer dienst okay das ist definitiv eine falsche aussage jetzt komme ich auch dazu wie sie gestern am telefon meinten dass wir einsatzverweigerung betreiben das war mich halt sehr irritiert weil das kenne ich vom md so ein fd so nicht wir auch nicht weil wir sind gestern wirklich rotiert ohnehin wir hatten gestern eigentlich mit dem md auch abgemacht dass sie uns mal eine halbe stunde durchatmen lassen weil wir halt gestern eine hochzeit gefeiert hatten hier und wir sind ja nicht dazu verpflichtet normalerweise md first responder dienste zu fahren das ist eine abmachung zwischen md und fd das ist ja auch nirgendwo festgeschrieben und das tätigen wir aus eigenem ermessen diesbezüglich und aufgrund der tatsache haben wir uns dann gestern also haben wir die kollegen gebeten nur im notfall anzurufen wenn irgendwas sein sollte und dann haben sie sich halt abgemeldet vom dienst und dann waren wir abends bei ihnen am davis pd die ganzen officer draußen stand genau genau wo sie da den einen schlagstock in die fresse gehauen haben ja richtig weil er auf einem streichenwagen geschossen hat ja sei verdient kann ich nicht beurteilen ist dann so für mich war nur für mich war halt in dem moment halt nur wichtig dass ich nicht verstanden habe warum sie uns jetzt so genannte wie war das was sagten sie helfen sie mir commissioner was haben sie gestern gesagt am telefon ach so sie meinen ich habe ich habe gefragt warum sie unterlassene hilfeleistung treiben genau genau wie sie darauf kommen dass wir unterlassene hilfeleistung betreiben obwohl wir den ganzen abend rotieren wie die bescheuern also das kann ich erstens ja nicht wissen hallo und zweitens der knackpunkt ist ja der dass ich ja nur mich darauf bezogen habe was der mitarbeiter vom md zu mir gesagt gesagt hat und da man ja bereits soll ich jetzt irgendwie desrespektierlich klingen aber da sie ja sehr aufgebracht am telefon waren hat das so ein bisschen den eindruck gehabt dass da auch was war dran in dem moment dass sie vielleicht irgendwie probleme haben oder sowas hören sie mir geht es letztendlich darum schauen sie wenn sie probleme mit dem md haben oder sie tatsächlich hier praktisch ist einmal eine interne veranstaltung haben und so schön und gut alles ja aber wenn ein mitarbeiter vom md zu mir kommt und das so äußert dass sie sich so spöttisch so abmelden und ich sie dann anrufen muss dann verstehe ich den 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 punkt nicht warum das so überhaupt passieren muss weil das problem ist ja dann dass das md praktisch ein problem mit ihnen hat und wir vom lspd dürfen ja gar nicht mit reingezogen werden uns geht es ja letztendlich nur darum wir versuchen sie wirklich immer zu kontaktieren und wir schauen dann wie die die anwesenheit da ist und wie das gegeben ist dass sie uns unterstützen können zum beispiel wenn wir eine schießerei haben dass die straße gespült werden muss weil um gottes willen da läuft blut halt die straße runter das soll ja auch der zustand bleiben und das war bisher auch so dass sie da angefahren sind deswegen war ich gestern wie gesagt so irritiert weil eigentlich kenne ich das so nicht dass sie das so dann verweigern oder wir haben gar nichts verweigern aus der perspektive genau aus der perspektive des md lassen also würde ich das noch mit sagen natürlich aber wir wussten noch nicht mal von dem einsatz wo sie gerade gesagt haben muss diese schusswunden gab die wurden bei uns nicht gemeldet das ist interessant ja dann hat der mann vom md das anscheinend bisschen durcheinander gewürfelt wir haben gestern abend also als ich bei ihnen bei davis angekommen sind hat sich das md angemeldet und habe ich zu denen gesagt es kann sein dass das pd sich gleich bei euch meldet kümmert euch drum wir haben gerade keine zeit ja das ist so gesagt dass sie das so spöttisch kommuniziert hätten ja der die machen das gerne so wie sie hören also da kann ich nichts gegen tun aber ich war gerade auf dem weg zu den patienten am davis pd sie sind ja noch an mir vorbeigelaufen gestern ja klar klar also deswegen hat mich das gewundert weil sie waren ja auch dort und sie waren ja unterwegs und deswegen und das hat mich gestern halt das war halt der punkt der mich wirklich abgefragt hat wir haben gestern wirklich rotiert wir haben hier einsätze noch und nöcher gefahren ja und das md meldet sich ab eine stunde und meldet sich wieder an und dann heißt es ja nee dass fd fett keine einsätze und ich kann mir die person nicht aus der rippen schneiden ich habe leider nicht dass sie zum beispiel 50 officer um sich rumstehen haben ich arbeite hier abends um diese uhrzeit manchmal mit 6 auf mit 6 firefighter und muss komplett st andreas abdecken also soll ich kann ihnen aus erfahren sagen schauen sie wir bräuchten eigentlich aktiv bei uns jetzt ich meine dieser stadt leben sehr viele officer aber bei uns bräuchten wir tatsächlich würde ich sagen schon mindestens 100 um überhaupt der kapazität nachzukommen am abend das kann ich gut verstehen also es gibt auch diskrepanzen hier und da aber es gab bis jetzt noch kein clinch zwischen dem los also st andreas police department ne eben deswegen bin ich ja ein bisschen irritiert so weil mich hat das gestern auch gewundert und ich habe dann auch gesagt so das kann ich mir nicht vorstellen weil eigentlich lief die zusammenarbeit immer mit ihnen sehr sehr gut also wenn wir zum beispiel gesagt haben da gab es jetzt einen schusswechsel oder so und die straße muss gesäubert werden ja wir können auf reinigungsunternehmen setzen das versuchen wir ja auch meistens aber das ist immer so eine sache aber bei ihnen sie kommen da vorbei kurz mit dem löschzug und sprühen da mal die straße ab und dann ich meine verstehen sie mich nicht falsch das ding ist halt ist auch für ihre mitarbeiter ein bisschen spannender dann halt auch ein bisschen solche anderen einsätze zu kriegen genau wir wollen halt versuchen sie da auch aktiv mit einzubeziehen weil eine hand hand wäscht die andere und und klar genau was wenn sie schon mal da sind was mich halten der letzten zeit so ein stört ist dass wenn wir wenn wir officer von ihnen anrufen so ist dann zum beispiel was ich ihn gestern am telefon gesagt haben kollegen vom bcso stehen am einsatz in der todeskurve nach einem verkehrsunfall lassen eine patientin gehen diese patientin steht unter schock und die patienten baut keine 500 meter bis eine meile später einen verkehrsunfall aufgrund ihres schockzustands also dann sage ich ihren officer bescheid hey schickt mir die einheit von da noch mal her und dann kriege ich ungefähr 30 minuten später sekunde ich kann jetzt nicht ich bin im gespräch rufe mich an ich zeit habe das kann nur die frau gewesen sein nein das war witzig gewesen auf jeden fall habe ich ihre officer dann noch mal hin bestellen und dann bekam ich 30 minuten später von einer anderen einheit zu hören ja nee die haben keine zeit die mussten zum gespräch fragen ja ich kann ihnen erklären worin das liegt schauen sie gestern also sie haben es ja sie haben es ja so ein bisschen aus der aus dem aus der medien mitbekommen nach unserem telefonat erst ja genau also das problem ist oder der große vorteil ist dass lspd geht aktuell so ein pilotprojekt an dass wir departments im start unterstützen in davis und da und da und deswegen haben wir die officer aktuell so ein bisschen verteilt nach schwerpunkt das heißt also für sie ganz interessant in east ls zum beispiel sehr viele officer stationiert die eine gewisse qualifikation im taktischen an den tag legen und auch zum beispiel den den leuten die stirn bieten sollen die hier mit extrem hoher geschwindigkeit durch die stadt pesen ja das mission department ist ein komplett komplettes department welches auf die ausbildung setzt also wenn sie dort stationiert sind bilden sie aktiv aus und da kommen auch alle rekruten hin dann haben wir das lamesa dass der perro department das ist praktisch für den westen zuständig dieses kümmert sich um bedingt um öffentlichkeitsarbeit um die verbindung zu den bürger besser zu pflegen weil da sind tatsächlich leute stationiert die das sehr sehr gut das händchen also ein gutes händchen dafür haben und zum schluss folgt halt das davis department was aktuell das hauquartier des lsbd ist weil wir haben uns wir haben uns dazu entschlossen dieses department als hauquartier anzusetzen weil wir diesen stadtteil mal etwas stabilisieren wollen von dem schlechten image her wissen sie ja ich kenne das image ja genau sondern da leben auch super liebe menschen und wir wollen halt versuchen das so aufzubauen dass das halt auch jetzt nicht alles sonst negative rutschen weil das straßengangs genau wie in westpucci bieten ist ls und sonst wo tätig sind sondern dass da auch die leute die ganz normal da leben ob sie oma um ecke ist weiß dass der polizei anhand die sich kümmert ja dass sie dass die leute halt respektiert und akzeptiert werden egal wo sie arbeiten oder wo sie herkommen wenn sie halt in die sls wohnen wollen oder in das haus dann soll man sie da wohnen lassen und vor allem leben leben lassen genau genau also uns ist genau uns ist grundsätzlich wichtig jetzt ne es ist jetzt gerade alles ein bisschen im trubel in unserem department also die frau marschell und ich haben jetzt gerade noch wir sitzen jetzt seit drei tagen an der überarbeitung unserer dienstanweisung weil es sind so viele sachen die geändert werden müssen ich sage ihnen allein der bürokratische aufwand ein teufel aber aber ja aber uns ist halt wichtig dass sie wissen wir wollen also overall wir wollen jetzt auch keine ich sag mal straft hat oder dass keine hilfe leisten oder so vorwerfen ich bin nur darauf bezogen was der mitarbeiter des mds zu mir gesagt hat und das hat mich ein bisschen mit mit schock zurückgelassen weil ich stand halt in dieser straße wo halt sechs leute am boden und lagen und um ihr leben gekämpft haben ja das doofe ist halt die rufen uns an und normalerweise ist das so wenn das md im dienst ist und aktiv ist dann sind wir nicht dann fahren wir nicht an weil die haben ja selbst kräfte nur nach anforderung des md fahren wir normalerweise einsätze an verstehe weil das den ihr aufgabenbereich ist das ist den ihr hauptaugenmerk und unser hauptaugenmerk ist das löschen und das alles was auf unserem fire department weg liegt und wir können halt nicht jedes mal in den in den weg des medical centers reingreifen und immer dastehen die müssen halt auch mal selber lernen zu laufen verstehen sie ja das problem ist das m ja sagen sie mal entschuldigung ganz abgesehen davon dass das ja da seit der trennung auch gar nicht mehr so wirklich gewünscht war ja haben die sich selber ein bisschen gewünscht die haben die die trennung herbeigeführt oder oder war das wir haben die trennung herbeigeführt weil wir gerne wollten dass also die eigenständigkeit wollten ja verstehe als firefighter hatten wir halt immer das problem wir mussten unsere firefighter ausbildung absolvieren und nebenbei eine md ausbildung absolvieren und wenn wenn wir gerade vom feuerlöschen kamen mussten wir uns umziehen im op-kittel und waren dann im op und haben leute operiert das war eine sache das hat nicht funktioniert ja verstehe ich das ist halt eine menge arbeit nee letztendlich muss das fd sein personal wieder ausstocken dringend also ich weiß nicht was wir sind dran unter anderem meine aufgabe seitdem ich hier bin und wir sind dran sie sind normal entschuldigung riley scott und sie haben welche funktionen administration des fd herr tanaka im weib nicht herr tanaka leitet übrigens eine partner in davis echt herzlichen glück und schlatter sich mehr als verdient ja also ich kann immer den auf den arsch aufgerissen kann ich ihnen sagen welche department leiter es gibt es gibt der kukum das für die ausbildung zuständig leitet mission department herr tanaka leitet das department in davis es geht er leitet das department in der peru und in la mesa leitet herr müller ja das sind so ihre ansprechpartner sollten mal ähnliche vergehen sein wo sie sagen das kann nicht sein dass sie da so arbeiten kontaktieren sie bitte mich und die frau marshall oder frau marshall nicht vielmehr weil wir sind tatsächlich jetzt dafür zuständig dafür zu sorgen dass sie alle den hintern hochkriegen und dass die polizei mal ein bisschen noch aktiver auf der straße tätig ist wir wollen das entbürokratisieren und wir wollen auf jeden fall auch hinbekommen dass ja die officer mehr gefördert werden also dieses department darf auch selbstständig befördern und so die kriegen vielmehr ist aber zuspruch jetzt zugeteilt mehr freiräume genau 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 so kann man das als eine kontrollinstanz quasi sind ja wir sind praktisch so die kontrollinstanz wir sind so das gesicht der behörde nach wie vor aber unsere aufgabe ist es auch zu verteilen also wir haben praktisch immer so ein stellen sich vor es kommt einmal im monat so ein riesen schwung an mitarbeitern ins department und wir verteilen den auf die departements und gleichen das immer nach schwerpunkt aus ja das ist doch super wie so ein football trainer wissen sie der sagt dir der du kannst am besten vorne bist ein guter quarterback die stecke ich da hin du gehst auf die reservebank und etwa das ist unser job da gehen sie richtig auch in ihrer rolle war ich glaube ich glaube schon also ich glaube das ist für vom marshall sehr interessant vor allem weil wir haben jetzt viel mehr zeit wir unterstützen streifendienst auch aktuell dass nämlich wir setzen uns mit aktiv in die streifen der departements um zu gucken wie die qualität dort ist und wir wollen dann wir wollen dann später das ziel haben dass wir auch viel mehr fairness in interne strafen setzen und so also das ist schon ein riesen ein riesen neues konstrukt was wir aufgebaut haben können wir den fokus unserer arbeit hat anders hat und dadurch das leben die entlastung durch die ganzen departements und die entsprechenden schießt haben ja ihr habt ja die mann kopf frei um eigentlich eure arbeit noch mal nachzugehen weil ihr immer den arsch voll habe jedes zwei minuten einer büro klopft genau richtig so zumindest der plan ja ja ich kenne das ja der kukum hat schon gerade sagt er weiß ich habe heute nur solche gespräche gefühlt dafür kommen in meinem leben aber ja noch an unser gespräch erinnern da waren wir beim abschleppen da habe ich zu erkundigen davis in saustelle war das im forum gesagt das ist kein zuckerschlecken hat gesagt ach quatsch und heute muss er schon den ersten kündigen ja dann muss er durch alles klar aber war ein sehr gutes gespräch und ich würde es begrüßen wenn sie da vielleicht mal mit dem md mit dem md sowieso noch ins gespräch was das angeht das ist eine sache die führt dann der fire chief und der fire commissioner und die werden dann da mit dem md reden dann weiß ich bescheid und wünsche ihnen heute noch einen erfolgreichen tag dass wir nicht allzu viele bränder haben ja genau und halten sie die ohren steif und nicht kommen dann stecken das war die eigenwerbung war ekelhaft aber sonst war es gut ich fand es schon witzig haben sie war schon gut gemacht dann behalten sie venture und die stadt im blick in den nächsten paar tagen wir haben dann noch so ein paar sachen geplant oh gottes willen okay ich lasse mich überraschen alles klar dann sehen wir uns ja machen sie es gut ich müsste in der diensteinweise noch eine sache korrigieren und zwar steht da drinnen dass police officer von leuten fahrzeug abschleppen dürfen die kann führerschein haben die dürfen das fahrzeug ja besitzt aber nicht bewegen ja theoretisch kannst du wenden und am euro park an der tankstelle halten modernen wenn im gegenverkehr dann holen wir eine einheit aus dem bezirk hierher kommen wir benötigen eine einheit vorzugsweise aus lamesa und zwar nördlich des feierdepartements für eine 1026 eines taxis ja gerade schwierig da die einzige aktive stadtstreife eine nordsteife ist und wir sind einen klick entfernt aber es ist der band fast kommen ja das lspd einmal den motor abschalten der fahrer bitte einmal vorsichtig aussteigen und die rechts ans fahrzeug mit einem abstand von drei bis fünf metern die hände da wo sie sehen kann bleiben sie kurz dort wir warten auf eine 10 auf einer verstärkung wir haben in diesem fall nicht ab sie brauchen wir nicht checken auf kennzeichen das ist ja logisch ja folgende sache hat jemand beim feierdepartement woher ausgelassen gegenüber einer tankstelle hat dann gedreht ist einfach komplett im gegenverkehr gefahren das taxi also wirklich ist einfach holz und quer da hingefahren und straßenverkehr handeln wir auf jeden fall ab ja ist im gegenverkehr gefahren also die formarsch und ich haben das auch gesehen ja okay handeln wir ab dann warten wir hier ja danke 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 tschüssi so ne wir fahren wir fahren gleich wenn die kann fahrern wir dann gleich weiter kannst du ja fragen ob der was hat aber das wäre bestechung vielleicht ne 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 von fremden nehme ich kein essen an das ist das habe ich zu hause gelernt dann noch halte ich mich nicht verkehrt ach das wollte ich dir gleich auch noch erklären er nämlich mal an officer und davis und rekruten ja 4 0 3 mit einer 10 26 neun nördlichsten feiert die partner eine person ein taxi check check willst du dir die 10 26 anhören ja kann man machen oder hältst du das nicht mehr aus ne ne ist ok ansonsten guckung hat bestimmten apfel für mich bei dem obst moin moin ja hallöchen aber ich bin so genau bitte den ausweis und einmal für euch ja richtig wenn wir bitte alle laut und deutlich reden selbstverständlich dann überprüfe ich einmal gleich ihre also erst mal von vornherein ich bin pd 12 microtrain mein name und ich bin für einmal kurz ihre personalien dann bin ich sofort wieder bei ihnen ja ganz gut und ihrer gerade in dienst gekommen ist mir mal schon aufgehalten aber okay vielleicht zu recht wenn wir sehen weiß noch nicht was mir vorgenommen vorgeworfen wird erfahren sie gleich erfahren sie gleich ne hat man mir noch nicht gesagt aber ich denke mal wegen das wilde wenden dahin erklärt ihnen der kollege gleich was hier wo der schuh drückt schmuse taxi warum sind sie eigentlich immer dabei tja weil weil sie immer auf mir glaube ich irgendwie ja ist klar gerade noch zu meiner frau gesagt ich würde mich jetzt so besicken vorlachen wenn mr kuhm jetzt hier ankommen würde jetzt stehen wir hier ne ja ja wie immer ne wieder ihr ne wieder ihr jetzt habt ihr wieder ein plätzchen gesucht oder was ne wir sind gerade wir sind auf einer fahrt also wir wollten jetzt gerade jemanden abholen klar klar ja wir sind alleine wir sind im stress ne merke ich ja so jetzt zieht euch warm an so mr franklin ja wissen wir warum wir sie angehalten haben ich denke mal wegen dem wilden wende manöver dahinten beim fd ja ja genau sie sind auf die gegenfahren fahrbahn aufgefahren und es ist ja ein gefährlicher eingriff in den straßenverkehr da schaue ich jetzt gerade mal nach was aber wenn man wendet kommt man doch immer automatisch auf den gegenverkehr weil man will ja auch wieder oder ja man kann es aber auch vielleicht noch ein paar meter weiter fahren und wo es dann nicht so gefährlich ist dann mal wenden und sie wissen ja hier die straßen ja sehr viele befahren ja da haben sie recht ne ja ja gut da kann ich nicht weiterhelfen die kaya dann weiter in gute besserung und wir hören uns ja bis dann tschüss wobei helfen äh nicht ich hab mit kaya gesprochen hab dir gesagt wenn irgendwas brauche oder so soll sie bescheid geben weil die hat wohl zwei kugeln getressen zwei irgendwie steckschuss an der schulter und ein durchschuss am unterarm ja heute golfen 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 67 schläge frag nicht aber du gehst auch nicht häufig golfen von dem her also wenn du regelmäßig gehen würdest wäre es schon peinlich so aber cool beans auch boah ähm ja arbeiten sie bei cool beans äh ne beim social center ich mach nur ein foto weil wir es mit dem chat das nächste mal da stattfinden lassen ah ok alles klar dann wünsche ich ihnen was ja ja danke tschüss ah der hätte gerne einen kuchen gegessen ah ja meet and chat machen die da sehe ich dich alter komm hier mit die policing vom feinsten ja ne du so komm mal mit sag mir mal sag mir mal deine ich gebe aus ne 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 sag mir mal deine kontonummer äh warte ich muss im rdp schauen die die mitarbeiterverwaltung meine kontonummer ist die 1 9 5 mhm ja 7 4 6 7 4 6 8 6 8 6 8 6 1 9 5 7 4 6 8 6 ja äh was willst du essen ich geb was aus ich hab 200 dollar von dir bekommen 5 1 7 ist 10 30 für jetzt besucht 1 es gab eine konto kann wer erst essen kaufen ja ich hole mir was selber ich habe ich habe doch hier noch Geld Falschgeld. Lieben, bist du noch im Stream? Bist du da? Ich würde dann... So, warte. Warum bin ich reich? Ich habe dir 100.000 Dollar bewiesen, wegen dem Verkauf von Wallis Brause. Ah. Genau. Cool, danke. Bitteschön. Du hast ja auch investiert. Kowalski wollte tatsächlich gar kein Geld haben. Jeder wollte kein Geld haben. Ach ja, okay, dann muss dein Geld eh abbrücken. Lieben, ich werfe die zwei Schüssel hier in eine Mülltonne. Kannst du die weglöschen? So. Ich habe übrigens eine Zusage bekommen für eine Wohnung. Wie, was du dir angeguckt hast? Ja, in Downtown. In Downtown, richtig. Das kostet ja Spaß. 140.000 Dollar. Oh. Aber Eigentum. Aber die sieht krass aus. Also das ist wirklich eine Hammerbude, ne? Okay. Mhm. Mit so Glas, was so ein geisteskranken Ausblick da. Ja, aber hast du dann auch schon Vertrag bekommen, oder? Ja, ja, muss ich jetzt gleich unterschreiben. Und dann Geld überweisen und dann geht das mit. Was mir ganz eh... Da bist du so Immobilienmodul hier, ne? Ja, jetzt habe ich zwei Immobilien. Okay. Walter Weiß, hallo. Tschö. Einen wunderschönen Kommissioner, ähm, Jones mein Name. Ich habe gerade eine, einen Anruf auf die Info-Outline bekommen, dass ein Herr von Weasel News auf Sie vom Davis-PD wartet. Ja, ich fahre hin. Ich bin auf dem Weg. Ich danke Ihnen. Okay. Perfekt. Ciao. Bis dann. Wo ist das denn? Äh, wir müssen nach Davis-Department, um ein Press-Statement zu geben für Video in den einzelnen Departments. Oh Gott. Ich habe heute kein Video-Gesicht, Walter. Doch. Ja, Herr Chief. 100 Dollar kriege ich von Ihnen. Ich weiß nicht, Herr Chief, ne? Commissioner. 100 Dollar, wieso? Ja, jeder, der Chief sagt, muss man 100 Dollar zahlen, das ist so ein Running-Gig. Ist egal. Äh, ich spende das. Fahren Sie bitte einmal, wenn Sie gerade können, zum Davis-Department, äh, da jetzt auch Wiese-News da ist. Dann würden wir das eben bündeln und dann wäre das Thema heute erledigt. Okay. Perfekt. Ist klar, dann sind wir uns da. Bis nachher. Ja, hat Henkel noch so ein Schmierblatt? Was? Ja, dieses, der hat auch eine, Mann. Ich meine, wir wollen ja jedes Presse-Medium gleich recht behandeln, oder? Das stimmt allerdings. Für die Pressefreiheit. Geht nicht raus. So. Ich habe mir kaum hier was mitgenommen, ne? So ein Quatsch. Magst du Pudding-Teilchen? Magst du Pudding-Teilchen? Äh, ja. Kann man schon essen, ne? Mhm. Erdbeer-Sahne-Lolli. Ah ja. Ich sehe dich eher mit der Haushaltsschere. Ich sehe dir die Augen mit aus. So. Ja. Ich gehe mal kurz was in die Mülltonne. Das sind Autos, äh, die ich damals gespawnt habe, als ich auf dem Server die neuen Autos gezeigt habe. Und unsere Devs löschen die mal kurz raus. Elastische Binde. 1, 2, 2, 5, check. Check. Wäre doch jetzt eigentlich so schön gefüllt, wenn die ganzen Chiefs da wären, oder? Für dieses Presse-Ding. Ja. Der Kukum ist ja da. Eskeda ist da. Glaub ich. Funk mal dir ein Eskeda an. Was hat denn die für eine Nummer? Weißt du das? Nee, oder? Kannst du ja... Achso. Einmal Davis anfahren und dort in der Lobby warten, komm. 66 Ende. 2,31? Das ist 2,31. 2,31. 2,31 für die Pidi 66. Ich bin auf dem Weg. Wäre gut, wenn Sie kurz in der Lobby warten würden, ja? Klar. Und noch was, falls Sie dann noch Zeit haben... Ja, check. Machen wir. Kriegen wir hin, ich hab Zeit. Alles gut, super. Welche Führungskraft ist von Davis? Lamesa ist niemand da. Ich gucke gerade kurz im Streifenblatt, ob sonst noch jemand da ist. Rater? Check. Warte, 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 Ihnen den... Roskela ist noch da, Miller ist auch da. Ja, Miller soll auch kommen, dringend. Ich rufe den jetzt kurz an. Ja. Roskela auch, oder der nicht? Roskela habe ich schon bescheid gesagt. Ah, okay. Ja. Hello, rate mal, wo du hinfahren darfst. Äh, zum Davis Pidi. Soll ich ihn abholen neben den Lamesa? Sollen wir dich abholen, komm schnell. Ja, und dann verschiebt es um 10, 15 Minuten. Wir holen dich ab, ja? Okay, bis gleich. Tschüss. Wieso darf der kein Auto fahren? Haben wir nur noch Invalide? Ja, so in etwa. Graffiti, muss da weg. Was muss weg? Das Graffiti. Ach so. Ja, ist nicht so schön anzusehen. Wenn man jetzt unterwegs ist, finde ich, ne? Mhm. Was war vorhin, muss ich ehrlich gestehen, ein bisschen komisches Gefühl ins Davis Pidi zu gehen und irgendwie war halt keiner da, weil es ja jetzt anders so großflächig, sag ich mal, verteilt ist. Also ich glaube, da muss man sich echt noch gut dran gewöhnen. Genau, das dauert auch ein bisschen, bis das alles aufgefüllt ist. Wenn jetzt da wirklich so viele neue Rekruten kommen und so. Du hast angerufen, ne? Äh, Kokum habe ich angefunkt, genau, die wissen Bescheid. Eskeda kommt, Roskela hast du gesagt, weiß Bescheid und Milla kommt gleich rausgehumpelt. Also ich weiß nicht, ob er berumpelt, oder? Zumindest ist er invalide. Der saß im Rollstuhl, ne? Im Rollstuhl? Was hat der gemacht? Angeschossen, glaube ich, bei... Die haben dann einen Undercover-SWAT-Einsatz gemacht und der wurde angeschossen. Oh. Mhm. Unangenehm. Ja. Der Hochstress ist so, ne? Die wird's nie langweilig. Definitiv nicht, ne. Ja, vor allem jetzt mit den ganzen neuen Aufgaben wird denen, glaube ich, generell nicht langweilig werden. Das ist schon eine Umstellung, ne? Wie bleibt er denn? Er wollte noch ein, zwei Marken wohl einräumen, aber so viele Mitarbeiter hatte er ja nicht, oder? Ja, das Ding ist, er muss halt tatsächlich auch... Alle Spinnen müssen in Mission Roller sein heute, ne? Alle müssen jetzt hier stationiert sein. Ja. Achso, genau, aber da kann ich dir schon was sagen. Also, pass auf. Wenn wir eine Fuhre, eine Fuhrie, sag ich schon, wenn wir eine Fuhre an neuen Mitarbeitern bekommen, die ihre Ausbildung erfolgreich absolviert haben und wir haben eine Anzahl an Officer, also das Davis-Department ist praktisch das größte, weil wir haben auch alle Detektives dort, Administration, blablabla, dann können wir welche verteilen. Also, unsere Aufgabe ist immer, einen Durchfluss an Mitarbeitern zu generieren, ne? Zum Kreislauf. Also, wir füllen jetzt nach und nach die Departments. Aber es hat schon alles so ein bisschen auch seinen Schwerpunkt, oder? Ja, genau. Hier ist sehr operativ, sehr taktisch gesehen. Lamesa ist hier Speed Unit. Ja. So. Hallo. Ich melde mich gleich bei dir, ja? Ja? Wir haben jetzt eingespringen mit der Presse, ja? Ja, check. Haben Sie Mission Road Department leer bekommen? Nein. Ich habe gestern Abend alles nur umgeräumt, zusammen mit Gott hierher. Von uns ist alles raus, Dienstmarken sind eingezogen, werden vernichtet, neue sind ausgegeben. Und im NLP ist alles geändert. Wie gesagt, Mitarbeiterakten ändere ich komplett nachher auch noch. Ja, wunderbar. Klappt doch alles, schön. Können wir gleich direkt unser erstes Meeting mal abhalten, hm? Man küssst die Staatsanwaltschaft an und sagt, dass man meinen Termin nicht einhalten kann. Wenn Sie fragen, ob ein hoher Staatsanwalt auch gerade zufälligerweise verfügbar wäre, der dann auch mal zu uns kommen kann und versuchen, Mr. Freeman zu erreichen? Kann nicht machen, ja. Wenn jetzt jemand bei einem Termin des Office dran geht, überhaupt. Wenn du vorfährst, mache ich das Tor gerne auf. Ja, ja, ja. Ach so, hier eine neue Karte habe ich übrigens auch hochgeladen im System. Kann sein, dass ich noch ein, zwei Autos bei Ihnen abziehe und Sie dafür Undercover-Fahrzeug bekomme, ja? Weil, wie Sie sehen, haben wir drei, vier Marktfahrzeuge nur hier. Was haben Sie eingezogen, was haben Sie gerade gesagt? Bitte? Was haben Sie vorhin zu mir gesagt? Egal, kommen Sie. Vorne rum, oder? Um Gottes Willen. Wie lange geht das jetzt noch so mit Ihnen? Jetzt haben wir es schon besser als gestern. Mal gucken, ob ich morgen wieder zumindest selber fahren kann und so. Ich bestelle gleich neue Chief-of-Department-Händen, könnten dann Donnerstag kommen, ja? Alles klar, weiß ich Bescheid. Wenn wir morgen noch mal zur Ruhe gönnen und Donnerstag, dann hoffen wir wieder voll auf den Beinen. Sie träumen jetzt alle zusammen, alle von der Führung, ja? Alle, die da sind, die sind auch eigentlich alle hier. Sie setzen sich auf die Stühle hinter dem, wo wir den Rollcolumn abhalten, ja? Hinter dem Pult, ja. Ja, check. Oh. Guten Tag. Sie sind vom Visenews nämlich an? Äh, nein. Sondern? Äh, Observer. Aber da ist Mr. Rickstar mit dem Fenster drin. Ah, wunderbar, okay. Alles klar, dann kommen Sie mit und warten Sie bitte in der Lobby des LSPDs, ja? Wunderschönen Abend. Warten Sie kurz in der Lobby des LSPDs, ja? Wir rufen Sie. Die gehören zu mir, ich nehme die mal mit. Perfekt. Weißt du eigentlich, wann die Sykes wieder kommt? Äh, nee. Aber in letzter Zeit nicht so viel von ihr gehört tatsächlich. So, Handi, dann sollen die hier kurz warten. Ich ziehe mich auch mal kurz um, ja? Super, super, super. Wunderschön. Tschö. Bänki. Danke, danke, danke. Liebe Leute, wir machen heute übrigens einen 12-Stunden-Stream. Ja? Und bei 7000 Subs machen wir morgen ab 13 Uhr einen 12-Stunden-Stream. Nur GTA-RP. Falls ihr Bock habt, let's go, chat. Jeder hat zwei Sub-Gifts und wir haben's. So er Lust hat. Nee, das wollen wir nie anziehen, wir wollen. 3,27. Check. Check. 3,27. 3,27. 2,27. 3,28. 3,28. 3,28. 4,27. 4,28. 5,27. 5,27. 5,27. genau warten sie im davis department im eingangsbereich leu sind duschen das muss ich gar nicht er bin dankeschön für das abgift danke schön aus der langeschön kleiner ruhig dankeschön ja let's go chat 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 hat man dienst mit genau das ist komisch nimmt ja alter dank des abgift okay wenn es so weitergeht dann haben wir den den nächsten zwölfer morgen jpk dankeschön danke 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 wir fehlen uns noch leute wenn ihnen irgendjemand blöd kommt dann melden sie das entsprechend an den herrn dann geht man das eigentlich meint es ja nur gut ja der hopkins wird regelmäßig von leuten angekackt warum er rechtliche dinge quasi also eigentlich einschreitet wie herr tanaka um anderen den arsch zu retten weil er sei ja nur zwei wenn die leute auf und stücken rumfahren mit dem ja mit dem zusatz das ist ja eine nahbereichsfahndung aber wir haben in dem moment keinen dringenden tatverdacht ganz das ganze rechtfertigt sie schützen also den officer ja eigentlich ja ja und die officer wissen nicht zu schätzen und dann kommt nur bis hier nur zwei er ist aber bei mir mit der atmen aber auch so da kommt auch was gesagt das sind aber so zwei ja gottchen melden sie das einfach dem herrn tanaka dann kann man der sache nachgehen weil brauchen sie sich nicht gefallen lassen die wollen den kollegen ja eigentlich auch nur den arsch retten ja ja perfekt habe ich jetzt auch schon ich war schon in manchen officer und dann sind die akten dann fallen gelassen worden ja aber vielleicht merken die dann auch dass sie es eigentlich nicht böse meint ja perfekt super dann weiter so ne danke danke tschüss gut sie von wiesen wir haben sie sofort ja eine sekunde und hier vom observer geht sofort los genau dass sie müssen sich kurz gedulden ja so jetzt nicht mal ein bisschen entschlossenheit in sich schluck kurve also folgende sache es wird so sein näher gucken entschlossen jetzt nicht mal auf den stuhl und ist denn entschlossen jetzt nicht mein ich sage stehen sie mal auf hergucken ich zeige ich mal was entschlossen ist schön so sitze ich so nee das sieht aus als ob sie also ob sie schwitzen und die arme lüften stehen so gehen aber nicht so ein bein überschlag oder das hier ist entschlossen ja sie haben recht sie haben recht so alles für die medien und bilder so sie auch jetzt sollen sich dabei hinsetzen ja ok 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 klar werden sie wie ein boss sie zwei so also so passen sie auf sie werden jetzt gleich auch press releases geben das heißt sie sprechen für ihr department denn telefon jetzt bitte ja telefon aus bitte telefon aus alle machen wir das telefon aus konzentration sie geben ein statement jeweils für zwei drei sätze ab warum sie sich freuen ihr department zu leiten koskeler sind ja jetzt gerade als vertreterin von herr tanaka hier das ist in ordnung gut alles klar ja dann frau marschel würden sie dann spontanität ist immer das beste warum marschel würden sie dann einmal kurz die kollegen an der leitstelle funken dass sie die hier reinholen jetzt geht das spannende mann jetzt hier ein einzugsgebiet reden wofür mich schon ja ja genau 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 mehr als besitze oder sie können auch mehr als zwei sätze zu sagen ja das ist besser Nehmen Sie bitte gerne in der ersten Reihe Platz. Herr McKinney, Sie bleiben bitte hier drin und bleiben einfach an der Seite stehen. Stellen Sie sich bitte links an die Wand. Rix, Sie können vielleicht einmal aufhören zu kippen. Das wäre wunderbar. Kannst du bei mir setzen? Schlecht am Regeln. Machen Sie ein Video oder wie wollen Sie das machen? Also Observer wird glaube ich Sachen in Videoform machen. Deswegen würde ich mich ja wahrscheinlich auch eher hinstellen. Achso, ja, okay. Alles klar. Dann stellen Sie sich ruhig links und rechts an die an die Bühne sozusagen. Wenn Sie das möchten. Gehen Ihnen zur Verfügung, ja. Gut. Sagen Sie, wenn Sie so bereit sind, dann würden wir beginnen. Sie dürfen natürlich auch logischerweise Fragen stellen. Hier, der Kollege von Vision News. Sie können ruhig ein Stück noch rüber gehen. Okay. Gut. Wir wären soweit. Von Vision News? Ich auch. Okay. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, das Los Angeles Police Department und das Blank County Sheriff Office unter dem Dach der San Andreas Police Departments freuen sich heute Ihnen eine interessante und zukunftsweisende Pressekonferenz geben zu dürfen, bei der es darum geht, dass wir neue Wege im Jahr 2023 einschlagen. Ich gebe Ihnen kurz ein Vorwort, dann wird die Frau Marshall als Deputy Commissioner einige Sätze an Sie berichten, gefolgt von den Departmentleitern. Als Commissioner des San Andreas Police Departments freue ich mich auf die neuen Aufgaben, die da wären, dass meine Person künftig sich um die Qualitätssicherung der Polizei im gesamten Staat kümmert, inklusive um das sogenannte Human Resources, das heißt um die Personalverteilung. Außerdem freue ich mich darauf, weiter mit der Staatsanwaltschaft im engen Austausch für noch bessere Zusammenarbeit zu stehen, inklusive einer noch größeren Struktur im Staat des San Andreas aufzubauen. Das Tolle an dieser neuen Umstrukturierung unseres Departments ist, dass die Leiter, die Chief of Departments, viel mehr Kreativität in ihrem eigenen Handeln in den Departments bekommen. Wir werden jetzt gleich nach und nach durchgehen und die Zuständigkeiten der Departments einmal für Sie erklären, inklusive die Departmentleiter vorstellen. Mir ist eine Sache sehr, sehr wichtig. Die Departments haben ein Zuständigkeitsgebiet. Das heißt, leben Sie beispielsweise in Davis, bekommen Sie bitte in das Davis-Department. Dieses befindet sich an der Hauptstraße und dort können Sie dann Ihr Anliegen praktisch von uns abhandeln lassen. Uns ist wichtig, dass wenn dieses Department geschlossen ist, Sie alternativ dann nach Mishrow, nach Mesa oder nach Delpero gehen können. Zudem möchte ich hinzufügen, dass unsere offizielle Website des LSPDs eine Aktualisierung erhält, auf der Sie künftig nachschauen können, ob das Department geöffnet oder geschlossen ist, sowie die Schwerpunkte. Uns ist wichtig, dass wir hier eine Transparenz an den Tag legen. Zu guter Letzt noch ein Satz von mir. Mir ist es wichtig, dass unter dieser neuen Struktur auch die Arbeit mit den Medien sich verbessert und wir arbeiten gerade an internen Dokumenten, um tatsächlich das LSPD und das BCSO, also das SAPD, noch transparenter zu gestalten. Sie sollen über Einsätze informiert werden. Erst gestern wurde eine mögliche Kandidatin für die Pressesprecherin ausgewählt, die jetzt künftig dann im direkten Dialog mit der Presse stehen wird. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ich werde anschließend noch einige Fragen beantworten und gebe das Wort an Deputy Commissioner Anni Marshall weiter. Ich kann mich den Worten meines Vorredners noch anschließen. Ich fühle mich sehr geehrt, die Stelle als Deputy Commissioner annehmen zu dürfen und dass mir die Verantwortung betragen worden ist. Und vor allem freue ich mich in der Zukunft darauf, dass wir mit dem Los Santos Police Department und Blaine County Sheriff Office eben breiter gefächert aufgestellt sind und anderen Kollegen eben auch die Möglichkeit geben, um sich zu entfalten, ihre Führungsstile weiterzuentwickeln, mit neuen Ideen ranzugehen und gemeinsam mit uns die Polizeiarbeit nach vorne zu bringen. Dann geben wir das Wort an den Chief of Department, Natschi Kukum weiter. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bürger, liebe Mitmenschen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Kukum. Ich bin seit einigen Jahren hier im San Andreas Police Department tätig und bin stolz. Ich kann auch sagen, ich bin stolz, diese neue Aufgabe übergeben bekommen zu haben vom Commissioner Weiss und Deputy Commissioner Frau Marshall. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben einiges vor. Ziele sind zum Beispiel die Senkung der Kriminalitätsrate in Downtown und Winewood sowie die Präsenz, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort. Wir schauen auf jeden Fall mit positivem Auge in die Zukunft und freuen uns natürlich auch mit der Presse und den Bürgern zusammenzuarbeiten. Vielen Dank. Dann geben wir das Wort an Mr. Miller weiter, Chief of Department La Mesa. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen zuallererst mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich wurde vom Commissioner Weiss sowie Deputy Commissioner Marshall zum Chief of Department des La Mesa Departments in East L.S. berufen. Werde mich dort hauptsächlich um die Belange der Bevölkerung in East Los Santos kümmern, sowie um die Absicherung in Los Santos Harbor. Dahingehend auch eine Senkung der sowohl Kriminalitätsrate wie auch der Rate von beispielsweise aufgebrochenen Schiffscontainern etc. durch rege Bestreifung des Ganzen sorgen und natürlich auch weiterhin für die Sicherheit des Terminal Racing Tracks unter anderem verantwortlich sein. Ja, also East L.S., das betrifft natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger im Mirror Park. Das heißt auch dort, wenn Sie dort Anliegen für das Los Santos Police Department haben, kommen Sie gerne zum La Mesa Departments. Danke Ihnen. Nun geben wir das Wort an Mr. Esqueda, Chief of Department del Perro. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Los Santos, Commissioner, Deputy Commissioner, Vertreterin und Vertreter der Presse. Erst einmal möchte ich sagen, vielen Dank an alle Kollegen des SLPDs, insbesondere dem LSPD, allen voran aber auch hier wieder dem Commissioner und Deputy Commissioner für das entkriegengebrachte Vertrauen. Vielen Dank an die gesamte Führung und besonders die Administration für den unglaublichen Kraftakt in letzter Zeit, die verschiedenen Departments in so kurzer Zeit an den Start zu bringen. Ich glaube, ich kann sagen, es erwarten uns alle sehr, sehr, sehr spannende und aufregende Zeiten mit großen Veränderungen im Polizeialtag, neuen Befugnissen, Standorten, Schwerpunkten, aber auch vielen Aufgaben und Erwartungen. Es liegt nun an jedem einzelnen von uns Officern, die verschiedenen Debatten ganz los Santos zum Laufen zu bringen, mit Leben zu füllen, die Sicherheit und Ordnung in ganzer Andreas auch weiterhin zu gewährleisten, nun verstärkt von den unterschiedlichsten Orten ausgehend. Ich freue mich persönlich über die neuen Herausforderungen, welche wir gemeinsam meistern werden. Auch im Namen von meiner Stellvertreterin, Frau Kater, welche sich heute leider entschuldigen lässt, vielen Dank für das Vertrauen und die Möglichkeiten. Wir in Delpero möchten insbesondere die Bürgernähe, Öffentlichkeitsarbeit und die Attraktivität in ganz West-West stärken und steigern. Vielen Dank. Danke Ihnen. Nehmen Sie wieder Platz, Mr. Esgeda. Und zu guter Letzt den stellvertretenden Chief of Department Mr. Koskela, mit welcher Herr Tanaka als Chief of Department in Davis vertritt. Genau, ich kann mich meinen Vorrednern bisher nur anschließen. Ich wünsche Ihnen erstmal allen Anwesenden hier einen wunderschönen guten Abend. Ich kann mich natürlich auch bei dem Deputy Commissioner und dem Deputy Commissioner eben einmal bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen, diesen Posten hier eben in Davis als stellvertretender Departmentleiter ausüben zu dürfen. Ich bin natürlich sehr gespannt auf die zukünftigen Aufgaben, was uns hier erwarten werden in South La Santa. Wir sind natürlich bereits jetzt drauf und dran, den Stadtteil zu entkriminalisieren, die Fallrate hier auch entsprechend zu senken, dass sich die Bürger auch hier weiterhin sicher bewegen können. Ich danke Ihnen, Herr Koskela. Nehmen Sie gerne wieder Platz. Nun an die Presse. Wir beantworten gerne Fragen, die Sie haben, soweit wir können. Und bitte sprechen Sie dann auch dementsprechend den Departmentleiter an, insofern diese Frage an diesen gerichtet ist. Ja, ich fange an. Ist okay für dich? Okay. Commissioner, können Sie uns ein bisschen durch den Ablauf der ganzen Umstrukturierung führen? Sie haben gestern erwähnt, dass es ca. sechs Monate dauert hat. Ja, korrekt. Also wir haben gestern sechs, gestern war der entscheidende Tag, an dem wir unsere Police Officer auf die Departments aufgrund deren Aktivität und auch Qualifikation eingeteilt haben. Dieser Prozess hat um die sechs Monate gedauert, bis wir zum aktuellen Zeitpunkt hier angekommen sind. Es wurden diverse Departments neu gebaut bzw. umgebaut. Hier möchte ich mich nochmal bei McGill & Olsen bedanken für die reibungslose Zusammenarbeit, die wunderbar funktioniert hat. Obendrauf möchte ich noch erwähnen, dass ich mich auch bei allen Police Officern, auch in der Administration insbesondere, bedanken möchte, die hier tatsächlich mit den Detektivs zusammen einen Strukturfahrplan ausgearbeitet haben, wie wir die Officer in welchen Departments verteilen können. Die Officer wurden vor knapp einem Monat darüber instruiert, dass das erfolgen wird. Die Officer konnten Wunschdepartments auswählen. Wir könnten den Wünschen meiner Meinung nach zu 95% nachkommen und werden jetzt die Officer aufgrund deren Qualifikation in die Schwerpunkte und dessen Departments versetzen. Dankeschön. Jacob, mach du gerne. Ja, dann die Frage, wie sieht es aus mit dem Vespucci Police Department? Gibt es da neue Informationen, die Sie uns mitteilen können bezüglich, ob es jemals wieder aufgebaut wird, so in dem Sinne? Diese Frage würde ich an Deputy Commissioner Marshall weitergeben. Wird nicht aufgebaut, das bleibt geschlossen. Das wird nicht wieder aufgebaut, das bleibt weiterhin geschlossen. Ich hatte gerade ein bisschen was im Ohr. Was mich noch interessieren würde, ist, warum die Departments an den Standorten gewählt wurden, wo sie momentan sind. Also wenn man jetzt mal sich ein bisschen auf der Karte umschaut, hat man so das Gefühl, Weinburg wirkt ein bisschen unterrepräsentiert. Können Sie uns da was zu den Entscheidungen sagen, warum es genau diese Departments in diesen Bezirken sind? Die Frage gebe ich gerne weiter an Mr. Kukum, welcher sich genau um diesen Bezirk kümmern wird. Ja, das, hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Ich höre Sie sehr gut. Super. Das Missionary Department mit dem Einzugsgebiet Downtown und Weinwood, hat das Einzugsgebiet Downtown und Weinwood, bietet sich einfach an, zentrale Lage natürlich. Und in diesem Department wird auch ausgebildet. Ich kann Ihnen sagen, die wurden sehr mit Bedacht gewählt. Ich kann da nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Warum, wieso, weshalb das Department oder jenes Department dort steht oder dort. Aber Sie können sich sicher sein, das wurde auf jeden Fall bewusst gewählt, ja. Nur kleine Ergänzung noch dazu. Das Department in Delpero sowie das Department in Mischro haben sich dazu entschlossen, eine Kooperation hier an den Tag zu legen und dass man sich unter anderem Weinwood auch heilt, um das aktiv zu bestreifen. Somit wird da auch massive Polizeipräsenz vorhanden sein, nach wie vor. Dankeschön. Wie erfahre ich als Bürger, welches Department für mich zuständig ist? Ja, das ist relativ einfach. Sie haben ja einen Personalausweis, beziehungsweise Sie waren ja hoffentlich alle schon inzwischen beim CASA. Das ist ja im Starte jetzt Pflicht, da wir die Meldepflicht durch die Gesetzesänderung erhalten haben. Und Sie kommen dann, beispielsweise Sie leben im Einzugsgebiet Davis, kommen Sie in das Davis-Department. Leben Sie in Downtown Mission Row oder Sie leben in Weinwood, kommen Sie zum Mission Row-Department. Leben Sie in Vespucci, gehen Sie zum Delpero-Department. Leben Sie im Norden, ist das Sandy Shores-Department, beziehungsweise das Brane County Sheriff Office für Sie zuständig. und East LS ist bis runter zum Hafen das Lamesa-Department. Insofern das Department praktisch nicht besetzt ist, so gehen Sie dann in das benachbarte Department und können dort tatsächlich Ihre Bürgeranliegen wie Aussagen und Ähnliches anbringen. Also, es ist relativ simpel. Wenn ich da eine Frage anknüpfen dürfte. Gerne. Leute werden aber nicht abgewiesen, wenn Sie jetzt beispielsweise das falsche Department ansteuern. Nein, die werden, genau. Also, insofern Sie zum Beispiel ein Bürgeranliegen haben, welches jetzt natürlich kein hohes, drastisches Problem darstellt, bitten wir Sie dann, insofern, wenn jetzt zum Beispiel Sie zum Mission Row-Department kommen, dann, und Sie leben in Davis, und das Davis-Department ist, wie es auf der offiziellen Seite dann stehen, wird geöffnet, und so verweist die Einheit Sie dann logischerweise auf das Davis-Department. Also, Sie gehen dort, Sie werden dort zu dem Department gebracht, oder hingeschickt, wo Sie auch leben. Gibt es einen Stand aktuell, was die, ich nenne es jetzt mal Öffnungszeiten betrifft, Sie haben da gestern darüber gesprochen, dass Bürger das auf der, auf WhenVenture sehen können? Nicht auf Venture, auf der offiziellen Seite des LSPDs. Okay. Perfekt. Gibt es da einen Zwischenstand, Sie haben gestern 48 Stunden, glaube ich, gesagt. Da kann ich Ihnen leider auch keinen Ausruf geben. Ich hoffe, dass die IT da gerade an der Sache dran ist. Also, das ist definitiv in Planung und sollte auch relativ zügig kommen. Aktuell ist es so, wir würden uns einfach begrüßen, wenn Sie am besten die Info-Outline kontaktieren, oder Sie gehen einfach zu dem Department hin. Sie sehen ja, ob es besetzt ist. Jacob, hast du noch eine Frage? Ja, ich hatte tatsächlich noch eine Frage zu Blaine County. Dort ist derzeit nur Sandy Shores aktiv. Korrekt, also, genau. Es gibt da noch zwei Ausweichdepartments, die werden teilweise auch besetzt. Die sind aber eher Backup-Departments, das ist Palito Bay und das Grape-Seed-Department. Wir haben uns aber zu entschlossen, dem Sheriff Kowalski die Freiheit zu lassen, dass er eigenständig nach Streifenkapazität bestimmen kann, wie er die Departments da umbesetzt. Das Hauptdepartment in Blaine County ist das Sandy Shores Sheriff-Department. Anschlussfrage dazu, werden diese Ausweichdepartments dann auch in dieser Liste dann aufgezählt? So negativ, so negativ. Die haben interne Gründe dann, die dann genutzt werden. Abschließend sage ich auch noch eine Frage. Sie haben schon viel erzählt darüber, warum die Chiefs of Department gewählt wurden, unter anderem aufgrund ihrer Qualifikation und Diensterfahrung. Wer hat Sie gewählt, Herr Weiß und Frau Marsche? Wer hat das bestimmt, dass Sie Commissioner werden? Der Staat. Okay. Genau, wir haben ja eine Qualifikation an den Taglicht. Wir waren jetzt, also zu meiner Personalie, ich bin jetzt seit drei Jahren Chief of Police gewesen. Es ist eine logische Konsequenz, dass dann die Beförderung zum Commissioner folgt. Viele Mitarbeiterinnen im Staat, die im MDF, die LSPD arbeiten, beschweren sich, wenn sie nach einem Monat nicht befördert werden. Ich habe jetzt drei Jahre gewartet auf meine Beförderung und ich würde mir eigentlich auf die Fahne schreiben, dass ich sie nach der Strukturierung und Aufbau des LSPDs auch verdient habe. Da greife ich nochmal das Wort dann zu Frau Marschel über. Frau Marschel hat sich sehr durch die Arbeit bei meinem Human Resources Bereich des LSPDs bewährt, hat sehr viel in den Strukturen, in die Abläufe, in Verträge investiert, hat das LSPD mit auf diesen Weg gebracht, hat aktiv mit an Entscheidungen gearbeitet, hat Officer delegiert und ich bin der Meinung, dass Frau Marschel als Assistant Chief ebenfalls die Beförderung vollumfänglich verdient hat und ich spreche da 100 Prozent auch für jeden Einzelnen, der hier gerade oben sitzt, inklusive der Tanaka und dessen Vertreter, meine vollste Empfehlung aus, denn das sind alles Top-Leute, denen ich 100 Prozent vertraue und ich danke mich auch beim Start San Andreas, dass Sie mir vertrauen, diese Aufgabe des Commissioners vorzuführen, beziehungsweise anzugehen. Wunderbar, alle Fragen des Observers. Wiesenews hatte auch noch eine abschließende Frage, Sie hatten auf Ihrer Internetseite eine Pressemitteilung ausgegeben, wo erwähnt wurde, dass es Probleme geben könnte im dienstlichen Ablauf, was für Probleme wären das zum Beispiel? Ja, das sind halt letztendlich Kinderkrankheiten, also es kann sein, dass eben diese Thematik, mit welches Department ist geöffnet, ist geschlossen, das sind in dem Fall so minimalistische Sachen. Im eigentlichen Polizeialltag kann ich Ihnen sagen, wir haben gestern Abend die Situation gehabt, dass es mehrere Schießereien gab und so und aus allen Bezirken wurde angefahren und das ist ein riesengroßer Vorteil, den wir jetzt in der Situation haben. Wir sind nicht mehr an einem Ort stationiert, sondern wir sind an mehreren Orten stationiert und das heißt, wir haben sozusagen eine Fangsituation, das heißt, aus allen Blickwinkeln kommen Streifenwagen angefahren, die stationiert sind, verteilt auf die ganze Insel, was dafür sorgt, dass wir schneller Einsätze anfangen können. Wir versuchen unser Bestes, wir versuchen das so gut, wie es geht, zu gewährleisten und hoffen, dass uns die Bevölkerung da das Vertrauen schenkt, dass das neue Konzept, welches wir an den Tag legen hier auch seinen effektiven Sinn hat. Effizienz und Effektivität ist nämlich hier für uns das Äußerste und das Wichtigste alle Fragen beantwortet. Vision Jungs hat auch keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Wunderbar. Gut, abschließend sei zu sagen, wir freuen uns sehr über die Zukunft. Wir wissen, dass wir sehr viel Arbeit noch vor uns haben, das weiß auch jeder Departmentleiter und wir freuen uns halt auch für die künftigen Police Officer und Anwärter, dass sie sich auf eine tolle Ausbildung freuen dürfen, auf eine tolle Zeit im Davis, im La Mesa del Perro und im Blank County Department sowie Mission Road Department und wir sind uns sicher, dass wir einen sehr, sehr interessanten Schritt für die Zukunft und für die Sicherheit des Staates San Andreas gelegt haben. Frau Marshall, möchten Sie noch was loswerden? Nein. Einer der Departmentleiter? 61 melde sich ab. Nein, danke, Sir. Meller? Nein, vielen Dank. Geller? Negativ. Nein. Check. In diesem Sinne danke ich Ihnen und ja, wir freuen uns sehr auf Ihre Berichte bezüglich der veränderten Presse, des Pressekodex innerhalb der Behörde würden wir dann in den kommenden Tagen, wenn sich alles hier eingependelt hat, also es muss ja auch erstmal die Departments, die Kollegen müssen sich alle zurechtfinden, es sind halt einige Kinderkrankheiten, die wir natürlich noch ausmerzen müssen, aber wenn die alle durch sind, dann wird es so sein, dass wir dann an die Presse treten, den internen Pressekodex überarbeiten, das Ziel ist, dass die Departmentleiter selbstständig Ihnen Auskunft über Situationen geben dürfen, die dann als Presse-Sprecher fungieren, die offizielle Seite des LSPDs wird aktiver dafür genutzt, also es sind schon Pläne in der Schublade. Klingt nach dem Schritt in die richtige Richtung. Ja, gerne. Alles klar, dann Mr., Ja, richtig. Genau. Von Wick? Bringen Sie die Damen und Herren da mal bitte raus. Ich hätte noch eine kurze Frage, könnten wir sonst noch einmal ein Gruppenfoto mit Ihnen machen? Ach so, klar. Klar, wir bleiben dann mal hier. Sollen wir das hier oben machen oder hätten Sie es gerne vor dem Department? Gerne einmal vor dem Podest. Sollen wir runterkommen? Ja. Ein Stück vor, genau. Moment, Frau Maschel, kommen Sie ein bisschen in die Mitte. Genau. Sorry. Es geht da, rücken Sie ein bisschen auf und es geht da auch. Das passt dann. Boom. Als wären Sie alte Presseprofis. Perfekt. Auf jeden Fall. Lächeln. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie herkommen konnten. Wir wünschen Ihnen noch, ah, sehen Sie, der alte Mann. Ich war doch mit dem Ruhestand, klar. Genau. Dann bringen Sie die Herrschaften einmal wieder nach vorne, ja? Alles klar. Und die Kollegen hier bleiben bitte hier. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gut. Herr Kukum, würden Sie den Herrn Naudo einmal reinbitten? Der soll bitte in der zweiten Reihe in der Mitte Platz nehmen. Oh Gott, kommt jetzt das Jungs in die Gericht? Runde ein? Genau, das ist jetzt die Premiere. So. Die Departmentleiter aus der Kukum bitte einmal oben hinsetzen. Frau Maschel, Sie können sich auch gerne hinsetzen. Oben auf die Tribüne. So, wir simulieren jetzt mal eine innere Vision. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Okay. Können Sie sich einmal bitte wecken, Herr Miller? Einfach hinsetzen, Frau Maschel. Ja. Schöne. Wunderbar. Ich bin so bequem, ehrlich gesagt, ja. Dann setz dich mal richtig hin. Ja, ich... Richtig anständig. Okay, dann, du weißt was? Kannst du auch einfach... Stell dich aber hier hin. Hey, ich setz mich aber hier hin. Okay. Komischerweise. Ja gut, ich komme ja auch aus El Perro, also da ist wärmer, deswegen... So. Herr Naudo und Herr Kukum, setzen Sie sich bitte mal in die Mitte. Herr Kukum, setzen Sie sich daneben. Gut. Herr Naudo, Sie haben heute das große Privileg, dass Sie praktisch eine kleine Premiere erleben. Das ist jetzt praktisch ein kleines Sample der innere Version, wie sie künftig laufen wird, ja. Es ist so, dass hier jetzt hochrangige Police Officer sitzen und wir werden jetzt Ihr Anliegen einmal hier abhandeln und Sie dann gleich mit Fragen löchern. Und Sie haben dann tatsächlich die Möglichkeit, sich dazu äußern und am Schluss wird sich dieses Gremium zurückziehen und sich über Ihre Konsequenz dann austauschen. Wir werden Ihnen auch gleich klimm und klar erstmal sagen, worum es geht. Der Herr Kukum wiederum ist zudem jetzt praktisch Ihr Departmentleiter, weil Herr Kukum in dem Fall involviert ist und somit kann Herr Kukum auch für Sie zum Beispiel sprechen und wenn das dann genehmigt wird, ja. Und Sie reden nur dann, wenn Ihnen das Wort erteilt wird. Haben Sie das so mit, Herr Kukum und Mr. Naudo? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Zu 31. Check. Warum sagen Sie Ihre PD-Nummer? Weil ich eine Frage habe. Ach so, dann stehen Sie bitte auf. Bin ich jetzt sozusagen hier im Amte des Fürsprechers für Herrn Naudo und nicht als Chief of Department, richtig? Sie sind, genau. Danke. Gut. Also, Möchten Sie sich dazu äußern? Ja, möchte ich gerne, Sir. Ich würde es Ihnen auch empfehlen, Herr Naudo. Herr Kukum, wer hat gesagt, dass Sie reden dürfen? Nehmen Sie das hier ernst. Gut. Dann, Herr Naudo, stehen Sie bitte auf und sagen Sie was zu den Vorwürfen. Hohes Gremium. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in einem Streifenwagen mit Herrn Rains über mögliche Einsätze gesprochen habe. Ich wüsste auch nicht, was ich Herrn Rains da für Einsätze erzählen soll, denn als ich gestern nach vier Tagen das erste Mal wieder in den Dienst kam, hatte ich andere Dinge im Sinn, als über mögliche Einsätze zu sprechen, von denen ich in den letzten Tagen gar keine Ahnung habe. Zudem möchte ich zu Protokoll geben. Es ist korrekt, dass ich Herrn Rains von diesem Department in einem Streifenwagen zum Mission Road Department überführt habe. Und es ist korrekt, dass ich während dieser Streifenfahrt telefoniert habe mit der Staatsanwaltschaft. Allerdings beinhaltet dieses Gespräch weder dienstliche Interna noch Informationen, die Herr Rains nicht bereits durch sein eigenes Wirken und Gespräch mit der Staatsanwaltschaft erlangt hat. Im Gegenteil, es untermauerte Mr. Rains Position, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn eingestellt habe und bekräftigte dies. Mit Herrn Rains führte ich des Weiteren während dieser Streifenfahrt ein einziges Gespräch und das ging mit dem Inhalt dazu, dass die ganze Sache, die Suspendierung seiner Person nichts Persönliches gegen ihn ist und er dies bitte auch nicht als Persönliches gegen ihn auffassen soll. Das waren meines Erachtens nach die einzigen Worte, die ich mit Herrn Rains während der gesamten Überführungsfahrt bis ich im Büro des Chief of Department Kokum Stand mit ihm gewechselt habe und es wäre mir gerade unter dem Gesichtsaspekt, was gestern sich im Büro zugetragen hat, jetzt doch sehr verwunderlich, wenn ich mich selber nicht mehr daran erinnern könnte, was ich gestern mit Herrn Rains gesprochen hätte. Ich danke Ihnen, Sir. Ich hätte eine weitere Frage dazu. Warum sollte sich Mr. Rains das aus den Fingers saugen? Er hat Ihren Namen explizit genannt. Das würde ich Ihnen am liebsten höchstpersönlich fragen. Das können Sie mir glauben. Ich sehe keinen Grund darin, weil wir auch gestern nach diesem Gespräch, wie Sie vielleicht wissen oder wie Herr Kokum auf jeden Fall weiß, auch eine Aussprache darüber geführt haben, dass wir an dieser Stelle vorab besser miteinander hätten sprechen sollen und das dann nicht zur verbalen Entgleisung des Mr. Rains im Büro des Herrn Kokum gekommen wäre, möglicherweise. Von daher, gestern Abend war die Sache für mich gegessen und ich sagte noch zu Herrn Rains Abschluss im Büro, dass er doch dann morgen die Sache hier aus der Welt schaffen soll und dass das schon alles wieder wird. Ich hätte eine weitere Frage an Sie. Erklären Sie mir die Definition der interne Regelung, die in der Dienstanweisung und des Gesetzes festgelegt ist. Sehr gerne, Sir. Dienstinterne sind nicht an unbeteiligte Dritte, sprich Personen außerhalb dieses Departments, weiterzugeben. Das Dienstinterne, diese Dienstinterne Regelung betrifft auch Kollegen, die temporär suspendiert sind, aus was für einem Grund auch immer. Sprich, alle im Dienst erlangten Informationen dürfen an diesen Kollegen nicht weitergetragen werden. Sie erwähnten eben Informationen über Einsätze, Sie erwähnten Informationen über aktuellen Stand zu Suspendierung und Co. Diese Informationen dürfen nicht an diese Person weitergetragen werden, bis auf den Fakt, ob die Person noch suspendiert ist oder nicht. Okay, also sagen Sie, darf ich als Police Officer, der einen gültigen Arbeitsvertrag hat mit dieser Behörde, zu einem suspendierten Police Officer gehen, der einen Arbeitsvertrag mit dieser Behörde hat, dann ihm intern ergeben oder ist dies rechtswidrig? Das ist rechtswidrig, meiner Meinung nach. Nach Ihrer Meinung nach oder ist das so? Mir wurde beigebracht, dass suspendierten Kollegen gar nichts zu sagen ist, bis auf den Stand, dass sie noch suspendiert sind. Herr Kucku, möchten Sie da was zu sagen? Negativ außer, dass ich das bestätige, dass das selbstverständlich dann verboten ist. Und mein Mandant, nenne ich es jetzt mal so, das auch so bestätigt hat, dass es ihm auch bewusst ist, dass es verboten ist. Und er beteuert auch weiterhin seine Unschuld. Ich hätte eine weitere Frage dann an Sie, Mr. Arnaudo. Würden Sie sagen, dass Mr. Reigns ein Problem mit Ihnen persönlich hat und ihn ganz reinwürgen wollen würde? Oder denken Sie, dass Sie vielleicht irgendwo was gesagt haben und gerade Ihnen das nicht einfallen würde? Das ist ja eine Differenz. Also wissen Sie, könnte es gewesen sein und Ihnen fällt das nicht mal ein? Ich kann Ihnen bei allem, was mir heilig ist, versprechen, dass ich mit Herrn Reigns im Auto auf dieser Beführungsfahrt kein einziges Wort über einen möglichen Einsatz verloren habe. Denn wie gesagt, ich war vier Tage selber nicht in dieser Behörde tätig. Und mir würde auch nicht einfallen, über welchen Einsatz ich da hätte sprechen sollen mit ihm. Und ich kann Ihnen auf jeden Fall beteuern, dass abseits des Telefonats und abseits des Gesprächs kein weiteres Gespräch mit anderem Inhalt zwischen Herrn Reigns und mir stattgefunden hat. Wären Sie damit einverstanden, wenn das LSPD zum Beispiel jetzt beschließen würde, Ihre Mobilfunkdaten auszulesen zwischen Ihnen und Mr. Reigns? Tun Sie das, sehr gerne. Die Frage ist, wären Sie damit einverstanden? Ja, auf jeden Fall. Bitte tun Sie das. Okay, check. Alles klar. An die Damen und Herren hinter mir, haben Sie Fragen? Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Dann treten Sie vor an den Pult, bitte. Selbstverständlich. Herr Arnau, du handelst dich ja scheinbar gerade um eine Streifenfahrt, wo das Ganze passiert sein soll. Wissen Sie noch, welche weiteren Kollegen da mit Ihnen und dem Herrn Reigns im Fahrzeug gesessen haben? Der Kommissioner, es handelt sich nicht um eine Streifenfahrt. Herr Reigns kam gestern hier in dieses Department, um seine Entsuspendierung oder ein Gespräch mit dem Kommissioner vorzunehmen. Er kam zivil, um das Gespräch mit diesem zu suchen. Der Kommissioner wies mich an, doch bitte den Herrn Reigns mitzunehmen in das Mischenlo-Police-Department. Und das tat ich auch. Ich im Dienst, Mr. Reigns nicht im Dienst. Wir befanden uns nicht auf einer Streife, sondern auf einer direkten Überführungsfahrt. Es saßen keine weiteren Personen in diesem Fahrzeug. Okay, alles klar. Keine weiteren Fragen? Gut. Hat sonst noch jemand von Ihnen eine Frage hier? Ich hatte noch eine, ja. Werden Sie bitte an den Pult? Aber die gilt eher an Sie, Kommissioner. Fragen Sie. Schön. Was genau ist denn der Inhalt des Vorausses von Herrn Reigns? Also welche interne soll Herr Naudo explizit herausgegeben haben? Das ist das, was wir versucht gerade zu ermitteln. Also konnte er denn explizit irgendwelche Inhalte von dem Einsatz? Es sollte über eine Einsatzlage gegangen sein. Ja, konnte er auch sagen, welchen Einsatz und sonst was? Oder hieß es nur, ja, Einsatzbericht ist. Soweit kam es gar nicht mehr. Okay. Dann keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Roskela? Miller? Die selbe Frage stellen wie Mr. Eskeda. Also ich habe noch meine Fragen erledigt. Gut. Herr Kukum. Jawohl. Ich möchte noch mal Stellung nehmen zu der Frage von Herrn Eskeda, von Chief of Department Eskeda. Ich hatte den Herrn Reigns in diesem Gespräch explizit gefragt. Das ist ja schon eine recht große Anschuldigung und da wäre es gut, schon genau zu sagen, worum es ging. Und ich hatte das Gefühl, in dem Gespräch wurde dann wieder dieser Antwort aus dem Wege gegangen. Also ich habe das Gefühl, es war einfach ein, ja, ich drücke denen jetzt was rein. So kam es mir vor. Denn Herr Reigns konnte es auch nicht explizit sagen. Er hatte viele Details, aber gerade so ein Detail, wo ein Interner ausgesprochen wurde, konnte er nicht nennen. Das wollte ich noch hinzufügen. Dankeschön. Alles klar. Dann ist das hiermit erstmal durch. Ich bitte Sie, Mr. Arnaudo, gemeinsam mit Mr. Jakob Kuhm, auf die von mir aus linke Seite des Gebäudes rauszugehen, sich auf die Bank zu setzen und zwar hier und zu warten. Wir rufen Sie dann wieder rein. Vielen Dank, Herr Erdner. Ich bin nicht euer, Erdner. Ich bin Ihr Commissioner. Gut, jetzt haben Sie ungefähr verstanden, wie so ein internes Verfahren läuft, ne? Also wenn jemand richtig Scheiße gebaut hat. Sehr guter Ablauf. Der Fall ist ja jetzt eigentlich relativ simpel. Ich bediere für Freispruch. Ja, das ist definitiv Freispruch. Also das ist Quatsch. Es geht nur darum, mal aufzuzeigen, wie eine innere Vision funktioniert und da ist es sehr wichtig, dass man die Wirkürlichkeit außer Angeln hebt, weil Sie sehen, Sie werden ja alle mit einbezogenen Fragen zu stellen und es sitzt noch unten jemand, der ihn praktisch verteidigt. Also damit Sie verstehen, wie die Systematik funktioniert, ja? Sind Sie damit happy? Absolut. Ja. Ein und frei. Frage? Sagen wir mal, das wird jetzt ein sehr kritischer Fall und wir brechen hinterher bei, ich nenne es jetzt einfach mal der Urteilswindung in eine rege Diskussion aus und werden uns nicht einig und sich da Gedanken gemacht. Dann vertragen wir die weitere Verhandlung. Danke, Frau Marsch. Dann wird das praktisch um einen Tag oder zwei Tage verschoben und wir gehen noch mal, indem wir alle darüber nachgedacht haben, noch mal in ein anderes Gespräch. Also ist das dann schon irgendwie Mehrheitsentscheid oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Sie müssen mich überzeugen. Okay. Genau. Aber ich lege ja sehr viel auf Ihr Wort und ich bin jemand, der lässt sich auch überzeugen, wenn Sie die richtige Wortwahl treffen und die Argumentation. Ja, vielen Dank. So, alles klar. Mr. Arnaudo, Mr. Kukum, kommen Sie wieder rein? Tschö. Sind die nicht rausgegangen? Wir sollten sich hier hinsetzen. Ich hoffe, wir sind nicht aus dem Gebäude gegangen. Wir sind aus dem Gebäude gegangen. Ich glaube es ja nicht. 4 0 4 10 20 der 0 5 2 2 2 2 1 30 für die 9 zu kommen. Kommissioner? Kommen Sie wieder rein? Kommen Sie wieder rein? 5 1 30 für die Leitsche willkommen. So, kurz vor dem Verständnis. Ich meinte, Sie sollten sich hier hinsetzen. Entschuldigung, falls ich mich falsch ausgedrückt habe. Wir haben draußen eine Bank gesucht. Ja, Sie sollten sich hier hinsetzen. Für die Zukunft. Sie sind doch hier nimmer für die Stimmte auszukommen. Nehmen Sie bitte da Platz, wo Sie vorhin saßen. Ja, also korrekt. Gut. Ja, im Foyer ist wohl eine Person, die jetzt das illegale... Scheiß Mikrofon. Also... Eugende Sache. Wir haben diesen Fall genutzt, um tatsächlich mal ein Beispielverfahren zu zeigen, ja. Ich bin nicht euer Herrn, ich bin Herr Kommissioner. Es geht darum, dass es eine innere Vision, das bedeutet, wenn etwas passiert, ja, dann sieht das genau so aus, wie es jetzt aussieht. Das war jetzt ein Fallbeispiel, ja. Und so können wir das tatsächlich mit einer gewissen Fairness aufarbeiten, weil tatsächlich hinter mir hochrangige Police Officer sitzen, die ihre Meinung dazu, die ihnen Fragen stellen können und so weiter. Und sie haben praktisch ihren Vorgesetzten dabei. Herr Kuckum ist es praktisch da, weil er dabei war, involviert war. Eigentlich müsste Herr Koskeler ja neben Ihnen sitzen. Ja, in dem Fall müsste ich eigentlich rein hypothetisch neben Ihnen sitzen, weil Sie als künftige Detective mir unterstellt sind. Overall, Mr. Naudo, Sie können wieder in den Dienst gehen. Ich würde da auf jeden Fall an Ihrer Stelle Schadensersatz einklagen, weil Sie wurden aufgrund seiner Aussage seiner Bezichtigung suspendiert. Ja. Aber in Zukunft bitte ich Sie, Herr Kuckum, diese Situation hier ernst zu nehmen. Die ist für die interne Ermittlung sehr, sehr wichtig. Ja? Dann sitzen Sie bald bei Herrn Naudo. Haben Sie das so verstanden, Herr Kuckum? Jawohl. Gut. Dann, Mr. Naudo, Sie können dann wieder Ihren Streifendienst auch nehmen. Jawohl, dann vielen Dank. Ich hätte noch vielleicht was, eine Frage. Ja, bitte. Das war jetzt hier so eine Art Test, denn ich habe Bedenken, was passiert, wenn jetzt hier ein Officer, ein Deputy, der sich irgendwie von jemandem angegangen fühlt, einfach hier sagen kann, der hat das und das gesagt und dann wird man erstmal suspendiert, wie wird, wie gehen wir da um in Zukunft? Genau, also passen Sie auf. Grundsätzlich sollten Sie das immer melden, wenn das passiert, ja? Aber aufgrund der Situation, dass ich gestern dabei war, wusste ich ja sowieso, dass Herr Naudo nur suspendiert wird, temporär, um die Situation zu klären und ich wieder heute da bin. Wenn ein Officer war, er muss schon explizit die Interna auch benennen, ja? Das heißt, er kann nicht sagen, Herr Naudo hat irgendwas erzählt, sondern er muss erklären, was er benannt hat. Ja, also also Herr Naudo ist da nicht in der Beweispflicht, sondern derjenige, der Herr Naudo praktisch ankackt. Okay, das ist, glaube ich, gut. Ja. Okay. Vielen Dank. Herr Naudo, möchten Sie noch was loswerden? Ich bin schockiert über das Vorgehen des ehemaligen Kollegen, aber ansonsten nichts. Nee, ich danke Ihnen. Wanden Sie wurden fair behandelt? Ihr jetzt? Ja, von den Kollegen nicht. Es geht nur um diese, wie Sie die innere Version empfinden. Das fand ich okay. Das kann ich Ihnen jederzeit wieder so ablehnen. Herr Kukum? Ich fand das sehr gut, ja. Nein, das finde ich im MRPD statt. Der Rollcall findet hier drin statt. Könnten Sie das bitte im Funk ergänzen? Einer von Ihnen. Nicht mehr im Missionary Department. Gut, dann bitte ich alle Vorgesetzten einmal auf eine Etage höher zu gehen und sich bitte in dem Commissioner Büro einzubefinden, da wir jetzt einmal kurz eine Besprechung machen und dann sind Sie bald erlöst. Herr Naudo, willkommen zurück. Dauern Sie dafür, dass wir Streifen auf die Straße kriegen und dass um 19.30 Uhr die Hütte hier gefüllt ist, ja? Jawohl, Sirben. Schön. So, wie fandet ihr diese innere Vision, Chat? Ganzes RP finde ich das ultra geil. Also, das macht ein geiles Feeling, oder? 518 mit einer Überführungsfahrt in GrapeCatSO. Schön. Oh, da knackst du das. 2 bei Walter, genau. Leute, danke für 2.274 Zuschauer. Ich sag's nochmal, wenn wir 7.000 Subs heute erreichen, gibt es morgen ebenfalls ein 12-Stunden-GDRP-Stream ab 13 Uhr. So. Schon mal kurz was zu trinken und dann geht's weiter. Bis so, wieder da, Chinas. bis dannunnitselfm und dann Shintermhips. Well. Ich sag's retail. Ich sag's centralized, bis dann großartig und dann korkkkkkkkkkkkkkkkkd, Bei mir läuft's, bis dann mal kurz reinlegenäl oder woher flach rein Informationen oder in europä jsut ihr? So. Vielen Dank. 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 Check. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Danke. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. Ich bin gerade 34 Streamer online und 368 Streamer, ähm, ja, Spieler. Und jetzt kommen Sie, jetzt kommen Sie, wo ich auf Toiletten bin. Ja. Aber schön, dass Sie da sind. Ich würde mich da noch machen. Gut. Bis dann. Nehmen Sie Platz. Puh. Marshall, haben Sie endlich Hummel im Intern? Einfach hinsetzen. Oh, ich komme in die Mitte. So. Es ist bequem hier, wirklich. Ich mag es hier. Ja. Was macht die denn immer? Warum steht die denn immer wieder auf? Es geht, dann setzen Sie sich hin, die Frau Maschi kann ja stehen bleiben. Ähm. Jawohl, gewissene. Okay. Wie geht's Ihnen allen? Super. Muss ich sagen. Wunderbärchen. Auch besser, wenn die ganze Verwaltungsarbeit durch ist. Ja. Mir würde es besser gehen, wenn wir bequeme Stühle hätten. Ein Stuhl fehlt, ne? Generell, bequeme Stühle fehlen. Also. Ich finde die heute alle echt nicht gut. Ja. Ähm. Wie haben Sie geschlafen? Blech. Gut. Was in meinem Department? Kurz, aber gut. Kurz. Haben Sie ein gutes Gefühl mit Ihrer neuen Position? Wie war die Frage? Haben Sie ein gutes Gefühl mit Ihrer neuen Position? Ich glaube, müsste ich mit Ja beantworten, ja. Das Erste, man wird die Zeit ja zeigen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Grundgefühl ist doch erstmal gut. Also ich fühle mich jetzt nicht schlecht damit, mit der Aufgabe. Ganz im Gegenteil. Ja. Ja, mit der Position besser auch, ja. Okay. Muss ich ja erstmal reinfinden. Haben Sie alle Departments fertig? Also haben Sie alle Spinde erledigt? Haben Sie alle Leute umgezogen? Haben Sie alle Marken neu ausgestellt? Negativ. Sind noch Spinde übrig? Na klar, weil Leute jetzt gestern bis jetzt nicht im Dienst waren. Da warten wir natürlich noch, bis das alles rübergenommen wird. Ich glaube aber, einige Departments haben auch schon von Ihren Officern die Sachen rüber geholt. Selber. Bei mir ist das komplett durch. Der Perro ist auch komplett durch. Ja, wir auch. Habt ihr alles abgeholt bei uns raus, oder? Ja. Ja, dann kontrollieren wir das und dann denken wir, sind wir auch fertig. Okay. Dann müssten die Marken noch ersetzt werden. Vergessen Sie das nicht, ne? Dass auf der Marke ja auch der Sektor steht. Wechselt eine Person, bekommen Sie eine neue Marke? Vielleicht dazu noch kurz, wenn ich darf. Keinen Vorschlag, sondern nur annehmen. Nein, es geht nur um den Ablauf von, wurde mir von Commander Tanaka, bzw. von Chief Tanaka zugetragen. Also die Marken einsammeln, sobald eingezogen, den Eintrag löschen und einen komplett neuen Antrag anlegen. Nicht bestehende Einträge bearbeiten. Neustempeln. Sondern wirklich neue Einträge anlegen. So mit. Check. Okay. Wir haben heute noch mal ein paar Sachen an der Dienstanweisung geändert. Die kann Frau Marshall ganz kurz einmal erklären. Wir haben hauptsächlich abgeändert, dass eben nicht mehr der Chief of Police, sondern entsprechender Commissioner, Deputy Commissioner, bzw. Chief of Department eben gewisse Entscheidungen fällen darf. Am besten einfach noch mal kurz drüber lesen. Genau. Dann haben wir den Watch Commander nochmal ein wenig näher beschrieben. Erklären Sie uns hier mal Frau Marshall nochmal. Also der Watch Commander kann tatsächlich schon ab Officer 1 genannt werden für den Abend. Der wird immer durch die Chief of Department eben bestimmt während dem Roll Call und ist dann neben der Leitstelle quasi mitverantwortlich. Der Watch Commander muss nicht zwangsläufig dauerhaft an der Leitstelle stehen, muss sich aber dauerhaft einen Überblick verschaffen über die Situation und kann Einsätze anfahren, kann dort eben schauen, dass alles läuft, muss nicht zwangsläufig die Einsatzleitung übernehmen, kann sie aber übernehmen natürlich. und er kann ebenfalls über Führungsfahrten machen, alleine als Einzelstreife, allerdings wirklich nur zwischen den Einsatzorten bzw. eben von Einsatzort wieder zurück in das entsprechende Department, in dem die Leitstelle stationiert ist. Ganz, ganz wichtig ist dann eben auch noch, dass der Watch Commander jeden Abend von Ihnen entsprechend gebrieft wird. Gibt es irgendwelche Einsatzlagen, die anstehen? Werden irgendwelche Einsätze geplant? Ist irgendwas sehr, sehr wichtig, was beachtet werden muss? Und eben, ja, alle alltäglichen Dinge, die für den Streifen am Abend relevant sind. Hab ich was vergessen? Komm schon mal? So, negativ. Herr Kokum, wie bestimmen wir den Watch Commander? Der Watch Commander wird bestimmt. Und ab Officer 1 kann der bestimmt werden. Von wem wird der bestimmt? Mr. Koskela? Gut, da bin ich überfragt. Frau Marschiller hat vor ein paar Sekunden sogar erklärt. Ich weiß. Also von uns während des Roll Calls. Check. Also der, der den Roll Call leitet, macht das oder? Der bestimmt den? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Wenn die Chief of Department in Absprache untereinander bestimmen einen Watch Commander. Wir haben doch einen Smartphone, richtig? Jawohl. Und was haben wir gestern in diesem Smartphone gemacht? Eine Gruppe gebildet. Jawohl. Diese Gruppe schreiben Sie rein untereinander. Die melden sich praktisch alle einmal an. Schön. Ja? Also Sie gehen jetzt... Ich habe alle Chiefs und Assistants, habe ich reingepackt mit Ihnen beiden. Genau. So, und Sie... Wer heißt die Gruppe, wenn ich fragen darf? COD, glaube ich. Dann muss ich, glaube ich, noch eingefügt werden. Easy. CODs. Das ist eigentlich noch diese Führungsgruppe? Ist die noch aktiv? Nein, das ist was anderes. Ignorieren Sie das. Passen Sie auf. Danke. So, wenn Sie in dieser COD-Gruppe sind, es ist wichtig, dass Sie sich einmal laut anmelden. Das heißt, wenn jetzt Herr Miller seinen Dienst antritt, Herr Kokum, Eskeda oder Koskela oder Herr Tanaka oder Frau Marshall oder meine Wenigkeit, so schreiben Sie dann PD99 oder Ihre PD-Nummer. Schreibt aktiv. Gehen Sie außer Dienst, schreiben Sie inaktiv. Ja, melden Sie sich dann ab. Damit jeder das einmal kurz weiß. Ich weiß, damit spammen Sie etwas da rein. Aber das ist ganz gut, weil die soll tatsächlich jeden Tag... Man sieht es auch am Leitsternblatt, ne? Davon ab. Aber es geht mir darum, Sie werden jeden Abend untereinander kommunizieren miteinander, wer der Watch-Command ist. Jeden Abend machen Sie das untereinander aus. Und gucken auch, dass er seinen Job richtig macht. Ja, das ist Ihre Aufgabe. Also der Watch-Command ist so ein wichtiger Posten und er muss funktionieren. Ja? Haben Sie das alle verstanden? Jawohl. Und das gilt ab jetzt, ne? Ab heute. So. Zudem wird bestimmt, welches Department die Leitstelle übernimmt. Ja? Der Watch-Command und die Leitstelle werden zusammen bestimmt. Jeden Abend. Ja, es ist dann auch wirklich wichtig, dass Watch-Command und Leitstelle natürlich auch wirklich miteinander kommunizieren. Da bitte die Kollegen auch entsprechend darauf sensibilisieren, weil es bringt nichts. Wenn die Leitstelle ihr eigenes Ding macht, der Watch-Command irgendwie sein eigenes Ding macht und nachher implodiert das LSPD. Genau. Frage? Bitte? Also ein Department hält dann auch den ganzen Abend lang die Leitstelle, ne? Genau. Und er gibt dann an die gleichen Kollegen außer im gleichen Department die Leitstelle. Ja, genau. Wenn dann, sagen wir mal, der Letzte aus dem Department da ist, muss er es an wen anderes übergeben? Das ist okay? Dann sollte er das tatsächlich an ein anderes Department übergeben, genau. Okay. Vielleicht habe ich ganz gerne bitte noch eine, wie soll man sagen, Maximaldauer für die jeweiligen Kollegen anschlagen würde. Ich meine, die man die Leitstelle am Stück haben sollte, weil... Das ist nicht mein Problem, das machen sie untereinander aus. Das machen wir ja. Ja. Das sieht schön selber aus. Genau. Aber da hatten wir immer so den Erfahrungswert von zwei Stunden. Wichtig ist, dass heute der Watch-Command, das muss bestimmt werden. Sie müssen der Sache 100% nachgehen. Das ist wegweisend für dieses Department. Also generell für unsere Departments. Gut, dann Thema Fahrzeuge. Wir müssen hier und da noch zwei, drei Fahrzeuge tauschen, weil wir gemerkt haben, in Davis haben wir zum Beispiel kaum Petrol-Units. Wir werden jedem von Ihnen, wir versuchen das zu bewerkstelligen, ein Führungsfahrzeug in Form eines Anmarkt-Fahrzeugs zur Verfügung stellen. Damit können Sie zum Beispiel Überführungsfahrten machen oder zur offiziellen Anliegen fahren, Staatsanwaltschaft und sonstiges, Pressetermine. Darf ich da eine ganz kurze Frage zu stellen? Gerne. Darf der Watch-Command dann auch dieses Anmarkt-Fahrzeug für seine Überführungsfahrten nutzen? Genau. Der Watch-Command darf wunderbar die Victor-Einheit benutzen, die wir haben. Dafür sind die nämlich jetzt da. Okay. Die mit der Ramba. Die Victor-Anmarkt-Fahrzeuge. Das sind die Fahrzeuge für den Watch-Command. Da hat auch jedes Department welche, ne? Ja. Das müsste eigentlich der Fall sein. Ja. Super. Ja. Ich würde da gerne gleich Fahrzeuge anbieten für den Markt, die wir übergeben könnten, weil wir haben mehr Fahrzeuge als Officer in der Periode. Okay. Herr Koskela, könnten Sie dann einmal bitte hier das handhaben, dass wir mehr Petrol-Units bekommen? Auch für Officer 1? Eine Info der... Ich könnte einen Victor 1 Scout abgeben, ja. Ein O2 und ein O1-Fahrzeug, ja. Dann würden auch noch O1-Fahrzeuge mehrere. Mission Row nimmt gerne an. Nee, Mission Row hat schon genügend. Gehen Sie mal raus aus dem Fenster. Wir haben nur Anmarkt-Fahrzeuge hier stehen. Wir haben keine Petrol-Units. Drei Markt-Units. Ja. Ja, Koskela machen wir dann später dann. Dann würden wir einen Anmarkt oder so noch. Ich schieße. Das Thema Fahrzeuge, da können wir gerade auch nochmal eingrätschen, dass wir das mit den Streifengebieten und Zuteilungen, wer fährt wann wo, nochmal geupdatet haben in der Dienstanweisung. Ach, sehr gut, ja. Und dann noch der Punkt 6 der internen Weiterbildungen. Also wir hatten ja vorhin besprochen, jeder O1 kann theoretisch einen Recruiten ausbilden, jeder O2 kann alles bis Officer 1 ausbilden, jeder O3 ist einschließlich O2. Ich sage, dass O3 da dann auch eben entsprechend innerhalb ihres TGs koordinieren, wie sie das Ganze machen. Für die Beförderung muss dann eben Fortbildung und Dienstzeit eingehalten werden. Mhm. Aber da vielleicht auch nochmal so ein bisschen Qualitätsmanagement-mäßig drüber gucken, wie machen die das, muss ich nochmal intervenieren. Und wenn sie dann sagen, okay, der O1, der kann, keine Ahnung, Verfolgung super erklären, dann können sie den natürlich darauf ansetzen, dass der da vielleicht auch, wenn er mal mit einem Recruiten unterwegs sein sollte und in Verlegenheit kommt, weil für das Mission Row PD vielleicht gerade ein Ausbilder fehlt, dass der da vielleicht den Input dann weitergeben kann. Und von den anderen Ringen her entsprechend von oben nach unten dann genauso. An Sie, Herr Kukum, insofern ein Recruit die Ausbildung besteht. Wo ist der Recruit, den Sie heute dabei hatten? Der ist beim McKinney. Malen Sie kurz, Walter Weiß, hallo. Hallo? Hallo, Herr Kommischner. Hier, 5,20 oder erst die 20? Ich wollte mich nur versichern, sind Sie jetzt 99 oder 90? 99. Okay, ich habe 90 verstanden im Fonds, gut. Nee, nee. Ich wollte mich nur absichern. Check, alles gut. 99, ist schon richtig. Gut, alles klar. Danke für die Info und Entschuldigung für die Störung. Alles gut. Bis dahin. So. Herr Kukum, noch eine Sache. Wenn ein Recruit die Ausbildung besteht oder Sie innerhalb Ihrer Behörde jemanden befördern wollen, dann kommen Sie bitte, also Sie können ihn ja befördern, aber kommen Sie mit der Person bitte einmal hierher. Ja, also wenn ein Recruit Bestand hat, sowieso, weil der wird ja uns übergeben, ja, der kommt dann hierher. Den stellen Sie uns persönlich vor, sagen seine Stärken und seine Schwächen, ja. Okay, der Umzug ist gerade schon im Gange, ich werde es aber berücksichtigen, ja. Wir werden uns noch vorstellen mit ihm, ja. Bevor wir ihm das Go geben, dass er herkommt, dann soll er sich einmal vorstellen, weil ich will wissen, also vor allem auch Herr Tanaka und Herr Kuskela sollen wissen, wer hier in dem Department arbeitet. Wir müssen auch wissen, welche Stärken er hat, damit wir hinterher wissen, wann wir ihn versetzen können in ein anderes Department. Ja, Jack, wir haben noch zwei, drei Offerliste, die auch die nächsten Tage befördert werden können, wenn sie bestehen, und dann werden wir es auf jeden Fall machen. Wie viele Leute haben Sie gerade bei sich in der Pipeline für künftige Rekruten? Für künftige? Über zehn. Okay, alles klar. Also es geht schnell weiter, schnell voran. Sie müssen sich halt vorstellen, wir haben so eine Rotation, das heißt, hier kommen Officer hin, die gehen dann zu Ihnen, dann kommen welche zu Herrn Kukum, also es gibt immer eine permanente Rotation, dass die auf die Departments aufgeteilt werden. Es kann sein, dass Departments jetzt gerade etwas, ich sag mal, noch ein bisschen transparent sind, aber bald sehr, sehr gefüllt werden. Gut. So. Sonst noch irgendwas? Von meiner Seite was nichts mehr. Geht da? 5,1,1,10,3,2,5,1,0. Die konnten uns sowas, das kommen wir alles, ja. Oder? Was kommt das? Ja, das kommen wir alles, ja? Die konnten uns sowas für Budget und sowas. Herr Kuskeda, haben Sie da was von Herrn Tanaka gehört? Ja. Es gibt Platzhalter-Kunden, aber mir nicht. Also machen die Frau Marshall und ich das gleich fertig. Die wurden vorbereitet, aber noch nicht verteilt. Ja, ich... Ich habe das auch die Frage noch wegen des Budgets, weil da ist auch noch kein Geld drauf. Ja, das können die Frau Marshall und ich im schlimmsten Fall nachher noch fertig machen. Da haben wir ja noch eine Woche Zeit, richtig? Das läuft ja ab nächsten Monat alles. Sie müssen jetzt schon Ihre Verträge aushandeln. Ist alles gekündigt. Aber für den ersten, ab dem ersten, sechsten. Aber Sie fangen jetzt schon an, Verträge auszuhandeln. Natürlich, natürlich. Wobei, dafür muss ja das Budget dann auch erstmal benannt werden, ne? Ja, ja. Also ich glaube, warten Sie, ich kann Ihnen sagen, ich habe hier einen Vorschlag. Die... Das LSPD hat 50.000 Dollar Budget insgesamt, ja? 50.000? 50.000. Viel? Das ist Haushaltsgeld, ne? Also vergessen Sie es nicht. Das ist Haushaltsgeld. Haushaltsgeld für alle, die... Okay, okay. Ja, ja. Das ist, ähm... So. Also teilen wir das einfach durch vier, oder? Genau, das wird von uns aus durch vier geteilt. Also. Müssen wir nicht durch fünf wegen dem Blaine County Office? Die sind tatsächlich da sogar raus, weil die haben, glaube ich, 25.000 Dollar. Ich muss mit Herrn Tanaka nochmal, der hat das ein bisschen unnötig hier aufgeschlüsselt. Weil ich habe ihm gesagt, er soll einfach nur einen Stichpunkt machen. Er hat mir wieder nach einem Roman geschrieben. Sie kennen ja Herrn Tanaka. Aber ach so, Vorschlag für Verteilung. Hier haben wir es, genau. Lamesa würde 26.250 Dollar bekommen. Mission Road 13.750 Dollar. Delpero 13.750 Dollar. Und Davis 21.250 Dollar. Jetzt ist die Liste aktuell. BCSO bekommt 25.000 Dollar. Lamesa. Reparatur und Wartung 10.000 Dollar. Lamesa und Davis werden wahrscheinlich die größten Materialschlachten haben. Des Weiteren müssten zum Beispiel auf Boote gewartet werden. Reinigung und Müllentsorgung 1250. Passen Sie auf. Herr Miller, schreiben Sie sich Folgendes auf. Reparatur und Wartung. 10.000 Dollar. Reinigung und Müllentsorgung. 1.250 Dollar. Wenn Erhöhung 2.000 Dollar. Kontaktieren Sie bitte auch die Müllunternehmen, dass sie das da bei Ihnen, den Müll auch abholen. Weitere Ausgaben 15.000 Dollar. Lamesa wird wahrscheinlich mehr Geld für Abschleppungen und Gutachten brauchen wie andere Departments. Des Weiteren sind die Spezialeinheiten, hier gegebenenfalls Lizenzkosten und so weiter. Also weitere Ausgaben sind Abschleppungen und so weiter. Gutachten. Gutachten laufen über Ihr Department, wenn jemand illegal tuning und so. Mission Row Department. Ausschreiben. Achso, die Gesamtkosten, Entschuldigung, Gesamtkosten belaufen sich bei 26.250 US-Dollar. Insofern die Reinigung teurer wird, würden wir auch noch ein bisschen was drauflegen, dann hätten Sie 27.000 Dollar. Okay? Habe ich so mit, ja. Mission Row. Reparatur und Wartung 5.000 Dollar. Reinigung und Müllentsorgung 1.250 Dollar. Wenn Erhöhung 2.000 Dollar. Weitere Ausgaben 7.500 US-Dollar. Gegebenenfalls Werbekosten. Routen, Werbung und so weiter schalten. Das ist ja auch Ihr Steckenpferd, Herr Kokum. Jawohl. Gesamt haben Sie 13.750 Dollar. Wenn Reinigung erhöht 14.500 Dollar. Dankeschön. Dann haben wir Delpero. Reparatur und Wartung 5.000 Dollar. Reinigung und Müllentsorgung 1.250 Dollar. Wenn Erhöhung 2.000 Dollar. Weitere Ausgaben 7.500 Dollar. Gegebenenfalls Werbekosten, PR-Kosten. Gesamt 13.750 Dollar. Wenn Reinigung erhöht wird 12.000 Dollar. Das ergibt keinen Sinn. Wenn Reinigung erhöht wird, wahrscheinlich 14.000 Dollar. Da hat sich Herr Tanaka verschieben. Ja? Und Davis, Herr Koskiller für Sie. Reparatur und Wartung 5.000 Dollar. Reinigung und Müllentsorgung 1.250 Dollar. Wenn Erhöhung 2.000 Dollar. Weitere Ausgaben 15.000 Dollar. Hier ist die Legal Division. Wir brauchen im Monat ca. 5.000 Dollar für Rechtsanliegen als Reserve. Entschädigungen. 21.250 Dollar im Gesamten bzw. 22.000 Dollar. Ja? Das ist die Budgetverteilung. Okay? So, und das wird auf Ihr Konto dann überwiesen. Die Frau Marshall und ich gehen das gleich durch und geben Ihnen die entsprechenden Rechte dafür. Okay, Sie können natürlich auch Gelder sparen. Das wissen Sie ja. Und ja. Sie sind am Ende des Monats verpflichtet, eine Bilanz abzugeben, die wir Sie ausgegeben haben. Das ist relativ einfach. Das können Sie im RDP machen. Und wenn Sie was Neues anschaffen, kommen Sie hierher in dieses Meeting und sagen, was Sie brauchen. Wir dokumentieren das. Frau Marshall, könnten Sie eine Bestellung rausschicken? Er fällt mir gerade ein, dass wir Chief of Department Jacken und Hemden kriegen. Jawohl. Ja, das ist noch offen. Am I Chief und am Assistant Chief Hemden? Genau, genau, genau. Wobei, der Assistant Chief, der eh nur Assistant Chief draufsteht. Achso, dann machen wir nur Chief of Department. Okay. Gut, dann haben wir das auch durch. Ich würde gerne morgen Abend, wenn Herr Tanaka da ist, das Ganze wiederholen. Nochmal ein Meeting, ja, weil wir müssen das jetzt erstmal diese Meetings ansetzen und regelmäßig machen. Um 19 Uhr. Haben Sie da alle Zeit? Ja, ich bin vermutlich morgen nicht zugegen. Ist Frau Kater, ist Kuriyama heute da? Kommt der? Ich habe bisher noch nichts von ihm gehört, nein. Okay. So. Gut. Alles klar. Eine Frage hätte ich noch, wo wir uns gerade in der Runde hier sind. Wir hatten gestern mal kurz abgesprochen, dass einheitlich der Status geändert wird. Sollen wir irgendwie ein buntes Durcheinander, wie sollen wir das Ganze benennen im Streifenblatt, also in dem Status? Verstehe ich nicht. Mein Vorschlag? COD. Welcher Status? Also im Endeffekt die Position. Das sollte man in meiner Meinung nach erkennen. Es gibt Chief of Department und, also es gibt den Commissioner, den Deputy Commissioner, Chief of Department und Assistant Chief of Department. Mir geht es nur darum, dass du vielleicht direkt die Örtlichkeit noch mit dazu schreibst. Chief Lamesa, Chief Delpero. Das sieht doch schon mit der 2 und 1 davor eigentlich. Ja, das machen sie ja gar nicht. Ja, dann einfach Chief of Department check. Ja. Eine Frage noch zum System. Von wem bekommen wir dann noch diese Rechte da? Welche Rechte brauchen Sie denn? Naja, generell die Chiefrechte dann in diesem System. Nein, keine Commanderrechte, keine Chiefrechte. Okay, dann die. Dann sind wir nochmal SKler, ne? Ja. 370. Haben Rechte. Was ist es? Ich glaube, du brauchst das auch noch, oder? Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon gemacht wurde. Moment. Ihr meint im Intranet, oder? Ja. Wir haben recht, ja. Milla. Milla hat die Richter schon. Boom, habe ich. Boom hat den falschen Rang. Der hat einen schiefer Police-Rang. Den brauche ich nicht. Kommanderrang wird umbenannt eigentlich. Wobei warten Sie mal eben. Doch, das müssen wir so machen. Geht ja da gar nicht anders. Okay, jetzt haben die Rechte. Gut, wir gehen zum Rollcall. Ich danke Ihnen. Ich möchte, dass Herr Miller einen Vortrag über den Watch Commander hält. Ich möchte, dass Herr Kokum einen Vortrag über die Änderung in der Dienstanweisung hält. Ich möchte, dass Herr Koskela generell mal liebe Worte an die Officer loslässt. Und es geht da. Sie sind ja so der Wohlfühlbär hier. Sie können ja mal alle motivieren. Ja, klärchen. Ich gehe nochmal kurz zum Bupro. Ja. Kommen Sie alle raus. Ich bin ja wohlfühlbär. Cool. Was ist irgendwie viel mehr so, wie sagt man Leute, Management inzwischen, ne? Aber ich finde, dass er gerne einen Vortrag gut machen. Ich bin jetzt nicht vorbereitet. Ja, mein Rollcall, vergessen Sie das nicht. Auch für Detectives. Der ist jetzt seit 4 Minuten um 30. Ach, um halb schon heute? Okay. Ja, ich muss mir das nachher mal mit den Rängen in Ruhe angucken. Komisch, ne? Bitte. Ich kann jetzt keinen super guten Vortrag. Sie sollen einfach ein paar Worte loslassen. Okay, okay, mache ich. Das schaffe ich. So. Von der Ausbildung her. Alle von der Ausbildung, Sie stellen sich bitte da drüben rechts an die Wand. Und alle Kollegen, die nicht in der Ausbildung sind, stellen sich bitte hinter mich an die Wand. Da, wo die Kollegen stehen. Wechseln Sie das. Der Kollege hier vorne, haben Sie nicht zugehört? Sie sollen rechts an die Wand. Rekrut von der Ausbildung. Leck mir mal. Kokon? Das war ein Zap. Eine ihrer Mitarbeiter. Die Leute in ihrem Ausbilderhemd. Rüber. Ihr einmal rüber auf die andere Seite. Eastwood. Eastwood. Ey, Eastwood. Die Dame vom BCSO, könnten Sie sich bitte einmal richtig hinsetzen? Sie kippen. Dame damit, danke. Natürlich, komm, Maschine. Wir haben da hinten noch einen Sitzplatz, da können Sie sich hinsetzen und hier vorne ist noch ein Sitzplatz frei. Ja, das gleich. So. Ich fange erst an, wenn der Herr auf seinem Platz steht. So, hier ist noch ein Sitzplatz frei und da hinten. Wunderbar. Setzen Sie sich. So, hier vorne. Der, wir setzen sich hin. Jawohl. Super. Ja, dann geht's erst los. Wir haben alle Zeit der Welt. Der ist safe auf Toilette oder sowas gegangen. Der ist ja eingepennt da, oder? Was ist mit dem? Das gibt's doch nicht. Super Personal haben Sie ja. Guck, guck. Nee, das ist Sheriff Office. Komm, Commissioner, bitte, ja? Sheriff Office. An die Kollegen vom Sheriff Office, wissen Sie, ob Herr Kowalski auch in den Dienst kommt? So, nicht bekannt. Sie wissen es nicht, oder ist es nicht bekannt? Wissen wir gerade nicht. Ist nicht bekannt. Okay. Aber wenn Sie nachher nochmal anrufen, wenn wir am Computer sind, können wir nachgucken, weil Herr Kowalski seine Arbeitszeiten eingetragen hat. Ah, okay, okay. Treffen Sie dem mal eine, damit er wach wird. Nein, nicht machen. Lieber nicht. Meine Güte, das gibt's doch jetzt nicht. Komm schon, vielleicht holen Sie mal das M-D-Rett. Ah, ein Lebenszeichen, meine Damen und Herren. So. Arnaudo, könnten Sie bitte Manspeeding beenden und sich richtig hinsetzen? Ich rieche den Fischgeruch bis hierhin. Dann riechen Sie sich mehr als mich selbst, ja? Oh. Alles klar, ist das so, Arnaudo? Bestimmt, Sir. Okay. So, der Kollege ist auf Toilette gegangen. Ja, ich komme sofort wieder. Machen Sie mal Platz. Jawohl. Also, ich habe ein paar Minuten persönlich ausgedrückt. Ja, ich habe ein paar Minuten persönlich ausgedrückt. Ich habe ein paar Minuten 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 ausgedrückt. Vielen Dank. Tschüss. Mikro, Dankeschön. Eine Info von der Info-Inforeitstelle. Das Feuerdepartment macht in der nächsten halben Stunde eine Übung mit einem Helikopterabsturz. Diesbezüglich soll die Meldung ignorieren. Gut, alles klar. Gut, dann er vollzählig. Ist der Kollege inzwischen aufgetaucht? Nee. Negativ, weiterhin auf Toilette. Na gut, dann warten wir noch kurz. Wie geht's Ihnen allen? Wie ist es? Wie ist das Befinden? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hervorragend. Sehr nett an die Kollegen, die fragen, wie es mir geht. Haben Sie sich jetzt schon eingefunden in Ihren Departments? Jawohl, so. Ja, so. Perfekt. Wir fangen einfach mal an. Sie können ihn ja nachbriefen. Also, liebe Kollegen des LSPD, des BCSO, ich sage einfach mal des SAPDs. Willkommen zum Rollcall, heute um 19.40 Uhr vorgezogen, am Montag, den 22. Mai 2023. Ich hoffe, ja, Sie sind in den Tag gewappnet, denn ab heute gilt praktisch ganz offiziell die LSPD-Struktur 2.0. Wir haben Ihre Departments bekommen, Ihre Sachen wurden bereits umgezogen und die Änderungen sind alle jetzt aktiv. Ja, falls Sie das noch nicht mitbekommen haben, lehnen Sie bitte nochmal die Dienstanweisung durch. Die wichtigsten Änderungen sind rot markiert. Und da gab es in den letzten fünf Stunden nochmal eine Aktualisierung. Die Frau Marschall wird Ihnen das gleich nochmal genauer definiert erklären. Ja, in dem Fall wird die Frau Marschall als Deputy Commissioner mal nach vorne treten und Ihnen erstmal die Änderungen in der Dienstanweisung mit auf den Weg geben. Selbstverständlich. Nicht lieber als das, Herr Reis. Von meiner Seite auch einen schönen guten Abend. Und wie gesagt, Dienstanweisung wurde teilweise ein wenig angepasst, gerade an den Punkten, wo es eben darum ging, dass der Chief of Police Berechtigungen hat. Das haben wir jetzt eben entsprechend auf den Chief of Department bzw. Commissioner bzw. Deputy Commissioner angepasst. Da dann einfach gerne nochmal drüber lesen. Dann haben wir den Watch-Command nochmal spezifiziert, würde ich behaupten, ein bisschen näher beschrieben. Das wird der Herr Miller später aber nochmal Ihnen ausführen und detailliert an die Hand geben, was es damit alles auf sich hat. Dann haben wir noch angepasst den Punkt bezüglich der Streifenfahrten. Da dann bitte auch einfach nochmal selbstständig reinlesen. Kann generell nicht schaden, wenn Sie da regelmäßig einmal reingucken, das Wissen nochmal ein bisschen auffrischen und gut gewappnet für den Dienst sind. Dankeschön. Herr Müller. So, wunderschönen guten Abend allerseits. Betreffende Änderung des Watch-Commanders. Watch-Commander kann ab sofort jeder Officer ab dem Rang Officer 1 werden. Klären Sie aber jetzt mal, was das ist. Fangen Sie mal von vorne an. Im Endeffekt, als Watch-Commander ist Ihre Aufgabe, der Leitstelle zuzuarbeiten bzw. die Leitstelle bei der Disposition der Streifen zu unterstützen. Das heißt, Sie sind den Großteil Ihrer Zeit bei der Leitstelle, unterstützen entsprechend die Leitstelle in der Disposition der Einheiten. Geben beispielsweise auch Empfehlungen, wo Einheiten gerade gebraucht werden können, welche Einheiten gerade in der Nähe sind. Im Endeffekt haben Sie immer das Dive-Tracking offen. Sie sollten zu jeder Zeit wissen, wo sind die Einheiten, welche Einheiten sind gerade gebunden, welche Einheiten können potenziell freigemacht werden. Denken Sie an die Situation von einer 1010. Das ist eine Einheit, die gerade eine 1026 macht und in der Nähe einer anderen Einheit ist, die eine 1010 benötigt. Kann diese potenziell freigemacht werden, um die 1010 anzufahren. Letztendlich sehen Sie den Watch-Commander als eine Position an, die sich idealerweise auf lange Sicht selbst abschafft, weil sie alle dann so fit sind in der Leitstellendisposition, dass wir den Watch-Commander nicht mehr brauchen. Ich denke, bis dahin ist es ein gewisser Weg, den wir zurücklegen müssen, aber so viel zur Position des Watch-Commanders. Des Weiteren ist Ihre Aufgabe außerdem, zu Einsatzszenarien anzufahren, aber lediglich für diese Einsätze. Sie benutzen die an jedem Department abgestellten Victor-Einheiten dafür, Anmarkt-Victor-Einheiten, überlegen zu Einsatzorten, verschaffen sich dort einen Überblick, müssen nicht zwingend die Einsatzleitung übernehmen, können das aber zu. Und des Weiteren unterstützen Sie dort natürlich auch dann die Leitstelle, indem Sie sich auch einen Überblick verschaffen, welche Einheiten noch aktiv bei den Einsätzen gebunden sind und welche wieder freigemacht werden. Denn auch da behalten Sie sich mit der Kopf, Sie müssen weiterhin den Überblick haben über die Streifen. Das ist eine Aufgabe, die sehr viel Verantwortung mit sich bringt, an der Sie aber auch sehr hervorragend wachsen können, auch was Ihre, sage ich mal, operativen Fähigkeiten angeht, Ihre Dispositionsfähigkeiten und eben auch Ihre Delegierungsfähigkeiten. Kommission, war Ihnen das ausführlich genug zum Watch-Commander? Wie kann ich denn Watch-Commander werden? Sie werden nicht Watch-Commander, sondern werden vom, sag ich mal, Gremium der Chief of Departments jeden Abend zum Rollcall hin bestimmt. Es wird ein Watch-Commander festgelegt, der idealerweise dann auch mit der Leitstelle zusammen, beziehungsweise zwingend mit der Leitstelle zusammen Stellung bezieht, stationär. Fällt es dann auch so, dass der Watch-Commander so lange sein Amt inne hat, wie er im Dienst verbleibt? Eine treffende Übergabe, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, den hatten wir, glaube ich, so per se nicht besprochen, wie das mit der Übergabe dann läuft. Bestimmt der Watch-Commander dann den Nachfolger oder wie? Korrekt. Soll das am besten Handhaben, komm ich schon. Korrekt. Gut. Also dann bestimmen Sie als aktiver Watch-Commander, wenn Sie außer Dienst gehen oder planen, außer Dienst zu gehen, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin und briefen diese Person auch umfangreich. Im Zweifelsfall auch über die Ereignisse des Abends, wenn der Kollege oder die Kollegin noch nicht so lange im Dienst ist. Das ist dann Ihre Verantwortung, den nachfolgenden Watch-Commander ausführlich genug zu briefen, dass dieser seine Arbeit für den Rest des Abends ohne Probleme fortführen kann. Die Dauer des Watch-Commanders, beziehungsweise die Zeit, in dieser Position besetzt sein soll, läuft von 20 bis 24 Uhr, also die gesamte Primetime durch, um einen reibungslosen Ablauf vor allem jetzt mit den verschiedenen Departments gewährleisten zu können. Wen würden Sie denn heute Abend als Watch-Commander bestimmen? Das ist eine wunderbare Frage. Ich würde tatsächlich in der ersten Mai... Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Wer würde sich das dann selber zutrauen? Herr Naudo? Okay. Als Einziger? Noch mal eine kleine Anmerkung, ab jetzt ist es ab O1. Kurz Break, kurz Break. Das F hat einen Hubschrauberabstürz. Ja, es gibt eine Übung gerade. Anrufe, die Sie das wirklich ignorieren. Kontaktieren die uns, damit wir da helfen? Also in der Übung, aber dann sollten die das vorher mit uns absprechen, weil... Es hieß, wir sollen die Anrufe diesbezüglich ignorieren. Ja, die haben auf der Info angerufen, das hatte ich auch durchgegeben am Funk vorhin. Das soll ignoriert werden, die machen eine eigenständige Übung unter sich. Sollen die uns doch nur einfach so tun, als ob sie anrufen. Egal. Ja, vielleicht ist so ein Zivilist, der gerade anruft. Kann auch sein. No Break, das ist keine Übung, es ist ein wirklicher Absturz. Da ist jetzt gerade ein Helikopter abgestürzt. Wollen Sie mich verarschen? Ja, es ist gerade ein Helikopter abgestürzt. Das ist bei Übungen, was ich gelaufen, oder? Ja, gehen Sie hin, Sie kennen sich damit aus, schnell! Ja gut, wir schicken jetzt sofort jemanden. Okay. Dann beenden wir das ganz kurz hier. Ja, wir. Die Dame mit dem blauen Haar. Wie ist Ihr Name? Petition 22 Hope. Fragen. Auf jetzt noch zu. Frau Hope, Sie sind heute an der Watch Commander. Haben Sie Ihre Aufgaben verstanden? Ja. Gut. Herr Naudo, Sie sind die Leitstelle. Sie werden Frau Hope unterstützen. Hier in Davis. Der Rest, Zweierstreifen besetzen, der Watch Commander, hören Sie auf den Funk, auch auf die Leitstelle und fahren Sie diesen Helikopterabsturz an. Alle Einheiten dort unmittelbar hin. Alles sofort aufsetzen. Die Verarschung ist so, als ob da jetzt wirklich ein Helikopter abgestürzt ist. Das ist vielleicht bei der Übung, was Sie für laufen. Das wäre tatsächlich wild. Aber nicht unmöglich, ne? Kennen wir ja bei den Übungen. Übungen, Herr Kopfabstürze, da kennt das für die sich aus. Komm mal runter. Darf ich kurz? Bitte. Komm mal runter. Es gab ja von Ihnen die Regelung, wer das Einsatzrechtsmodul nicht nachholt, Innendienst pflichtig jetzt ist. Ja. Seit eigentlich Mittwoch. Ja. Ich hätte jetzt heute noch vier Officer nachgezogen. Soll ich die jetzt heute trotzdem nachziehen oder sollen wir jetzt die Übung anfangen und das die Tage irgendwann nachholen, weil ich habe gesamt zwölf Officer auf der Liste. Boah. Ja, Break. Warten Sie es ab. Check. Also von auch welche entschuldigt sind, weil sie M die Vorfälle haben. Ja, machen Sie das, wiederholen Sie das die Tage. Ist das okay? Weil wir brauchen gerade die Einheiten, dass Sie motiviert sind, die einzelnen Departments zu füllen. Nein, ist alles in Ordnung. Ich habe die Liste da und ich ziehe die einfach gerade Stück für Stück und dann stehe ich nicht welche bei. Immer so wild. Ja, check. Alles klar. Gut, ich danke Ihnen. Ja, Sir? Danke. Ich habe sogar, ich musste so lachen. Kleiner Drecksack. Man wollte so gekündigt werden. Du hast aber echt drauf angelegt, ne? Alter, ich habe mich bepiss vor lachen. Ich rede aber noch damit auch, dass das nicht ganz so. Was ist denn da? Komisch, ne? Ja, bitte. Herr Othway, ich möchte Ihnen zu Ihrer Rechten, meiner Linken, das ist Herr Othway, klarstellen. Willkommen. Er hat seine Prüfung soeben bestanden. Wir haben nur noch über die ein, zwei Sachen gesprochen, die passiert sind. Genau. Dann möchte ich Ihnen den Herrn Othway schon mal vorstellen und gleich holen wir die Sachen und bringen alles rüber. Ja, herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Dämmungsdepartement dann. Danke sehr. Danke sehr. Der Herr Kukum ergibt Ihnen auch das Office-Hemd. Ja. Und dann werden Sie ein Spintier zugeteilt. Hat er schon. Schon? Okay. Dann ist das ab sofort Ihr Zuhause. Super. Herr Othway, wie gesagt, es ist jetzt erstmal das Ziel wahr, natürlich Officer zu werden und jetzt wird geguckt, gefestigt und geguckt auch in welche Richtung, was ihm liegt, wo die Lichter hingeht. Das ist noch nicht vor, also er hat noch keine Vorstellung. Check. Okay. Alles klar. Ziehen Sie erstmal durch, ja? Ja. Marsch, marsch. Dann, wo sind wir? PD3, 27 für die Leitstuhl kommen. Oh, jetzt zeigen Sie mal, wie es läuft. Mit der Frau Hope zusammen. Ja, ja, Sie kommen. Sie haben die Einsatzleitung als Ranghöchster Officer vor Ort kommen. Ich, wo? Ich bin in PD, ich weiß nicht was los. Komm. Komm. Check. Trennung. 488 für die Leitstuhl, PD, komm. Sie haben die Einsatzleitung als Ranghöchster vor Ort kommen. Hallo, Ma'am. Kann man Ihnen helfen? Ich wollte nur fragen, ist das jetzt nicht schon so richtig in Betrieb? Ja, richtig. Das steht ja auf der Schausch. Ja, da habe ich noch nicht geschaut. Ich wollte nur fragen, wäre das vielleicht möglich mit den privaten Autos, dass sie vielleicht nicht voll auf dem Parkplatz oder auf dem Parkstreifen am Center parken, weil wir hatten echt Probleme, vorhin auch eine Spende anzunehmen mit dem Foodtruck, weil da alles voller privater Autos steht. Es gibt ja genug Parkmöglichkeiten in der Umgebung. Die sollen eigentlich im Davis-Department hier parken, die Kollegen. Aber der Arnaudo, der weiß da Bescheid und die Frau Hope, die kümmern sich um das Anliegen. Richtig, Herr Arnaudo? Ja, natürlich, Sir. Gut, Frau Marshall, wir gucken uns mal das an, was da gerade im Funk geklärt wurde. Ja. Wir sind vom Social Center, richtig? Genau. Ja, dann auf eine gute Nachbarschaft, ne? Ja, ich freue mich sehr. Wir sind immer hier herzlich willkommen, ja, wenn wir Ihnen irgendwie helfen können, wenn Sie Probleme haben, kommen Sie vorbei. Eine Frage der 558, dann kann ich den Parkranger informieren. Ja, danke. Müller, unterstützen Sie den Herrn Arnaudo und die Frau Hope, ja, dass das richtig funktioniert alles. Zum Negativ. Die können ja sowieso nichts machen. E-Mail habe ich gerade verschickt, wegen den Hemden. Ich habe jetzt zehnmal für Herren, zehnmal für Damen, jeweils lange am Kurzarm und diese ausgehende Form mit dem weißen Hand schon bestellt. Okay, was wir jetzt noch brauchen, ist tatsächlich nur noch die Konten, das Geld verteilen, dann sind wir durch. Ja. Und dann können wir ja dauerhaft Fliege theoretisch einrichten, oder? Ja. Ich stecke in keinen Helikopter weiter. Äh, ja, check die PDI-99 und die PDI-66 fliegen mit dem Overwatch an. Ich fliege doch, ich fliege in keinen Helikopter weiter. Ich stecke in keinen Helikopter weiter, ich bin abgestürzt. Ja, aber der Kokomo ist abgestürzt, ich nicht. Ich stürze niemals ab. Wenn dann sterben wir zusammen und niemand kriegt das Erbe. Was für ein Erbe, das kriegt eh keiner. Komm jetzt. Ich habe keinen Test haben. Mach jetzt, mach jetzt, mach jetzt das Tor auf. AL für Kitte-Tor kommt. Hört sich. MPU in Überlegung, selbst auf die Mereswärtsabstecken kommt. Wenn nicht nachher heulen die sich so scheiße Helikopter setzen, dann bist du schuld. Bisse nicht. Es ist bei den besten Piloten und den besten Fahrer der Stadt im Auto. Oh mein Gott. Walter, wir werden abstürzen, wenn du sowas sagst, bist du doof? Check. Oh mein Gott, da ist der Latine. Nein, das ist eine Ampel. Oh mein Gott, Hanni ist dagegen. Walter. Halt die Klappe jetzt. Das Auto kommt zurück, wohin? Zu Davis, weil Schiefkarre? Keine Ahnung. Genau, Hanni, super. Super, cool. Oh mein Gott. Oh, 2-2 für die PD-Leitstelle, komm. Jetzt komm. Aber Wohnungs-Einbruch-Alarm in Westfutschi-Kanälen anfangen, Finten kommt gleich noch dazu, komm. Oh, der Watch-Commander, er funktioniert, ich glaub's nicht. Endlich. Ich hoffe, das gut macht Beförderung. Ja, ihr habt abgestürzte Heli meldet, es gibt keinen abgestürzten Heli, das FG hat sich intern selber... Amen. Gibt der Einsatz, das ist damit Code 4 und beendet, alle Einheit. Komm, Hanni, komm, komm, komm. Nein, nein, oh mein Gott. Check. Trennung 417 vielleicht schlimm. Ach du Scheiße. Nicht denn ernst, das ist nicht der, oh mein Gott. Wohnungs-Alarm, wenn es Putschi-Kanäle anfahren, U22, ihre Zehn-Zegen kommt. Schlag ein in den Fettsack. Hast du die Tür abgeschlossen? Nein, es gibt keinen abgestürzten Helikopter. Ja, aber wir müssen den Wohnungseinbruch hier mit dem Dings... Nein, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will das... Was ist das denn jetzt für ein Knopf hier, der rote? Nein, hör auf, drück den nicht. Da steht Engine Off. Was heißt das? Das ist Deutsch. Drück da nicht. Das ist Deutsch. Was heißt das? Was heißt denn Engine Off? Das versteh nicht. Mach's jetzt nicht. Oh mein Gott, kannst du normal fliegen? Warte mal, jetzt guck mal da unten, ob du das siehst. Ja, ist ja Häuser, was soll ich da sehen, Mann? Ob da Gangster sind, die irgendwas hier klauen? Oh mein Gott, oh mein Gott, bleib in der Luft, Alter, ich kann das nicht, wirklich nicht. Ich sehe ihn, Mann, du, wirklich. Wir können wieder gehen, hier ist nichts, wirklich. Warte mal jetzt. Ich geh raus hier. Wollen wir aber kurz die Augen, schwarz hier. Oh mein Gott. Guck mal, jetzt siehst du was? Du bist nicht... Ja, hier, break, 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 die PT 99, ich habe zwei Tatverdächtige, die hier unten bei Wohnungseinbruch sind drei Tatverdächtige, die laufen jetzt in die Westpucci-Kanäle. Wir brauchen dringend eine C10, dringend, die laufen jetzt in die Kanäle, wir können die leider nicht so lange verfolgen. Wir brauchen in Richtung Süden, in den ersten Hauptteilen von Lidl-Toll-Kommens. Hier ist wohl 1440. Wir brauchen eine zweite Einheit. Richtung Südwest für die Brücke mittig der Kanäle. Sag mal, kommt doch noch jemand von euch oder was los? Es sind drei Schreifen auf dem Weg. Ja, check. Wir sind im mittleren Block in den Kanälen. Alles zumachen, dann zufassen, was sie können. Und jetzt zur mittleren Brücke hinterm VPD befinden sich auf der mittleren Insel. Genau unter Mauerwatch. Ich weiß, nase Hände walte, ich kann das nicht. Jetzt mach hier, konzentriere dich jetzt. Und wir konzentrieren uns auf dem mit dem Dunklen. Wir konzentrieren uns auf dem vor uns, ja? Ja, check. Ende. Wir denken auch, warum fliegt den Rettungshubschrauber rum? Gern 1630, nördlich, Schrottplatz, Sandy Shots. Check. So, die Einheit, die gerade anfährt, genau unter uns, in dem Komplex, ist die Person. Die sind alle noch da drin, oder nicht? Nee, 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 einer ist gerade Richtung Dings gelaufen. Jetzt links, fahren Sie links rein. Und jetzt fahren Sie, das ist rechts. Ach so, jetzt fahren Sie rückwärts. So, links die Gebäude von Ihnen. Da muss die Person sein, die kann sein, dass sie sich unterstellt. Dunkles Top, beige Hose. Oh, da hinten redet der andere. Wo ist da hinten? Ey, die Streife, die auf der Hauptstraße ist jetzt rechts von Ihnen, ist auch einer, ist fußläufig unterwegs, am Kanadenglang. Ja, check, wir haben ihn gerade gesehen. Leck, wir marsch. Das war ein Zapp. Black Valley Down Kappa. Oh, wir hätten mal tanken gehen sollen, wir haben nicht genug Sprit. Oh mein Gott. Alter, hör auf. Oh mein Gott. An die beiden Kollegen, die Detectives, gegenüber von Ihnen. Genau, in die Richtung. In die Richtung, das ist richtig. Williams, genau unter dem Ohrroch, in dem Komplex, muss die Person sein. Check. An die Kollegen, die auf der anderen Seite, haben Sie den Tatverdächtigen gestellt? Ja, hier, die PD90, ich sehe den Tatverdächtigen jetzt, äh, Williams, durch. Der läuft jetzt hinter das bischen Gebäude. Gerade hinter dem Gebäude ist er, genau hinter dem Gebäude. Ganz am, am Kanal, an der Kanalseite. Nein, sieht auf und zu weit. Ja, jetzt, richtig. Er befindet sich genau unter dem Overwatch. 4-2-2-10-3-C-SF. Haben Sie ihn? TV gestellt. Check. Klicken wir nach links, vielleicht sehen wir den anderen da auch noch. 4-2-2-10-2-C-SF. Mission Lordει anfahren, einen Rekruten rauslassen, Leitstrip-ID Ende. A-2-Aktiv Richtung Mission Lordει. Da glaube ich, was Helles. Ja, ja. 437, jetzt wechselt auf die 412, ist da aktiv. Ein Fahrzeug? Ja. Aber weiter. Ich glaube, der hat nichts damit zu tun. 503, 1030, kriege ich Mietfahrt. Schön. Wir haben den nicht gefunden, ne? Nein. Ja, den Overwatch, wir haben hier irgendwann noch einen zweiten Tatverdächtigen. Der hat ein helles Telling-Torps, weiß und eine beige Hose an. Haben wir so mit von oben aktuell keine Sichtung, haben den ganzen Block abgeflogen. Eventuell hat der sich noch anderweitig auf den Start machen können. Ja, oder er versteckt sich in einem Gebüsch. Haben Sie alternativ die Gebüsche hier in dem Bereich alle mal abgesucht? Ja, check. Wir haben schon die Büsche abgesucht. Wir schauen jetzt noch auf der anderen Seite. Komm. Ja, check. Zum Mitleistelle haben wir noch eine weitere 1010, die hier bei der Suche am Viskutschik mal helfen könnte. Positiv. Ja, das haben wir verloren. Dann können wir jetzt ganz schnell wieder zurückfliegen und wieder Boden unter die Füße fliegen, oder? Hier, so letztendlich, mit der Information für alle Nordsteiger, sammeln Sie sich einmal vor dem Sendy-Shot, ist auf 6.9L. Hier, so letztendlich. Oh mein Gott. Was denn? Nichts, Walter, nichts. Kannst du ein bisschen höher fliegen, bitte? Nee, so sehe ich aber nichts. Du sollst auch nichts sehen, du sollst einfach nur sicher fliegen. Oh mein Gott. Ich bin ja sehr motiviert von einem Kollegen. Oh mein Gott, ich sehe wieder Boden. Bitte einfach nur noch richtig landen und nicht noch abschließen. Bitte, 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 Walter, bitte. Check. Oh mein Gott. Ja. Oh, Suse. Aber wir müssen die Konten machen. Ich brauche das Ding hier. Boah, nee, ey. Ich habe gerne einen Sturzflug geübt. Ich bin scheiße, ey. Ich kann dir mal zeigen, wie sich ein Sturzflug anfühlt. Ich muss noch Hände wachen, ich bin ein bisschen klatschen. Ja. Ich bin sicher, dass der 4133 wieder mit einer Wahrführungsfahrt zum MAP. Check. Fino 2, 10, 20 MD. Check. Alles gut bei Ihnen? Ja, alles super. Vielen Dank. Bei Ihnen? Ja, erinnert mich ein bisschen. Wir hatten drei Tatverdächtige, haben nur einen erwischt. Ja, ich war leider da in Sandy gerade mit einer Sheriff-Streife. Wegen des Helikopterabsturzes, der keiner war. Ja, nervt mich ein bisschen, dieser Fake-Anruf. Ja, finde ich auch. Das hat uns alles jetzt rausgelockt nach oben. Da passiert natürlich so eine Scheiße. Fino 2, 10, 30 MD. Check. Gut. Guten Tag, Commissioner. Hallo, wie geht's Ihnen? Oh, mir geht's ganz gut. Den Umständen entsprechend gut. Wie geht's der Frau? Ist schon mittlerweile wieder zu Hause. Also war da ein Steckschuss an der Schulter, Durchschuss im Arm. Ist ja nicht super toll gelaufen, aber ich sag mal, hier geht's auch ganz gut. Sie hat sich auch heute entlassen, ist auch gestern alles repariert worden und gut gelaufen. Und ja, ist okay. Okay, alles klar. Dann richten Sie Ihre gute Besserung aus. Mache, ich gebe hier nochmal weiter. Geben wir mal schon, dann machen wir uns wieder auf den Weg, ja? Ja, schönen Abend noch. Geben so. So, die Konten erstellen wir bei der Bank, oder? Die Konten sind ja theoretisch schon erstellt, aber wenn wir die umbenennen, dann machen wir das am ATM, ja. Ja, dann fangen wir kurz dahin. Dann fangen wir zur Staatsbank, also zur PSB, das sicher. Es sind gerade hier. 37 Streamer online, Leute. Und 445 Spieler. Sie sagen, gucken gerade fast 4000 Leute. Sie streamen sich auf Lucky 5. Pockers. Weil Sie es nicht gesehen haben, wir haben heute... Dann fragen wir noch eine Idee, ne? Ja. Wir haben heute was angekündigt auf dem YouTube-Kanal von Lucky5.de und zwar den Lucky5-Firefighter-Trailer. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt gerne gucken auf Lucky5.de. Jetzt müsste der Watchman eigentlich kommen. Dann gehen Sie in die Kanäle ein. Wir sind in die Kanäle ein. Äh, Großgrad. Nichts, merke ich nicht. Wieder abgefogen Richtung Westen. Wir fahren jetzt genau auf der Vergangenheit. Die Person fährt einmal die Vergangenheit vorbei. Die Transkronomenade fahren. 4-1 Uhr fahren sie ebenfalls an. Malz! Oh mein Gott! Sichtkontakt auf der Abfahrt vom Peropier verloren ist jetzt hier irgendwo in der Nähe der Phantomnade oder des großen Parkplatz. War eine männliche Person auf einem trauen Roller mit einem weißen Text an der Beeschen langen, großen, sowie auffälligen... Eine letzte Fahrtrichtung bei der Sichtung? Eine Person vor wieder vom Peropier herunter auf die Strandnade, Höhe Just Right. Das war eigentlich hinter uns. Ja, ich habe gedacht, wenn er mit dem Roller Vollgrau skippt, kommt er uns hier... So ein scheiß Roller ist halt gar nicht mehr langsam. Check. 4-1-6 hat den Parkplatz unter dem Peropier, die gecheckt dort ist. Ja, fangen wir zum PSB. Nachfrage, da ist 22, befindet sich eine Streifen in der Nähe, die ein Tatserwichtiger aufnehmen kann. Jetzt sollte der Watch Commander greifen. Nachfrage, der 1-2-6. Ja, die Leitstuhl hakt ein, die 4-1-2 wäre in ihrer Nähe, komm. Das soll nicht Arnaudo machen, das soll der Watch Commander machen. 4-1-2-6, komm. 4-1-2-6, komm. Du kannst ja nicht funktionieren, wenn Arnaudo so einnimmt. Wir haben unsere Positionen und haben mit dem Tatserwichtingang kommen. Ja, check. 10-40. Ruf den Arnaudo mal an und sagt, dass er die Frau Hope da ein bisschen pushen soll. Dass er sich ein bisschen zurückhält und die Hauptsache übernimmt. Ja. Arnaudo, am besten ein bisschen zurücknehmen und die Frau Hope ein bisschen machen lassen, dass er sich da ein bisschen reinfindet, ja? Perfekt, danke schön. Super, danke. Ciao. Müsste sich jetzt auch aktuell entweder noch auf dem 4 befinden, Höhe Wurstpunkte oder in der Nähe an der Strandpromenade. Die 4-1-7, check von Ulgampier. Hast du die PSB reingehauen jetzt, Navi? Achso, ne. Ich dachte, du weißt nicht. Ja. Eine Frage der PD-Leitstelle. Ist hier irgendjemand im Innendienst in Davis etc. zum Einteilen bereit? Sofort bitte melden. 1-17 Punkt, check. Check. 4-1-2-10-20, Sitzverschuldung. 1-17 für die PD-Leitstelle. Ja. 1-17 hört. Komm her. Sind Sie Einteil bereit, komm? Ja, so positiv, gerade auf dem Weg zur Leitstelle komm. Ja, check. Die Leitstelle endet. 4-1-6 wechselt auf Strandbargina-Bereichsverhandlung entlang der Strandpromenade. Check. Ah. Ah. Okay. Mhm. Ich glaube, die Departmentkontos. Ja. Aber das Problem ist, wir haben das Andreas-Poliz-Überschusskonto. Dann haben wir das Behördenkonto. Wir haben das Glossander-Poliz-Department-Department-Konto, Platzhalter-Department-Konto, Department-Konto, Department-Konto. Ich nehme an... Die Platzhalter sind, glaube ich, die für die einzelnen Departments. Die wurden, glaube ich, noch nicht benannt. Ja, aber hier gibt es schon ein Departement-Konto. Was ist denn das? Ja, das ist das aktuelle Departement-Konto, weil wir hatten ja ein einziges bisher, wo der Staat uns quasi generell unser Budget drauf gepackt hat, von dem alles abging. Aber dieses eine Departement-Konto wird ja jetzt quasi gesplittet in die Einzelnen. Ich verstehe das so, dass ein Konto davon das Departement-Departement ist, weil wir haben das Überschuss-Konto, das Behörden-Konto, das Departement-Konto, das Departement-Konto, das Departement-Konto. Das heißt, vier Departements. Dann wird es wahrscheinlich so sein, ja. Ich kann ja mal gucken, was da... Ihr Status kommt? Ja, naja, das ist genau. Das hier ist Davis, ja. Da sehe ich ja Tanaka hat da Kontroll-Sachen von gemacht. Ja, genau. Und das Behörden-Konto, das dürfte ja wahrscheinlich das sein, wo auch die Tankkarten drüber laufen, richtig? Ja. Ja, dann passt es. Oh nein. Oh Gott, ich habe gerade auf... Ich dachte, ich habe gerade auf Konto löschen gedrückt. Oh Gott, mein Herz kurz. Davor kannst du mir das Geld auch einfach überweisen, damit kannst du löschen, was du möchtest. Strampagy hat den Bereich unter dem Bier geprüft, soweit clear. Check, Trennung, PD 1, 38, für die Leitstuhl PD kommen. Inwiefern halten Sie... Gut, Hanni, pass auf, ich sage dir jetzt... Ja. Kannst du Überweisungen durchführen, ne? Äh, ja, kann ich. Gut, Moment. Also, ich sage dir jetzt... Warte, 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 PD. Das heißt, ich muss vom aktuellen Behördenkonto ausüberweisen, richtig? Du musst vom... ...abbrechen und aktiv gehen, Leitstuhl PD endet. Nee. Doch, das ist richtig. Ja, ja, das, das, genau. Das Gehaltskonto wieder drin. Das ist mit den 238.000 von denen, was ich vorgeweisen habe. Oder warte, 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 warte. Nee, das ist, warte mal, ganz kurz. Nee, das ist das Gehaltskonto, genau. So, wir haben nämlich unten... Aber wo ist denn unser Budget dann? Warte mal ganz kurz. Also, Davis, Lamesa. Davis hat sein Geld. Aber woher hat Herr Tanaka das Geld her? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, wir hatten ohnehin ein Departementkonto. Weil das Gehaltskonto, das lief separat. Und das Departementkonto, da sind ohnehin unsere laufenden Fixkosten von weggegangen. Also, das war generell immer unser Budgetkonto. Ja, ja. Aber guck mal, wir haben das... Hast du das Konto... Geh mal an den Automaten. Guck mal. Ich bin am Automaten, ja. Guck mal oben rechts, wo 238.000 Dollar drauf ist. Das ist das Gehaltskonto, oder? Genau. Das Gehaltskonto und da gehen auch unsere Tankkosten weg und alles. Ja, aber das ist das Konto. Das können wir ja mal ganz kurz prüfen. So. Ich glaube tatsächlich auch, dass es immer so gewesen ist, dass der Staat uns quasi auf unser Departementkonto dann immer die monatliche Zahlung geschickt hat. Also, die haben nicht wir von irgendeinem anderen Konto quasi dorthin überwiesen, sondern es kamen immer vom Stab direkt aus, die Fördergelder. 412 für die PD-Leitstelle, komm. Kannst du mich mal? Ja, ja, warte mal kurz. Das ist alles ein bisschen... 412 für die PD-Leitstelle, komm. 412, hört, komm. Ihr Status, komm. 412, jetzt 1050, Teteropädie, Abhandlung einer Person, komm. Ja, check. Das ergibt keinen Sinn. Am Buggy wechselt auf die 416, 416 aktiv. Wieso? Weil hier fehlt ein Konto. 436 über Führungsfahrt Mischmopeditum. Dieser Funk. Machen wir den Funk hinten aus, ich kann mich nicht konzentrieren. Was fehlt denn? Check. Du musst ihn aufpassen. So. Pass auf. Also, wir haben ja jetzt das LSPD, ja? Ja. Da haben wir das Überschusskonto. Genau, da hat Tanaka quasi jeden Monat alles, was übrig geblieben ist. Ja, das lassen wir mal in Ruhe. So, das spielt keine Rolle. Behördenkonto ist für Gehälter, nehme ich an, richtig? Gehälter und Tanken. Gut, das ist irrelevant. Das Konto ist für uns irrelevant. So, hier oben beiden. So, dann haben wir das Behördenkonto Davis, La Mesa, Delpero, Mission Row und das Departmentkonto BCSO. Richtig. So, aber wo ist das Geld, was wir monatlich kriegen für Haushalt? Das überweist der Staat bisher immer auf dieses Konto, was aktuell Davis zugeordnet ist. Weil das war immer unser Behördenkonto. Wir hatten immer eine und die anderen drei kommen jetzt quasi dazu. Jetzt ist halt die Frage, stellt der Staat uns diese Gesamtsumme einmal im Monat zur Verfügung und wir müssen das aufteilen? Oder macht der Staat selbstständig diese Überweisungen auf die Entsprechung? Nein, wir müssen es aufteilen. Okay. Aber dann hat der Tandaka ein Konto vergessen, richtig? Dann fehlt ein Konto, der Staat uns eben unsere monatlichen Budgets drauf überweist, dass wir die dann verwalten können von da aus. Also auf das Konto nenne ich dann LSPD-Verteilerkonto, okay? Ja. So, dann brauchen wir ein Konto noch, das kannst du anlegen, das ist dann das LSPD-Behördenkonto und das ist für Davis. Aber Davis haben wir ja. Nein, 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 nein. Das würde ich nämlich nicht machen, weil das Davis ist... Davis ist was? Ich würde jetzt nur ein neues anlegen als Verteilerkonto. Nein, 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 warte, 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 pass auf. Ja. Wir kommen gleich durcheinander. Also, das ehemalige Davis, was ich jetzt wieder umbenannt habe, das heißt jetzt LSPD-Verteilerkonto, das ist ja das Konto, wo der Staat, also Mofag, uns jeden Monat Haushaltsgeld drauf überweist. Jetzt machen wir ein Konto, das heißt, alle Departments haben 0 Dollar, auch Davis. Ja. Und das Verteilerkonto heißt Verteilerkonto, weil von diesem Konto gehen die Gelder auf die einzelnen Departments. Okay. Ja? Also, ein Konto musst du noch anlegen, das heißt LSPD-Behördenkonto, Davis. Und dann überweisen wir vom Verteilerkonto auf die Departments. Sag dir, wie viel, ja? Warte, warte, warte. Wir haben viel zu wenig Geld. Wir haben auch nur noch acht Tage in diesem Monat, Walter. Ja. Und eigentlich ist es ja so geplant, dass die Budgets erst am 1.6. den Leuten zur Verfügung stehen. Deswegen eigentlich, würde ich fast sagen, brauchen wir jetzt gar nichts mehr aufteilen, weil das den Rest des Monats ohnehin über dieses eine Konto läuft. Oder wir geben jedem Department einfach 5.000 Dollar erstmal, dass sie dann damit irgendwas machen können, was sie wollen. Das können wir auch gerne machen. Ja, weil das ist ja scheißegal. Dann überweise ich jetzt an jedes Konto 5.000. Hast du das Davis-Konto erstellt? Ja. Warte mal, ich guck mal. Ja, perfekt. Ja, okay. Ja. Außer Blaine County, die haben ja Geld, ne? Ja. So, wunderbar. Haushalt zählt Mai 20. Ernst. Tanaka wird sich freuen. Leute, der Tanaka darf aber nicht immer alles verwalten. Das müssen wir machen. Nicht immer Tanaka wird sich freuen. Außer machen wir gerade nichts falsch. Das ist ja absolut richtig. Das ist ja jetzt mal ein 20. Ich verstehe jetzt nicht, warum Tanaka das nicht richtig finden sollte. Wir werden gerade angefangen heute. Ja. Die PD99 hört kommen. Sind Sie doch in einem Streifenwagen verfügbar? Äh, gerade, äh, temporär in der PSB gebunden. Brauchen Sie eine Unterstützung für einen Einsatz kommen? Positiv. Wäre gut kommen. Ja, kurzes Briefing per Draht, bitte. PD99 Ende. U22 1020, Davis PD. Ja, bitte. Ja, Jack, wir machen uns auf den Weg. Danke Ihnen. Gerne. Also was machen wir denn gerade falsch? Um sollte Tanaka sich nicht freuen. Okay, auf dem Verteilerkonto sind es quasi noch 6500. Alle anderen haben die 4000. Und das Blaine County ist ja eh... Alles du mir in Gefangtun, mach mal das Verteilerkonto komplett leer und tu das aufs Überschusskonto. Weil dann ist das Konto auf 0. Dann ist das Konto auf 0. Das Verteilerkonto. Und wenn da jetzt neues Geld kommt, ab dem ersten wissen wir Bescheid. Überschuss, Mai, 2023. 414 1020. 414 1020. Stehst du, was ich meine? Ja, ja. Dann haben wir einmal so ein... Das herab dem ersten quasi neu anfangen... Genau, genau. Wunderbar. 436 H10 1020. Wir müssen kurz 10 zuerst am Funk wieder an. Check. PD 66 und PD995. Nein, der Tanaka hat gestern zu weiß gesagt, er hat alle Verträge gekündigt. Check. Wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass der Staat rechtzeitig überweist, dann könnten wir die Daueraufträge gleich noch erstellen. Mit den Budgetverteilungen, weißt du? Dann müssen wir das irgendwann mal nur inmachen. Machen wir gleich auch noch fertig. Mhm. Sie sehen hier in den Vespucci-Kanälen auf der nordöstlichen Insel befindet sich ein Gebäude, das hat gute Einbarung. Ich habe dort Bewegung gesehen. Sie müssen einmal zu dem Gebäude ran. Ja, so gut es geht. Der klettert durch die Bau. Rechts bin ich zum BPD. Ja, das sind wir, Hanni. Ja. Ja, den suchen wir auch die ganze Zeit. Das ist der von vorhin, ne? Ja, sag mal, dass wir ein paar Klicks entfernt sind. Ja, die sind vielleicht Schlücke, die kommen. Warum macht der Arnauto schon wieder? Ich raff's nicht. Weiß ich nicht. Fahren Sie das Teki-Lala an auf der gegenüberliegenden Seite ist eine Person zivil überfallen worden von zwei Tätern, Täter und Flüchtlinge in einem blauen Fahrzeug geleitenden Zahnung entkommen. Ja, check. 10 für Teki-Lala kommt. Check. Ende. Leitstelle für 325 kommt. Was sagen Sie? Funken Sie mal Davis an, wo wir hin sollen. Wie viele Teki-Lala noch für die Fahndung nach der Person kommt? Ja. Was dann daher kommt? Die 1.07 könnte anfangen zur Fahndung. Räuchten die aktuellen 10.20? Check, wir befinden uns auf der nordästlichen Insel bei Sputsche-Kanäle. Da die Täter jetzt hier zweimal innerhalb weniger Minuten aufgetaucht, sie würde gerne hier einen Perimeter umstellen. Dementsprechend bräuchte ich zwei Eier an den vier Ecken, damit wir das umstellen können. Dann würde ich das einmal systematisch durchkämen, damit wir den rauskriegen. Ja, check. Von Ihrer Beschreibung her könnte es tatsächlich auch als Personen zutreffen, die wir vorhin gewichtet haben, die flüchtig waren nach dem Wohnungseinbruch. Check, du mit 325 Ende. Ist das die Einheit hinter uns? Das dürfte Davis sein. Dann soll er den Perimeter aufbauen und ich dann nicht stehen bleiben. Er fährt auch gerade schon zurück. Was ist das jetzt die letzte Sichtung? Hier irgendwo. Check. Check. Ja, mit zwei Streifen kommen wir halt echt nicht weit. Ich möchte noch ein bis zwei Streifen in Richtung des Kutsch-Kanäle, dass die Perimeter aufdrehen können und die Zone durchkämmen können. Mich ärgert ein bisschen, dass die das alle nicht raffen, was sie machen sollen. Dass keiner diesen Watch-Command versteht. Kann doch nicht so schwer sein. Also mehr als vorbeten können wir es halt nicht. Ist doch nicht so schwer, das zu verstehen. Eigentlich nicht, ne? Leck mir mal. Ja, Watch-Command, warum musst du den anfunken? Die müssen das doch selbstständig machen. 437 HC für die Vita-Stelle kommt. 10.3 437 HC für die Vita-Stelle kommt. 437 HC für die Vita-Stelle kommt. 437 HC für die Vita-Stelle kommt. Ja, Live-Strekking ist stets falsch drin. Einmal West-Futti-Kanäle anfahren und die S07 unterstützen, komm. Das hat die 436 HC für die Vita-Stelle mitkommen. Ja, check. Trennung für die Vita-Stelle, wenn die Vita-Stelle kommt. Ja, check. Sie bekommen jetzt den Sehen, komm. Ja, check. Wenn du möchtest noch eine weitere Organisier-Sonne, komm. Ja, check. Hat auch kein kleines Gebiet, so die scheiß Kanäle, ne? Ja. Rutsch-Komm, wenn du den Nr.D. 5-4 wieder aufkrieg die 66 für die Rutsch-Kämmerin, komm. Ja, komm. Aktuell keine C&T, komm. Ja, check. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. das live tracking sie ist dass wir hier haben wir haben dem police buffalo und den stx ja ich würde jetzt sagen positionieren sich da ist die position ist da da das soll der watch command machen aber naja so erwartungen Schussgefahren, FendiASO. Schatzweir, zieh schwanken. Fahrt nach Tulip. Fährt Richtung Palito. Sollen wir hier ab rechts und in den Norden fahren? Nö, nö. Nö. Nö, negativ, soweit war das vermutlich ein Drive-by, soweit ist die Situation noch etwas unbeholfen, aber unter Kontrolle. Ja, checken Sie mal, ob Ihnen entgegenkommt. Kurzer Hinweis, eine Bewaffnung ist höchste Vorsicht. Wie bitte? Wie bitte? Ja, Davis hat hier eigentlich Unterstützung angefordert. Ich habe da nur eingegrittet, weil der Watch-Commander einfach nichts macht so. Da ist irgendwie eine Person, beige Klamotten unterwegs. Ja, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Ah, er hat ihn, ihr könnt abbrechen. Perfekt. Gerne, ciao. Das wirkt echt anders, die Watch-Commander kommt. Herzen kommen. Rücken Sie ab, in West-Buschi-Kanalien bleiben Sie aktiv. Kommt. Check, herzen kommen. Check. Ende. 436. Aktiv Richtung Mission-Polize-Partner. Check. Dann lassen wir mal ganz kurz zu einem ATM kriegen. Aber kannst du den Dauerauftrag überhaupt machen, wenn da gar kein Geld auf dem Konto ist? Ja, du kannst ihn ja einrichten. Ja. Da muss man halt wirklich nur gucken, dass der Status gewährleisten kann, dass am ersten wirklich auf das Geld raus ist und die Zahlungen dann auch abbringen können. Ja. Hört Sie, kommen Sie? Ihr Status, vor Ort kommt. Aktuell noch 10.30 in die kommt. Ja, check. Frieder ist erlendet. 518, 10.20, Ortseingang, Ostseite. So. So, warte, ich packe hinten, sonst müssen wir ja mit einem guten Beispiel vorangehen. Da liegt ein Fahrrad, ich gucke mal, ob ich vorbeikomme. Ja. Viel zu 2 aktiv. Check. Jetzt muss ich 10.30, es hat Siegzeit stattdessen. Check. 417 meldet den Überfall beim Tiki-Lala als Code 4 unbeendet und es aktiv Richtung Davis-P. Check. Frage der 392 in den Funk wurde vorhin eine Verfolgung mit einem schwarzen Zuhleber vorgleich beendet. Also hast du die Zahlen irgendwo bei dir wie die Bitsche? Ja, 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 ja. So, dann wie die. Das heißt aber, wir gehen immer vom Verteilerkonto aus. Start mit Lamesa. Dauerauftrag. Neue Kontonummer. So. Du musst erst die Kontonummer aufschreiben, ne? Ne, die hab ich schon. Die hab ich mir hier rausgeschrieben. Ich brauch nur den Betrag für Lamesa. 26.250 US-Dollar. So, monatlich. 26.250 US-Dollar bekommt Lamesa. Die erste Ausführung ist dann am 1. Juni. 414 bedeutet eine Sitzungspfad zum Lamesa-PD. Uhrzeit. Ist eigentlich egal. Machen wir 0 Uhr. Uhrzeit ist egal. Ja. Immer pro Monat durch. Das geht maximal 6 Monate. Das heißt 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und Dezember die letzte. Dauerauftrag erstellen. Dann muss ich wieder zurück. Konto ausführen. Dann geht es weiter mit Delpero. Delpero 13.000. Warte, warte, warte. Dauerauftrag erstellen. Konto Nummer 13.000. Siebenhundertfünfzig. Siebenhundertfünfzig. Ja. Haushaltsgeld. Demfest monatlich. Wird das erste Mal gemacht. 1. Juni. Letzter Mal. Das ist der Zwölfte. 0 Uhr. Auftrag erstellen. Dann machen wir als nächstes Davis. 21.000. 250. 21.250. Quantenummer. Verwendung Haushaltsgeld. Monat nicht. Erstes Mal erst der 6. Uhrzeit. 0,0. Letzter Ausführung. 10, 20. Wie du mir nimmst? Check. Ist das hier auch wieder? Was fehlt? Der Perro, ne? Der Perro hatten wir. Jetzt kommt noch Michelin. Ja. 13.750. 13.750. Haushaltsgeld. Haushaltsgeld. Monat. Dann. 422. 1020. Der Perro, pidi. Und löst sich auf. Check. Ja. Ist uns drinnen. Ja. Eine Information. Alle Strafgebiete werden hier sofort aufgelöst. Ende. 417, 1020. Selber SPD und löst sich auf. Check. So. 305. Oh Gott, das wäre ein. Sind Sie Honey Muge? Ich bin Honey Master. Ja. Honey Muge? Nee. 354 meldet sich ab. Nee. Sind Sie Heslon? Hey. Haben Sie... Also, Bickel Gambi ist kein Heslon. Hey. Ich dachte, mein dich. Kann man Ihnen helfen, wie in zwei? Wie geht's? Nee, wir wollten nur... Also, naja, nicht wir, aber also... Lass mal schlicht es weiter, dass der Herr sich hier nicht von uns beobachtet fühlt. Oh ja, Entschuldigung. Wie ist denn der Pin? Also... Ja, ist allein. Sagt man doch nicht. Ja, stimmt. Wir wollten einfach mal Hallo sagen. Ja. Die gute Bürger. Sind die Bürger? Hey, wie läuft's bei Ihnen? Wie geht's Ihnen? Wo geht's Harald Ecker? Na, gute Frage eigentlich, ne? Wie lange nicht mal gesehen. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Gute Frage eigentlich. Ja, gute Frage. Wie läuft's bei Alice Taxi? Super. Ja? Sehr gut. Die Flaute wieder vorbei. Welche? Die letzte? Nö. Moment, war die überhaupt immer vorbei oder... Nee. ... seit zwei Jahren? Nee, nee. Ja, ja. Ah. Die geht... Na, seit zwei Jahren nicht, nee. Aber schon gut lange auf jeden Fall. Okay. Wobei, es sind halt so Phasen, ne? Keine Ahnung. Ja. Na gut, das hat man ja überall irgendwie, ne? Ja. War das mehr los, man nicht so. Ja. Ja. Gut, kann man Ihnen sonst noch helfen? Nee, eigentlich wollte ich nur aus Klo gehen. Ja, dann viel Erfolg, ne? Ja, dann viel Erfolg, ne? Was denkst du, um wie viel Dollar wollen wir wetten, dass der Tanaka was beanstanden hat, weil wir das gemacht haben? Boah. Boah. Das Problem ist... Wollte man auch mal bedenken, dass wir das halt auch mit so managen, ne? Ich glaube, Herr Tanaka ist zu höflich, das zu sagen. Ja, aber... Zeugenaussagen auch in dem... Oh, wo willst du denn? In's Department? Yes. Ja, check. Vereilung. Ende. Wir sind gerade auf dem Server, Casual. Gut, 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 gut. Ich bin auch noch mal da. Noch fünf Stündchen. Ja, irgendjemand muss ja das Geld verdienen, ne? Ja, ich muss mir noch was jetzt im LSPD-System aktualisieren, weil ich hab davon was eingestellt, womit ich nicht zufrieden bin. Aktualisiere ich jetzt noch und dann... Machst du noch eine Tour de Turf, oder? Nee, ich hab gar nicht nahe getan, weil ich im Gespräch war. Ist ja ungewohnt für mich, so zum Department zu fahren. Ja, hast du ständig. Ah, fast wieder 500 Spieler, krass. Ich musste vorhin auch was mal überlegen, wo ich eigentlich hin muss. Und im Navigationssystem ist was hinterlegt, das musst du mal raus machen. Ja, ich glaube, die Bank dürfte das noch sein. Leck mir am Arsch. Das war ein Zapp. Weiter, immer weiter. Ich kann mal einen Energydrink reinkoffern. Ah, ich wollte eigentlich noch tanken gehen. Scheiße. Ja, bitte. Also, wir haben den halt nur von oben gesehen gehabt. Der hatte auch ein beiges Oberteil an. Die Frau Nukas, glaube ich, war ihm hinterher, wenn ich es richtig weiß. Die könnte ihn vielleicht gesehen haben, weil die hatten kurzzeitig Sichtung aufdrehen. Ich habe irgendwie ein Gefühl, das kracht heute noch. Ja, deswegen schnell weg mit mir. Ja gut, du bist unterwegs, das sagt schon alles. Weil ich falle echt, ich bin gerade komplett lost. So, sammeln und auf zur Strawberry Tankstelle. Ja, aber das ist halt echt so ein Ding, ne? Wenn man so einen neuen Ausgangspunkt hat, muss man sich irgendwie komplett neu orientieren. Ja, klar. Herr Kokom. Komisch, ich habe eine Frage. Wir werden hier Verbandskästen geklaut. Gestern hatten wir zwei Reihen Verbandskästen. Jetzt habe ich noch einen einzigen Verbandskästen hier im PD. Wir haben nicht einen einzigen benutzt. Wie kann ich dagegen vorgehen? Fragen, wer es war. Sonst können sie nichts dagegen machen. Andi, kannst du tanken? Ja. Gibt es doch nicht, ey. Ja, dann mag ich, dann darf jetzt keiner hier mehr so rumlaufen die ganze Zeit. Das machen die bestimmt und packen die sich privat in die Stahl, äh, in die Autos. Weil die keinen Bock haben, in den Laden zu gehen. Ja, ja. Ja, nee, das prüfe ich jetzt, kläre ich. Dankeschön auf jeden Fall. Ciao, ciao. Also, ich glaube, man muss im RDP dann noch irgendwie die Kontenzugriffe oder so, oder? Oder ist es mit dem, nee, ich glaube, das ist mit dem Rang verbunden. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. Wenn die den Skifang haben, müssten ihr eigentlich den Kermaster abwärt. Ja, ich prüfe das. So, jetzt wollte ich nach Davis fahren. Jetzt wollte ich ausgewohne an der Mission Row fahren. Mein Gott, ey. Ja, nächste Woche ist alles drin. Da ist es dann verinnerlicht. Ich werde jetzt mal mit der Frau Hobb reden. Muss besser laufen. Also, jetzt müsste sie eigentlich Einheiten auch in Streifengebiete einteilen, dass wir Insekten einen Netz haben. Ja, müssen jetzt eigentlich relativ viele da sein, so, ne? Streifenplatz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Streifen. Eine davon die Tektiv und eine wie also eigentlich müsste es... Ja, ich darf das mal mit ihr zusammen. Gehen. Aber sonst machst du es echt mal ein bisschen mit ihr zusammen und fahr sonst auch mal mit ihr ein bisschen raus, dass sie sieht, dass sie auch da hin und her cruisen kann. Und sich vor Ort ein Bild macht. Ich glaube, die sind auch alle ein bisschen überfordert damit, weil es das einfach noch nie gab und keiner so richtig weiß, wie wo war es. Das war doch nicht schwer. Nee, aber Eigeninitiative war noch nie die Stärke von den Officern. Muss man leider so fragen. Hier ist die Umkleide, ne? Ja. Tschüss. Schönen Feierabend, komm gut nach Hause. TPD 66 meldet sich ab. So. The soap. Erstens. Ja. Ist der Naudo. Wenn die Frau Marschel Sie anruft und sagt, halten Sie sich ein bisschen zurück, dann halten Sie sich zurück. Ja? So. Habe ich getanzt, oder? Naja. Passen Sie auf. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das funktioniert. Ja? Glaube ich ganz gut mal. Also Sie haben es im Grundtenor schon richtig, aber Sie müssen ein bisschen mehr... Der Kollege hier. Was ist eigentlich Ihre Aufgabe gerade hier? Der mit den grünen Handeln. Sie haben eine Co-Leitstelle. Sie haben eine Co-Leitstelle, die steht rechts neben Ihnen, der Watch-Command. Sie brauchen keine drei Leute hier. So. Ne? Deswegen suchen Sie sich einen Streitpartner und raus mit Ihnen. So. Der Watch-Command und die Leitstelle. Mehr nicht. So. Passen Sie auf. Sie gehen jetzt auf das... Öffnen Sie mal das Live-Tracking des LSPDs. Ja? Hab ich. So. Jetzt, was fällt uns denn auf gerade? Im Norden? Wo? In Weinburg? Sehe ich Funk, check. Check. Ist das okay? Schau doch. Leck mich am Arsch. Das war ein Zapp. Halt sich ja. Ähm. Die Tür ist außer Betrieb. So. Okay. Bitte. Komm doch schon ganz kurz. Ne, ne, ne. Nichts ganz kurz. Wir machen jetzt eins und noch mal anderen. Also. Bitte. Ja. Also, Sie öffnen das Live-Tracking jetzt. Was fällt Ihnen denn auf? So. In Weinburg, wie viele Einheiten haben wir denn gerade? Gar keinen. So. Passend auf. Ich erkläre euch, wie das jetzt geht. Ich mach jetzt einmal kurz den Watch-Command, ja? Okay. Die PD99 übernimmt den Watch-Command. Die 403 für die Leitstelle kommen. Hört sie, kommen. Ihr aktueller Status kommen. Die sind immer noch verrocknet. Die 403 für die Leitstelle kommen. Die 403 für die Leitstelle kommen. Ihr Einsatzgebiet ist dann Weinburg. Kommen. Okay. Die 403 für die Leitstelle kommen. Ja. Leitstelle Ende. Die 403 für die 99 kommen. Korrektur für die Leitstelle kommen. Die 403 kommen. Aktueller Status kommen. Wenn ihr Einsatz gleich beendet ist, ist ihr Streifengebiet Weinburg inklusive, sie pendeln bis zum Mirror Park. Kommen. Die 403, ihr Streifengebiet wird auch Richtung Cieles-Siesta sein und der Peropier und wieder nach Weinburg kommen. Check. Die 403 für die Leitstelle kommen. So. Jetzt stellen Sie sich vor. Check. Jetzt haben Sie praktisch oben eine Einheit, rechts und oben links eine Einheit. Wie variiert immer. Rechts unten. Genau. Jetzt nehmen Sie zum Beispiel. Die 405. Die 405. Wo sehen Sie die? Die ist in Downtown. Beziehungsweise South 11. Gut. Die 405. Genau. Da fragen Sie nach, was die macht. Die positionieren Sie dann. Äh. Die positionieren Sie in Downtown. Über bis zur, ähm. Ja. Die werden aktiv. Bis zur Tankstelle. Ja. Laet-Soul-Tankstelle. Und rechts. Check. Ähm. Hinter Missionary Department Easterlest. Ja. Mhm. So. Und dann nehmen Sie noch, suchen Sie sich eine Einheit, die den Süden befährt. Das kann die, äh. Police Buffalo S 417 machen. Genau. Ja. So einfach ist das. Also das heißt im Endeffekt Harbor und dann quasi Flughafen und sowas. Genau. Okay. Hallo? Wie kann ich Ihnen helfen? Check. Hallo? 4105 für die PD-Leiststelle. Komm. 405. Ihr Streifengebiet ist Downtown, South LS und East LS. Ja. Check. 405. Trennung 417 für die PD-Leiststelle. Komm. Ihr Streifengebiet ist Airport und Harburg. Und ob das ISP-Leiststelle weiterhelfen? Check. Die PD-Leiststelle Ende. So, wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben einen Einsatz. Ja? Ja. So, in Westpucci ist ein Einsatz. Was machen Sie dann? Äh, würde ich die 403 nehmen, weil die nämlich in Warnburg ist. Und wen noch? Äh, gegebenenfalls in Del Ferro jemanden anfragen. Warten Sie. Mein Gott, ey. Hallo Walter Weiß, wie kann ich Ihnen helfen? So, verzeihen Sie, die SD-62 Pay, Blank County Sheriff Office. Ähm, Sie sind ja aktiver Watch-Command. Warten Sie, jetzt redet hier noch jemand anderes rein. Ja, bitte. Ja, weiter. Äh, ja. Ich wollte Sie informieren, beim Blank County Sheriff Office, bei Sandy Shores, so hat sich gerade ein gezielter Anschlag geeignet. Wir gehen von den Mayhams aus. Ein Anschlag? Äh, die haben auf unseren Streifenwagen geschossen, weil die anscheinend Disput mit einem unserer Deputies haben. Haben Sie da schon, äh, können Sie das verifizieren oder gehen Sie nur davon aus? Also, gehen Sie davon aus oder können Sie das bestätigen, dass Sie das waren? Ich würde empfehlen, dass Sie einem die Einsatzleitung geben und der Einsatzleiter die PD-0-4-Anruf für einen Schreiber. Gut. Okay, wer ist denn da nicht hin? Lassen Sie die Frau mal machen, Herr Naudo. Geben Sie mal Freiraum, bitte, zum Atmen. Soll er es ja probieren. PD-61 für die Watch-Command.com. Fertig, komm. Ying Yang, EL für Sie, komm. Positiv, komm. Check. Leitere Ende. So, Frau Sop, sind Sie morgen da? Äh, ja. Gut. Sie werden das morgen wiederholen. Ja. Wissen Sie, warum? Ich glaube, wenn Sie sich da reinfuchsen und verstehen, was ich von Ihnen will, dann können Sie das gut anderen Leuten beibringen. Okay. Ja, weil ich glaube, Sie können das ganz gut machen. Ähm, mein Gott, jetzt ruft er mich zum dritten Mal an. Ich drehe gleich am Rad. Ja, bitte. Oh, verzeihen Sie, komm. Was machen Sie denn da immer? So, also. So. Können Sie bestätigen, dass die das waren oder gehen Sie nur davon aus? Also, die SD 96 bestätigt ist, weil, ähm, in diesem Verfahren er eine Nachricht bekommen hat, die so ausgesagt wurde im Einsatz, wie er es zu der Person gesagt hat. Okay. Also, haben Sie die Bestätigung, dass die Mayhams gerade auf ein Auto geschossen haben? Ja, also, die SD 96 hat gesagt, für ihn ist es klar, dass es die Mayhams waren. Okay. Brauchen Sie Einheiten aus der Stadt? Wie ist das? Wie ist das? Frage ich kurz die Leitstelle. Ja, wo hört man? Äh, Laurent, brauchen wir Einheiten aus der Stadt Sextes Falls? Laurent? Erste Kollege, so. Ähm, also aktuell wird erstmal nichts benötigt. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid, wenn Sie was brauchen, sagen Sie Bescheid und wir schicken Ihnen Einheiten, ja? Alles klar, damit Sie Bescheid wissen. Danke. Dankeschön. Ja. Die Mayhams haben gerade auf das Bies hier so geschossen. Okay. Aber alles gut, die brauchen keine Kapazität, alles ist gut. Ich habe aber schon vorhin gesagt, ich müsste mich da aus reinfuchsen, kommisch. Alles gut. Herr Naudo muss Ihnen auch ein bisschen, das ist leider eine Krankheit, die Herr Naudo hat, der will das dann immer selber übernehmen und richtig machen. Der soll Ihnen einfach ein bisschen Luft lassen. Der meint, das ist nicht böse. Ich kenne das selbst. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte so vorhin kurz einmal einwerfen, dass Herr Naudo hat sehr viel auch direkt hier über die Kommunikation geklärt und Herr Naudo hat dann halt eben eine Funke übernommen. Ja, aber das soll genau andersrum sein. Genau andersrum. Frau Hope delegiert die Streifen und Herr Naudo gibt es weiter. So rum. Also Herr Naudo nimmt Anrufe entgegen und gibt das Frau Hope weiter und Frau Hope delegiert die Streifen. Genau so rum. Entschuldigung. Okay, Dankeschön. So. Ich habe mich schon entschieden, welche Fahrzeuge Sie vom La Mesa haben wollen. Nee, da soll Eskele mal was vorbeibringen. Zwei Streifenwagen oder sowas. Von La Mesa? Ich meine vom Pierden. Ja, ich meine das. Hören Sie, ich bin ja seit sieben Stunden im Dienst und den ganzen Tag nichts anderes machen inzwischen. Oh Mann. Nicht weniger Arbeit für Sie werden mit dem Departmentsplit? Nee, ich muss ja erstmal dafür sorgen, dass das alles läuft. Jetzt haben wir einen Verbandskästen aus dem Mischero-Department geklaut, jetzt muss ich mich darum kümmern. Nein, also. Und wer sitzt jetzt in der U10 drin? Okay. Und wer ist das? Ich muss das nicht. Und wer macht die Food Check? Ich bin jetzt gleich fertig. Wir müssen nur noch die Autos wechseln, dann haben wir das System etabliert. Es wird nichts mehr dran geändert. Komm schon, das Ding ist, bei der 376 HC ist im Live-Tracking aber 37, also 437 hinderlich. Ja, dann hat der Mist gemacht, wir gucken gleich, Moment. Nur, dass die da Bescheid wissen. Ja, check. Deswegen hatte ich 37 quasi angefangen, statt 36. Mhm. Ein bisschen verwirrend dann. Eda habe ich, Milla habe ich, Tanaka habe ich, Bum habe ich, Kata habe ich, ach hier Kuriyame. Check. Kann man den Kuriyame? Ähm, K-U-R. 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 Mit U. Hä? K-U-R. 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 Ah, da ist er doch, der Joske. K-U-R. 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 Wie bitte? Ich überlege gerade was. Ob ich irgendeinen Stellvertreter vergessen habe. Ja? Hätte ich jetzt euch gleich gegeben, ja. Aber ihr könnt quasi... Wo seid ihr denn jetzt gerade? Bleibt dort. Und fahrt mit Vespucci an. Und quasi dann hinten bei den Golf... Golffelder, sag ich schon. Golffelder, hört's mich hoch. Alles klar. Bis dann, ciao. Golffelder, Golffelder, Golffelder. Genau, sind das Leute da auch? Golffelder, ja, ja. Herr Miller, wo ist der Plan hier von Ihnen? Diese Grafik, die Sie gemacht haben? schwarzen brett noch extra drin also wenn sie auf schwarzes brett gehen ja dafür habe ich gesagt mit patrol district ja ja das ganze größere auflösung ich war heute beim fd und die haben mir erklärt dass sie gestern da wohl eine feier hatten oder sowas und genervt waren weil das mdd belästigt hat am besten fahren sie dann mal hin und kann das mal wenn sie wenn sie wollen dass ich mitkommen kann ich gerne das kann ich das gerne machen aber sie können es auch ja ich war da heute mittag ja ja ich glaube die waren gestern einfach noch ein bisschen durch die leute angeschossen haben am telefon anschreien und dann einfach auflegen mit den worten ja ich bin ich bin da ganz ich bin da ganz bei ihnen also aber ich habe heute schon mit dem gesprochen ja 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 also nicht der ex das anschreien sondern wegen der situation dass sie gestern keine lust hatten uns zu unterstützen genau 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 das wäre super haben sie gerade einiges personal bei sich okay sie können wenn sie wollen zwei patrol units die sie haben mal zum department überführen und sich schon mal dann zwei an marktfahrzeuge oder ein an marktfahrzeug mitnehmen ja genau ich war das spät am abend noch mit koskeler alles klar weiß ich bescheid das muss im fuhrpark system auch aktualisiert werden ja danke was wollte ich jetzt machen die show district haben sie gefolgt genau 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 wissen was ich bin mal kurz um mein bruder kann ich in ruhe arbeiten was gleich der kopf hier boah haben wir viel zu tun gerade alter so wir fahren aber gleich noch streife leute nur heute morgen ist halt sehr viel bürokratie weil wir halt am anfang dieser umstrukturierung sind und wir haben so viel zu tun alter ist stream einfach fucking sieben stunden schon ja leute normal ganz kurz wenn wir die 7000 habs erreichen gibt es morgen auch nen zwölf stunden gta rp stream also es fehlt nicht mehr viel jeder fünf sub gibt es wir sind dabei leute mal in ruhe die sachen hier lady denn ich kann nicht glauben das florian oh florian dankeschön werden dass sie rausgenommen dann gibt es ein paar lange waren da sieben monate Kino 3, Kino 20, Broadway Tankstelle. Sehr gut. So, jetzt haben wir die Sektoren auch. Jeder weiß, wo es zu finden ist. Jetzt können wir auch mal fünf Minuten lang durchatmen. 4.3, 10.20, MRPD und lüftig auf. 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 5.3, 10.20, MRPD und lüftig auf. 5.3, 10.20, MRPD und lüftig auf. 5.3, 10.20, MRPD und lüftig auf. Und 4.000 noch was Zuschauer. Und wenn ihr alle Streamer live sehen wollt, www.lucky5.de slash live. 5.3, 10.20, MRPD und lüftig auf. 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 Ich warte draußen, holen Sie einfach ihn dann nachher. Egal aus welchem Department. 580 meldet sich ab. 561 Funk, check. Check. 413 für die B-Light, willkommen. 413, willkommen. Der will es bitte anfahren und einen Officer rausschweißen, willkommen. Also mitkommen. Check, die Leitstelle Ende. U22, 1020, da ging. Check. U22, 1020, da ist auch los, hier auf. Check. 590, da meldet sich ab. Leck mir im Arsch. Das war ein Zap. 517, überführende Fahrt. Grape, sie das auch. Handy ist auch. Check. Silence. Dankeschön. Oh, der geht schon außer Dienst. Geht's euch gut, Chat? 413, 1020, Davis, PD. Ich denke, ich soll mit ihm fahren, oder? Leck mir im Arsch. Das war ein Zap. Ich mache einen Streifen, dann kommt es mit. Wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass alles einfach geworden ist. Einfach nur geil. Wir auen hier den Halb-Train rein. Frau Tino, danke für 19 Monate. Rizzo, Dankeschön. Wie geht's dir mit Kenny? Sehr fit. Ja, eigentlich ganz gut wieder. Schön. Meine vollen Allergie hat sich ein bisschen geliebt, deswegen kann ich da ein bisschen ordentlicher sprechen. Meine vollen Allergie hat sich gerade ein bisschen geliebt. Ja, ich habe schon verschont. Ich habe schon gelöst. Das Klicken ist aber ganz übel. Check. Ich sehe da schon den Mikrofon, check. Check. Haben Sie mitbekommen, ob das vorhin der FD-Heli war, der abgestützt ist, oder war es denn noch was anderes? Nee, das ist gar kein Helicopter abgestützt, das war Fake. Ich mache das Tor zu. Wenn Sie besitzen, tragen Sie uns ein. 4-1-1. 4-1-1, aktiv. Check. Trennung. 4-0-5 für die Leitsteine kommt. 4-0-5. Die Hope ist langsam drin, das war schon mal ganz gut. Ja, wie stark. Wie kann das? Aktiv Richtung Gertnerpidi. So. Check. 4-0-5. Aber soll sie nicht Boschkommage machen? Wer macht sie ja gerade? Das war ein Zap. Ja, das ist egal. Ist das sozusagen eine erweiterte? Alles klar. Was ist der denn hier? Das ist eine praktisch erweiterte. 4-1-6. 4-0-5. Wollt ihr mit die Bezirke getauscht? Dann auch ein bisschen irritiert. Wollt ihr kommen. Bestreifen Sie aktuell Weinvot und Möropark in die Richtung kommen. Check. 4-1-6 bestreift Weinvot. Wenn wir jetzt den 10 kriegen, können wir die Terps. 5-3-0 für die 5-61. Was machen wir denn da im McKinney jetzt? Ich muss auf jeden Fall die Augen in der Stadt aufhalten, ob wir noch weitere Racer sehen. Weil das war jetzt keine Kolonne. Okay, hören Sie mir überhaupt zu? Was habe ich denn gerade eben gesagt zu Ihnen? Dass Sie ein bisschen irritiert waren. Nee. Ich habe gesagt, wir brauchen eine 10-10, dann können wir in die Terps. Achso, okay. Ich mache das durch. Fahren Sie einmal das Handy-Shore Sheriff Office an. Check. 5-61 Ende. Leitstelle für die 4-4-1-1 kommen. Hört Sie kommen. Können Sie uns einer 10-10 für eine Würfelkolle-Schiffin kommen? Ja, Trennung. Das ist jetzt der dritte Supersportwagen, der hier durch ihn fährt. Leck mir mal. Ohris. Danke schön. 416, bitte. Willkommen. Mafuyu Validens. Mafuyu Validens. Mafuyu Validens. Jan, danke schön. Wenn ihr weiter Gas geben, Leute, morgen wieder 12er. Chat. Kommt lauter. E-Roy, danke für 19 Monate. Kommt lauter, let's go, morgen wieder 12. Sagen Sie, Herr Wick? Herr Wick, sage ich schon zu Ihnen. Haha, Herr Wick. City. Danke für 15 Monate. Danke, danke für 11 Monate. Alter, los, komm. Wir sind auf der Brücke, oder so. Ja, das wollte ich von sagen. Ja, wir sollten uns jetzt nicht immer an der Mega-Moll-Pablo-Streffen, mal eben, man macht das die Runde und die wissen nicht Bescheid, ne? Ja, stimmt. Also, ich werde es... Leck mir mal. Hallo, Fockini. Hallo, Fockini. 4 0 5 aktiv. Check. Mhm. Ich verstehe. Ja. Ja, ich verstehe. Mhm. Boah, er muss unbedingt seine Mikrofon-Qualität anpassen. Ich höre das Telefonat düstern. Ja, packen Sie die erstmal in den Schrank mit der Aufbewahrung. Ich nehme die dann nachher raus. Einfach 380. Okay. Ja, 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 ja. Ne, beschreiben Sie einfach mal kurz, was es ist. Und für die Hände, wie die S270. Schattenbrand. Nehme ich mir die nachher raus. Danke dir für vier Monate. Dankeschön. Eine Informationskarte ist wieder recht. 4 1 1 7 20 Megamore 800. Der ist ein guter PD-Leater, aber er muss sein Mikrofon fixen. Check. Sandiger Sandmann. Danke dir für acht Monate. Danke, 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 danke. Danke. Wie viel fehlen uns noch bis zum nächsten 12er? Ja. 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 435. Okay. 4 1 3 10 20 Winewood Tankstelle. Green Wizard, ich habe das schon öfter gesagt und ich meine das nicht böse. Bitte keine Werbung für andere Streamer hier machen. Auch so eine Aussage ist ja schon Werbung, weißt du? 3 3 10 20. Können Sie im Live-Tracking sehen, wie weit die Einheit von uns entfernt ist? Ja, die waren gerade im Stadtpark. Das heißt, die sind gleich da. Nomaden, danke schön. Nice. Strawberry Tankstelle, also. Deine Herr Kiosk, danke schön für drei Monate. Wissen weniger als eine Minute, die ich jetzt nicht. Alles gut. Ja, 16 20, Strawberry Tankstelle. Danke, okay. Check. Wie lange sind Sie heute schon im Dienstbikini? Oh, tatsächlich seit 14 Uhr ungefähr. Ja. Ich auch. Waren Sie golfen zufällig? Ich war heute golfen, ja. Waren Sie auch golfen? Nee, nee, aber ich bin da über den Parkplatz gefahren. Dann habe ich ein Fahrzeug. Ja. Oh, meine Güte, wo sind die denn? Das ist nicht ruhig Zeit. Ah, jetzt höher. Nee, jetzt nicht 4 und 5. Okay. Nee, ich fahre jetzt wieder los, gerade von der Tankstelle. Wissen Sie, wie eine Speed-Kontrolle geht? Also nicht eine Speed-Kontrolle in Form eines Fahrzeugs oder Drogen, sondern eine Speed-Kontrolle. Nein, aber im Grunde alle Personen an die Wand stellen, Personarien checken. Ja, aber wie machen Sie das? Was machen Sie davor? Einmal natürlich ein Lifestyle-Bescheid geben, dass wir das jetzt durchführen würden, damit falls was passiert. Nee, 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 ich zeige Ihnen das jetzt. Ja, das sowieso. Aber ich zeige Ihnen das jetzt gleich. Warten Sie. Check. Ja, 16, 20 Megamall Parkplatz. Check. Kurze Frage, waren Sie noch im Poly Pocket-Haft, noch Ihre Bilderchen einkleben oder wo waren Sie so lange? Wirklich negativ, wir mussten nur vorher tanken, der Wagen war unter der Hälfte. Mann, Mann, Mann. Gut, folgende Sache. Wir machen jetzt eine Drogenkontrolle, ja? Also wir springen aus den Fahrzeugen raus, schreien alle auf den Boden, legen sie am Boden, sie kontrollieren die Person. Okay? Jawohl. Let's go. Leitstelle 411 kommen. Kürze, komm. Die 411 und 4116 springen jetzt eine Drogenkontrolle aus. Nur viele Informationen, falls das passieren würde. Kommen. Ja, check, haben wir so mit, komm. Check, 411 ist Ende. Ja, gute Frage von der 247. Welcher Offizier ist der Watch Commander? 122, komm. Check, sieben. Das ist eine Person. Ah, der ist alleine, der ist nicht so wichtig für uns. So eine Person, Gruppen. Ja, jetzt verlinkst du nicht so deren Stärke. Oh, den fahren. Die Kollegen hinter mir. Können sie mich hören, den Funk? Ja, hören Sie. Check. Ich fahre jetzt vor den beiden Fahrzeugen, bremst sie aus, die bleiben stehen. Sie machen Code 3 dann hinterher, anspringen raus aus dem Fahrzeug, richten ihre Taser auf beide Fahrzeuge und die sollen dann umgehen aus dem Fahrzeug aussteigen. Check. So bestanden? Ja, warten Sie auf meinen, warten Sie. Sie nehmen den hinteren. Das LSPD, einmal den Motor abschalten, der Fahrer sofort aus dem Wagen, die Hände da, wo ich sie sehen kann. Gehen Sie rüber zur Laterne. Okay. Wir drehen jetzt komplett auf links, alle Personen kontrollieren und in den Koffer rumgucken und die Person durchsuchen. Ja, check. Einen wunderschönen guten Abend zur LSPD. Wer sitzt denn hier alles im Fahrzeug? McKinney, Sie gehen da rüber. Wer sitzt hier alles im Fahrzeug? Sagen Sie aus. Los, los, raus, raus, raus. Beide raussteigen. Aussteigen. So. Links rüber, hier auf die Wiese. Getrennt. Los, zack. Die Hände da, wo ich sie sehen kann. Stopp. Ich hab gesagt, hier auf die Wiese. Sprech ich nicht deine Sprache, Penderro. Komm hier auf die Wiese. Hier hinstellen. So, bleib hier stehen. Die Hände da, wo ich sie sehen kann, ja? Wenn der in die Taschen greift oder so, werde ich meine Schusswaffe benutzen. Natürlich. So. Wen haben wir denn hier? Nimm die Hände runter. Sollst du dich in die Tasche greifen. Okay. So, einmal deine PD-Nummer. Ähm, dein Ausweis. Entschuldigung. Die 19. Ja. Warum denn ausgibt denn die 19? Aber jetzt muss ich in die Tasse greifen, nicht der Secken. Langsam. Sieh, langsam. Nur Problem aus. Gut. Alles klar. Hier in der Ausweis, man. Ach, Walter, wir kennen uns doch schon. Fragen Sie mir in der Ausweis jetzt einfach. Gut. Nicht in die Taschen greifen. Hey, ohne Durchsuchungsbeschluss. Was soll denn der Scheiß? Hey, was soll das? Ja, check. Machen wir. Habe ich gesagt, sie sollen herkommen. Gehen Sie zurück. Ja, habe ich gesagt, du hast mein Auto durchsucht. Sie sollen zurückgehen. Gehen Sie zurück. Ich habe gerade gesehen, wie sie was... Ich habe gerade gesehen, dass sie was ins Handschuh verkelegt haben. Sie sollen zurückgehen. Ich habe einen Scheißdreck gemacht. Ich habe hinten gesetzt. Der Herr, zurück. Ich will das Durchsuchungsbeschluss vorliegen, bevor die jetzt an mein Auto gehen. Sie gehen jetzt sofort zurück. Ich will einen Anwalt. In einer polizeilichen Maßnahme dürfen Sie keinen Anwalt bekommen, sondern dann nachträglich erst. Dann lese mir meine Rechte vor. So, negativ. Sie haben ja nichts gemacht. Warum durchsuchst du dann mein Auto? Der Herr hat was gemacht. Warum habe ich was gemacht? Was hast du denn da reingetan? Schau doch vorne rein. Hast du eine Waffe hier reingelegt oder so unterm Sitz? Arschloch, soll ich nachgucken? Hä? No, natürlich nicht. Hast du da eine Waffe reingelegt oder nicht? No. Schau doch das Auto an. Ich habe doch nichts gemacht. Gut. Öffne mal deine Jacke. Langsam. Natürlich. So. D-Shirt-Stick hochruhen und umdrehen. Die haben keine Waffe. Umdrehen. Langsam umdrehen. Ich sehe natürlich keine Waffe. Gut. Alles klar. Hier sehe ich auch keine Waffe. Hast du Drogen bei dir? Noch nicht. Ich nehme keine Waffe. So im Scheiß haben wir nicht mal was zu tun, Alter. Gut. Ich stehe bleiben. Wir sind doch mittlerweile miteinander warm geworden, oder nicht? Wie siehst du denn jetzt aus? Ja, ich passe mich das aus an, ne? Ach Gott, das sei. Gut. Wiederhole. Zweite. Die wie am Anfang. Was ist denn jetzt das Problem? Ja, ich habe ja mit meinem Kollegen schon geredet. Ich habe eben aus Versehen so ein bisschen die Vorfahrt genommen. War ehrlich gesagt nicht meine Absicht. Und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen spät gesehen. Alles gut. Wir warten, bis mein Kollege fertig ist. Und dann könnt ihr weiterfahren. Okay. Frieda, stellt er den Funkstoff wieder auf? Aktuell. Nicht mir am Arsch. Das war ein Zap. Check. Das ist er wahrscheinlich. So sieht es sich Ende. Also wenn sie nichts haben, Mikini, können die wieder weiterfahren. Ne, es passt weiter an. Schönen Abend noch. Grüß jetzt. Ja, kommen Sie her. Ihr Ausweis, bitteschön, Ma'am. Ja. Und ihr Ausweis. Schönen Abend noch. Grüß jetzt. Alles super, klar. Check. Super, perfekt. Was gefunden? So, geht doch hier. Was gefunden? Äh, bisher nur einen abgelaufenen Verbandskasten. Oh, hallo, Valti, es geht. Haben Sie den Herren auch schon durchsucht? Negativ, noch nicht. Dann machen Sie es bitte. Jawohl. Dann gehen Sie bitte einmal mit dem Wunsch. Auf den Kofferraum. Ja, ja, alles gut, mein Gott. Check. Ja. Aber so ist dabei, indem ich nicht verletzen kann. Ist doch wieder ein Schleckerkopf. Äh, nö, so weit, nö. Ich habe nur eine Brüche-Stange, nicht so gesagt, dabei. Aber das ist doch kein Problem. Ich kann es jetzt einfach mal ab, ja? Aha. 413 für die Pediatriebekommen. Ey, ich kann das mal ein bisschen machen. Nicht so grob sein, Mann. Entschuldigung. Die 1-2-Hört, Sie kommen. Nach 10.30, wir fahren Sie downtown und Saferl, es kommen. Die 1-2-Hört, Sie kommen. Ich bin so negativ, äh, Streifenpartner... Ich lasse Ihre Hosen passen einmal ab und Ihre Hosenbeine... Ja, mach das mal. ...neuanteilung eventuell. Ja, check. Friede, ich alleine. Das ist meine Unterhose an, ne? Ja, na, 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 na. Ich bin zu ziehen, Mann. Das mache ich ein Glockentum hier, Alter. Na, 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 na. Woher zieht der dich? Nee, der zieht mich einfach an der Unterhose zu, Mann, Alter. Was ist denn jetzt in einem Glockenturm? Jetzt sehen wir immer das Glockenturm, komm ich schon mal. Na, ach so, sieht's auch so aus. Ich bin mir schon leicht belästigt, irgendwie. Können Sie den Arm mal wieder runternehmen? Alles gut, kein mit drin, oder? Ja, ja. Ich muss sich mal einen Freundensprung machen, weil ich nichts gefunden habe. Mach lieber zwei. Gut, Kollege, als Hilfekasten haben wir gefunden gehabt, oder wie sieht's auch? Ja, ich dachte, dass in diesem Barenkurt irgendwie die Daten war, aber das ist irgendwie, keine Ahnung. M83, Börner, danke für 46 Monate. Ich habe ja schon. Ich habe ja schon. Ich habe ja schon. Ja, gut, das ist ein bisschen abgegrubbelt, aber es steht noch, und zwar bis das... Ja, aber das Verbandszeug, was da drin ist, ist gut eingewickelt noch und auf der Risikationsbranche. Ja, wie gesagt, es geht darum, dass dann die Verpackung nicht mehr still geht. Ah, dann bist du halt nicht neu, ist das kein Problem. Wo kann man das Zeug dann überhaupt besorgen, sondern nicht das irgendwie heißt irgendwie nicht. Willkommen. Willkommen. Ölzeig oder so, keine Ahnung. Vergiftung oder so ein Scheiß. Ja, keine Medikamente. Das können Sie in jedem Will einmal entsorgen. Da sind keine Medikamente drinnen im Erste-Hilfe-Kasten. Ja, keine Ahnung. Da ist nur so Verbandmaterial drin. Aha. Ich muss erstmal gucken, ob ich meine Kreditkarte... Kann ich mal gucken, ob mein Portemonnaie irgendwie in das Auto drin ist oder so? Damit ich die Kreditkarte holen kann. Ist alles in Ordnung, Mann. Ich meine ja. Das ist okay? Kann ich noch Ihr Kollege auf der... Da soll doch hier einen Kollegen fragen. Ja, ich mach einfach nur die Tür auf mir so. Dann nehm ich das halt raus. Alles gut, ja. Ja, dann nehmen Sie es. Na gut. Egal, Alter. Das war ein Zapp. Ich hab Dir den Platz super. Danke. Boah, eine persönliche Sitzzeit, da bin ich ein bisschen neidisch. Warte mal kurz. 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 Ah, da ist es reingerutscht. Da haben wir es ja. Okay, alles klar. DJ Diffusion. Danke für 14. Das sehen wir. Gehen wir einmal kurz wieder auf den Gehweg zurück, dass wir nicht auf der Straße stehen. Das ist das Gutschein. Check. Ah, da haben wir es ja, die Kreditkarte. UN 1630, Staatsanwaltschaft. Check. Wir sind bei dem Finger ohne, Sir. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Die 410 für die PD-Lachstelle kommen. Ja, sie kommen. Und Walli, wie geht's dir? Wäre zur Einteilung bereit kommen. Wunderbar, und selbst? Wir kümmern uns darum. Kann ich klagen? Ja, ich wusste wirklich nicht die Sache mit dem Verbandsgasten und so. Ich dachte, er sei irgendwie, keine Ahnung, das Halbaufgastgarten und das Ding mit der schwarzen Linie und so. Mhm. Aber das ist irgendwie so ein Barcode oder so. Ja. Das Cuttengerät hier. Oh, schau dir mal an. Hier die PD99 an alle Einheiten, die gerade in Davis an der Ecke stehen, äh, in Rancho. Die Personen, die uns beobachten, die 3 Personen, die werden wir anschließend auf eine Drogenkontrolle durchführen, da hier vermehrt schon Drogen und Dealer in der Gasse gesehen wurden. Haben sie das so mit? Ja, 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 klar, der Beifahrer, ja, klar. Kann ich jetzt sitzen oder kann ich rauchen? Kann ich rauchen? Ja. Da kann ich ja draußen rauchen, nicht, dass es Tränke da stinkt in der Karre. Weißt du? Also das ruhig. Super, danke. Ja, wie war so dein Tag, Mann? Entspannt, viel zu tun, ne? So wie immer. Ja, ich hatte auch viel zu tun, mit 20 Klotze klotzen. Mit was? Die Glotze klotzen. Ja, Fernsehen. Dann Job oder so? Ja. Sieht aus, als wenn ich irgendwie einen Job brauche? Ja. Ein Job, Mann. Ja? So ein bisschen. Aha. Und? Ich sag mal Late-Night-Drive. Das ist gut. Was ist denn der Job? Ich sein. Ich sein? Ja. Ich sein. So. Ah, verstehe ich. Weiß ja nicht. Dann haben sie ihren Personal aus, was einmal hier wieder zurück? Ja, danke. Und dann dürfen sie beide ihre Fahrt wieder fortsetzen, sobald bei uns die Einsatzlichter aus sind. Die Nummer machen wir jetzt überhaupt nicht, das wisst ihr schon, ne? Was für eine Nummer. Euch hier ausstellen und verpisst euch. Komm. Haut ab. Das ist ein freies Land, oder nicht? Bitte? Das ist doch ein öffentlicher Bereich. Das ist doch ein freies Land, oder nicht? Ja, ich bin jetzt hier. Wollen wir ja den Kollegen hier besuchen? Welchen Kollegen? Ja, der hier wohnt. Ah ja, dann gehen sie doch mal klingeln. Na klar. Darf ich dran vorbei, oder erschließt ihr mich dann? Und diese Kugel werde ich nicht in sie investieren werden. Ja, danke schön. Ich habe gehofft. So, sind sie durch hier? Wir sind hier durch, ja. Wir sind durch. Kommen Sie mit. Können Sie auch in den nächsten Müllarbeiter werfen, ich brauche die nicht mehr. Ja, danke. Ja, danke. Schönen Abend. Kann man vielleicht mit den Streifen wegen kurz reinverlegen, nicht, dass die irgendwie einreden werden? Evans, ihr Einsatz. Weg. Einen wunderschönen guten Abend. Loser das Police Department. Allgemeine Personenkontrolle. Ich hätte einmal von allen den Ausweis gesehen. Äh, wir verziehen dich, man. Wissen kennt ihr nicht. Das hat nichts damit zu tun, zeigen sie uns die Ausweise nicht, werden wir sie dementsprechend mitnehmen ins Didier, um dort eine Identitätsfeststellung zu machen. Dauert für euch länger, ist unangenehm für euch. Also von dem her. Wen sucht denn jemanden? Dann sage ich euch, ob der hier ist. Einmal das Handy weglegen müsste. Ich zähle bis drei, dann ist das Handy weg, ansonsten nehme ich es ihnen ab und sie kommen mit. Drei. Bye. Danke. Was? Talkst du mit mir? Ja, ich habe davon gesprochen. Ich hätte jetzt gerne von allen einmal den Ausweis gesehen. Wollen Sie mal die Streifen nach und nach her, ja? Wollen Sie mal nach und nach die Streifenwagen her, hier auf die Ecke? Ja, wo kann ich was sagen? Wir nehmen sie mit und machen eine erkennungsdienstliche Behandlung mit ihnen. Können sie sich ausrufen. Was ist denn dein scheiß Problem, Officer Mann? Allgemeine Personenkontrolle, Mann. Allgemeine Personenkontrolle, Mann. Allgemeine Personenkontrolle, Mann. Allgemeine Personenkontrolle, Mann. Ja, Personenkontrolle in deinen Arsch, Bro. Was soll denn das? Bro, ist ein scheiß Problem, du Motherfucker, Mann. Kann man hier nicht mal ein bisschen chillen, Mann, ohne dass hier mehr auf den Sack geht? Oh, wow. Es ist eine allgemeine Personenkontrolle. Ja, ist mir scheißegal, was das hier ist, Bro. Wir leben hier, Mann. Fuck you. Gut. Du kannst uns gar nichts, Mann. Sollen Sie uns die Ausweise zeigen, oder nicht? Ja, scheiße, du kriegst meinen Führerschein vielleicht, Mann. Aber doch nicht meinen Ausweis. Du hast keine Ahnung, wo der ist. Ich möchte den Ausweis sehen, nicht den Führerschein. Bro, ist das gar nicht so picky, Motherfucker, Mann. Seid doch froh, Mann. Ich hab' ich irgendein Dokument dabei, Mann. Ich würde den Ausweis sehen. Bro, den muss ich nach Hause holen gehen, Mann, ha? Und wo wohnen sie? Scheiße, die Street hier nach unten, Mann. Ganz in der Nähe, ja. Ja, ist blöd, wenn sie den Ausweis nicht dabei haben, deswegen, ja. Yeah, Bro, kann ich hier wissen, dass du mir deinen Scheiß abziehen willst, Mann? Ich chill hier doch einfach nur, Mann. Ja. Nichtsdestotrotz, kurze Frage, hat man sich den Ausweis mit, oder nicht? Ich hab' einen Scheiß-Führerschein, Mann. Ich hab' einen Scheiß-Führerschein, Mann. Goddamn, Bitch. Wie sieht der nochmal aus, Mann? Zeig mir mal dein, Bro, ha? Damit ich weiß, wie meiner aussieht. Das ist ein kleines, blaues Dokument. Ja, zeig mir mal, Bro, zeig mir mal dein, Mann. Zeig mir doch mal dein, Bro. Ich bin verpflichtet, Ihnen den Ausweis zu zeigen. Ich zeig Ihnen meine Dienstmarke, äh, 1,17. Was ist denn das für ein Scheiß, Mann? Behalte mal das Altmetall. Ja, ich hab' meinen Ausweis zufällig dabei. Super. Scheiße, Bro. Warte mal, ich glaub' das hier sieht auch so ähnlich aus, Mann. Dann können Sie den ja einmal rausholen und mir einmal zeigen. Ja, okay. Krieg' ich dann los, oder so, dass ich irgendwas gewinne? Na, Bro, du darfst ja weiter chillen, Bro. Ja, okay. Was ist das für eine Comedy-Show, Mann? Was ist das für eine Comedy-Show, Scheiße? Denken Sie dran, auch alle drei Personen wegen illegalen Drogenbesitz möglicherweise zu durchsuchen? Die Personen sind schon erst öfteren aufgefallen. Okay, kann ich Ihnen wiederhaben, Mann? Den nehme ich einmal kurz mit, dementsprechend, zum Überprüfen Ihrer Daten. Boah, der klaut dir deinen Scheiß, Mann. Scheiße, das ist mein Ausweis, Mann. Die anderen beiden Herren, haben Sie Ihren Ausweis dabei, oder? Äh, ich hab' meinen zufälligerweise gefunden, Mann, motherfucker. Aber den klaust du mir nicht, Bro, den klaut mir, Mann. Ähm, wir werden den ganzen Tag durchbeleidigt. Das sagst du jetzt, motherfucker, Mann. Gib mir deinen Spacer, Mann. Nein, also in dieser Situation einfach, dass wir sagen, wir wollen nicht eskalieren. Wir wollen nicht eskalieren. Und wenn Sie jetzt weiter beleidigen, dann kriegen Sie dementsprechend noch eine Anzeige. Denken Sie? Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Okay. Alles klar. So, und der Herr, der da sitzt, da hätte ich auch noch gerne einmal den Ausweis. Du wirst doch ganz genau, woher ich bin, du motherfucker. Du ja nicht so. Let's klären Ihren Ausweis, ansonsten nehm' ich sie mit. Können Sie sich jetzt rausholen. Tust du jetzt echt so, als ob du nicht wüsstest, so ich bin, oh, well. Ich möchte Ihren Ausweis sehen. Sollte arme Bitch, Mann. Ich? Hier. Super, dankeschön. Ich mein, du musst dich reisen für den fucking Chief, oh, well. Bro, wir hätten den Krieg nach einer Beförderung, aber du solltest abkriechen, Bro. Hey, der Oberbulle, Mann. Na, ich will meinen Anwalt jetzt haben, scheiße. Mich taten nicht fest keiner an. Nee, ich will meinen scheiß Anwalt haben, bevor ich abgefasst werde, Mann. Mich fiss hier niemand an. Wieso denn das, Mann? Weil wir auf der Treppe sitzen? Mal gucken, ob die Cops das gehandelt kriegen, Leute. Nee, aber ich hab keine Drogenschwester. Können wir alle bitte laut und deutlich reden? Dankeschön. Aber ich mag's nicht angegrapst werden, Mann. Nee, I don't know, Mann. Laut und deutlich, der ist bitte reden. Ja, es wird, es dauert sonst nur länger. Also quasi, kommen Sie einmal kurz mit rüber. Das ist die ganze Sache durch. Na, ich will meinen Anwalt jetzt anrufen, okay? Ich nehm jetzt mein Handy raus, nicht schießen. Na, ich ruf meinen Anwalt an. Nein, es gibt hier gerade keinen Anwalt. Derk. Na doch, Mann. Nein, Sie legen das Handy zur Seite. Das ist motherfucking Kaiser, Mann. Kaiser, der Rechtsanwalt schießt. Sie legen das Handy zur Seite. So. Fort. Hey, ich hab doch gesagt, nicht schießen. Ich hab doch gesagt, ich nehm mein Handy raus. Ich mein, entspann dich doch mal, ja? Dann befolgen Sie die Anweisung. Goddamn, Mann. So, der Herr vor mir, Sie kommen jetzt zur Seite. Wir tasten Sie ab und dann ist die Sache hier durch. Aber dann befolgt doch meine Anweisung. Ich will meinen Anwalt. Sie geben mir aber keine Anweisung. Und Sie befinden sich aktuell in Präventivhaft. Dementsprechend haben Sie kein Recht auf einen Anweis... Präventivhaft? Boah, Bro, was laberst du für ein Bullshit, Mann? Was für Präventivhaft, Mann? Fürs was denn? Hier halt chillen, ja? Gerade was so ne scheiß Personenkontrolle. Halt mal die Fresse, ja. Wenn Sie sich in einer Personenkontrolle befinden, Sie finden Sie sich in einer Präventivhaft. Dementsprechend verfällt das Recht auf einen Anwalt. Naja. Gut, dann kommen Sie jetzt zur Seite und wir tasten Sie ab. Ja, Mann. Was ist dein Mann das erst, Mann? Ach, gar nichts, ich will erst meinen Ausweis haben. Wollen Sie mal, Sie wollen unsere Aussehergasse raushaben, richtig? Was will ich? Ja, das ist das Tweet und keine Gasse, du Leuchte, Mann. Oder Ihre Street, Entschuldigung. Das ist meine Treppe, ich weiße, Mann. Ich chill doch einfach nur hier, Mann. Was hab ich denn gemacht? Je schneller sie kooperieren, sind die auch schneller aus ihrer Street hier raus, ja? Die Punkte sind auch so selber einem Gefallen damit. Oh, damn. Ja. Wollen wir ganz kurz hier zur Seite? Wollen Sie einfach nur kurz hier rüber ein Stückchen? Nee, ich hol kurz meinen Ausweis. Nein. Nein, die bleiben stehen. Das ist so ein Burschen macht mit Goofies. Genau das ist so ein Burschen, was macht mit Goofies. Genau das ist so ein Burschen. Genau das haben wir keine Kapazitäten, das ist Goofies, Mann. Ja, das ist die Waren vom Kumpel. Genau das haben wir keine Kapazitäten, Mann. Das ist Goofies, Mann. Ich komm auch nicht mit. Das ist mein Ausweis, Mann. Erst ging es um den Ausweis. Was wollt ihr noch, Mann? Was hat das mit Mitarbeit zu tun, Mann? Was hat das mit Mitarbeit zu tun, Mann? So, jetzt gehen Sie immer endlich mal zur Seite und stellen Sie sich an die Wand, damit wir sie abtasten können. Mr. White, Sie stellen sich da vorne einmal an die Wand. Eben, na? Mr. White, ich werd Sie jetzt noch einmal höflich darum beten. Ansonsten werden wir das Ganze dementsprechend unter Zwang durchführen. Unter Zwang? Ja. Und das heißt, wir nehmen Sie definitiv mit. Und dann kommt auf Sie noch hinzu die Behinderung von Beamten und das ist mit einem Bruce Begelt noch belegt. Also ich sitze nur da. Ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt. Ja. Deswegen stehen Sie einmal auf, wir durchsuchen Sie einmal. So interessant, das zu beobachten. Dann kriegen Sie den Ausweis wieder zurück. Aber ich durchsuche dich zuerst, okay? Nö, Sie durchsuchen mich gar nicht. Ja doch, ich durchsuche dich. Sie haben jetzt drei Sekunden Zeit sich das Ganze zu tun. Du hast jetzt zwei Sekunden Zeit, Mann. Ich durchsuche dich jetzt. Du hast zwei Sekunden Zeit. Eins. Super. Herzlichen Glückwunsch, Sie kommen einmal mit. Ey, du hast nicht gemacht, Bro. Du hast nicht gemacht. Zwei Sekunden. Sie kommen einmal mit. Ey, du kommst jetzt mit. Ich helfe Ihnen einmal hoch. Lass mich gar nicht an. Lass mich gar nicht an. Lass mich mal an. Lass mich mal an. Dann einmal dementsprechend alle ins PD mitnehmen. Zur Durchsuchung und dann auch erkennungsdienstlichen Behandlung. So wie dementsprechend der Vollstreckung. weh'n Geben. Lass mich mal an. Bezüglich der Behinderung von Beamten. Herzlichen Glückwunsch. Einmal alle an die Wand. Ja, verpissdich. Ich hab' den ganz nix. Mann, verpissdich alle! Oh fuck! scheiße man voll in den arsch ihr wichser man einen wunderschönen guten tag ich befinde mich in rencho hier ist ein herr der hat einen taser schuss ich zitiere in den arsch bekommen wir bräuchten einmal eine einheit hier von ihnen der straße mit dem großen innenhof gegenüber die straße von rencho barbecue alles klar eine person eine person ist ansprechbar und weint was machen sie denn ich sehe dir doch nicht die scheiß tasern aus dem arsch doch bist du bescheuert die fassen sie dann nicht die tasern an das md kommt stecken richtig im arsch gucken sie mal die in den arschbacken drin er kann erst mal die nächsten tage nicht mehr sitzen da aber wir brauchen so ein donat wissen sie was unterlasse hilfeleistung wäre wenn ich jetzt ich würde jetzt körperverletzung begehen wenn ich ihn die die rausziehen würde wissen sie warum weil ich sie dann verletzen würde ich habe gar nichts gemacht ich habe nichts gemacht super wollen da man diese wichser ja eine person hatte ein schlagring und zwar die person die rechts am gebäude liegt ich habe das md schon zu kontaktiert holen sie zwei einheiten dazu gott sei dank habe ich keinen schuss drin gehabt aller das ist ein bug hast du eine waffe dabei oder nicht ich taste meine ich ganz kurz ab hast du hier am rücken mal an okay alles gut ist nichts was ist neu die hose man die bezahlte mir die arschgeigen viele mehr teuer ist sie so keine ahnung 300 bucks oder so man das ist in der mich schon die pappen mit klos putzen kann sie das geld verdienen der herrn die fresse ja ich kenne die passen mal auf chantal auf ich hole mal im die kollegen ja 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 hallo also sie haben hier drei priorität zu dem officer der stichwunde oh was und so dass er das war ein messer okay ich will verletzt wie verletzt verletzt ihr hier scheiße der office da liegt dann auch was ich habe das gar nicht mitbekommen ja ich habe gerade nur beim auftasten gewerkt dass irgendwo blut der blutet und wer hat ja wieder den richtigen riecher welcher officer ist das halt die klappe ist falsch mit euch man ist alles heute machten die hier für ein scheiß ja was für ein aufwand betrieben wir haben hier nur gechillt die idioten man was sollten der scheiß warum habt ihr ein messer bei euch oh scheiße mann um einen apfel aufzuschneiden mutterfache fragt doch nicht so doof man ja die pd 99 hier mit einem lagerbericht in rancho wurden drei personen kontrolliert eine person hat ein messer gezückten hatten police officer evans erwischt der hat eine stichverletzung ist gerade in md behandlung möglicherweise schwerer verletzt ist noch nicht identifizierbar drei tatverdächtige in custody situation unter kontrolle haben vier einheiten hier projektur fünf und somit laggebericht ende passen sie auch nicht dass wir gleich besuch kriegen ja 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 sowohl komisch nach ein paar schläge sein aber hauptwächtig müsste taisen sein dass ihn ausgeliebt hat von nördlich war wikiru äh 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 drei personen sechsundzwanzig 305 punkt check check die 1 hinfahren sie bitte hoch zur straße nehmen sie raf sperrungen stellen sie sperren sie die straße ab jeder der durchkommt kriegt eins mit dem knüppel auf den kopf weg alles klar alles klar alles klar 501 können sie den patienten gerade bitte in die straßenlage legen und gucken dass er bitte atmet und dass der puls da bleibt 405 405 sie stellen sich bitte dahin wo die victor einheit steht quer nehmen ihre utensilien aus dem kofferraum und sperren die straße ab ja bis zur zur einfahrt also an der ecke hier das praktisch der abschnitt einmal komplett gesperrt ist jeder der das passiert kriegt eins auf dem aus also kriegt eine strafe ja jawohl nimm sie kollegen mit onlar bis zum anderen oder blö bis zum anderen Geht's dem Herrn? Ja, sag du das mal mit fucking Nadel im Arsch, man. Ja, solange du so ruhig liegen bleibst, ist ja alles gut. Yeah! Soll die Leitschule bis auf weiteres immer in Davis geführt werden, bis wir dieses Öffnungssystem da haben? Ja, wär erstmal gut. Das ist leichter gehen. Ja, check. Ciao. Können wir schon nach? Bitte? Soll ich mich da vorn zum Perimeter stellen oder hier die Position halten? Halten Sie die Position hier, halten Sie die Position hier. Danke. Einfach von der 415 auf dem Nordperimeter sind drei Personen. Ich schau nur einfach zu nutzen. Leck mir am Arsch. Das war ein Zap. まあ für hiu herz, mafu hiu herz, mafu hiu herz, mafu hiu herz. Hola, Commissioner. wunderbar und selbst auch danke graz ist schön ach die kurve ja wurde schon sobald die näher kommen gebe ich durch oder wie er gesagt lieber ein bisschen zu viel aber auch immer noch das prinzip halt beibehalten waren sie frei für den rtw im nördlichen pyramider bitte nachdem er passiert ist wieder zu machen einmal rechts rüber da wo die kollegen sind ja dankeschön wo sie streichen partner da war das evans stellen sie ihr streifen machen bitte dort also praktisch meiner war ich kann den umständen stellen sie ihn da bitte quer hin in dieser einfahrt zu dieser kleinen zu dem kein paar platze ja und stellt sich bitte daneben rechts hier rechts auf der seite gucken sie mal alles da ja neben der mülltonne genau check check wer braucht die erste hilfe ich möchte hier erst mal hilfe hier drüben welchen ok scheiße auf den kopf man lassen dort liegen man oder verrecken ok linke schulter rechte schulter ok 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 kuppeln ok 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 los kuppeln reaktion richtig schwach ok alles klar Dann hebt man schnell auf die Trage drauf. Okay. So. Einmal hopp. So. Okay. Einmal rein. Ja. Brauchen wir? Sollen wir dann nochmal kommen? Das wäre sehr gut. Okay. Warte. Ich mach dir mal die Türen aufschlagen. Check. Okay. Ich geh auf die Seite. Pack mal rein. Sieben ganz rein. Wir fahren nochmal raus. Abziehen den Namen schon mal vom PD. Von dem Officer. Ja, das ist Mr. Evans. Mr. Evans. Also Emil, Victor, Anton. Nee, ich glaube mit A warten Sie. Ich gucke nach. Ich denke mal dem Herrn vom PD. So. Warten Sie. Das ist der Brian Evans. B-R-I-A-N-A-V-E-N-S. Brian Evans. Mit A. A-V-E-N-S. Hab ich. Hab ich. Wunderbar. Danke Ihnen. Passt. Alles klar. Geburtsaktung haben Sie rein zufällig nicht, oder? Nee, hab ich leider nicht. Alles klar. Kein Problem. Okay. Danke, ja? Ich sag Ihnen kollegische. Ja. Den nördlichen Pyramide aufmachen. FD Einheit fährt jetzt raus Richtung MD. Wer war das mit dem Messer? Ich weiß es nicht. Einer von den beiden auf alle. Ja, wir sollten dir erst die Sachen abnehmen, bevor die Dame da rumfummelt, weil wer weiß, ob die wieder zustechen, ne? Ja. Es wird halt intensiv werden, du musst nicht reingrätschen direkt, aber ja. Aber in Zukunft bitte erst Waffen wegnehmen, dann. Ja. Wirklich? Das sieht soweit gut aus. Alright. Also, ich mach dir jetzt gerade noch ein bisschen Rinsalbe drauf und ein Pflaster. Ähm. Oh, Mann. Jo, guckt der auf meinen Arsch, man dreht euch mal weg, jo. Was mit euch, jo? Hab ein bisschen Respekt hier. Alles klar. Und das bisschen kann man wieder hoch. So. Also. Bam, ja, Mann. Du siehst soweit, alles sieht alles gut aus. Sollte dir irgendwie noch übel werden, dir schwindelig werden oder so, dann meldest du dich bitte nochmal bei uns, okay? Ja, klar, Mann. Okay, ist das so gut. Kann ich mich mal aufsetzen, ja? Also, von mir aus kannst du dich gerne mal aufsetzen, ist vielleicht ganz gut für den Kreislauf. Haben sie so aufblasbare Donuts, wo der Diste draus setzen kann? Nein, geht nicht, Mann, geht nicht. Okay, ansonsten leg dich lieber ein bisschen auf die Seite, dann ist das soweit in Ordnung. War das jetzt hier noch was anderes außer der Taser-Mann? Ah, nein. Okay. Nein, nein. Äh, Mann. Meine Hände sind in Ordnung. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Das ist dreckig, ja, umfackt bei den Hosen, ja. Das heißt, abbrechst du mich jetzt auch gleich oder hast du noch einen Patienten irgendwo, den ich nicht finde? Äh, ich würde sagen, wir nehmen die einfach kurz, den einfach noch kurz zu einer anderen Mitte machen, dass dann alles zu sein kann. Ey. So, gut, wir werden immer noch stark stehen geblieben von Fuchen. Einmal würden wir sie jetzt gerne abtasten. Ja, einer von den beiden hat ein Messer, was wir drin brauchen, ja? Ja. Das bringen wir jetzt gleich in die Forensik dann. Ein Messer? Oder ein Schlagring oder was auch immer das war. Bitte an die Kollegen des FDs in Zukunft, bitte lassen Sie erst die Beamten des LSPDs die Leute entwaffnen, weil wenn die nochmal zustechen sollten, dann können wir ihnen leider auch nicht helfen, ja? Ich weiß, dass die helfen wollen. Das ist ja eine Schlägerei, Mann, gerade. Richtig. Und deswegen ist der, deswegen, deswegen ist der ja, also sie drehen sich jetzt um. Kann mich nicht nur bewegen, guck dir mal diesen blauen Fleck hier auf einmal. Ja, genau. Und jetzt helfen wir ihnen auf und sie durchsuchen, durchsuchen sie jetzt, ja? So. Ich mach die Faxe nicht mit. Also. Wir fangen mit dir hier an. Dreh dich mal um, ich taste dich ab. Du sollst dich umdrehen. Ja, Mann, hab du mal so einen Beutel in der Hand und dreh dich um. So. Halt ihn einfach fest. So. Davis, sie machen den anderen. Ich helfe ihnen dann ebenfalls einmal auf und dann drehen sie sich auch um. Okay. Nehmen sie die Hände nach oben, ich helfe ihnen auch. Ich taste mal hier den Hoodie ab, ja? Ich fange einmal kurz an ihre Hose an. Leck mir mal. Ich fange aus die Brieftasche raus. Was ist das hier? Ich hab nichts dabei, Mann. Glaube ich, Mann. Gib mir mal das harte Stück da. Was ist das? Ist das ein Schlagring? Hier unten an der Hose, oder was ist das? Ah, ja, hier hab ich auch. Weiß nicht, wo waren du dran? Scheiße. Geh mir das mal. Schlagring, den nehm ich auch einmal raus hier. Herr Freeman, ich rufe sofort zurück. Teil von meiner Kette, Mann. Geben sie mir das mal. Ne, Mann. Guck mir das mal an. Ne, ne, nicht den Schlüsselanhänger. Ja, quickies. Heißt du, ich hab nur Schlüssel. Nein, 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 nein. Das da, das andere da. Das aussieht wie so ein sehr großer Ehering. Das hier, ich hab ja noch mal den Schlagring. Der ist von meiner Mama. Das ist von meiner Mama. Ja, dann zeig mir den erst mal. Los. Ja, damit. Okay. Das ist mein Mutters Schmuck, oder? Okay. Wie heißt deine Mutter? Arnicia. Okay, drehe dich mal langsam um. Jetzt keine. Umdrehen. Ich? Ja, umdrehen, Sir. Das ist keine Kette. Gut, dann will ich einmal Ihnen nochmal Ihren Personalausweis. Zeigen Sie mir den mal bitte. Selbe gilt für Sie. Ja, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Ey, wer hier? 432, bitte gleich willkommen. Wie soll es den ganzen Typen da ganz alles nachholen? 432, hör auf Sie, komm. Fahren Sie Richtung East, check, vorhin komm. Das glaube ich, es wird erst mal notiert. Warten Sie hier. Ähm. Was tippst du denn da? Schau was in mein Telefon rein, nur. Okay. So, Mr. Newman. So, Ihr Ausweis zurück. Einmal wieder umdrehen. 497. Okay. Schicken Sie Ihren Ausweis in die Tasche, bitte. Commissioner, ich glaube, Sie haben den falschen. Ich habe Newman. Ach, gut. Ich glaube, wir müssen gerade nochmal mit den Ausweisen richtig gucken. Okay. Äh, der Herr hier. Sie vor mir, kommen Sie mal her. Äh, ich bin Newman. So, zeigen Sie mir nochmal Ihren Ausweis. Das ist ein bisschen... Danke. Damn. Okay, ich habe Herr Newman. Können Sie wieder einpacken. Okay. Was heißt, kriege ich jetzt das Ding wieder von Römermann? So, warten Sie kurz. Wir fliegen aber wieder ab. Wir fahren jetzt in Sendung. Ähm, Dix, kommen Sie mal runter mit Ihrer Streifenpartnerin in die Straße zu mir. Ich stehe hier bei dem Tatverdächtigen. Ja, Break. Wir haben gerade... Haben Sie weiterhin Sichtkontakt zu der 1060? Ja. Äh, 5-3-1. Fährt am Dino-Deiner vorbei. Der schwarze Zutöp... So, Dix, welchen Rang haben Sie nochmal? Auf dieser 1-Aktur. Gut, Handschuhe anziehen. Haben Sie. Hab ich. Ich gebe Ihnen ein Beweisstück, ja? Das bringen Sie in die Forensik. Sie nehmen den Herrn Newman fest. Herr Newman hat, ich habe es gesehen, auf Herrn Evans eingeschlagen. Ja? Newman Evans eingeschlagen. Genau. Ich nehme Ihren Streitmagen und schließe mich kurz der 1060 an, ja? Alles klar. Gut. Herr Tutsch, der Herr ist Natchez, der weggerannt ist. Habe ich ihn bereits abgehandelt für Behinderung. Faut was anderes von Ihnen? Nein. Kommen Sie. Mr Newman, sind Sie Mr Newman? Welche Einheit ist unsere? 4-1-1. Wo steht die 4-1-1 oben, ne? Ah, das wissen will ich. Und Sie sind weiter jetzt in der westlichen Fahrtrichtung. Wegen Abrichtung East East Highway, Fahrtrichtung Süden. Wir bleiben da schön, Sir. Stehen bleiben. Wir bleiben auf dem East East Highway Richtung Südenrichtung Stadt. Wo ist denn? Fahren weiter südlich Richtung Tankstelle an der McKinney, was machen Sie? Wenn eine Märmischein sagen, vergehen kann. Ach Gott, ist das die Ernst? So, wohin? Weiter funken. Weiter Richtung Süden an der Tankstelle V2. East East Highway war es, glaube ich, dass das durchschauen ist. Welche Tankstelle? Vom East East Highway, weiter Richtung Süden. Nur noch ganz schwachen Sichtkontakt. Weiter Richtung Süden, East 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 Highway, Stadt einwert. Er wird jetzt auch beim Newsgläden abfahren. Sichtkontakt verloren. Die Tankstelle denn? Da am East 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 Highway, ein bisschen vor dem Newsgläden. Da ist nur ich da von den Tankstelle. Und sie ist das Navi. 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 Nächster rechts, nächster rechts. Weiter, weiter, kommen Sie, bleiben Sie dran. Sichtvertakt weiter verloren. Müsste die Landstraße immer noch Richtung Süden jetzt sein. Die Einer ist hinter mir, Q2. Der wird noch süd einwertwert an den Ölfeldern vorbei, statt einwert weiter. Nur noch ganz schwacher Sichtkontakt. Wird es nicht gleich vorbei kommen? 411 voll den Umback auf. Da kommt er. Oh ne. Hä? Der wird umlang gefahren. Der wird außen rum. Der wird außen rum gefahren sein. Hier ist er nicht dabei gekommen. Wirst du auf den Ölfeldern abgebogen sein? Der wird eher über die Straße gefahren sein. Dann sagen Sie doch nicht, nächste links. Ja, nächste Straße links. Hier ist so viel viel, Leute, willkommen. Da, hier oben, meint sie, ne? Genau, weil parallel ist die Ölfelder zum Beispiel, die ist so, dass die Straße, die kommt hinten bei der Brücke raus. Was war denn das für ein Fahrzeug? Ich sage kurz nach. Der Frage, was für Fahrzeugtyp war das richtige Fahrzeug gekommen? Ein schwarzes Masuka, vermutlich 1-100 mit drei Fahrzeugdächtigen drin. Einer davon hatte ein grau kariertes Oberteil an. Haben Sie einen Speedcam-Druck gemacht? So negativ ist dann doch so. Ich habe checkt somit. Was ich jetzt noch checken würde, ist in East, hier, wie heißt es? ja nein 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 die wie heißen diese straße die zwei ja genau genau hinter uns ja oder so wie ich verstehe sind die das gebäude noch genau die sie auf der straße oder eben schon standen die stadt einwärts ist doch links nicht doof rechts von uns okay ich habe das ich dachte der bremst aber ich komme sehen also kimmy scheiße aber können wir bitte einmal sagen wie nice das von walter war sie das fd nicht dass die karriere öl ausläuft oder so ist das nicht das fahrzeug was wir fahren das ist das fahrzeug was gerade geflüchtet ist hinten rechts ist die dame aus wir waren eine rauchen unten am ps ich habe den einfach nicht gesehen ich habe halt mein auto quer gestellt weil ich dachte er bremst aber er ist einfach weiter gefahren ja ich bin ein bisschen aber mit kinder ist gut er ist ja voll in die seite gesteppert ich weiß nicht ob der wagen ich muss mal kurz gucken hier frage der 561 hat schon jemand aus md kontaktiert sperren sie mal hier die straße abschicken sie mal nehmen sie mal den wagen sperren sie oben ab unser streifenwagen ist schrott die 411 ist schrott scheiße bikini nehmen sie mal ziehen sie mal die weste aus ziehen sie mal das oberteil aus ja ob sie ok fühlen sie sich irgendwie haben sie blut irgendwo ne wie fühlen sie sich alles ok wird ne prellung geben denke ich am armen weil ich habe halt im armen das gleiche gegen aber ich werde voll in die karte reingeklatscht ich schau mal md vorbei und sie das md ja setzen sich mal in mckinny setzen sich mal hin md sind gereichbar md sind gereichbar ja setzen sich mal hin setzen sich mal hin erstmal ja 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 wir lassen das lieber kontrollieren ich bleib'n danke rufen sie nochmal bitte fd oder md an hier der kollege vom bcs auch ja ja boah also ich hab das wollen sie sich auch kurz hinsetzen naja das ist gut ich bin noch ein bisschen im schock weil ich hab das nicht gecheckt dass der ist halt ohne licht gefahren und ich dachte er bremst halt aber er ist einfach durchgezogen er hat einfach durchgezogen mckini es tut mir echt leid wirklich ich wir haben mich gestellt immerhin ja wir brauchen dringend hilfe hier alter also ich muss sagen mein manöver war ja nicht schlecht aber ich dachte die bremsen warum haben die nicht gebremst alter warum haben die nicht gebremst also echt gefahren wie die irren sie haben mal sehen müssen wie die bei der ecs tankstelle abgebogen sind auf den letzten meter und ich kriege noch so einen pallader mitgenommen das war ein raubüberfall ne was ist das mit dem schaden äh ja wir haben die auch frische tat erwischt an der tankstelle dann hat er gewaltungsweise rausgelaufen ins auto eingestiegen ja folgende sache das fahrzeug hier also unser schrott unser schreifmagen ist schrott also da müssen sie mal gucken ob da auch irgendwas ausläuft also ich habe keine ahnung fakt ist dass dieses fahrzeug mit überhöhter geschwindigkeit von da oben runter gefahren ich habe mein auto quer gestellt mit einer handbremse weil ich dachte dass er abbremst er war aber näher als gedacht und hat hier ist in der beifahrertür eingefahren der kollege hier ich weiß nicht ob sie den mal lieber checken aber sich verletzt hat weil ich würde sagen es waren schon 20 25 mph er hat gebremst aber es war viel zu spät ja 25 mph geht ja noch also ich kann es nicht einstellen ich weiß es nicht ne ne alles gut du guckst dir mal den patienten an ich schaue dir auch den betriebsstoff an also der wagen ist auf jeden fall schrott können sie den ACLS schon mal kontaktieren ja das mache ich für sich was ist denn genau passiert sorry ich war auf der Beifahrerseite und habe gerade meinen rechten Arm so ein bisschen pannen Alter dieses Manöver Junge der rechte ja genau ich saß halt ja ne keinen sollt noch bewegen aber ich denke mal aber es gibt eine Pellung oder sowas ich schaue es mir mal an wenn ich jetzt hier oben an der Schulter drücke tut das weh? keine Ahnung ich glaube ich eher so auf höherer Elbenbogenbereich ich dachte der bremst alter gut Unterarm die Startdrücke tut das da? ja so sind es zwei vielleicht ok sehr hoch ich muss beim nicht anrufen ich würde ihnen jetzt eine Kühlkompresse geben dann halten sie das mal dran mit einer Müllbinde damit es nicht so kalt ist ey von Walter war der Mut schon nice aber ich sag der bremst halt genau und dann einmal hier die Kompresse damit es ein bisschen kühlt ja dann passt ich jetzt aber mach ich jetzt ein Bodycheck bei ihnen ja? ich fang von oben an wenn ich jetzt an den Kopf seitlich drücke tut das weh? das tut weh das tut weh ja? nein 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 ok ähm rechts Schulter haben sie ja gesagt das ist nix wenn ich jetzt links taste auch nichts links? ne da ist es ne Ahnung ok dann gehe ich jetzt mal langsam über die Wirbelsäule ja von oben nach unten wenn das weh tut sagen sie bescheid mach ich so jetzt bin ich so quasi in der Mitte in der Wirbelsäule und jetzt wäre ich am Steißband da ist nichts ne da ist nichts ok äh rechten mäßig rechte Seite wie sehr danke wenn ich da irgendwie ein bisschen fester drücke tut das weh bist weh wachen wir mal ein bisschen fester ja ich trink fester ich will hier jetzt auch nicht ne das ist auch nicht ne das ist auch nicht ok linke Seite ok linke Seite ey das sorry wirklich hauptsächlich der Arm ne der hauptsächlich der Arm gut aber ich muss ja trotzdem durch checken ne 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 ich mache ihren Job also ähm oberschenkel rechts wenn ich da jetzt drücke tut das weh oh da richte mich mal nicht so an ich habe mir so einen Kopf genau einmal den 20 jolt holster stelle check verdammt verdammt da reicht jetzt auch mal schritt sag mal willst du mich verarschen was macht ihr denn wieder hier für nummern ne ne ihr wart ihr wurdet gesehen ne 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 dass er mal straßensperre dass der mann straßensperre warum hast du dein fucking lichter nicht wenigstens an das gibt's doch nicht mit dem autofahren bringe ich dir nochmal bei einer ruhigen minuten ja letztendlich bin ich gut auto gefahren denn ich habe dich ja gestellt 1 0 für dich ich hab ja noch das vielen dank das ist noch ein autogramm wenn fucking gasolin dass mein kunstlernamen ich brauche keine autogramme von ihnen kollege bevor der abtransportiert wird ans abtasten ja hier die pd 90 kurz mit einer situation wir haben denn die beiden tatverdächtigen gestellt die möglicherweise die tankstelle im east east highway ausgeraubt haben der tatverdächtige unser wagen 411 ist schrott leitstelle für die 99 kommen tragen sie ein dass die 411 im fuhrpark schrott ist und von bennys abgeschleppt wird und zur reparatur muss kommen ja so negativ sind genügend officer hier ja pd 99 ende und alle kollegen gute arbeit scheiß die wandern jetzt nimm doch mal diese packen kann ja ist doch gut wir bauen die neue perimeter ab damit wir eine person in das pd bringen können ja check dann dementsprechend bauen wir hier alle perimeter ab weil ich das sehe ist der 1 das dementsprechend hier durch und müssen wir sagen was mit dem wagen ist ja da kommen wir jetzt mal drunter ne wo soll das wurde soll der dienst von der herren geschleppt werden wenn ich es kommt jetzt der hier ja gucken sie wo die 411 gehört auf den verwahrhof bei davis ja also der verwahrhof neben dem davis department wer war die ausrufende einheit dann sind das ihre drei kandidaten 3 haben sie schon abgedreht von der überführungswahrer einmal bitte ein von den herrschaften und einmal abtasten bevor er den ok was haben die gesagt ist kein steuertrauma nichts schlimmes ist es halt der abend der arme die knie bis entgegen geprellt hier 0 5 also gegen meine prellungen entwickeln nach oben kühlkompressor aufpassen wir haben auch gar nicht aber ich werde mal das endlich aufsuchen wenn es schlimmer wird die tage aber es ist dann ist mal taser ja er fliegt nach usbikistan ich dachte wirklich er weicht auf hier aus und bremst halt ab aber erst halt mit vollgas weiter gefahren ich habe einfach nicht damit gerechnet heilige scheiße heilige scheiße also er ist schon unterwegs ne ja die pd 99 kurze lage bricht davis wie sieht es aus in rencho der einsatz ist beendet wir haben soweit alles soweit meinem kennenzulernen alles abgehandelt wir haben pro schlagringe kontestiert die kollegen haben mich dann gekundet korrigieren falls es mehr ist und soweit beendet komm ja check haben sie die tatfertigen inhaftiert oder haben sie es vor ort abgehandelt und haben sie die schlagringe in die forense gegeben ich habe meinen schlagring dabei kollege müsste ebenfalls schlagring dabei sein wir haben strafmatte vor ort abgehandelt zur einfachheit ITV da links 1050 komm check somit gute arbeit pd 99 Ende die 1 5 10 30 Zellen oder sowas festgestellt ne aber bei der Seite domlokal ist gerissen dementsprechend draht aufhängen ist im Arsch ja wie die Achse unten drunter aussieht Lenkachse und alles sowas lenke Stänge muss der Arzt hier erst dann gucken ne ja aber so läuft jetzt erstmal nix aus wird jetzt die Batterie trotzdem abbrennen könnt ihr vorher die Lichtanlage einmal ausschalten ja natürlich da kein Strom mehr drauf ist ja natürlich da kein Strom mehr drauf ist ich hab mich am Lenkrad abgestürzt und das Auto hat sich ja kurz einmal zur Seite geneigt deswegen bei mir ist alles gut ich muss sie aus dem Auto fräsen check so habt ihr schon Abschleppdienst kontaktiert äh sollte eigentlich aber versuchen sie es nochmal bitte ähm McKinney Pennies ja ok soweit wisst ihr bescheid ich bin dann kurz mal beim Kollegen ne ja check check dankeschön 4 0 1 10 20 Lamesa Tankstelle 4 0 1 10 20 Lamesa Tankstelle check 5 0 10 20 startest jahe jahe ich gehe ernst ja doch mein Ernst ja der soll äh im Davis Department sich auf sein Fleisch setzen und warten er ist schon hier ja dann soll er warten alles klar ich sage ihm bescheid weg danke ich danke Ihnen tschau heilige ja das wäre Toto Bienwerder ich komme aus die Westputsch jetzt ein bisschen näher dran ja kann Poli Notfalls sagen was wenn ich es bescheidene und dann geht das Ding an zum Artikel jetzt dann nötig alles klar prima hoffnungslos der Blancosche ist in leer mehr da machte keiner Hoffnung ja scheiße dachte ich finde was zu essen da sind für kleine Päckchen hier drin was ist das er hat nur ein bisschen Mariana okay Was ist das hier, ein Kackbeutel oder was ist das? Was ist das, Hacke? Nur ganz spezielle Leute im Endeffekt. Alle Informationen außer 70 der Verfolgungsjagd, IP-3W, Heimat zu mir. Check. Haben Sie was zu essen dabei? Äh, ja. Check. Puh, das war krass. Das war krass. Aber immerhin haben wir sie geschnappt. Also ich hoffe, das ist auch wert jetzt. Und das verläuft nicht wieder im Sande. Ne, da haben sie ja drin, also sie wurden ja frischertart ertappt. Ja, also. Check. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Ich wohne mal ein Taxi. Ja. Hallo, ich brauche ein Taxi. Ja. Wer ist denn da dran? Hallo, Hacke. Richtig. Bei Ihnen zu Hause praktisch in der Gegend da, Richtung Ölfelder, brauche ich ein Taxi. Ja, wie viel besser rum? Zwei. Okay. Ich wohne. Ich wohne. Ich wohne. Ich wohne. Eine Information. Ich hab richtig. 161 ist jetzt der Watch Commander. Ende. Ah je, Harald Eckert holt uns ab. Ich hab doch genug gelitten heute. Oh, wie im Aktiv. Wenn ich hier betrunken ist... Checken Sie eine Einheit mal bitte dann zum Verwahrhof. Wir fahren nach Davis und packen lassen das Auto entgegennehmen. Lass Sie mal das am Verwahrhof entgegennehmen. Ja. Warte, ich muss mal hier den Verantwortlichen zu finden. Brrrr. Allein gelassen, glaube ich, tatsächlich. Super. Funken Sie. Ja. Die Sicherheit war weg. Der Kollege hat natürlich auch die Batterie abgekremt. Ja. Der Rest ergibt sich, ne? Ja. Angaben waren so 25 bis 30. Guinea, ich zeige Ihnen, wie es geht. Watch Command für die 99.com. Schicken Sie eine Einheit bitte zum Verwahrhof, die ein kaputtes Fahrzeug von einer Tatverdächtigen entgegennehmen kann. Aktuell nur eine Schleifungspflicht. Ich brauche aber keine 1010 dahinter zu bekommen. Ne. Ich brauche keine 1010. Ich brauche eine Einheit, die dorthin fährt. Sonst bestimmen Sie eine Einheit, die dorthin fährt. Die Jelax-Fillip-Recht. Es ist Anweisung, dass zwei Streifen am Verwahrhof. Bidi 99 hier. Vielen Dank für Ihre Bemerkungen. Wissen Sie, ich bin Commissioner des LSPDs und habe die Dienstanweisung geschrieben. Wenn ich diese außer Kraft setzen kann, dann kann ich das tun. Ja, check. Die 417 fährt an. Check. Check. 990 Ende. 417 somit. Ach, ich kann was für das Taxi. Die Tost von 50 Melds. Ich komme von 50. Oh nein. Da kommt sie ernst zu Bescheid. 416 10 20. Der Pteropädie löst sich auf. Was haben Sie denn da gemacht? Ein Foto. Wo vorn? Unfall. Wir warten auf den Kollegen. Was machen Sie hier? Was machen Sie nicht. Hatten Sie einen Unfall? Sagen Sie mal, was passiert ist. Ne, ne. Warum sind Sie Journalisten jetzt, die zwei? Na ja, kann man so sagen. Echt? Wie heißt denn Ihr Medium? Aralds Paper. So ist es. Aralds Paper. Wo kann ich das kaufen? Meinem Store. Welchem Store? Meinem. Okay. Was kostet eine Zeitung? 2,50. Oh, das geht aber. Dann nehme ich ein Exemplar. Hallo. Hallo. Da bin. Einmal bitte zum Davis Department. Ja, 17 20 Barbaro. Davids. Haben Sie kein Auto? Haben Sie das Ding gegen eine Wand gesetzt? Ne, ich habe das Auto genutzt, um ein anderes Auto zu stoppen, welches beinahe Menschen überfahren hat. Das gibt es nicht. Was war das? Das war ein Terrorist. Ne. Ein Idiot. Haben Sie den festgenommen? Den haben wir festgenommen. Alle drei. Scheiße. Hier ist ein Stopp-Schild. Nein. Sehe ich keins. Ich habe auch keins gesehen. Wir sind überhaupt nicht zu schnell unterwegs, oder? Nein. Ich bin bei 50. Echt? Gucken Sie doch auf. Gucken Sie doch auf jetzt. Gucken Sie mal kriegen sehen. Danke. 4, 3, 2, 10, 20. Wissen Sie übrigens, dass ich voll die Probleme jetzt mit dem Nacken habe, seitdem ich Zementer drin habe? Ja. Sie haben wir Kerl. Sie sind ein Arschloch. Ja, weil sie ihm in der Fresse geschlagen haben. Sie haben den Blaschloch und alles. Wo waren das hier noch? Hier, ne? Was ist das? Ja. Das ist der Arschloch, ey. Wunderbar. Aber ist das ein Fünfer hier? Ich kenne sie ja gar nicht. Ich halte sie hier, ja? Genau. Sie halten sie hier. Was ist das? Wir sind nicht aus dem Weltkrieg hier. So, was kriegen Sie? Ich ja wirklich halte. Ja, wir wären bei 10 Dollar. Genau, ne? Sehr schön. Komm, Bikini, geben Sie es mal weiter. Ja, ich kriege es mal ganz nichts weiter. Bikini, rüber, damit. Ja, 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 ja. Haben Sie viel Zeit, Bikini? Warten Sie mal im Motorhaus, bitte. Ja, ich gehe es auch mal hier mal weiter. Warte. Okay. Danke, Umwelt und so. Gut. Der Fahrer, einmal bitte aussteigen. Bitte was? Der Fahrer, bitte einmal aussteigen. Warum das hier? Ich hätte kein Geld erst mal bevor... Oh, was ist das hier? Also, ich bleibe hier sitzen jetzt. Wenn Sie jetzt fahren, dann... Sag ich Ihnen ehrlich. Platz mit die Hutschnur. Ich hätte mein Geld jetzt gerne. Was ist das? Jetzt kommen Sie mit. Wo fahren Sie denn hin? Sind Sie bescheuert? Wo fahren Sie hin? Hoppa, du hast gerade ein Flopoleis entführt. Wir haben kein Geld bekommen. Jetzt haben wir fanden. Hoppa, du hast gerade ein Flopoleis entführt. Wie heißt der Officer? Mit den Sie? Nee, ich habe das. Oh mein Gott. Mit den Sie? Ich hätte jetzt kein Geld. Ich weiß, dass das... Ja, schuldig. Ich habe den Pfand jetzt auch nicht. 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 Ich habe das Geld gegeben. Hast du mir jetzt geschnackt? Hast du mir? Ich habe kein Geld. Ja, nicht. Okay, dann machen wir es eben so und sage ich nochmal hier das Geld. Aber eigentlich habe ich das Geld. Dann machen Sie erstmal den Motorharts aus. So. Haben Sie? Das Geld jetzt gegeben. McKinsey? Nein, ich heiße nicht McKinsey. Es gibt ein bisschen McKinsey auf der Insel. Sie hat angekommen. Jetzt haben Sie mir das gegeben. Es geht mir so auf den Sack, dass Sie nicht mal Geld geben können. Schmeißen Sie es doch nicht rum jetzt hier. So, jetzt? Danke. So, der Fahrer... Ist drinnen, wissen Sie. Handkasse. Wir machen das doch ganz klassisch, ne? Ihr mögt das schon. So, der Fahrer einmal kurz aufsteigen. Ne, warum das denn? McKinsey, Sie berechnen bitte einmal, dass der Fahrer bei einem Stopp-Shit gefahren ist. Das stimmt nicht, haben Sie Zeugen? Ja. Das stimmt nicht, haben Sie... Nein, ich habe Zeugen, dass es nicht so weiß. Ich habe nämlich Fotobeweis. Sie können danach gerne... Sie können gerne danach gehen. Ich frage jetzt gleich. Sie wissen, dass es eine Ausfrage gegen Hauptbahnhof ist. Herr McKinsey, handeln Sie das bitte ab. Ich bin Beifahrer, Herr McKinsey. Hey, dann der Fahrer, dann mal aussteigen. Ja, warum soll ich denn aussteigen? Warum soll ich denn... Warum nicht? Ja, ich bin doch niedriger. Ja. Kommen Sie runter auf mein Niveau. Frage ist, Ihr Abschlepper schon auf dem Weg zu verlaufen? Wir warten hier schon länger. Jetzt ist der Moment gekommen, wir fahren. So. 10.90 Uhr. Was? Was war denn jetzt? Fanzi, 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 Fanzi. Wir sollen fahren, wann sollen wir fahren? Und Sie ab, Fanzi, Fanzi Richtung Hafen, los. Hafen? Was soll ich da reingeben? Hafen, die haben wir da hin. Wollen Sie zum Hafen runter? Was ist das jetzt? Herr Schreis, was machen wir hier? Fanzi, Fanzi. Sie machen gerade eine Entführung mit uns. Sie fahren ja ganz neu, sie machen ja nichts. Ja, wir fahren 50 jetzt auch, ne? So, jetzt mach mal Licht aus. Jetzt machen Licht aus. Jetzt fahren Sie langsamer, langsamer. Fahren Sie geradeaus weiter. Die Pkara langsamer. Da rechts, rechts, rechts. Ich fahre? Rechts. Oh. Hier über der Brücke oder was? Nee, rechts, 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 rechts. Rechts? Oh, dann habe ich nicht da. Jetzt fahren Sie hier links runter, hier links runter. Geradeaus links sehen. Hier, 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 hier. Ja, ich fahre hier links jetzt auch, ne? So, dann. Also quasi, die Kunden haben einen Anruf. Was sind wir hier? Ja, ich fahre hier. Eine Minute rum, MD, ja, kommt gleich rum. Nein, Dreh. Super, wo sind wir denn hier unterwegs? So. Wann Sie auch geradeaus? Ja, ich fahre. So, stopp. Wann Sie, wir können hier links fahren? Wann Sie links drauf? Wann Sie hier drauf fahren? Ja, ja. Wann Sie um da Taxi-Dichter aus? Ist das an? Das leuchtet hier so. Ist es, äh, ja. Das ist, äh, ja. Das ist, äh, ja. Das ist, äh, ja. Das ist nett. Das ist, äh, sechs Einheiten kommen. Wann Sie aus dem Motor? Oh. Ist das? Was ist das hier los? Also, wenn wir uns jetzt hier reinfassen? Nee. Fahnen Sie da nicht rein, ne? Ich glaube, ich war es nicht schwer. Ich fahre, ich war es. Fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre, ich fahre. Jetzt fahre, ich fahre, ich fahre. Jetzt fahre, ich fahre, ich fahre. Ah! Helfen Sie mir! Jetzt fahre ich, das ist ein Tierweiß drin. Ja, fahre ich. Ja, vielleicht ist es ein Schmerzen zu sagen. Helfen Sie mir. Was? Ja, ich fahre ich. Was soll das? Wann? Und fahr auf da. So. Und jetzt kommt's, Rami. So. 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 das ist ja nicht so was haben wir denn da drin nichts das ist ja gut sehen sie doch ist ja noch kauft das ist der plan ist weil sie haben sich jetzt offiziell entführt und jetzt suchen alle polizisten in dem start nach meiner person ist das jetzt ein test nee dann geben sie mir ihre waffe und was machen sie dann wenn ich ein führer bin muss ich dir irgendwie in abnehmen wollen sie dann auch wenn sie so ein bild posten dass sie mich in ihre geiselhaft haben aber das wäre doch voll gut nein haben sie haben sie einheit bei mir ist nicht alles gut passen sie auf wir machen das jetzt richtig spannend ich gebe ihnen das bild Nein, nennen Sie doch zu. Am Ende bin ich wieder vom Gericht in Wien. Ja, aber Arald, du kannst doch nicht dem einen, dem, dem, dem Nappi da schicken. Wem? Dem Nappi, ja. Er wollte doch ein Foto haben. Neb hier wollte ein Foto haben. Ne, der Schweiß wollte von Neb hier ein Foto haben. Ach, das war andersrum, also. Oh, ich höre ein Fahrzeug. Ehrlich. Was? Da müssen Sie weg jetzt auch, ne? Gehen Sie auf den Dixi-Clo, da finden Sie zu gut. Herr Eckert, Sie gehen jetzt nicht mal ins Telefon. Dann ruhig, ach du, die Leitstelle, also. Ich hab hier das Mal, 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 das Mal. So, was ist denn jetzt das Problem? Sie haben mich entführt. Ich habe gar nichts, bin nicht gefahren, oder ich hab auch gar nichts gemacht. Ich will gleich rüber nach Mexiko, okay. Ja, kommen Sie mal gucken, wo ich bin, dann sind wir weg jetzt, ne? Ja, dann los. Soll ich sie da hinfahren? Nein, die springen auf der Erse sollen. Helfen Sie mal, Opa, dass er da reinfällt. Das ist ja nicht so, dass wir ihn sehen. Ich will da nicht rein. Ich nehme den Blitz jetzt. Ich möchte nicht rein. Ich möchte nicht rein. Bleiben Sie mal stehen, Herr Eckert. Herr Eckert, Herr Eckert! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht, nicht, dass Sie da reinfallen. Ich weiß, Sie sind. Ja, so negativ, keine Frage. Ich weiß, Sie sind. Ich weiß, Sie sind. Ich weiß, Sie sind. Ich weiß, Sie sind. Herr Eckert, Herr Eckert, Herr Eckert! Haben Sie es geschafft? Sie sind gut. Die Frage ist, wenn führt, ihr wen? Ah! Gott sei Dank. Oh, die Kops, die kommen, durchkämmen die Ölfäller, boah, stinken sie, was ist das? Was meinst du? Soll ich mich mal bücken? Nee. Ach, der hat gerade übernommen. Das haben sie verdient, der Schmeiß. Boah, was haben sie denn gegessen? Das hat er schon seit Tagen. Ne, hohe Eier. Was ist das? Oh, die denken jetzt, dass der Salat der zweite Gaselnehmer ist. Ich höre dem Programm mit. Oh nein, nein. Da müssen sie aufhören. Das wäre ich gekündigt. Pass auf, sie rufen jetzt eine Nummer an. Rufen sie dreimal die Neuen an und fordern sie eine Million Dollar und... Die Spielen! Nein, kommen sie nicht. Ist doch unbekannt. Rufen sie unbekannt an. Sagen sie, sie fordern eine Million Dollar und die sollen am Flughafen in Sandy Shores aufs Airfield gelegt werden. Wir machen aber Hälfte, Hälfte, ja? Ja! Wir fordern eine Million Dollar. Oha? Nochmal hier. Ja? Sie sollten sich schnell wieder auflegen, sonst wissen die, wo sie sind. Ach so. Ich leg auf. Ich hab aufgelegt. Na gut. Haben sie unbekannt angerufen? Ja, natürlich. Wir kommen jetzt hier wieder hoch. Ja, weiß ich auch nicht. Scheiße. Wir machen jetzt noch Räuberleid, wir hier hoch. Kommen sie. Ja! Kommen sie! Kommen sie her! Arald, Arald, machst du mir mal eben... Ja, kommen sie her, ich zieh! Helfen sie doch jetzt mal. Ja. Kommen sie! Ah! Helfen sie mir den Oppo da hochzuholen! Ah! Ah! Der ist viel zu dick! Den kriegen wir gar nicht was. Ah! Das ist... Das ist ein Arschloch! So! Kommen sie! Ah! Oh Gott, ey! So, was ist das hier, Faser, ihr Schmeiß? Ja, wir warten jetzt auf das LSPD, ob die uns das geben... Ja, wir sollen denn hier herkommen. Nein, nein, wir warten erstmal, ob die die Forderung nachkommen. Eine Million Dollar! Ja, aber ich hab ja gar nicht gesagt, wohin und alles. Ja, warten sie doch erst. Warten sie doch erst. Aber eine Million ist nicht richtig, das wäre nicht schlecht. Wir müssen doch erstmal das Geld... Warum haben sie Schulden? Hä? Werte nicht gerne eine Million, ne? Mhm. Wir müssen das Taxi ins Wasser fahren, damit es keiner findet. Und jetzt haben sie ein Taxi? Und jetzt haben sie... Wenn sie uns ein Taxi bezahlen... Natürlich bezahle ich ihnen das. Wir haben ja gleich eine Million Dollar zusammen. Können sich 20 Stück davon kaufen. So verstanden. Seien sie ein, nehmen sie Anschwung und schmeißen sie rein, spielen sie vorher raus. Aber wer will denn ein Taxi? Also, ich will kein Taxi von den Millionen kaufen. Nee, aber das ist ein Beweismittel. Wunderbar. Da findet man ihre DNA. Wunderbar. Wunderbar. Was ist denn jetzt eine? Millionen Dollar hat er gesagt. Dörfstrecke wird mit Übernommen kommen? Ja, hoffentlich. Die sind gerade Most Wanted in der Stadt, ist ihnen das klar? Ja, ich weiß. Ich bin ja unter Dunen. Also, äh, wir sind hier bei irgendwelchen, äh, äh, Seelus und, äh... Ist da noch dran, Opa? Der ist, äh, ist so viel dran, ne? Ja, gut, da würde ich keine Infos geben, ne, wenn sie wüssten. Also, wir sind im Norden unterwegs, da am Wasser, an der Seelus. Ich werde gekündigt, als wir als Prüfen des Prüses nicht. Sie sind doch noch hier. Ja, was ist denn, wenn die Polis kommen, dann komme ich in den Knast. Ja. Nein. Nee, ich habe gesagt... Ich werde folgendes machen, ich werde folgendes machen. Wenn die kommen. Ja, häh? Was? Nicht, Herr Ecker, ich bitte nicht! Ich kann Ihnen das Geld nicht geben, Herr Ecker! Ich habe das Geld, ich, Herr Ecker! Oh, Sie sind das verheiratet, ich gehe gleich weg, der kann alleine stehen, oder wen? Also, da können Sie auch alleine hier weg, ne? Na, was machen, was geben Sie mir denn jetzt, dass ich Sie hier aus dieser Situation raushole? Bitte? Sie haben keine Anforderungen zu stellen. Oh, oh, ich höre einen interessanten Punkt. Wollen Sie was wissen? Ja, bitte. Die Sophia, oder wie die heißt, Sophie hat sie gerade beim LSPD verpfiffen, dass sie gerade mit ihr telefoniert haben. Ja, ich höre den Funk gerade. Doch! Ich höre den Funk gerade. Die haben sie einfach ausgeliefert! Haben Sie Live-Tracking im Fahrzeug? Ein GPS hier, ne? Ein GPS, achso. Ja, aber die hat wirklich das gerade mit dem LSPD. Passend auf, wir machen einen Test. Passend auf, ich zeige Ihnen was. Ja doch, die verrät Sie doch gerade. Ne, ich habe gesagt, wir sind im Paletto. Okay, passend auf, wir machen einen Test, ja? Rufen Sie die nochmal an, die Sophie, oder wie die heißt. Und sagen Sie, Sie sind auf dem Schiff bei der großen blauen Brücke. Da hinten, wo ich hingucke. Machen Sie das mal. Und dann sehen Sie mal, was für tolle Leute Sie bei sich haben. Machen Sie das mal. Nein, wir verstecken uns. Vertrauen Sie mir. Ich helfe Ihnen jetzt. Wo soll man sein? Da hinten bei dem Schiff. Gucken Sie mal. Drehen Sie sich mal um, Herr Ecker. Da, das Schiff. Sehen Sie die große blaue Brücke? Da beim Schiff sind wir. Nein, wir verstecken das Taxi bis dahin. Nein, wir verstecken das bis dahin. Aber Sie sehen jetzt, dass die Verräter bei sich haben. Rufen Sie an. Machen Sie das. Doch, Pito darfst du nicht weiter erzählen. Pito hast du nicht weiter erzählt. Was? Bitte? Doch, machst du es weiter erzählt? Ach so, ja stimmt. Nee, wir sind bei der Brücke, bei der blauen, mit dem Container schief. Jetzt sagen Sie die scheiße Cops und legen Sie auf. Oh, jetzt kommen die Cops. Ach so, das war sehr gut. Aber warten Sie, jetzt warte ich für den Funk. Warten Sie. Hat die zugegeben, dass sie sie verfrucht hat? Ja, die hat das gerade erstens gesagt. Warum? Ich weiß nicht, was so blöd ist. Was sind das denn für Verräter? Meine Frau aufschlagen. Ja, meine. Barbara. Meine Frau. Barbara ist Ihre Frau? Barbara Bam, ja. Aber die will doch immer den Opa, den dicken Opa vom Mofag bumsen. Bitte? Ja? Was? Wussten Sie das nicht? Was? Welchen Opa von... Wie heißt der denn? Der dicke Opa, der hier beim Mofag arbeitet. Millmann. Millmann. Ja, die will den doch immer bumsen. Sie hat mir immer gesagt, sie findet ihn schön, aber also, sie findet mich besser. 4.17, so mit? Ich weiß das auch. Ich ruf sie an jetzt. Es ist vorbei. Ich würde jetzt mal den Arsch... Ich stehe hier gerade rum, weil ich bin gerade ausgebucht, hab kein Taxi mehr frei. Ja, äh, einer, einer blauen... Ich bin ausgebucht. ... mit einem Containerschiff. Anmerkung, konzentrieren Sie sich nicht auf... Wir stehen hier mit dem Herrn Schwarz. Ne, wo Sie hier rein. Sagen Sie, Sie halten mir eine Waffe an den Kopf, sagen Sie das. Sagen Sie das. Wir halten ihm gerade eine Waffe an den Kopf. Jetzt legen Sie auf, sagen Sie, scheiße, die Bullen. Scheiße, jetzt kommt ja die Polizei. Oh, ich muss aufpassen. Wer sind Sie denn? Wer sind Sie denn? Ich finde er. Ecker, sagen Sie einfach eine Million und legen Sie auf. Ich werde genötigt von Walter Schweiß. Sie sind doch ein Arschloch. Eine Information von der 1.2. Damit einmal klar ist. Ja, sonst komme ich ja in den Knast. Dann passen Sie auf, jetzt packen Sie mal das Telefon weg. Dann müssen Sie jetzt das Taxi verstecken. Ja, dann machen wir mal. Komm, nehmen Sie das Taxi mal. Steigen Sie mal ein. Kommen Sie hier. Machen Sie mal hier den Kofferraum zu. Ja, ist eine gute Idee, wenn wir den erstmal zumachen würden, ne? Was die scheiß Drecksäcke wieder für RP kriegen? Jetzt werde ich wieder angerufen. Ja, gehen Sie nicht ran. Gehen Sie nicht ran. Ja, wir werden hier entführt von Walter Schweiß. Nö, da in der Mitte. Da fahren Sie zurück. Legen Sie auf jetzt, Ecker, sonst nehme ich meine Waffe gleich raus. Ich muss auflegen, der knallt mich ab sonst. Wer ist denn da dran? Ich habe gesagt, ich soll auflegen. Wer ist denn da dran? Der war irgendein Pompidil-Arschgesicht. Wo muss ich denn hin? Rückwärts. Ich habe keine Kamera hinten. Rückwärts, weiter, weiter. Stopp! Er hat es geklappt, jetzt er weiß ich auch nicht. Fahren Sie links? Er ist scheinbar einer der Entführer. Ich habe gerade sie besprochen, er meint, aber er wird von weiterer Weise geführt. Scheinbar ist Arald Ecker, der Entführer, der Telefon erreichbar. Oh, jetzt haben Sie sich Probleme gemacht. Weil das LSPD... Fahren Sie da unter die Brücke, man, damit man sie mit dem Helikoptern nicht sieht. Wo ist denn der Brücke? Geradeaus. Das LSPD weiß jetzt, dass sie der... Ja gut, das wussten ja auch schon vorher, hat er so viel schon verheirten. Stopp, stopp, stopp. Hier? Fahren Sie geradeaus, fahren Sie geradeaus. Waren Sie rechts, rechts runter, genau. Machen Sie den Blinker aus. Den Blinker. Den linken. So, machen Sie das Ding aus hier. So, dann lassen wir es... Fahren Sie weiter runter, weiter. Lassen wir in das Gebüsch. Wir machen das ganze Taxi kaputt hier, ne? Stopp, stopp jetzt. Kommen Sie, wir müssen uns jetzt verstecken. Kommen Sie mit, wir gehen... Zeig Ihnen einen Ort, kommen Sie mit. Zeig Ihnen was, kommen Sie mal mit. Warum machen Sie das eigentlich mit? Wir dürfen diesen Ort aber niemanden zeigen, versprechen Sie mir das? Ja, gehen Sie nicht ran, gehen Sie nicht ran. Gehen Sie nicht ran. Ich gehe nicht ran. Und somit. Ich weiß, wir müssen das am Ende nicht auflösen. Ja, das lösen wir noch auf. Dann knarren's. Wir sind zu zweit und Sie alleine wissen, wir haben hier Beweis... Sie haben Zement im Nacken, was wollen Sie überhaupt? So. Bin ich in Knaschen wegen, ich habe die Besten anwälte. Ja, wer sind denn Ihre Anwälte? So, Henker? Ach du Scheiße, Sie haben verloren. So, da haben Sie auch angestiegen, ne? Waren Sie schon mal hier? Ja, ich weiß nicht, aber jetzt war ich hier und ne. Ist aber schön. Eine Suche, das ist natürlicher Schweiß, das ist ja klar, jetzt. Die 530 liegt auf den nördlichen Set des Alamos ist auf... auf höhere Range-Station weiter in West-Sie-Fahrträgen. Was ist das für mir? In der blauen Drücke mit nem Gott. Bravo, 6, clear. Was ist das hier? Das ist ja wie ne Filmkulisse hier. Erwan meldet aus dem Laufraum mit... Oh, größe Schien, ja schwarz. Was, ey? Was, ey? Ich bin... ...Hater. Was sind Sie? Nee, du, die Schien. Hater. Oh, warte. Oh, Moment. Alice Taxi hat sie grad soeben verraten. Scheiße. Aber Sie, hören Sie auf damit. Das Kennzeichen ist Taxi. Wir werden nicht mehr planen. Nein. Also, Sie wollen eine Million Dollar. Wollen Sie die heute haben? Ich kann Ihnen sagen, Sie kommen nach... Jetzt gehen Sie mal weg vom Telefon. Weißt du genau, wie es ähnlich ist? Ich komme wieder in den Knast, weil sie eine Scheiße hier fabriziert haben. Das ist alles. Hm? Oh. Ja, was wollen Sie denn sagen? So, was machen wir denn jetzt, damit ich Sie aus der Situation raushol? Ja, dann frage ich Sie. Ja. Wir müssen mir einen Gefallen tun. Ja. Wir müssen jemanden für mich verprügeln. Bitte? Verprügeln? Hm? Und wen? Sie werfen mich jetzt gleich... Passen Sie auf. Sie werfen mich jetzt gleich raus. Also, wir fahren wohin? Ja. Dann steigen Sie aus. Rennen dort rein, verprügeln jemanden. Dann fahren wir weg. Den Arsch aufhören. Nein. Dann werde ich ja deswegen noch angezeigt. Nein, ich habe ja nichts gesehen. Ja, das sagen Sie so oft. Ja, aber in den nächsten Mal im Stadtpark hatten Sie das auch gesagt. Ja. Dann wurden wir gesucht. Wen haben Sie denn da verprügelt? Ja. Ja. Sie. Wo wir Ihnen schneiden, Sie sagen, schneiden. Ja, ja, ja. Sie haben gesagt, Sie gucken, wir sollen sich schneiden. Ich kenne Ihre Tricks. Also, Sie sollen Joseph Nelp hier mal eins auf den Kopf hauen. Nö. Warum nicht? Ich traue Ihnen nicht. Ich bin der Einzige, der dafür sorgen kann, dass Sie nicht bestraft werden. Ihnen läuft die Zeit auf. Die kommen immer näher. Die kommen immer näher. Scheiße. Also, ich haue keinem auf den Kopf, aber ich habe schon mal klar. Haben Sie Angst vor dem Joseph Nelp hier? Ja, sicher. Warum? Weil Sie mir gesagt haben, dass der Fleisch macht. Ja, wir sind gerade mit dem Staudamm herum. Was hat er gesagt? Der macht aus ihm Fleisch? Wie Sie haben mir mal gesagt, dass der irgendwo Fleisch macht. Telefon. Ja? Ja, Ihre beiden Taxifahrer haben mich entführt. Ich bin in so eine... Ist das wirklich so? Ja, die sind... Wir waren am Davis-Department. Und dann sollten die Bußgeld sein, weil sie über den Stoppschild gefahren sind. Dann haben die mich entführt, die beiden. Der Ecker und der andere Opa hier. Wir sind hier gerade in so einem... Wir sind in der Fleischerei in Easterl S. Ja, der hat da irgendwas gesagt mit Napier und so. Oh Gott, was macht der? Ecker! Na, Ecker! Ecker! Harald! Ich glaube, ich bin mal gespannt, ob Salami ein treuer Gefreund ihrer Gruppe ist. Ich glaube, ich nicht. Warum? Was haben Sie denn so gesehen? Ich habe denen jetzt einen Tipp gegeben und gucken, ob er das PD anruft. Ich glaube, ich nicht. Was wäre denn, wenn? Dann bin ich raus aus dem Bund, dann nicht. Ja, schon wieder zum 17. Mal. Oh je. Wir waren nie weg. Achso. Ja, meine ich ja. Das meine ich ja. Wann haben wir denn mal gekündigt? Nein, wie oft ich von Ihnen höre, dass Sie kündigen wollen? Ja, gibt kein Problem. Ja, gut, aber das ist natürlich auch nicht. Oh, ich höre gerade einen Punkt, was er sieht. Auftrag für uns, komm. Ich fahre nicht zur Fleischerei. Nein. Ach, Sie hören doch alles. Wir werden es jetzt eben. Und verraten. Wir sind jetzt so tief im Sumpf drin, dass Sie nur noch mit mir da rauskommen. Ja. Wolltest du abknallen oder was? Machen wir jetzt. Das kann ja keiner an, dass das so, 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 so. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das geht so nicht. Das kann ich nie machen. Weil dann würde ich ja doof aussehen da. Ja, ist ja auch so. Nein, das wäre nichts. Achso. Moment. Da setzen Sie sich wieder hin, alter Mann. Gut. Eine Information von der 1.22. Es fehlt ein Starnier beim LS-Taxi und ein Radius. Haben Sie einen Radius? Äh? Das Auto. Ein Radius ist ja der Taxi, ja. Ja, das fehlt. Ja, Korrektur, das Starnier ist gerade eben erst vom Hof weggefahren. Bei 7.000 Subs machen wir morgen auch ein Zwölfer. Äh, Overwatch, genau. Oh. Passen Sie auf. Sie tun mir jetzt einen Gefallen, Herr Ecker, ja? Ich gebe Ihnen jetzt mein Funkgerät, okay? PSB anfangen, anrufen, nachfragen, dass Schüsse gemeldet wurden, komm. Und dann, und dann funken Sie. Warten Sie kurz. Telefon. Wir müssen nur funken, dass Sie eine Million Dollar fordern. Ja? Die Arschloch. Nein, nein, nein. Ich dachte, wir vikulären was jetzt hier auf. Wenn ich das weitermache, dann glauben die mir, es ist ja noch mehr. Ja, ja, die knallt die dann gleich ab. Oh. Moment, Moment. U, B, P, A, S. Oh, das Kennsein wurde ermittelt. Ulrich, Bertha, Pool, 8, 9, 7. Nee. So, was heißt denn immer, Sie sind der wahre Don? Ey, warte, ich bin der wahre Don. Ja, was heißt das denn? Ist eine Art und zieht doch nicht da rein. Was? Was heißt Don überseht, sagen Sie mal? Idiot. Herr. Okay, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Oh, die lösen jetzt nicht auf. Oh, Moment, 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 ruhig, ruhig. Alter. Alter. Alpha 4 wird nach dem Einsatz der BSB angemeldet bekommen. Wir haben ein Taxi gefunden. Ölfelder South L. Oh, die haben das Taxi gefunden. Nein. Gott, wie stimmt das jetzt? Nein. Komm, Sie, wir machen das, ich rette, ich rette den Arsch. Lassen Sie, knien Sie sich hin. Ja, wir knien uns hin. Nein, legen Sie auf, legen Sie auf, legen Sie auf. Ich knie mich hin, alles was zu tun. Was ist denn? Ich knie mich hin, knien Sie sich hin, knien Sie einfach mit, hinknien. Lassen Sie mich reden. Nein, nehmen Sie die Arme hoch, so wie ich das, so sieht das aus. Wir bleiben Sie einfach so. Einfach so bleiben. Oh, die Stellung kennen wir auch nicht. Wenn wir uns hier verstecken? Ich habe keine Ahnung, was ich ist, lassen Sie mich reden. Da ist eine Treppe, da können wir hin. Gehen Sie sich wieder hin, sind Sie, Idiot. Ja. Die wissen jetzt, wo wir sind, oder was ist jetzt los? Die wissen, wo wir sind, die haben das Taxi gefunden. Moment, 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 hol ich, 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 wie auch immer. Okay, Sie haben eine einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Sie rennen jetzt aus dem Gebäude raus. Hören Sie zu! Sie sind ganz am Anfang. Sie rennen aus dem Gebäude raus, springen ins Wasser und schwimmen auf die andere Seite rüber. Ja, und dann suchen Sie mich sogar leben. Nein, ich kläre das auf. Ja, Sie klären das so oft auf. Soll ich Ihnen jetzt helfen, oder nicht? Die kommen immer näher. Soll ich Ihnen jetzt helfen, oder nicht? Die kommen immer näher. Die schießen Sie ab. Die schießen Sie ab. Wollen Sie das jetzt klären, oder nicht? Wollen Sie jetzt Ihren Arsch retten, oder nicht? Das ist die einzige Möglichkeit. Sie haben noch 30 Sekunden, das zu entscheiden. Ja, dann zähre ich runter. Wollen Sie das jetzt, wollen Sie Ihr Leben retten, oder nicht? Nein, Sie sind ein Arschloch. Ich weiß. Das ist die einzige Chance jetzt. Noch 10 Sekunden. Dann hauen Sie ab. Springen Sie, gehen Sie raus aus dem Gebäude und lenken Sie. Nein, wenn ich jetzt abhaue, werde ich das jetzt ein Selbstmordkommando. Nein, die sind nicht hier. Die haben nur das Taxi gefunden. Ruhig. Ruhig, ruhig, ruhig. Ecker, runter. Legen Sie das Telefon weg. Ist die, Ruf? Wir haben ja wohl einen Lattenschluss. Dreckig, Kerle. So anstrengend jetzt auch. Ja, ich habe auch lange im Oberarm. Herrlich, ne? Moment, Moment, Moment. Die sind jetzt beim Taxi. Das ist eine Einheit, die hier ist. Sie können jetzt abhauen, ne? Ich schwöre Ihnen, ich sage Ihnen, das war eine Übung. Jetzt hören Sie mal zu, Sie kleinen zwei alten Bisskerle. Sie springen jetzt ins Wasser und verpissen sich und dann komme ich gleich zu Alice. Ich springe doch ins Wasser. Ja, wenn ich ins Wasser springe, sind Sie tot. Warum das? Ja, weil auf sie wird geschossen, wenn die das gestürmen. Ja, nein. Ja, doch. Nein. Nein. Dann so wird die an jetzt. Aber wir müssen nicht weg. Sie springen einfach ins Wasser. Hören Sie doch mal zu. Sie springen ins Wasser und schwimmen weg. So, und dann komme ich gleich zu Alice Taxi und löse das beim Alice PD auf, dass das eine Übung war. Das ist ein Arschloch. Wir müssen beide, dass es nicht passiert ist. Ich gebe, hören Sie zu, wenn das nicht zutrifft. Wenn das nicht zutrifft, dann wissen Sie, dass Sie nie auf mich zählen können und mein Wort kein Gewicht hat. Ja. Aber ich bin nicht einer Ihrer Freunde. Wenn ich Ihnen mein Wort gebe, ist das so. Das haben Sie das letzte Mal auch. Ich gebe Ihnen mein Wort. Versprochen. Ich komme jetzt zu Alice Taxi und sage Ihnen, dass es aufgelöst ist. Sollte ich irgendwas tun, dann können Sie mich hassen und können mich auch... Ja, super. Dann können Sie mich... Sie sind nicht im Knast. Ja, wenn ich hier rauskomme, natürlich sind ich aber... Aber Schwarz, wirst du hier... Ich habe schon ein Blase entführt. Natürlich bin ich da im Knast. Aber wo ist eigentlich Opa? Ich war ja nur mitfahrend. Nein, ich war gar nichts. So, jetzt haben die gefunden, dass Sie Verstärkung angefordert haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit... Nein, wir müssen weg jetzt, Herr Rade. Ja, gut, das war's. Wenn Sie das nicht machen... Ich mache das. Ich schwöre es Ihnen. Springen Sie ins Wasser und hauen Sie ab. Ich will die Knie wieder in den Wortmeldet raus. Ja, los. Kommen Sie. Rennen Sie raus. Rennen Sie direkt zum Wasser und springen Sie rein. Opa. Spring... Ecker, springen Sie doch. Was ist? Was ist? Schrecklich doch mal, bitte. Hau Sie ab. Jetzt los. Der scheiß Oberwortsch kommt. Springen Sie ins Wasser. Los. Ab zum Containerschiff. Zack, zack. Zum Containerschiff. Los. Was hat der? Erfunden. Erfunden. Minus 5, 25. Venture Project. 502 mit einer Überführung. Fahrt vom Davis-Vivier in den Norden. Chill. Genau. Da auf dem Watch. Ja, die haben es echt geschafft, vom Overwatch abzuhauen, ne? Seid ihr wirklich ins Wasser gesprungen? Die haben es wirklich geschafft, abzuhauen. Aber die Cops auch geil dir, das Taxi steht hier. Ich wiederhole das Kennzeichen. U, B, P, 8, N. U, B, P, 8, N. Air One bestätigt positiv, kann man sich dieses Kennzeichen? Er trägt dann auf einen Nahbereich gegebenenfalls, im Auge behalten, da Taxi leer ist, wo sich Personen gegebenenfalls aufreißen können. Ja, 405 stecken Sie von Ihnen auf rechts das Gelände bei diesen Silos, das ist recht weitläufig, einmal bitte sichern. E-11 wird ja so Läschle kommen. Ja, sie kommen. Werden die Nordstreifen noch benötigt kommen? Ne, das ist nicht so kommen. Ja, check, dann alle Nordstreifen, normalen Streifen jetzt wieder aufnehmen. Äh, äh, Läschle Ende. Die U-Einheiten machen jetzt eine Toastage. Äh, die 415 ist jetzt auch bei den Ölfeldern, wir fahren gegen in Richtung, dass wir sie entgegenkommen. Das ist das LFB, soll sich jemand in einen Raum befinden auf diesen Ölfeldern hier. Wir haben hier unter der Brücke, wir haben hier unter der Brücke einen Taxi, einen Pick-up-Taxi bekannt. Okay, check. Ich wiederhole, es ist das LFB, soll sich nicht in einen Raum befinden, kommen Sie mit der Hosenhände raus, das Gebäude ist umgestellt. Halten Sie das Taxi da erstmal in Blick, wir stürmen hier gleich die Halle, da ist wohl schon bekannt, da gab es schon einige Vorfälle. Wir gehen da gleich, äh, wir sind hier sechs Personen vor Ort, gehen da gleich rein. Letzter Ausbruch, Herr Elter, das ist das Schwerf, schieben Sie aus und kommen Sie mit der Hosenhände raus. Das ist das LFB. Eine Streife von Ihnen da hinten hier noch mit nach vorne ziehen. Ja, die beiden, die 415 und die LFB direkt kommen. Gut, wir haben hier drei Herausforderungen rausgehauen. Und wir gehen jetzt rein. Ja, eine Streife, die bei der 419-Grenze ist einmal mit dazu geschlossen. Check. Aber wahrscheinlich ein bisschen die Silos hinter uns in den Blick haben, nicht, dass man unten geschossen wird. Positiv, keine Person auf den Silos oder im Innenbereich hinter Ihnen erkennbar. Ich bin eigentlich beide ins Wasser gesprungen. Ich muss mal in den Chat, ich muss mal in der Hand gucken. So geil, dass sie das RP mitgemacht haben. Genau. Wir stimmen jetzt auf 3, 2, 1, go. Hast du ihn mit erhobenen Händen? Wenn Sie sich hier drin befinden, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. L.S.P.D. Okay, wir sichern von oben, gehen Sie weiter. L.S.P.D. Befindet sich hier noch jemand im Raum. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Sichern Sie den Chief und raus mit dem. Ich krieg 100 Dollar von Ihnen. Stopp, 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 stopp. Also, Situation ist unter Kontrolle. Die zwei sind geflohen. Situation unter Kontrolle, soweit etwa. Die sind beide, die sind beide, die sind, die wollten irgendwas mit Wasser, haben sie immer geredet. Und sind wohl irgendwo reingesprungen. Beide sind wieder geflohen, sind wohl in Wasser gesprungen. Ich krieg 100 Dollar von Ihnen, Hill. Ich würde sagen, ich krieg von Ihnen 100 Dollar, weil wir sie geworfen haben. So, ich hab keine Ahnung, wo die sind. Die ist gut, ja, Chief? Ja, ja, die sind... Ja, wir wissen, wer das ist. Das war irgendwas wegen einem Knöllchen. Wir wollten ein Knöllchen bezahlen. Die sind nämlich über Stopp-Shield gefahren. Wir sind mit denen mit dem Taxi gefahren. Auf einmal haben die Vollgas gegeben. Aber hier sind die nicht mehr. Nee, 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 nee. Haben die sich mit irgendwas bedroht, waffenmäßig? Nee, der hat immer nur in seiner Hosentasche rumgefummelt, aber ich weiß nicht, was er da hatte. Okay. Ja, wenn, dann ist er bei LS Taxi. Die haben immer erst mit Wasser und LS Taxi gesprochen. So, also, um das ganz klar zu klären... Aber Ihnen geht's körperlich zu weit. Mir geht's ganz gut, ja, ich danke Ihnen. Ja, ich danke Ihnen. Ja, Kaffee wäre gut. Das hab ich nicht genug erlebt hätte. Harrison und Eckert, die beiden Personen, werden gefahren. Wann soll noch was essen? Nee, das passt. Leute, natürlich klären wir das noch auf. Was hatten die an, die beiden? Ich kann's dir nicht sagen, ich bin grad noch... Soll die 415 dann Nahbereichsfahndung aufnehmen oder vor Ort bleiben am Fahrzeug? Nahbereichsfahndung wäre gut. Das Fahrzeug werden wir gleich noch erkennungsprinzip annehmen, wir sind ja noch vor Ort. Das ist eine wunderbare Übung heute. Hat sie gesagt, dass wir nicht wegfahren, ne? Also, dass sie mal wieder einsteigen wollen. Eine Frage, der 1,26 befindet sich nur in der Einheit bei Alice Taxi? Äh, ja, die F-07 kommt. Check, verbleibens hier wird erst mal verurteilt, dass die Tärer nochmal in Alice Taxi zurückkommen kann. Ja, haben wir's nur mit. Äh, die Miss hat auch gerade eben versucht, den Herr Harris zu kontaktieren, der hat sie weggedrückt, komm. Check, 1,26 kann nicht. Haben wir hier raus? Ja, die können raus, ja. Wo wird eine MPU-Einheit benötigt, komm. Ja, check, bei diesem Entführungsfonds hier, El Rancho Gordix, eine Gas-Company, dort sollen die wohl in der Inflation schon verurteilt werden. 100 Dollar. 100 Dollar. Oh Gott, wie haben sie mich gefunden? Wie haben sie mich gefunden? Das Taxi wurde gefunden unter der Brücke. Oh Gott, okay. Die haben das Taxi dahin geparkt. Ja, die meinten damit auch irgendwas, dass sie es verstecken wollen vom Helikopter. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Unser Glück in dem Moment. Ziemlichweise hat er ja einen Wagen gesehen, glaube ich, ne? Ja, was gäbe es. Okay, was wir, ja, die sind auf jeden Fall, die haben eben was mit Wasser, Schiff, Brücke und dann Taxi. Mehr habe ich nicht verstanden. Und was wollten die von ihnen? Eine Million Dollar. Wo hat das Ganze angefangen? Direkt vor dem Department in Davis. Wir sind über einen Stoppschild gefahren und dann wollte ich mit Herrn McKinney Bußgeld einkassieren. Und dann hat die Vollgas gegeben und gesagt, ich wäre fun. Gut, das heißt, das Taxi ist jetzt aber noch hier, oder? Das heißt, wir müssen fußläufig irgendwo sein. Ja, die sind, die haben irgendwie Fluchtwegwasser, haben die mal gesagt, oder so. Ich habe das nicht mehr, das ging so schnell. Dann sind die rausgerannt. Aber warte, wenn die 1.04 kommen. Gert. Ja, checken Sie bitte nicht nur das Wasser, sondern auch noch die nahen Landwege, weil es sind ja schon nach ihrem, das bin mit einem coolen Besuch dann auch wieder rausgekommen. 1.04. Dürfen wir sowas auch als Übungsgeiseln einmal machen? Ist doch Ick auf einem HC-Projekt, oder? Verstehe ich nicht, was du meinst. Aber man kommt da hinten ja auch wieder raus aus diesem ganzen Gebiet. Ja. Erstmal Miller ist da mal reingefallen. Ins Wasser. Ja, aber er hatte wasserdichte Socken an. Einfach die Möglichkeit im Hinterkopf behalten, dass sie eventuell irgendwo ein Boot im Spiel ist. Ja. Haben Sie LS Taxi? Checken Sie das gerade? 432. 432. 432. Da sollte eine Streife sein. Ich bin nicht die Einsatzleiter. 432. Hört Sie. Hier Status kommen. So, dass Sie mit dem reingelegen sind. In dem Nahbereich kommen. 6 Uhr starten. Leute, es ist GTA-RP, man. Die haben doch auch Spaß, gerade die anderen. Hört doch mal auf, so einen Stock im Arsch zu haben. E1 für R1 kommen. Wir hören uns der Nahbereich, Mann, und wieder anschließen. Ich benötige einen Ihrer Nahbereichstreifen mal für das gegenüberliegende Ufer. Hier gibt es Bereiche, die wir als R1 nicht einsehen können. Wir sprechen hier vom Bereich nördlich der Einsatzstelle auf der anderen Uferseite. Anfahrtsweg über maistick arena park.com. Komm mal bei Ihnen mit, ja? Ja, check. Wir übernehmen Sie das kommen? Oh, Miss Towa geht eigentlich hierher? Nee. Okay. Nee, wir sind zu zweit nur noch. Ja, dann ist das. Wollen Sie in den Sidecorder zurück? Nee, nee. Wir müssen die ja finden. Nochmal bitte? Wir müssen die ja finden. Ja. Also ich würde sagen, entweder sind die hier nur in den Kanal rein und sind dann auch bei der Masspring Tower da raus. Oder die sind Elysian Ident. Blackrock, wenn du so weiter hier im Chat rumhattest, kriegst du einen Bun in meinem Stream. Ja, weil Overwatch hat ja hier jetzt niemanden gefunden, ne? Ja, aber gut. Außerdem ist das mein Server. Ich kann selbst hier 100 Elefanten spawnen. Die werden ja nicht einfach schwimmen. Okay. Ja, Commissioner, sind die beiden Herren sportlich unterwegs? Ich habe keine Ahnung. Die Frage ist, können wir ganz kurz mal drüber reden? Die anderen, die haten gerade sich kaputt oder was? Die haben keinen Spaß daran, dass sie so geiles RP gerade haben und ein bisschen Spaß haben. Nein, 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 nein. Das sind zwei ältere Leute, die, ne? 432 für R1 kommen. Und schön fast. Ne, ich bin glücklich nicht. Gut dann. Weil das hier wurde ja alles vom Overwatch geklärt. Ja, das wird alles geklärt. Der will dann irgendwo auf dem Festland sein. Die einzigen, die sich beschweren können, sind die Spieler. Harald Ecker und der andere Opa. Und ich glaube nicht, dass die sich beschweren, weil die nehmen so ein RP immer gerne an. Ich würde sagen LS Taxi. Da fahren Sie mal nach LS Taxi. Wir haben da auch noch eine Einheit stehen, auf jeden Fall im Notfall. Wenn Sie hinter der Person kommen. Ist das Allah, hat sich gefreut, er hat jetzt einen Kündigungsgrund. Echt? Ja, aber das hat er nicht ernst gemeint. Der ist doch bestbuddy mit dem. Da läuft jemand. Das ist aber kein alter Mann. Ne, hätte ich auch gesagt. Aber vielleicht hat er was gesehen. Ja, zwei alte, nackte oder komisch, dass die Männer stehen. ja hast du ja zufällig zwei alte halb durchnässt der männer lang rennen sehen und es klingt wie ein scherz ist es aber nicht die hier also steht man gut das klar wie lange jetzt hier schon ok so war das klar danke dir schönen abend alter heute ist das fd einfach alle kopf weggezogen weil die helikopter absturz einfach gemacht haben der gar nicht also hört mal um zu holen unter der prämisse dass der die wahrheit gesagt haben hat wenn das zwei alte nackte männer durch die gegend laufen die bündig wahrscheinlich in zwei helfen schneiden auch einfach mal annehmen hallo los hier zufällig zwei ältere herren gesehen die lang gerannt sind eventuell nackt oder durchnässt nackt 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 wagen wir Nora, wir haben niemanden gesehen, außer niemanden zu suchen. Jetzt den fragen wir ja, weil sowas ja auffällt. So, sucht ihr euren Partner oder so? Nee. Okay, gut, alles klar. Nora, nichts gesehen. Wunderbar. Schönen Abend euch noch. Hat der noch gesagt? Haben wir nichts zu verstanden. Auch ne Chance. Wer ist eingesperrt? Befindet sich kein Bennys Mitarbeiter auf dem Verbarhauf momentan. Verbarhauf ist... Ich bin ja mit zwei Verbarhauf, ne? Waren sie mal zu Alice Taxi. Check. Oh Gott, die denken nicht wirklich. Gerade auf den Urwald-Spruch, dass sie uns gerade ein fluchtiges Fahrzeug sehen. Ja, deswegen hab ich kurz die Lampen mal gemacht, aber scheinen sie nicht gesehen zu haben. Lassen sie mal aus. Fangen sie mal auf dem Schrottplatz. Drehen sie mal um? Umdrehen. Ja, ich wollte jetzt um die Mace Bank Arena rumfahren. Eine Frage an den Punkt. Welche Streiffahrer die hier beim Alice Taxi kommen? Dann fahren sie mal auf dem Verbarhauf. Auf dem Schrottplatz. Also, Schrottplatz oder Verbarhauf? Okay, die haben es begriffen. Dann können sie zu Alice Taxi fahren. Soll ich ihnen ein Geheimnis verraten? Gut, das nimmt jetzt negativ auf. Gerne. Oder, wollen wir es überhaupt wissen? Es gab gar keine Entführung. Okay. Es gab schon eine Entführung. Aber die haben dann Schiss bekommen und sind abgehauen. Also, die haben mich zehn Meter entführt oder so. Sie kommen. Und dann haben die Angst bekommen. Wie sind sie dann da gelandet? Ich habe gesagt, die sollen da hinfahren. Dann haben wir dann eine Zigarette geraucht. Ich habe gehört, wie Salah Salami all seine Freunde verraten hat. Ich habe Infos gesammelt. Und jetzt will ich wissen, ob die Cops sie beim Alice Taxi finden. Also, lassen sie es noch ein bisschen laufen. Die haben beide nichts gemacht. Sie haben einen Flieg zum Fangvorgang nach Puerta. Gut, wenn nichts passiert ist. Kann man ja auch nichts verfolgen. Aber der Harald Ecker redet immer davon, dass er der Don ist. Der Don? Ja. Was soll der ein Don sein? Ich weiß es nicht. Eine Information von der 1,22. Herr Ecker befindet sich hier bei Alice Taxi. Ja. Sehr gut. Ja, alle Einheiten anfahren. Dann werden sie sich jetzt aber freuen, wenn da jetzt gleich Party ist. Mhm. Ist jetzt zwar die Rede von Harald Ecker, ne? Ich bin schon davon. 50% TV ist ja schon mal ein Anfang. Ja. Stimmt. Und sie ihn auch festnehmen. Einfach nur mit zum Department nehmen. Einfach nur, weil er so eine Scheiße gelabert hat die ganze Zeit. Bitte. Tun Sie mir den Gefallen. Und MPD, sagen wir, dann hat es sich erledigt. Okay? Schön. Ja, dann müssen die beiden Kollegen da mitmachen. Ja, ja, machen sie das. Ziehen sie das durch. Also, Harald Ecker. Harald Ecker, ja. Der mit dem Frauentattoir auf dem Rücken. Ja, mal gucken, ob er das gerade zahlt. 432, 1040, alles ist taktisch. Nehmen wir aber nur einen Taser. Wo ist er denn? Wo soll ich vorhin? LSPD, auf dem Boden. Ist da Ecker. Auf dem Boden. Das war so eine Unverschämtheit wirklich. Sofort. Herr Ecker, das können Sie doch nicht ernsthaft meinen, Mann. Was habe ich Ihnen denn getan? Die ganzen anderen Menschen. Wo ist die Waffe, Herr Ecker? Wenn Sie nicht getazert werden wollen, haben Sie daneben stehen. Ey, was auf McCoy an. Das geht gar nicht. Geht ihr auf die Seite. Kollegen, bringen Sie die weg. Das fehlt nicht. Also, das ist die größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Wesanna, tun Sie das Telefon weg. Ich tue gar nichts. Tun Sie das Telefon weg. Nein. Nimm uns mal. Hey, stopp, 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 stopp. Ich habe gesagt, das ist... Stopp. Ich weiß, wir haben... Wir haben mir was geschworen. Also, ich muss das auflösen. Oh mein Gott. Herr Ecker ist Teil einer Verschwörung. Er gehört zur NSA. Und hat das alle abspioniert. Warum hat er nur eine Krawatte an? Warum bin ich in Nahen schälen? Kann ich gerne wieder abnehmen? Wir müssen immer darum beten, die Dame. So. Also, ich muss das kurz auflösen. Herr Ecker hat mich nicht... Achso, er hat mich faktisch gesehen schon entführt. Ja, lassen Sie mich doch ausreden, alter Mann. Denn er wollte sein Bußgeld nicht bezahlen. Und dann sind wir vom Davis Department weggefahren. Dann haben die beide aber Panik bekommen. Und, ähm... Ja. Dann sind die Dinge gelaufen. Scheiße, geht's ihm gut? Was ist mit dem? Ich bin gerade gestrommen. Walter Schmeid hat gesagt, schwimmen Sie, schwimmen Sie. Das habe ich nicht gesagt. Aber was war jetzt... Also... Der Ecker hat mir geholfen, das LSPD zu prüfen. Die? Sind anhält, Herr Ecker. Das war eine ganze Übung jetzt. Das war eine ganze Übung jetzt. Oh mein Gott, sie tun mir alle leid. Aber wissen Sie, was ich viel interessanter finde, Herr Ecker? Ja. Ja. Dass es tatsächlich Leute hier gibt, die Sie verraten haben. Natürlich. Ich habe alles komplett verraten, weil ich darauf keinen Bock habe. Aber ich habe auch gesagt... Aha. Das ist immer interessant jetzt. Na gut, ich kann dich auch kündigen, ruhig. So, jetzt reizig. Ich habe aber auch ihren Mitarbeitern gesagt, das würde halt so ein Walter Schweiß-Ding sein, ne? So. Also keine Ahnung, wir haben das alle nicht wirklich ernst genommen. Mein Telefon. Kurze andere Frage. Warum ist Mr. Ecker mit einer Boxershirt, Krawatte und Schuhe auf dem Boden jetzt? Weil er nass ist. Wer schläft mit, Mr. Harley? Was? Achso. Ich habe eine kurze Frage. Was? 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 Wo kommt der Anruf denn? Hier gehen irgendwelche komischen Gerüchte rum. Und ich möchte mich gerne vergewissern, was hier los ist. Also bei Ihnen wurde heute offenbar ein Officer gekündigt. Der heißt Reigns. Ja, richtig. Der Freund von Miss Harley. Ja. Der hat sich jetzt wohl, oder wird sich wohl bei uns bewerben. Um Gottes Willen. Machen Sie das nicht. Nee, ich wollte Sie nämlich mal kurz fragen, oder vielleicht das kann man auch morgen oder was besprechen. Ist schon spät, ne? Ja. Wenn Sie Zeit haben, können Sie morgen mal zum Department Davis kommen, dann können wir das einmal besprechen. Ja, das machen wir. Dann kann ich mir das auch direkt mal anschauen. Tag bin ich da. Okay, weiß ich Bescheid. Alles klar. Alles klar. Ja. Ja. Tschüss. PDI 99 Ende. Wirklich? Der Opa? Herr Ecker, wo ist der andere Opa? Herr Ecker, wo ist der andere? Ich werde jetzt vielleicht ertrunken wegen Ihnen. Sind Sie einfach abgehauen? Haben Sie sich nicht umgedreht? Nee, ich bin ja auf Flucht gewesen. Warum sind Sie dann ins Wasser gesprungen? Weil Sie es mir befohlen haben. Ich weiß, wie der tot ist. Herr Ecker, ich such dir was Schickes aus, ne? Herr Ecker, Herr Ecker, Sie kriegen von mir 5000 Dollar, weil Sie das gemacht haben. Ja. Wir ziehen jetzt besser? Ja. Sie sehen ja, ne? Sie können wieder abziehen. Ja. Drehen Sie sich mal um, Herr Ecker. Drehen Sie sich mal bitte um. Ich würde es sehen. Bitte, ich habe da was gesehen und ich würde mich vergewissern, dass es da ist. Was zur Hölle ist das? Schicksals. Drei, nine, fünf, wieder, arg. Sie sind. So, wo ist der andere? Der ist vielleicht ertrunken wegen Ihnen. Er schweiß. Warum haben Sie sich denn nicht umgedreht? Ja. erreicht man überhaupt nicht jeder war zwischen diesem container von diesem steg kannst du das herrat geben er steht hier ist also wenn wir ich will mich gleich bei ihnen ich muss kurz was klären es ist sehr wichtig wir haben eventuell toten ich muss mich da melden einer erst mal dafür sollen dass der ecker sich bitte anzieht ja bitte wo ist der andere opa der geht nicht mehr rein oder nichts geben sie meine kollege mal die telefonnummer jetzt geben sie mir die nummer von dem anderen opa jetzt also ich nehme sie jetzt gleich alle fest weil sie tatsächlich unterlassene hilfeleistung weil sie helfen müssen dass wir den möglichen mann der ist einmal ins wasser gesprungen der idiot man kommt jetzt in die akte rein ich hätte jetzt einmal gerne die nummer dass ich erst einmal anrufen kann wie bitte hinterher hin oder her das ist mir jetzt egal aber es geht um ein menschenleben ja also fünf für fünf was so schnell verstehe ich das nicht ach ja er wird tot sein na warten sie mal moment er versteckt sich nur wissen sie warum weil er sein telefon ausgeschaltet hat wenn er im wasser wäre wenn er wenn das telefon im wasser ist dann ist es kaputt ja aber aber die aber trotzdem kann man anrufen es deutlich es klingelt nur durch wenn das wenn ein telefon waren sie wenn ein telefon kaputt geht dann klingelt durch dann klingelt durch durch bewusst sein telefon ausgestellt der denkt er ist immer noch im film keine chance aber der geht selbst bei mir nicht dran und ich bin bei mir aber auch nicht ja weil der flugmodus hat er sieht das doch nicht mal ich bin mir sicher dass es ihm gut geht und er einfach nur sein telefon ausgestellt hat aber wenn ein telefon kaputt geht klingelt trotzdem durch es ist ja auf ausgestellt flugmodus man sieht da kommt ein halt der legt seine foto aber aber selbst wenn es ist sofort aus das heißt jemand hat es ausgemacht das heißt er hat es ausgemacht nein dann klingelt es trotzdem durch sie wenn kein empfang ist dann klingelt sich durch stimmt ja was sind sie denn auch ins wasser gesprungen sie bescheuert ich habe gesagt hauen sie ab ich habe mich das springen sie ins wasser aber es ist denn das über jetzt für eine übung und alles und was haben jetzt davon sie haben nichts davon entschädigung entschädigungsgeld vom lspd 5.000 dollar und sie echt ins wasser gesprungen warum was mit dem taxi eigentlich was steht da braucht wir brauchen sucht haben sie das fd kontaktiert klima klima frage der fd immer noch unter dieser brücke oder ist das mittlerweile wegges ankommen moment positiv steht da unter der brücke kommt ja bei mpu einheit ist eine mpu einheit im wasser kommen ja die nach dem riemen versuchen die frage ist ja was machen wir wenn wir ihn bis morgen auch den bestandte kontaktieren ich habe nicht gesagt er springt ins wasser können sie selber bezahlen wenn er so doof ist was soll das denn wie heißt er denn vergesst niemals dieser und durchfall ist gefährlich das war nicht ein lied von sehen wollte ich gerade sagen Aradwee. 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 Positiv. Könnte Herr Ecker bitte nochmal befragt werden, wo genau die ins Waffen gegangen ist? Nun, wir sind auch für übel bei der ganzen Aufregung. Aradwee. Ja. Nee, ich hab über eine Popacken zusammen. Nein, sie zusammen. Hast du auch eine frische Windel an? Nee, die ist aber ausgewaschen jetzt. Boah. Hast du wenigstens noch die guten Liebe, die dir geschickt haben? Aradwee. Nee, träg doch mittlerweile Stoffwindeln. Ach, Mann. Wir haben dir so viele geschickt. Also Frank werden auch und alle so. Herr Ecker? Ja? Wo sind sie denn rausgekommen? Aus dem Wasser? Ich bin so in der Nähe von diesem Containerschiff gegenüber. Also hier sind... Aber der ist schon vor dem Containerschiff nicht mehr, hab ich ihn gesehen. Ja, check. Er ist schon so lange unter Wasser, ich sag's ihm. Hast du das schon gesehen, ey? Ja. Ja. In der Mitte des Kanals... Aber ich bin jetzt tot. Ich weiß, was machen wir denn dann? Wer macht das denn, die Versicherung? Aufplicht? Wie? Wir sprechen bei dem Anlegeplatz Containerschiff allerdings von Stacheldraht umzeugendem Gebiet. Ich bereif, dass der Ecker hier aus der Wasser gekommen ist. Aber wir suchen weiter. Air One Ende. Ja, U10 durchsucht hier weiterhin den Steg und Umgebung, haben bislang aber auch keinen Fund gemacht. So, Ecker, kommen Sie mal rüber. So, Ecker, kommen Sie mal rüber. Was Sie echt rum erzählen? Ich hätte gesagt, Sie sollen ins Wasser springen, Herr Ecker, ne? Das habe ich niemals gesagt. Natürlich haben Sie das gesagt, Herr Schweiß. Ecker, das habe ich Ihnen noch nie gesagt. So. Haben Sie recht. So. Sie gucken, ich habe eine Handkasse dabei. Dankeschön. Hm? So. So. Hatte ich noch nicht gesagt? Nee, sie gehen noch 4.000 Dollar von mir, weil sie die Übung mitgemacht haben. Selbstverständlich. Ja. Wie bekomme ich die? Haben Sie ein LTM hier? Was ist das? Haben Sie ein LTM hier? Nee, nicht. Na. Aber oben. Wo ist oben? Ja, die Straße auch. Mal losstropfen. Ja. Ich gehe gleich mal gucken. Oh je. So. Haben Sie nochmal versucht, ihn zu erreichen? Kann ich gerne nochmal machen. Es klingelt. Aha. Sie leuchten Ihnen. Hier soll der Startpunkt gewesen sein und dann einmal quer rüber zum Containerschiff auf der anderen Hafenbeckseite. Aber es geht keiner ran. Ja, ja. Aber da es klingelt, hat er den Flutmodus rausgemacht. Also ist er bestimmt nicht abgesoffen. Moment, Moment. Opa. Hier. Ecker. Rufen Sie mal den Opa an. Ich rufe ihn nochmal an. Ich rufe ihn nochmal an. Aber ich kann ihn nicht verrieren. Aber ich kann ihn nicht verrieren. Er weiß, wo er ist. Nee, jetzt warten Sie mal. Es ist B-Mild. Es ist B-Mild. Es ist B-Mild, er weiß. Und jetzt nicht mehr im Flugmodus. Das heißt, er weiß bewusst, dass wir ihn suchen. Beziehungsweise hat er sein Telefon gerade aktiviert. Somit ist Herr Ecker nicht im Wasser. Ja. Ja, ich bin ja auch hier gerade. Äh, Entschuldigung. Herr Harrison. Das kann doch alles ein Fehler sein. Gut. Dann brechen wir die Lur hier. Nee, ich glaube nicht. Hm. Dann ist einfach mal jetzt was gewesen. Ich weiß nicht. Ich hab kurz gedacht. Was haben Sie gedacht? Sie würden mich... Ja. Nein. Habe ich kurz gedacht. Was haben Sie gedacht? Ja, das liegt mit dem Respekt vor Ihnen. Aber ich bin ja gekommen und habe mein Wort gehalten, oder? Ja, das bin ich gut. Das würde Ihnen hoch anreißen. Ich bin nicht so wie Ihre Freunde, die Sie sofort verpfeifen bei der Polizei. Na komm, ey. Hab ich gar nicht. Nee, doch. Sie waren die Erste. Das habe ich im Funk sogar gehört. Das habe ich dem Herrn Ecker live mit am Telefon weitergegeben. Das stimmt, Kleine. Und da ist jetzt gerade auch hier. Nee, stimmt. Ich war dabei. Ich hab ihn sogar abgeholt. Ich hab ihn sogar gerettet. Was heißt verpfiffen? Natürlich. Also, ich meine, man kennt sie ja. Sie, immer wenn sie auf Harald treffen, passiert irgendwas komisches. Entweder er wird entführt. Nein, das stimmt gar nicht. Naja. Und da dachten wir uns halt, okay, wird wieder irgendwas, irgend so ein komisches Ding sein. Dann haben wir das halt nicht ernst genommen. Ich meine, warum soll der Harald irgendjemanden entführen? Andersrum. Also, praktisch gesehen haben sie mich zweimal entführt. kurz. Da seien sie jetzt mal ehrlich. Ja, aber das war eher Opa. Ich bin ja nicht gefahren. Das war Opa? Ja, Opa ist ja weggefahren. Ich hab das nicht gesehen. Und die haben gesagt, ich wäre Pfand. gut zu wissen. Ja. Aber der sagt, der baut keine Chance, was er? Aber die ist natürlich eskaliert dann plötzlich. Nein, das wissen wir ja beide, ey. Gut zu wissen. Ja. Aber, Herr Eckert, das haben sie sehr gut gemacht. Ja, das weiß ich. Ja. Gut. Und mit den 4.000 Dollar bin ich noch zufrieden. Na ja, ich weiß. Was sagen Sie? Mit den 4.000 Dollar. Ja, natürlich. Sie kriegen Entschädigung. 4.000 Dollar. Und sie machen dann Hälfte-Hälfte und geben dem anderen Opa auch zweieinhalbtausend. Ja, selbstverständlich. Ja. Ich frag den, ne? Ja, selbstverständlich. Die wird er niemals sehen. Richtig. Gut. Wenn der, ähm, Harrison hier auftaucht, bitte rufen Sie sofort, dass er despedieren, ja? Er kriegt keine Strafe, er hat ja nichts gemacht, sondern einfach nur, dass wir wissen, dass er noch auf den beiden ist. Alles klar. Und damit ich dir 5.000 Dollar vorbeibringen kann. So. Den haben Sie an der Strippe? Äh, leider niemand ist jemand reingegangen. Ja. Ja. Hab's gerade noch mal versucht zu haben. Keiner drangegangen. Also passen Sie auf, ich hab da sehr viele Informationen rausgezogen. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. Der Herr Ecker nennt sich immer Don. Die verpfeifen sich alle untereinander. Das ist sehr interessant. Ich hab ja die ganze Zeit den Punkt mitgehört. Ähm, die überfahren jedes Stoppschild, was überhaupt, überhaupt geht. Die fahren mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Die driften ohne Ende, egal ob dein Kopf dran sitzt oder nicht. Ähm, das sind so viele Sachen. Auf jeden Fall, was ich sehr interessant finde, ähm, dass, wie gesagt, er sich immer Don nennt. Und anscheinend haben die anderen irgendwie Angst vor ihm. Vom Herr Ecker? Ja. Sondern, aber das hatte man sich eher mal die Frage stellen, ob sie überhaupt die Lizenz dann auch so behalten dürfen, wenn nicht so fahren. Ja, das sollten wir mal angehen. Ja. Aber dann müsste man eventuell wirklich mal die Lizenz mal hinterfragen. Ja. Ja. Oder wir sammeln einfach die Beweise und legen die dann vor. Wenn wir jetzt einfach jedes Mal schauen. Geht das Delikt an. Hallo, ich. Kann man das zusammen sammeln und dann vor Gericht bringen. Alles gut. Ja, aber die Gefährdung hat es noch. Ja, nehm ich nicht persönlich. Alles in Ordnung. Ja. 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 Und bezüglich der Übung, ich finde es sogar sogar sehr, sehr gut. Ja. Also ich denke, die Kollegen sollten das auch gut finden, weil das schult ja halt einfach immer. Nur es sind ja Situationen, die einfach so passieren. Ja, ja. Und der Ecker und der andere Opa, die kriegen beide ja 5.000 Dollar als Entschädigung für die Hilfe. Und dann sollte das auch in Ordnung sein. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, damit sind sie zufrieden. Alles klar. Ich danke Ihnen, Frau Schau. Ja? Ich danke Ihnen. Tschüss. Aber wenn der einfach durchgehend angerufen wird, dann ist es halt auch besetzt. Mhm. Er hat auf jeden Fall sein Telefon gerade wieder halt im Flugmodus ausgemacht. Und ich sage... Ja, oder er wurde halt nicht mehr versucht, von anderen Leuten anzurufen. Angerufen zu werden. Nee, 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 nee. Weil wenn ich sie anrufe, dann kann Herr Dupont sie nicht anrufen. Achso. Nee, aber wir waren ja alle hier. 4.05 wechselt auf den Flugmodus. Also ich kann es gerne mal mit meiner Privatnummer versuchen. Vielleicht geh da an meine Privatnummer ran. Okay. Dann lassen Sie... Nee, nee, lassen wir uns mal abhauen. Dupont. Ja. Wissen Sie... Wissen Sie, ob man auf das Gebäude da oben hinter Ihnen... Nicht so... Nicht offensichtlich umdrehen, ob man da hochkommt? Da ist eine Leiter oder nicht? Ja, ja. Von der anderen Seite mal nicht. Von der anderen Seite... Also man kann, glaube ich, da rein. Also wir waren schon mal auf dem parallelen Dach. Damit wir gleich observieren können, wenn der Opa hierher kommt. Mhm. Muss man ausprobieren, tatsächlich. Okay. So, wir sind dann mal weg, ja? Herr Ecker. Danke. Super. Tschüss. Tschüss. Wahnsinn, die Scheiben waren weg, ja? Hm. So, Dupont? Kommt mit. Wir müssen irgendwie auf dieses Gebäude. Ah, vielleicht über den Innenhof. Auf das Gebäude meine ich. Ja. Dann... Da gibt es, glaube ich, einen Innenhof. Der Rest, Sie können wieder fahren, ne? Alles in Ordnung. Alles klar. Check. Dankeschön für Ihre Hilfe. Check. Kommen Sie. Okay. Okay, ich kann nicht mehr. Ja. Weiß Sie das hier? Also auf das rechts von uns kommt man drauf. Äh, da war ich schon mal drauf. Das hier, wem wird das hier? Den Gedanken wir auch auf das andere. Das war jetzt nicht so. In Ordnung. Ich glaube, über den Innenhof können wir reinkommen. Okay. Weil wir haben halt diese Discohäuser hier noch mal angeschaut. Wir waren im Discohäuser hier. Wir waren im Discohäuser hier. Ja. Wie kommen wir da hoch? In den Leiter, oder? Ja. Genau. Aber da kommen wir nicht weiter. Ne, da kommen wir nicht. Ne, ne, eben. Da ist... Oder kommen wir vielleicht auf das andere Dach? Kommen wir da hin? Also, man kommt hier irgendwo... Also, man kommt hier irgendwo... Wir müssen mal kurz auflegen. Einfach... Ja. Chief, unser, ähm... 100 Dollar. So, ja. Lassen Sie einfach stehen. Ja. Dann sollen die hier Korskela und, äh... Ja, der wird schon hier reingepackt. Ja, perfekt. Da geht's ja vielleicht durch. Oh ja. Verrückt. Verrückt. Runter, 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 runter. Runter, 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 runter. Hinknien. Nehmen Sie sich wirklich. Nicht zu viel bewegen. Anni. 4, 3, 2, aktiv Richtung David. Check. Und da sind sie bescheuert. Danke. Ich kann ihn nicht sehen, sehen sie was? Nicht, dass sie hier hochkommt, ne? Vielen Dank. Sie haben uns bestimmt nicht gesehen. Ne, mich haben sie nicht gesehen. Oh Gott. M-U-4-9-2-10-20, Bootsanleger, Südlichleuchtturm. Die stehen da auf jeden Fall. Wenn die nichts sehen, machen die. Andere sind eigentlich eben vier. Es sind noch drei. Die gehen ins Haus rein. Ich wollte noch wissen, ob der Opa jetzt hier auftaucht. Ja, Leute, jeder zwölf Stunden Streaming ist was Besonderes. In drei Minuten streamen wir zehn Stunden. Und wenn ihr morgen auch ein Zwölfer wollt, Leute, bei 7000 Subs machen wir das. Ja, das sind jetzt noch Schritte von Nomen im Innenhof. Aber jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schätze, das sind unsere Zielpersonen von der Haarpracht her. Ja, zu viel, wir gehen jetzt. Frage der Leitstelle, was ist los? Ach, was denn super, Sie sind ja auch hier. Ich weiß. Gott, wie geht's Ihnen? Ich wäre fast gestorben. Ja, Gott sei Dank sehen Sie das nicht. Herr Ecker hat gesagt, Sie sind ins Wasser gesprungen. Warum haben Sie das gemacht? Hey, was soll ich denn sonst machen? Aber Sie haben es überlebt. Ja, ich bin geschwommen. Bis zum nächsten Leiter, da musste ich hoch, weil es zu kalt war und ich nicht gut schwimmen kann. Ja, ich habe schon mit Herrn Ecker gesprochen, danke, dass Sie bei der Übung teilgenommen haben. Sie kriegen 5.000 Dollar Entschädigung. Hä? Ja, aber nur wenn Sie jetzt gehen. Wann kriege ich die denn, Herr Schweiß? Morgen. Der Herr Ecker hat schon 1.000 Dollar bekommen. Und da halten Sie Ihr Wort? Ich habe mein Wort auch jetzt gehalten. Haben Sie recht. Aber die letzten Male nicht. Aber jetzt, vielleicht muss man irgendwann immer neu anfangen, Mr. Harrison. Ja, Herr Schweiß. Ich bin gespannt, ob ich morgen was Geld kriege. Haben Sie gut gemacht. Kann ich auch Geld haben. Nee, ist sie nicht. Was ist gut gemacht? Sie sind ein Verräter. Ja, werden Sie erfolgreich mitgenommen haben. Was heißt denn Verräter? Was? Erinnern Sie sich, Herr Harrison, was ich Ihnen alles gesagt habe, was der Herr Salah gemacht hat und ich habe Ihnen aus dem Funken 1 zu 1 einmal weitergegeben? Schwachsehen. Bitte? Ist ja gut da. Und jetzt weg vom Schreibenwagen. Aber ich... Aber schlag es noch zu, weißt du? Gar nicht zu. Habt schon zu Menschen im Nacken. Und wollen Sie jetzt noch... Also, ich komme morgen vorbei zur LS Taxi und Sie kriegen Ihre Entschädigung, ja? Ich bin gespannt. Ich weiß. Einen schönen Abend. Jetzt haben wir die Zivilisten mal mit einbezogen. Ähm... Oh, geht nie auf. Oh, geht nie auf. Ist auf? Ist auf? Ja, schon. Nee. Ja, fahren Sie nochmal zurecht. Ja, ist auf, haben Sie recht. Ah. Ah. Hat einen Arm, ey. Ja. Abwechslungsreich hat doch. Oder? Und jetzt ist LS Taxi auch dabei. Ja, aber sehen Sie, diese Übung, die war schon wichtig. Was sollten wir öfter machen? Ja, das hat mir leider auch gezeigt, dass äh... gewisse Hinweise nicht sofort hinterfragt werden. Welche Hinweise? Sind dann wirklich fast alle im Norden, weil irgendwas gesagt wurde von irgendeinem See im Norden. Ja. Das Taxi steht da und keiner kommt dort rein. Habe ich zum Beispiel nicht verstanden, wissen Sie? Ja, weil, also wir haben das Taxi ja gefunden gehabt, aber wir haben Ewigkeiten auf 1010 gewartet, weil die alle im Norden waren. Und wir haben das halt nicht geglaubt, dass so eine Sache dann wirklich dann im Norden ist. Wir sind halt dann davon ausgegangen, dass sie dann auf jeden Fall irgendwo im Süden sind. Das ist der Reigns, der ehemalige Police Officer, der möchte jetzt gerne, ähm, bei der Staatsanwaltschaft arbeiten. Oh nein, wird das dann so ein Staatsanwalt, der sich gegen SPD verschwören will? Nee, also ich habe den Herrn Friedman schon gesagt, da soll er sich nicht antun. Können Sie bitte alle Fahrzeuge, die nicht hierher gehören, auf den Hof fahren? Das müssen wir Herrn Tanaka dringend reden, ja? Kann man machen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre gute Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Namen noch. Willst du dann hier den Anlag direkt? Der Harald hat mich so gekillt, ne? Ja, was ist denn jetzt? Check. So. War der Tanaka gerade hier? Tanaka ist suspendiert. Ja, aber wo ist er? Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Er war hier nicht. Er ist suspendiert und habe den seitdem nicht gesehen. Er hat mich schon angerufen, deswegen geht er jetzt nicht mehr ins Telefon. Also, in der Lobbywahrer auf alle Fälle nicht. Und einer von Ihnen was zu essen? Natürlich. Natürlich. Bitteschön. Nein. Noch was zu trinken? Energy? Nein. Wie ist es? Ja, jetzt ruhig, ne? Das ZLP-OP, die ist eingeweiht. Warum? Ja, wir hatten einen Besoffenen, der hat gegen ein Auto getreten, wurde dann getasert, wollte dann mit Handschillen vom Pier runterspringen. Warte, kurz, eine Sekunde. Herr Tanaka, würden Sie einmal zum Davis-Department kommen? Ja. Bis gleich. Wir haben zwei aktive Strecken, eine UU, also Anmarkt. Genau, und dann hat er in den Zellen eine Infusion bekommen, wurde dann plötzlich bewusstlos, hat geblutet wie ein Schwein und musste dann von der App transportiert werden und daraufhin hatten wir dann einen halben Zellentrakt voller Blut und Kotze. Nee. Ja, schön. Im Delpero-Department, hier am Steg. Okay. Ja, da ist der Chief of Delpero. Lüge, ich habe schon gehört, es geht da. Ja, ihr habt einen Einweihungsfeier. Was hast du denn hier schon wieder gehört? Ihre Bude wurde vollgekotzt. Ja, und vollgeblutet. Oh Gott, das ist, ja, ja, klar, genau, das ist, ja, ja, ja. Hm? Ja? Mhm. Komm, würden Sie einmal nach Davis kommen, ins Departement? Ich habe Ihnen übrigens gesagt, dass ich nicht bei der Richtung erwähnen soll, dass es von Delpero-PD ist. Er hat gerade gefunkt, ich habe es gerade nicht gehört. Ihr wart, ist das so laut. Zehn, drei. Alles gut. 4, 3, 2, aktiv Richtung Lamesa-Pidi. Alles klar, ob Sie noch zu den Reisen gehen. Hier, ja, nee, die gehen noch zu den Dienst. Okay, ja, vorher 13. Achso, können Sie die Frau Harley mal herholen, bitte? Die soll am Anfang nach Davis kommen. Wer, was? Frau Harley. Pidi, elf. Ich weiß nicht. Mal ganz kurz, ob Kuskela da oben ist. Ich komme so weit wieder runter. 4, 3, 2, für Pidi, laschle, komm. 4, 3, 2, für Pidi, laschle, komm. 4, 3, 2, für die, laschle, komm. Selbes für die Anfang und die Elf rauswerfen, komm. Jetzt kommt Sie, will aus der Dienst kommen. Ja, aber ich muss mit dir was klären. Ja, sagst du mit, komm. Check, und dann einmal beim komischen Namen. Piel, laschle, endo. Gott. Okay, wir drücken jetzt Malinowski und McKinney gleich die Leitschule, ja? Wenn Herr Tanaka kommen, würden Sie dann einmal hoch in mein Büro bringen und die Frau Harley soll dann bitte auch davor warten, ja? Ja, ja, check. Ich danke Ihnen. Bin gespannt, wie Tunnels reagieren wir, Leute. Was ein RP-Tag, ey. Harald Ecker, Junge, der machen wir fertig. 2,31 für die 99, komm. Herzlich, komm. Ich befinde mich oben im Commissioner-Büro. Kommen Sie dann bitte dorthin. PD 99, Ende. Äh, Commissioner? Bitte? Wollen Sie irgendwie einfach nur zwei Fahrzeuge bestimmen, die ich hier an den Markt mitnehmen soll? Ja, ein Officer-1-Fahrzeug. Achso, ich gucke gleich. Nee, ich bringe ja zwei Mark rüber, aber zwei an den Markt sollte ich mitnehmen. Ja, äh, ich muss kurz was... Achso, warten Sie mal. Ich kann es ja von hier aus sehen. Ähm, boah. Das sind die SWAT-Buffalos, das sind die SWAT-Buffalos und das sind die Schief-Buffalos, oder? Äh, ich gucke schon in der Live-Twecke. Was ist denn das ganz linke da, was da steht? Äh, ganz links ist ein U10 an Mark Fugitive. Ja, den nehmen Sie mit. Okay. Ja. Die anderen, das sind, glaube ich, SWAT- und Schief-Fahrzeuge. Äh, daneben ist ein Schief-Buffalo, dann ist Buffalo-S. Ja, für SWAT, genau. Weil die haben ihre SWAT-Fahrzeuge stationiert. Welche Fahrzeuge haben Sie uns gebracht? Äh, ich höre die 406 in Victor und die 4243, glaube ich, in den Scout bringen. Okay, dann machen Sie das mal. Nehmen Sie dann im Gegenzug eine Undercover-Fahrzeug mit, ja? Weil der Rest ist SWAT, ich kann Ihnen leider mehr nicht geben. Mhm, alles gut. Okay, danke Ihnen, ja? Wollen Sie das bitte im Fuhrpark auch so ein? Dankeschön. Ja, mache ich. Brauchen Sie mich noch hier, oder? Ähm, ja, eigentlich schon, das ist ja ganz gut. Okay. Hören Sie mit. Ich habe Zeit, alles Gute. Wollen Sie mit Doppel? Ne, 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 alles gut. Okay. Es geht um die Suspendierung von Herrn Tanaka. Der Kukum wird jetzt noch dazukommen. Mhm. Wenn wir nochmal kurz das Gespräch führen, das ist schon gleich Kerbe wie Arnaudo heute Mittag. Ähm, da geht es aber bei Tanaka nur darum, dass ich ihm teilen will, warum das passiert ist. Weil wir haben ja bei Arnaudo schon gemerkt, dass das ja Quatsch ist. Die 2,31 hat sich der Air One angeschlossen. Air One aktiv Richtung Davis-Bidi. Air One kommt. Dann gucken wir nochmal. Zack. Wie landen die, Herren? Ja, hoffentlich ohne Explosion. Ist ja nicht der Kukum, ne? Das stimmt. Warten Sie kurz vor dem Büro, Herr Tanaka. Schnell, Herr Tanaka ist hier. Genau, und die Frau Harley auch. Und der Kukum soll auch vom Büro warten. Ja. Ihr könnt ruhig auch vom Büro warten, Herr Skater. Jo. Können wir nur einmal den Anflug auf Davis-Departung angucken, das habe ich noch nie gesehen. Ach nee. 4,30 Uhr über die Fluchtfahrt, Davis mit die Arschkacke. Check. Gut, kommen Sie mit, Herr Tanaka und Herr Skater. Frau Harley, Sie setzen sich kurz dorthin, ja? Frau Harley, Sie setzen sich kurz dorthin und Herr Tanaka und Herr Skater einmal schon mal reingehen, ja? Mhm. R1, 10, 20, Davis-PD und löst sich auf. Check. Dieben hat unser PD-System aktualisiert, das ist ultra sick. Gibt es die Platz, Herr Tanaka? Wie geht es Ihnen? Check. Naja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich auch, Herr Tanaka, deswegen sind wir hier, aber letztendlich sind Sie suspendiert aus einer Klärungsfrage nur, die sich eigentlich schon erübrigt hat. Und es ist wichtig, dass Herr Kukum gleich dabei ist, weil er hat tatsächlich dieses Gespräch begleitet, ja? 3, 7, 7, 3, 2, und 6, die sind die Lasse gekommen. Legt mir im Arsch. Das war ein Zapp. Hat sie gekommen. Kommen Sie rein, Herr Kukum. Sie haben sieben Monate. 10, 30, die kommen in Schabbelrohr kam. Gut, danke. Kommen Sie hier rum, Herr Kukum, zu mir. Wo sind Sie? So. Die Lasse erinnert. Also, Herr Tanaka, heute Mittag hat sich eine komische Situation im LSPD eignet. Gehen Sie ruhig drüber, Herr Skitter. Setzen Sie sich ruhig neben Herrn Tanaka. Wir stehen nur hier, damit Herr Tanaka weiß. Und zwar folgendes. Der Herr Reigns, sagt Ihnen der Name was? Ja, richtig? Der Rekrut. Ja. Der hat geäußert und hat Ihren Namen genannt. Ich komme ein Stück rüber, sonst wäre ich ganz schlecht. Entschuldigung. Der hat, genau, ein bisschen lauter reden, Herr Tanaka. Der hat geäußert, Sie hätten wohl interner herausgegeben in seiner Anwesenheit, während er suspendiert war. Er nannte auch an Naudo und McKinney. McKinney, genau. Haben Sie mich verstanden, Herr Tanaka? Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Nee, das wär's erstmal. Er sagte, Sie hätten mit ihm über Einsätze geredet. Ja, okay. Interessant. Das ist per se nicht möglich. Die Einzigen, die sich gestern mit ihm unterhalten haben, waren zuerst Sie. Und danach habe ich mich genau zehn Sekunden mit ihm unterhalten und ihn gefragt, wie es gelaufen ist. Daraufhin hat er mir keine Antwort gegangen und dann habe ich mit Herrn Kukum weitergeredet. Herr Kukum, können Sie denn Herrn Tanaka das kurz erklären? Also Herr Tanaka, Sie sind jetzt hier nicht angeklagt oder so. Mir geht's nur darum. Tatsächlich habe ich das Herrn Herrn Arnaudo und dem McKinney heute auch erklärt. Das ist praktisch im Sinne natürlich schon eine harte Anschuldigung, die er da äußert. Aber letztendlich hat sich das auch erklärt. Ihre Suspendierung wird nach wie vor sowieso aufgehoben. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist interessant, warum er das getan hat. Und im ersten Moment war ich etwas verwundert tatsächlich. Aber vielleicht kann Herr Kukum Ihnen das einmal kurz mit auf den Weg geben. Ja, hören Sie mich gut gerne. Können Sie nicht einmal hier stehen bleiben? Sie müssen jetzt, was machen Sie denn jetzt? Ja, alles cool. So sah das einfach aus. Es wurden Sie beschuldigt, Internas rausgegeben zu haben. Ich wurde beschuldigt, etwas nicht richtig gemacht zu haben. Andere auch und so weiter. Und genau. Es konnten keine Beispiele genannt werden. Noch er nannte er halt die Einsätze. Er hat nur gesagt, es wurde über einen Einsatz gesprochen, über einen Einsatz geredet. Sehr vage gehalten auch. Und Herr Kommissioner, um zur Klärung, weil das ja schon eine harte Anschuldigung ist, eines eines bis zu diesem Zeitpunkt noch Kollegen, wurde das so gemacht. Da auch der Kommissioner wusste, er ist hier, um die Sache zu klären. Genau. Und Sie sagen jetzt, Dannega, Sie haben noch nicht mal irgendwie mit ihm gesprochen. Das muss ich sagen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nee, aber ich meine, okay, Entschuldigung. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber es passt auf jeden Fall alles dazu, wie Sie das sagen, zu dem, was vorher alles auch war. Ich habe gesagt, ich habe mich mit ihm zehn Sekunden unterhalten, gleich nachdem er aus dem Büro rauskam, um ihn gefragt, wie es gelaufen ist. Daraufhin hat er mir keine Antwort gegeben. Und dann haben Sie mit mir... Darauf bin ich davon ausgegangen, also schlecht und ich kann schon mal die Kündigung vorbereiten. Nein, Sie ja nicht in dem Fall, Herr Tanaka. Nicht Ihr Department. Ja. Haben wir uns dann aber drum gekümmert. Ja, er wurde dann gekündigt und wissen Sie, wo er jetzt hingehen will, Herr Kukum? Wie, wohin will er gehen? Staatsanwaltschaft. Achso, ja, doch, Staatsanwaltschaft. Morgen Abend kommt Mr. Freeman vorbei oder morgen Mittag und der will dann mit uns ein Gespräch da führen. Also er hat schon gesagt, ist das der die Bella Halli irgendwie, ne? Schon die Runde. Ja, ja, genau. Und dann habe ich halt gesagt, ja, so. Und dann hat er gemeint, nee, also er sieht da auch kein Potenzial. Aber man muss auch ganz klar sagen, es war wirklich wild, ne? Es ging erst einfach darum. Also als erstes, ne, Herr Tanaka, ganz kurz für Sie. Also sind jetzt hier nicht angeklagt oder so, sind auch nicht jetzt. Das war jetzt in der Situation, diese Suspendierung wurde für alle drei Parteien ausgesprochen, als er noch Kollege war, bis zur Klärung, weil eigentlich war mein Ziel, dass er dabei ist und ihn gegenüber die Anschuldigung nochmal äußert. Und ich wollte jetzt, also ich hebe die Suspendierung natürlich sofort wieder auf. Also nur, dass es bei Arnaudo passiert, dass es bei McKinney passiert, dass es jetzt bei Ihnen auch passiert. Es war heute nur so viel los, dass es jetzt vorher nicht dazu kam. Also das ist erstmal meine Seite. Ich vertraue Ihnen 100 Prozent, das habe ich Arnaudo auch gesagt. Nur ich hätte eigentlich gedacht, dass er die Ehre hat, die Eier hat, ihm das selber persönlich zu sagen. Wissen Sie, was ich meine? Finde ich schade, weil, ja. Und Sie, Atamaka, sollten auch mit den anderen zusammen, hatte der Commissioner empfohlen, auch Entschädigungen anzeigen. So eine wilde Behauptung. Naja, also das Erste, was wir hier machen werden, ist natürlich, ich werde jetzt gleich Anzeige gegen den Herrn erheben, natürlich. Dazu werde ich mich ins Mission Road Department begeben, als Zivilist. Da ich in Weinburg wohne, wo dieses Department für mich zuständig ist. Das Zweite, was ich machen werde, ist, ich werde ihm so den Arsch mit einer Zivilrechtsklage aufreißen, und dass da ein ganzer Flugzeugträger reinpasst. Das ist meine, Atamaka. Das ist 0 Uhr, das heißt, ich wurde für den heutigen Tag nicht bezahlt. Ich habe heute ungefähr sechs Stunden gearbeitet und ich möchte das Geld gerne vom Herrn Reigns wiederhaben. Und deswegen hat Walter Weiß ihn suspendiert. Da wird es schwierig, oder? Natürlich, er ist ja schuld, dass ich nicht bezahlt wurde. Aber dann hätten Sie ja nicht arbeiten dürfen, glaube ich. Ja, da hat er doch nichts. Also Sie hätten heute für sechs Stunden, ah, jetzt habe ich es wahrscheinlich. Er wollte arbeiten, er konnte ja nicht. Nee, ich habe heute schon gearbeitet. Ich habe heute schon gearbeitet und ich hätte seit vier Stunden wieder arbeiten können, aber ich konnte ja nicht. Ja, richtig. Nee, das würde ich, ich würde auf Entschädigung gehen. Also vier Stunden ist jetzt übertrieben, zwei Stunden eher. Vielleicht auch sechs. Naja, also acht Stunden, ne? Ja, ein Tag. Das sind bei meinem jetzigen Gehalt 1.600 Dollar. Des Weiteren konnten circa 100 Staatsbeamte sehen, dass ich suspendiert bin. Das ist natürlich eine massive Berufsschädigung. Da setzen wir nochmal 2.000 Dollar an. Das ist, glaube ich, fair. Ja, und dann natürlich meine Pendelkosten jetzt, ne? Benzin ist ja auch teuer. Auf jeden Fall. Genau. Ich bin gespannt, was das wirklich macht. Einfach damit auch andere Leute merken. Ich bin echt gespannt, was das wirklich macht. Ich bin echt gespannt, was das wirklich macht. Tanaka sagt manchmal oft, er macht Sachen, aber macht das nicht. Bin gespannt. Das ist meine Meinung dazu. Also schwach. Schwach von ihm. Muss ich ehrlich sagen. Hätte ich cool gefunden, hätte er mir das so ins Gesicht gesagt. Ja, ich habe sie direkt versucht, sie zu erreichen. Sie waren leider nicht da, wie angekündigt. Er hat auch dann, Herr Tanaka, Chief Tanaka, beim Gehen, hat er noch Deputy Commissioner Marshall gesagt, dass sie die Gesetze falsch verstehen würde und so weiter, was auch nicht stimmt. Das wurde nochmal nachgeprüft. Also es ging darum, dass er ja... Zwei Nebenjobs hat. Genau, er hat gesagt, er kann zwei Nebenjobs haben, aber im Gesetz ist ja klar verankert, dass ein Staatsbedienst... Das ist klar, ja. Ja, da habe ich gesagt, ja, okay, dann bis dann, habe ich gesagt. Vor der Tür dann, ich habe ihn ja rausgebracht. Nehmen wir ihn auch gerne mit Kussern. Ja. Ich wollte ihn einen nicht versetzen lassen, hierhin. Aber ich kann Herr Kokum da verstehen, das ist auch in Ordnung so. Aber dann hätten sie ja Spaß gehabt, Herr Tanaka. Jeder braucht ein Ventil. Jeder braucht ein Ventil. Ja, ja, das hätte einen Tag gedauert, danach hätte ich ihn wahrscheinlich vom Dach geschmissen. Dann sind es immer nicht so laut. Ne, also ne, Herr Kokum, heben Sie bitte natürlich die Suspendierung des TÜRF-Tanakas auf, auch mit dem internen System. Wenn ich sie schon mal hier habe, auch nochmal, war ganz wichtig, die Frau Marshall und ich, wir waren jetzt heute beim ATM, Herr Tanaka, wir haben gesehen, Sie haben die Konten schon erstellt, richtig? Ja, drei Stück plus das LSPD-Konto, was dann in Davis umbenannt wurde. Ich habe die versucht zu sortieren, aber das ging leider nicht. Ne, warten Sie, warten Sie, wir haben das einfacher gemacht. Passen Sie auf dieses Konto, wo Sie schon Geld drauf hinüberwiesen haben, ja. Dieses Konto haben wir auf, also wir haben jedem Department, wir haben die Konten umbenannt, weil wir haben heute einfach mal das durchgezogen. Wir haben jedes Konto umbenannt, dann haben wir einen Verteiler-LSPD-Konto gemacht, da kommt jeden Monat ja die Zahlung drauf und die Frau Marshall hat nach ihren Budgetvorstellungen, und die Sie mir ja vorgeschlagen haben, Daueraufträge für dieses Konto errichtet. Das heißt, auf jedem Department kommt dann diese Summe, ja. Das ist schon alles geregelt. Das haben wir Ihnen... Haben Sie das mit dem Mofag schon besprochen, weil wir kriegen das auch per Dauerauftrag tatsächlich von denen? Ja, das kommt von denen auf dieses Verteiler-Konto und vom Verteiler-Konto geht es auf die anderen Kontos. Ja, ja, nur für die momentanige Buchhaltung, weil bis zum 1.6. ist die ja noch bei mir. Wo haben Sie die 5.000 Dollar her pro Department? Die war auf diesem Verteiler-Konto, was LSPD-Department-Konto hieß. Da war 26.000 Dollar drauf. Der Rest davon ist auf ein anderes Konto überwiesen worden, und zwar damit jedes Konto gleich ist und damit jedes Department das gleiche Budget hat, damit wir ab dem 1.6. jeder mit der gleichen Summe starten können. Und was super Freches, möchte ich direkt mal melden. Ja, warte, ganz kurz. Moment, aber haben Sie verstanden, Herr Tanaka, worauf ich hinaus will? Ja, ich habe das verstanden. Wir haben Hinweis, am 1.6. gehen dann nochmal 5 Überweisungen von diesem Konto weg, die Daueraufträge. Die haben Sie hoffentlich nicht gelöscht. Nein, 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 nein. Wir haben keine Daueraufträge gelöscht, wir haben welche nur hinzugefügt. Okay. Ja. Und ja, ich muss mir das einmal angucken, weil für den Monat war unser Budget schon ein bisschen short tatsächlich. Ja, okay, aber es sollte eigentlich passen. Also wir haben das geprüft. Dann haben die alle Officer ihre Ränge, die Officer-PD-Nummer wurde alle umgeändert, das haben wir alle schon erledigt, ne, Eskeda und der Kukum, die Spinde sind, das sind nur noch die Dienstmarken, müssen wir noch alle fertig machen, aber sonst sind wir eigentlich mit dem Umzug so weit durch. Achso. Meine Dienstmarken habe ich schon, also. Meine auch. Im Mission Row haben wir auch schon gemacht. Okay, ja, ich glaube, Miller ist auch schon durch. Genau, eine andere Sache, die ich jetzt habe, passen Sie auf, da würde ich Ihre Meinung von Ihnen allen haben. Also haben Sie hier Tanaka entsuspendiert, Herr Kukum? Jawohl, im System und im RDP. Gut. Und zwar vor... Vielleicht mögen Sie sich kurz einstempeln, dass das wenigstens nicht... Ja, jetzt ist es auch schon egal. Also folgende Sache, heute kam, vor ein paar Tagen kam ein Police Officer, sein Name ist Frey. Erinnern Sie sich an den? Das war der, der Herr Bischloff erwischt hat, als Bischloff intern herausgegeben hat, an die Racer. Ja. Und der ist ja dann, der ist ja, das ist schon etwas her, genau. Und erst dann, kurz danach, nachdem das passiert ist, ist er einfach spurlos verschwunden gewesen. Und wir haben alle gedacht, Bischloff hätte den umgebracht oder er wäre tot. Er kam jetzt aber vor drei Tagen einfach wieder ins PD und hat gesagt, ich bin hier wieder da, tut mir leid, ich habe mich nicht gemeldet und ich würde gerne meinen Job wieder haben. Das sehe ich ein bisschen kritisch. Aber ich habe gesagt, er soll eine Woche mal in der Stadt sein, die Füße ruhig halten und dann können wir weiter gucken. Frey war ein Engagierter, wenn ich mich da recht erinnere. Aber warum haucht der einfach ab? Das, ja, muss man mal fragen. Also ich habe vom Herrn Frey tatsächlich kein sehr gutes Bild. Also laut meinen Aufzeichnungen sehr schlampiger Officer. Hat sich gerne in andere Sachen eingemischt, wo er nichts zu suchen hat. Hat selber diverse Blödsinn gemacht. Hat öfters seinen Beziehungsscheiß mit ins PD getragen. Was war denn sein Beziehungsscheiß? Ja, der war irgendwie permanent mit irgendwelchen Staatsanwälten liiert und hat die ganze Zeit Bedrohungslagen mitgebracht und keine Ahnung was. Also, ja. So viel wusste ich nicht. Ein Protokoll sieht da nicht so nett aus bei den Herren. Okay, also Herr Kokum, wenn Sie das Bewerbungsgespräch mit dem Herrn nochmal haben, dann führen wir den Herrn Tanaka mit. Ja, nehmen Sie den Herrn Tanaka entweder mit oder bringen Sie den einfach her. Ja, weil ich habe andere Einblicke. Auf jeden Fall, das wäre wichtig. Ja, weil der hat Unruhe gebracht, tatsächlich. Ah, nee, sowas brauchen wir nicht. Ja, Herr Kokum, das ist doch super für Sie. Nee, Unruhe wollen wir nicht. Die sind alle so motiviert gerade und so, dass wir mal gern beibehalten. Okay, alles klar. Gut, dann Herr Tanaka, Sie können Ihren Dienst wieder antreten. Ich werde jetzt mit Frau Harley noch ein Gespräch führen müssen. Genau, Herr Tanaka. Checken Sie das bei der PSB bitte ab. Eine Sache noch, Herr Tanaka, bevor Sie gehen. Was soll ich bei der PSB abchecken? Deswegen den Daueraufträgen und den einzelnen Konten, damit Sie auch da einen Überblick haben, ja? Ja, wichtig ist halt nur, also dieses Budget, was Sie jetzt verteilt haben, das muss ich dann jetzt in der Nacht schnell machen. Das muss einmal durchrechnen, schnell wie viel jeder für welchen Punkt zur Verfügung hat, weil nur weil 5.000 Dollar drauf sind, heißt das nicht, dass man 5.000 Dollar zum Beispiel für Wartung hat. Ja, ja, ich verstehe, okay. Da muss ich einmal kurz durchrechnen, wie weit wir den Monat schon sind, tatsächlich, damit die anderen Departmentleister sich nicht strafbar machen. Wissen Sie, was viel einfacher wäre, wenn das Mofax sagen würde, Sie haben pro Monat 25.000 Dollar pro Department, was Sie mit Ihrem Geld machen, ist mir scheißegal, Hauptsache Sie halten sich an die Regeln und machen keinen Unfug damit. Weil, dass man uns vorschreibt, wie viel Geld in die Reinigung geht und so weiter, das ist ja ein Hickakuch 10. Ja, der Herr Milman wollte mit mir reden, aber ich habe den leider verpasst, weil der hat so um 20 Uhr angerufen, da bin ich ja meistens nicht da. Ich habe dem jetzt noch mal eine Mail zurückgeschrieben, wann ich kann, ich gehe mal davon aus, dass er sich dann diese Woche noch mal meldet. Dann haben Sie dich ja Milfman gesagt. Ey, Milman. Der Milfman bei Mofax. Sag Sie ihm das bitte nicht. Nein, 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 nein. Okay. Aber, ja, aus meinem Pidi, so sage ich es jetzt einfach mal, ja. Ist ja auch in der Pidi. Ja, aber auch, gehört dem Bürgern, aber da, wo ich bin. Gestern hatten wir noch zwei Reihenverbandskästen. Heute, sagt Koskela zu mir, sind nur noch vier Verbandskästen, ich gucke nach, ein Verbandskasten, hier Erste-Hilfe-Kasten drin. So viele Autos haben wir gar nicht, wie viele Verbandskästen da jetzt Erste-Hilfe-Kasten weg sind. Da haben Sie leider, da liegen Sie leider falsch, tatsächlich, war das, ist das vor einigen Tagen schon gesunken. Okay. Ähm, ja, das war aber, das hatte ich Ihnen aber auch gesagt, Herr Kukum, tatsächlich. Aber jetzt ist nur noch eins da. Das ist ja alles Katastrophe. Ja, ich hatte Ihnen aber, ich hatte Ihnen explizit gesagt, Sie müssen wahrscheinlich noch mal Verbandskasten nachbestellen. Ja, okay, komm ich schon mal. Mündlich, ne? Wir brauchen eine Handvoll Verbandskästen. Nehnehmig ich Ihnen, dass Sie die bestellen können. Äh, ja, äh, Kukum, nimm einfach unten, äh, äh, zehn oder fünfzehn mit oder so noch. Hast du erst mal welche. Ähm, ich weiß nicht, wo Sie genau, aber machen wir nach. Direkt, äh, ja, das ist so ein roter Schrank. Zeigen Sie ihm das einfach, Herr Tanaka, ich muss sowieso mit der Frau Halle zählen. Ja, zeige ich gleich. Alles klar, gut, dann ist das alles hier geklärt. Dankeschön, Salam Aleikum, Malaikum Salam, raus jetzt. Ja, äh, ja, genau. Ich bin auch hier später, Herr Tanaka, ja? Ja, solange ich Zivilist bin, ich, ich, ich muss Ihnen noch was geben, Sekunde. Gott, was haben wir? Voll die? Hahaha, was? Was? Hausmeister? Sind doch die Hausmeister. Ja, doch, ich bin der Hausmeister. Sind doch, aber haben Sie auch, haben Sie auch so eine, so eine, so eine, so einen Dienst, ähm, sag mal, so einen, so einen Dienstausweis? Äh, nee, hab ich nicht, aber, äh, ich hab, ich hab rausgefunden, man kann Visitenkarten bestellen. Ja. Hab mir mal 400 drucken lassen. Warum sagen Sie denn Hausmeister? Das ist so ein, äh, interner Scherz. Okay. Soll ich Sie jetzt behalten? Dann zeige ich mich auf dem PD auch als Hausmeister. Okay, dann behalte ich die. Das ist die... Na ja, Visitenkarte. Ja, okay, behalte ich. Würde ich ja in meine Dokumententasche stecken, aber leider, haha, ist die voll. Ja. Ja. So, Frau Halli, kommen Sie. So, Frau Halli, wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut, komme ich noch. Klingt aber nicht so, als ob es Ihnen gut geht. Ich hab gehört, Sie wurden, äh, entführt. Ja. Was ist passiert? Weiß ich nicht genau. Okay. Haben Sie eine Ahnung, wer ist... Das haben maskierte Männer und die haben mich mitgenommen. Was wollten die von Ihnen? Also, tut mir leid, dass Sie mal Opfer davon werden. Was, was, was wollten die von Ihnen? Tja, kommisch, na, das passiert, wenn man viele Dinge weiß. Dann wird man halt gerne mal mitgenommen. Was wissen Sie? Naja, Sie wissen, dass ich überall, äh, Kontakte und Quellen hab. Und das gefällt einigen Leuten natürlich nicht. Aber Sie wissen nicht, wer es war? Nein. Okay. Na dann. Gut, passen Sie mehr auf sich auf. Wollen Sie, ähm, dass man Sie erstmal nach Hause bringt? Ich denke, das sollte schon gehen, heute noch. Okay. Ja, ähm, ist ja bei Ihnen leider in letzter Zeit häufig so, ne? Sie müssen ein bisschen mehr auf sich achten, Frau Ali, sonst sind Sie bald, äh, wie soll ich sagen? Nicht, dass diese Leute Ihnen mal wirklich ernsthaft was antun. Wir können ja froh sein, dass wir Sie noch gefunden haben anscheinend, ne? Oder die Kollegen vom MDF-Team, wer auch immer sie gefunden hat. Ja. Aber weshalb ich mit Ihnen reden wollte? Ähm, der Herr Reigns ist ja Ihr Partner. Ist das richtig? Ja. Der Mr. Reigns, der verrennt sich gerade in etwas, ja? Und, ähm, also ich sage Ihnen das jetzt, ob Sie das glauben oder nicht, ist es mir eigentlich völlig egal. Aber der entscheidende Punkt ist, ähm, Mr. Reigns war meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Police Officer. Aber er hat heute tatsächlich sich über die Stränge geschlagen und hat Sachen gemacht gegenüber Vorgesetzten, ähm, das kann man tatsächlich, ähm, das kann man so nicht gelten, also als Police Officer. Und ich sehe Sie, Frau Ali, wirklich weit oben im LSPD. Ich glaube, Sie können ja vieles erreichen. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen da vertrauen kann, dass Sie gegenüber Mr. Reigns nichts aus dem, aus dem, aus dem LSPD mit auf den Weg geben, weil da würden Sie mein Vertrauen brechen und das würde mich massiv enttäuschen, weil ich glaube, dass Sie tatsächlich hier sehr, sehr viel erreichen können. Sie sind eine gute Officerin, Sie haben sich einen guten Weg hier gemacht und, ähm, ja, ich glaube, wenn Sie am Ball bleiben, ich, von Ihrem privaten Dingen, sage ich jetzt mal so, halte Ihnen nicht viel, Frau Harley, ja, da sage ich Ihnen, da bin ich überrascht, wie, wie Sie das alles managen und wie Sie das immer wieder schaffen, aber letztendlich der Punkt ist der, äh, in Ihrer Polizeikarriere gibt es meiner Meinung nach nichts, was ich kritisieren kann. Sie sind, äh, als Ersthelferin immer dort, Sie sichern mit ab, Sie, äh, übernehmen die Leitstelle, machen gute Arbeit. Mhm. Wollte ich Ihnen nun mal mit auf den Weg geben. Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Wir sollten nur, wie gesagt, achten wegen, ähm, Mr. Raines, weil ich glaube, der könnte ein Problem für Sie werden und da könnte es sein, dass Sie tatsächlich das alles, wofür Sie gerade hier kämpfen und sich aufbauen, dass Sie das verlieren werden, weil er Sie nämlich manipulieren wird. Ähm, selbst die von der Staatsanwaltschaft haben mich heute angerufen und haben sich über ihn ausgelassen. Und das war nicht irgendeiner von der Staatsanwaltschaft. Ja, nun, also ich halte Privates und Berufliches strikt auseinander. Ich sag Ihnen das nur, dass Sie das, äh, dass Sie das, äh, dass Sie das mit auf den Weg nehmen, ja. Sind Sie denn zufrieden jetzt in La Mesa? Finden Sie es gut dort? Es ist sehr ruhig dort, ja. Ja, ja, das kommt alles mit seiner Zeit. Die Leute müssen sich erstmal daran gewöhnen. Wir haben jetzt ja heute mit der Presse gesprochen, bis das alles sich erstmal verteilt in der Stadt, dass die Leute dorthin müssen. Aber den Streifendienst aktuell können Sie ja, Sie können ja auch in andere Departments reinfahren und die Leute dort unterstützen, das dürfen Sie ja alles. Ja, na klar. Alles klar, das war's dann auch schon. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie Bescheid, ne? Alles klar, mach ich. Danke, komisch, ne? Dann wünsche ich noch einen schönen, entspannten Abend, ja? Ja, ebenso. Vielen Dank. Dann machen Sie es gut. Machen Sie es gut. OOC. Die wurde von Napier entführt, weil Walter Weiss Napier den Tipp gegeben hat, dass sie geplaudert hat. Hahaha. Und das liegt aber nur daran, weil Walter Weiss ihr nicht vertraut. Wisst ihr warum? Weil Walter Weiss sie bei einer ganz absurden Nacht- und Nebelaktion erwischt hat und sie Walter Weiss belogen hat, mehrmals. Und dadurch hat sie das Vertrauen von Walter Weiss missbraucht. Und dadurch hat sie dann die Quittung bekommen. Ihr denkt manchmal, der wahre Don ist Joseph Napier. Aber der wahre Don ist das hier. Der Dreck sagt, er war der Polizei, erwartet! Natürlich weiß sie, dass sie das hier ist. Also OOC weiß ich, dass sie weiß, dass das Napier war. Sie weiß auch, dass Walter Weiss sie verraten hat. Aber sie spielt das genauso gut, die hat genau gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ne, böse, böse Biene, ne gut, wie heißt das? Ihr wisst schon. Der wahre Don ist Harald. Ah, scheiße, ihr habt alle recht. Naja, Walter Weiss nutzt Napier und Napier nutzt Walter Weiss. Denn Walter Weiss möchte, dass Bella Harley verschwindet. Rucht er nur Napier an. Ich finde diese Verbindung zwischen Napier und Valdi, äh, Valdi, die Napier und Valdi Verbindung ist eigentlich geil. Das ist so eine geile Verbindung. Guck mal den alten Joseph mal an, mal gucken, ob er da so macht. Bei Ihnen alles in Ordnung kommen? Ja, also die und bei Ihnen kommen? Alles besser, ein wunderbärchen. So, letztes Ende. Arschloch. Alter, dieser EP-Tag war so krass. Ey, Harald, Junge. Junge, Harald. Ey, ich hab das so geliebt mit euch, ne? Ich hab mich bepisst vor Lachen. Und ihr seid auch wirklich noch ins Wasser gesprungen, ne? Ey, mega geil. Das war so witzig heute. Äh, Harald Ecker, Sie vergessen, äh, Sie vergessen das. Gib den 1000 Dollar. Ja, ist vergessen. Ja, schweißt. Der ganze Chat hat euch so gefeiert heute hier. Das war so geil, man. Ihr habt's echt geliebt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß im RP, Leute. Ah. Ah. Guten Abend, San Andreas. Mein Name ist Winston Ricks und am kommenden Dienstag veranstaltet das jung und aufstrebende Label Cordova Records das erste Konzert im Lolitas. Mit dabei sind bekannte Künstler des Labels, die seit Monaten die HörerInnen auf VentureTube überzeugen. Willkommen im Fight Club, im Fight Club, Willkommen im Fight Club. Ich hab mir alles selbst beigebracht, ich bin Autodidakt, heute zieh ich nass und rauf aus große Batz. Ich bin pausenlos dicht, anders taug ich zum Nichts, roll das Kraut, bin ins Blitz und bin naudat is shit. Ich schick das Drehen ab und wollen ein Date, 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 wollen ein Date, Date, wollen ein Date im Wapi Blade. Der Observer sprach mit einer der Verantwortlichen hinter dem Label, die uns ein wenig mehr über Cordova Records erzählte, bevor wir über das anstehende Konzert am Dienstag sprachen. Hola, ich bin Ria von Cordova Records. Wir sind ein Musiklabel, das in Los Santos ansässig ist. Alter, das Tattoo ist immer geisteskrank. Santos gesigned bei uns, unter anderem gehört das zu Galito, Enamigo, Beverly und Winston. Bei uns kann man zum Beispiel Künstler für Veranstaltungen buchen, die dann auftreten. Für ein Unternehmen könnt ihr Venture-Ad buchen, das sind diese kleinen Werbevideos für unsere Musikvideos. War halt Kuss. Und ihr könnt Songs zum Download von unseren Künstlern kaufen, um uns zu supporten. Darüber sind wir immer dankbar. Ihr habt jetzt die Chance, beim ersten Cordova Records Konzert dabei zu sein. Am 23. Mai wird um 21 Uhr das Konzert in den Kilometer starten. 20.30 Uhr wird Einlass sein. Wir freuen uns, wenn ihr alle kommt. Ah, das ist heute, Leute, ne? Am Mittwoch, am Dienstag. Ewe. Es werden Calito, Enamigo, Winston und Beverly auf der Bühne stehen. Und während des Einlass und zwischen den Pausen der einzelnen Paas vom Konzert wird ein DJ, und zwar DJ Knox, für gute Stimmung sorgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich erscheint. Auch wenn ihr erst ein bisschen später kommen werdet. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Konzert wird sicherlich um die zwei Stunden gehen. Calvo Records ist somit bereit für das Konzert am kommenden Dienstag und die BewohnerInnen der Insel hoffentlich auch. Wie uns Ria abschließend verriet, werden am Abend neben bekannten Hits zudem auch unveröffentlichte Songs präsentiert. Gleichzeitig kann man sich vermutlich auch darauf einstellen, dass die Künstler nach ihren Auftritten Autogramme geben und für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Schauen Sie also am kommenden Dienstag im Lolitas vorbei und unterstützen Sie Cordover Records. Mhm. Pretty Boy on the beat Motherfuckers don't get it, I don't wanna claim your homie's dad Just wanna remind your goofy ass that your homie is dad If you still balking like a dog, watch your back, or you're gonna be dad Motherfuckers never catch me like him, cause I'm stabbed out 24-7 Got so much shocks, I'm in possession, and all clear like casted and risen Looks like I'm the man in question here, huh? Goofies think they could fuck off me Then I let the Glock talk for me Just shot the motherfucker with six bullets in his back Motherfuckers said he wanna delete me Bitch, I wanna see this shit, I don't even get your goofy ass name Wato with the 44, bitch, I give you goofy ass 44 shots in your brain After that I wanna see how you spit, fucking wah-ho, bitch Haha, fucking wah-ho But I hope you don't cry like Kotova records after that stab shit I couldn't believe it, but I can repeat it That's what you get when you fucking rock with young stars For real, for real, motherfucker For real, for real Stupid, you know what I'm saying, boo That's what's up, bruh Crying about a stab like Two or three months ago Fucking goofies, bruh, that's what's up Motherfucker, you're right Richie's put up with a knife And real cheese put up with the Glock With this fight The reason why you won is we all got high But hey, we don't need to hide, you know what I'm saying Pussy We don't hide, no studio, matter of fact We don't got one, but hey Wanna see if you're still talking like that When you come to the block First thing you get is a Glock at your head Your homie wins, got a nice watch But his cash look nicer Pussy said, please, can I keep this watch? I give you all my cash Next time I beat his ass When I hear your goofy spitting like that Fucking cry, baby Think the CNA in your name stands for crack addict Cause your goofy ass sounds like a crack addict Next time I don't step in your belly Cause I gonna shoot in your alley Blank bullets not too many Blank bullets not too many That's was geil Alter, was war das denn? Let's go Fuck that Easy make him listen No need to be on tag Yeah, fuck that Bissin' on the Alter, krass Let's go Spitting on this big ass session Fuck this crackhead in his own ass section Smoky on the goddamn frogs Shorty is barking like the goddamn dogs Quickie walk, click it to his home Next time Shorty eating quickie on bone Nice Check the verstand, come 95, end Kill the Bandagen sind gewickelt Schmier Vaseline ins Gesicht Mache fette Beute Fäuste, bis die Nase bricht Geh vorwärts Ohne Deckung Mit der Vorhand angetäuscht Ich liebe es Wenn es scheppert Die Zähne sind betäubt Hier geht keiner ohne Schaden Auf die Fehler muss man warten Hande, Kondachuk gesetzt Den Gegner schick ich schlafen Nicht aufgeben Nach vorn gehen Immer weiter rauf Drei Tipps von dem Gegner Halt mich nicht auf Das Gesetz der Straße Feiten bis nix mehr geht Immer weiter auf die Nase Kicks bis er runter geht Takedown getimed Jetzt kann nix mehr passieren Dem Gegner Gezeigt wer im Oktagon regiert Willkommen im Fight Club 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 Im Fight Club Willkommen im Fight Club Ey! Jeder der hier reinkommt Ist ein Krieger Weil jeder der hier reinkommt Seinen Schweinehund besiegt hat Hier wird man nicht zum Champ Wegen quatschen und gut aussehen Hier wirst du zu nem Champ Von ein Stecken weiter rauf gehen Keine Angst, keine Schwäche Weiter Punch auf die Fresse Ey, ich lese dir die Messe Mach hier kurze Prozesse Die Jungs am Oktagon Halten die Faden Das ganze Video wurde IC produziert So geil Schlag den Gegner gleich K.O Mach hier bloß keine Show No, das will ihr keiner sehen Geh raus und weg Mit der Hunden im Hauptagent Bin erst zufrieden Wenn es klatscht, wenn es knallt Ich bin verrückt Und stehe auf Gewalt Willkommen im Fight Club 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 Baby, ich bin offline Verlier mein Bewusstsein für die guten Dinge God, people, good times Baby, ich bin, ich bin off Baby, ich bin offline Verlier mein Bewusstsein für die guten Dinge God, people, good times Baby, ich bin, ich bin offline Kein Stress, permanent im Flugmodus Code Red, jeder online und befallen von dem Virus Alles schon gesehen, öffne die Apps tausendmal Hab Angst, was zu verpassen, ist es einfach nur ne Qual Und die nächste Werbung für den nächsten Release Für mich die Hölle, für andere Paradies Ganz leid wie alle, alles für die Klicks zu machen Mir egal, ob sich für Beef die Views vertausendfachen Ich poste nur für mich und geb nen Fake auf Adventure Trends Scheiß auf Likes, viele Klicks und Online-Präsenz Baby, ich bin offline Verlier mein Bewusstsein für die guten Dinge God, people, good times Baby, ich bin, ich bin off Baby, ich bin offline Verlier mein Bewusstsein für die guten Dinge Good people, good times Baby, ich bin, ich bin offline Sehr nice Guten Abend San Andreas, mein Name ist Winston Ricks Und nachdem nicht angekündigte Gewitter in der letzten Woche über San Andreas zogen Erwartet uns erneut eine eher durchwachsende Woche Dabei bleiben die Temperaturen mild im Bereich von 20 bis 25 Grad Celsius Wir haben uns am Himmel dabei ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet Bevor wir zur genauen Wetterprognose kommen Bedanken wir uns aber erstmal beim Sponsor des heutigen Wetterberichts Cordova Records Besuchen Sie das erste Konzert des Labels Am kommenden Dienstag ab 21 Uhr im Lolitas Bei dem Künstler wie Enemigo, Vincent, Beverly und Carlito auftreten Kommen wir nun aber zurück zum Wetterbericht So bleiben die Temperaturen in der nächsten Woche relativ moderat Dabei erwarten uns die höchsten Temperaturen der Woche am heutigen Montag Ab Dienstag zieht das Wetter dann ein wenig zu Und die Temperaturen sinken bis Donnerstag auf maximal 20 Grad Celsius Beziehungsweise 15 Grad Fahrenheit Passen zum Wochenende klart der Himmel dann zwar wieder etwas auf Trotzdem sind wir weit von den Höchsttemperaturen der letzten Wochen entfernt Abschließend bleibt mir dann noch einmal zu sagen, dass diese Wettervorhersage Natürlich nur eine Prognose der Kollegen von Alice Weather ist Prognosen können sich jederzeit ändern Dadurch, dass der Wetterbericht eine Woche im Voraus erstellt wird Kommt es immer wieder vor, dass Tageswerte abweichen können Oder auch mal ein Gewitter wie beispielsweise in der letzten Woche aufzieht Was nicht im Vorfeld gesehen wurde Trotzdem hoffen wir weiterhin, dass ihnen der Wetterbericht hilft Sich tagtäglich perfekt zu kleiden Es gibt jetzt eine Aktualisierung im LSPD-System Da müssen wir Steve nochmal echt loben Und zwar Steve hat mir das einmal erklärt Ich kann euch das mal zeigen Und zwar folgendes Sektoren aus dem Fallakten können auch in dem Ovis ausgefüllt werden Kleines Gimmick Bei Erstellung wird versucht, automatisch anhand des Benutzernamens Den zugehörigen Sektor auszuwählen Das finde ich krass Ach krass Alter, das ist insane Weil ich die Hier ist direkt Davis ausgesucht Das ist ja krass Und da ist die Karte Oh Hä? Wer hat denn die Karte gemacht? Die ist ja ultra geil Alter So Also man kann jetzt hier Sektoren aussuchen Anwaltskanzlein einfügen Sachverhalt Dann haben wir neue Personenakte Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Neue Fallakte erstellen Das geht jetzt auch in dem Sektor Wunderbar Statistik müssen wir noch gucken Gebiete Ja, passt Ovi-Akten können für Anwälte freigegeben werden Ovi-Akten können in Person-Akten angezeigt werden Wohnungen werden auch im Bordcomputer-Ansicht Personen angezeigt Fahrzeugstandort wird im Streifenplatz angezeigt Ah, guck mal, jetzt steht das hier unten Das ist ja geil Schön Sehr gut Fahrzeuge können auf Gefahndet gesetzt werden Über roten grünen Punkt ganz hinten bei der Options Fahrzeuge Fahrzeuge Achso, wenn ich jetzt hier auf rot drücke, ist das Fahrzeug gefahndet Ah, okay, das ist ja geil Geil Da schon Da schon So, jetzt müssen wir morgen noch die PDs online und offline stellen können Und dann sind wir fertig Dann ist das PD-System erstmal durch So Schön, ne, dass so viel Also was ich euch empfehlen kann, by the way, ist Checkt mal den YouTube-Kanal Lucky5.de ab Da haben wir heute einen Trailer veröffentlicht mit dem Firefighter-Update, was jetzt noch kommt Und morgen kommt, eventuell wenn alles gut geht, die Standortanzeige im Smartphone Morgen früh Das ist auch geil Wo ist denn, wo bin ich denn jetzt, fehlende Aussagen Diebstahl Achso, ja, da kann ich nicht so viel sagen Außer, ich mach mal direkt mal eine Aussage Der hat der Walli das erledigt 499 Walter Weiß 1 und 3 um 1 und 3 um Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schon neun Monate Untertitelung des ZDF, 2020 Keine Ahnung, worum es da geht Also ich weiß, dass es den Fall gab, aber ich war da glaube ich nicht involviert Zumindest habe ich nicht mehr in Erinnerung Oder ist das heute? Nee Nee, nee, er ist älter Da sind ja genug Aussagen drin Motorsport-Fan, danke schön Dann den Versuch Ah, das ist wo wir mit den Rekruten observiert haben, ne? Machen wir kurz mal ne Akten, Leute, dann ist das auch erledigt Ich mag das immer, wenn man Sachen erledigt, weißt du? Das sei ja nicht, wie die Kollegin mit den roten Haaren heißt, scheiße Gemeinsam mit meiner Streife bestellen aus Mr. Malone-Suit-Tremblay haben wir eine Observation in South Los Santos, Crow Street durchgeführt Dabei wurden wir auch mit einem Kennzeichen sowie einem Fahrzeughalter und Typ informiert Als wir die Observation durchführten, sahen wir den TV-Tartverdächtigen wie sein Fahrzeug und absolvierten die erfolgreiche Festnahme So Besonderer schwerer Fall des Raubes, was war denn das? Oh, das war diese heftige Schießerei Oh, das war diese No Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, nehmen Sie ruhig Platz vom Büro. Mr. Napier, wie geht es Ihnen? Ja, guten Abend. Man kann sich nicht beklagen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass, wenn ich Sie anrufe, Sie mich einfach wegdrücken. Ja, naja, alles nach seiner Zeit, nicht wahr? Haben Sie gerade die Hände voll zu tun haben, haben Sie gerade die Hände voll zu tun? Ja, das habe ich ja immer, Mr. Weiss. Okay. 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 Hören Sie, mir ist da was zu Ohren gekommen. Ich habe keine Ahnung, wer das gewesen sein könnte. Miss Harley. Sie sagt mir so nichts, ich meine, um das mit dem Zusammenhang. Wie gesagt hat sie hat, sie hat viele Informanten in der Stadt und so weiter und dass das wohl ihr Leben sei inzwischen, dass sie solche Situationen erleben muss. Ich finde halt nur den Moment sehr kurios, es wirkt so, als ob jemand, naja, auf meinen Anruf reagiert hat vom Zeitpunkt her, wissen Sie, was ich meine? Aber Sie haben ja da natürlich nichts mehr zu tun, richtig? Nehme ich an. Ja, nein, ich bin gerade vollkommen neben mir, Mr. Weiss. Ich bin so fassungslos, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich habe mich sogar hingesetzt. Fassungslos sind Sie. Ja, sowas Schreckliches. Okay. Das ist etwas kurios, dass Sie das sagen. Ja, wirklich. Was ist denn, wenn ich erzählen würde, dass ich weiß, dass Sie es waren? Ja, dann würde ich mehr neben der Spur sein, Mr. Weiss. Wie kommen Sie denn darauf? Vielleicht hat mir das ein Vögelchen geswitchert. Ja. Sie sollten das nächste Mal, Mr. Napier, wenn Sie sich um solche Angelegenheiten kümmern, sollten Sie Ihre Arbeit schon richtig machen? Ja. Mr. Weiss, ich weiß nicht, welches Vögelchen das zugeschüttet hat, aber vielleicht sollte man da auch gar nicht so viel drauf geben. Also haben Sie damit nichts zu tun? Na ja, Sie wissen ja, aufgrund eines Anrufes, ich meine, das wäre schon wirklich verrückt, nicht wahr? Die Leitstelle für die 4-11 kommen. Hm, hm. Das sind Sie kommen? Aber wie soll ich auch schon sagen, Miss Harley hat einen starken Beschützer an ihrer Seite, einen ehemaligen Police Officer. Mr. Reigns. Ja, der passt insbesondere auf Sie jetzt auf. Ja, 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 richtig. Ja, meine Güte. Ja, dann ist ja... Dann ist ja... Mit nichts mehr zu rechnen für... Diesem... Rotkirchen. Hm. Was hat die Dame Ihnen eigentlich getan, dass Sie die so... Na ja, wie soll ich sagen? Sich zur Aufgabe gemacht haben, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Das... Das fragen Sie mich, was... Ja, ich frage Sie... Nein, ich frage Sie, was Sie ihr an... Was... Sie... Frau Harley Ihnen angetan hat. Ja. Also... Also Sie können sich nicht mal mit Sicherheit vorstellen, dass... Sie mir auf jeden Fall nichts angetan hat. Aber... Hm. Naja, Sie kennen das ja. Und Sie können damit leben, Sie können damit leben, dass man überall in der Stadt rumerzählt, dass Sie der große Geldgeber sind? Dass sogar Mr. Reigns sich darüber freut? Naja, also... Leck mir mal aus. Wissen Sie, die Geschichte ist halt... Sie fragen mich, was ich irgendwie ein Problem mit ihr hatte. Aber Sie kennen das ja. Ich habe über ein paar Ecken gehört, dass sie eher ein Problem mit ihnen hat, dass sie... Naja... Von ihr belästigt werden. Ich werde von ihr belästigt. Da haben Sie absolut recht, Sir. Nein, Sie belästigen sie. Das erzählt man sich so. Dass sie... Sie ständig durchlöchern und... Der einzige, der die durchlöchert, ist letztendlich Herr Reigns. Und die halbe Stadt. Aber gut. 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 Na ja, das ist... Ein Thema für sich, glaube ich, bei der Dame. Also, wie ich das rausgehört habe, Mr. White. Mhm. Aber ich denke, das sollte dahingehend jeder für sich entscheiden. Wissen Sie, Mr. Nappy, uns verbindet eine Sache gerade. 424-1020-David-PD. Ja, tatsächlich. Mhm. Frau Harley möchte Sie und mich. Den Bauern. Achso. Ich meine, ein Dreier, oder? Ja, so in etwa. Nur, dass der eine den Pferdeschwanz zwischen dem Bein hat und der andere hat ihn auf dem Kopf. Das tut mir so leid, was should rocken, really. Das tut mir so leid. Dem kannst du auch nichts entlocken, dem Penner, ne? Ich dachte, der verspricht sich mal und sagt, ja, er weiß. Hat der schon clever gemacht wieder? Wir haben leider keinen... Der Zufall ist halt schon seltsam, ne? Walter ruft sie an. Er ruft Nappy an, dass das und das passiert. Auf einmal wird sie entführt und gefoltert. Wer hat nicht gelacht? Wer? 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 Wir müssen mal mehr LP wieder mit dir machen. Das Ding ist, warum Walter Weiß Harley loswerden will und dem Neb hier den Tipp gibt. Wollt ihr das wissen? Weil Walter Weiß, guck mal, ich muss euch kurz den Charakter erklären. Walter Weiß ist ein Charakter, der alles für das LSPD macht. Und solange du fair zum LSPD bist und auch zum Commissioner, solange ist der Commissioner auch gut zu dir. Aber sobald du anfängst, den zu verarschen und zu belügen, machst du ihn dir zum Feindbild. Hinzu kommt jetzt noch, dass Reigns der Partner von Bella Harley ist. Und Walter Weiß sieht eine Gefahr in den beiden, dass sie das LSPD schaden können. Also was macht Walter Weiß? Er kümmert sich darum, dass jemand anderes sich darum kümmert, dass Frau Harley verschwindet. Keine Gefahr mehr für das PD. Schon dreckig, ich weiß. Dreckige Polizeiarbeit. Es wäre so langweilig, es wäre so langweilig, wenn Walter Weiß, also Walter Weiß ist ja schon immer so. Warum nicht Feuern? Weil sie Walter Weiß belogen hat. Ich erinnere nur an Bischloff. Korruption ist das nicht, also ihr müsst Korruption unbedingt mal verstehen. Das ist keine, das ist keine Korruption. Korruption ist, wenn Walter dadurch einen Vorteil hätte. Und einen Vorteil hat er nicht, er ist praktisch Auftragskiller sozusagen. Also er liefert jemand ans Messer und wenn das rauskommt, ist er am Arsch. Also es ist ja keine Korruption. Korruption wäre, wenn Napier sagen würde, soll ich sie umbringen für sie und ich würde einen Vorteil dadurch haben. Also ihr müsst ein bisschen lernen, was Korruption ist. Herr Tanaka, wie kann ich Ihnen helfen noch? Spätestens eine Stunde. Einmal im Schnellverfahren. Punkt eins ist, Konten heißen alle Behördenkonto. Nee, da sollte eigentlich drunter stehen, welches Department das zugeteilt ist. Ja, aber es steht trotzdem im Wortlaut Behördenkonto. Es sind ja Departmentkontos, weil wir haben ja nur ein Behördenkonto. Also ich kann mich daran 100% daran erinnern, dass ich sie Departmentkonto genannt habe. Also zum Beispiel LSPD Davis Departmentkonto. Kann sein, dass die Frau Marshall das geändert hat. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das können Sie nochmal anpassen. Ja, dann machen wir das. Punkt zwei ist wegen der Buchhaltung, damit wir einfach da fertig sind für diesen Monat. Vorschlag wäre, wenn wir die MoFak-Richtlinie insofern benutzen, dass wir, nachdem Sie jetzt natürlich das restliche Geld, was ich eigentlich dafür geplant hatte, aufgeteilt haben auf die Departments, dass wir zuschießen um den Rahmen. Das können wir ja mit den Einnahmen, die wir generieren. Dafür können wir die Einnahmen aus dem März benutzen. Da haben wir mehr wie genug. Und zwar 130.000 Dollar haben wir im März eingenommen. Okay, das ist sehr gut. Dass wir das einmal umbuchen, einmal abrechnen komplett, dann die Daueraufträge direkt weglöschen. Also eine Wenigkeit dann. Dann ist das erledigt. Dann müssen Sie auch für nächsten Monat keinem Department irgendwie Geld streichen. Aber ist es nicht einfacher, wenn Sie das Geld auf das Verteilerkonto überweisen und das Verteilerkonto verteilt das automatisch durch den Dauerauftrag auf die einzelnen Konten? Ja, schon klar. Aber es geht ja jetzt um den laufenden Monat noch. Wir haben ja jetzt noch bestehende Verträge. Ja, ja, verstehe. Verträge für diesen Monat zahlen wir erst am 1.6. Ja, ja, verstehe, okay. Genau. Das heißt, dann würde ich das einmal so fertig machen. Dann haben wir das erledigt. Aber die Daueraufträge für die einzelnen Departments mit dem Verteilerkonto bleibt bestehen, korrekt? Ja, ja. Es geht nur um die Daueraufträge wegen dem Pauschalen. Ja, okay. Dann habe ich es verstanden. Was das erledigt ist, dann brauchen Sie kein Department, also da müssen Sie, oder da müssen wir alle nicht irgendwie dumm rumrechnen oder so, dann ist das einfach erledigt. Ich habe mir für Smallfuck aufgeschrieben, weil der Herr Millman ja mit mir reden möchte, das, was Sie da gesagt haben. Ich habe wirklich den Gedanken gemacht. 20.000 Dollar pro Department. Also insgesamt 100.000. Ja, genau, aber passen Sie auf, wir haben das jetzt so gemacht, Sie haben mir ja einen Budgetvorschlag zugeschickt für 75.000 Dollar. Ja, genau. Dieses haben wir jetzt in Daueraufträge umgerechnet. Und so wie Sie das ja auch da vorgeschlagen haben, wir haben das den Abteilungsleitern, den Departmentleitern heute kommuniziert, ihnen auch genau gesagt, welche Gelder sie für was haben. Die sollen sich das notieren, das haben die auch alle getan. Deswegen lassen Sie uns mal gucken, ob wir mit dem Budget erstmal hinkommen, ja. Und wenn das nicht klappt, dann können wir ja immer noch erhöhen. Ja, es ging da eher um Ihren Vorschlag, weil, also es wird sowieso nicht sofort umgesetzt. Das wird dann wahrscheinlich sowieso erst im nächsten Jahr passieren, denke ich mal. Weil die sind ja auch nicht die schnellsten beim MoFuck, ne. Denke ich mal, oder fürs letzte Quartal oder wann, was weiß ich was, dass man halt wirklich sagt, so wie Sie das vorgeschlagen haben, es gibt 25.000 Dollar. Das ist das Budget als Beispiel jetzt. Und es ist egal, wofür du es ausgibst, wo du mit dem Geld zurechtkommst. Ja, das wäre halt sehr gut, weil wenn das Department verdreckt und nicht sauber wird, ist das Department halt schuld und nicht wir. Aber dass das MoFuck uns vorschreibt, wie viel Geld wir jetzt zum Beispiel für die Reinigung ausgeben, das ist so ein Hickhack. Es wäre viel einfacher. Ja, ich weiß, dass es kompliziert ist, aber ich weiß auch, dass es da Gründe für gibt. Verstehe ich, ja klar, ich verstehe auch die Gründe, aber schauen Sie mal, das Ding ist, unser Ziel ist ja letztendlich, dass die Departmentleiter ja auch ganz simpel verstehen sollen, wie ihre Buchhaltung funktioniert. Und damit wir kein Bürokratiemonster erschaffen pro fünf Departments, inklusive BCSO halt, wäre es halt einfacher, wenn wir das so handhaben würden. Das ist auch für deren Bilanz halt am Schluss des Tages einfacher, ne? Ja, ja, ja. Ich schlage es trotzdem mal vor, weil der Herr Millman will sowieso mit mir reden. Ja. Deswegen schlage ich es da vor, weil da geht es auch anscheinend um Haushaltsgelder, weil anscheinend haben Sie mit dem geredet und der soll mit mir reden. Irgendwie sowas wird mir zugetragen. Ich habe mit Herrn Millman sehr viel gesprochen, auch, dass er auf Barbara Barm steht, aber naja. Ja, gut. Letzte Sache ist bezüglich der Dienstbestellung, also alles, was für den Dienst benötigt wird, Erste-Hilfe-Kästen und so weiter. Ich habe da mal mit den anderen Departmentleitern gesprochen, was halten Sie davon, wenn wir sagen, wir bestellen alle zwei Wochen und jeden Monat ist ein anderer Departmentleiter Ihnen dran. Also der sammelt die ganzen Bestellungen, kommt dann zu Ihnen. Ja, ja. Also Endeffekt, Departmentleiter A trägt es ins RDP ein, Departmentleiter B trägt sein Zeug ein, ne, alle zwei Wochen. Dann kommt einer, den Sie bestimmen untereinander, der zu mir kommt, das vorlegt und ich bestelle es. Ja, genau. Ja, finde ich gut. Ja, das wäre anders an. Ja, finde ich gut. Also Sie müssen es nicht mal bestellen, aber der klärt das dann mit Ihnen ab, wie viel das kostet und so weiter und dann kommen nicht jeden Tag fünf Leute zu Ihnen. Ja, finde ich gut, finde ich, finde ich gut, aber wir sollten, also, ja. Die wissen dann, alle zwei Wochen kommt halt irgendwer vorbei, klärt das mit Ihnen und dann ist wieder zwei Wochen Ruhe. Also, das Ding ist, das finde ich gut, ich kann Ihnen sagen, dass wir ja auch überlegen, ob wir zwei Wochen diese Chief of Departments und Assistant Chief of Departments Meetings machen. Das ist für morgen 19 Uhr oder 17, nein, 19 Uhr ist es angesetzt, also wäre gut, wenn Sie auch dabei wären. Also für heute, für Dienstag. Direkt. Ja, oder Ihre Vertretung, weil man merkt schon, dass die Departmentleiter super viele Fragen haben und in den ersten Tagen würde ich auf jeden Fall diese täglichen Meetings, mit den Leitern der Departments einberufen, damit sie auch immer Rückfragen äußern können, damit sie auch wissen, was die Phase ist und dann läuft das ganz gut eigentlich. Ja, weil, dann kann man das einfach so machen, dass ab 1.6. dieses System etabliert ist, BC's O ist sowieso ein eigenes Ding, aber zumindest innerhalb des PDs, weil sonst kommen fünf Leute zu Ihnen. Alle zwei Tage. Ja, finde ich gut, wenn das gesammelt wird und alle zwei Wochen im Kollektiv bestellt wird. Ja, und dann, dann haben Sie da auch mehr Ruhe und es ist halt eindeutig klar, was Sache ist. Wichtig ist, wir haben heute zwei Streifenwagen zerschossen, die hier dem Department stationiert sind, die müssen Sie reparieren lassen. Den auf dem Hof. Ja. Ja, kein Problem. Das war die Sache, weil im RDP ist ja alles eingestellt, ne? Ja, habe ich schon gesehen, sehr gut. Also, eine jener Bestellung erstellen und ja, ich denke mal, das ist die leichteste Variante, weil ansonsten werden Sie halt, glaube ich, jeden Tag zugemüllt mit Bestellung. Ja, der, ja, also heute war sowieso schon ein paar sehr unangenehme Sachen. Ich habe angemerkt, dass Herr Kokum zum Beispiel sehr an seine Grenze kam. Er hat sich gewundert, was man als Departmentleiter für Gespräche führen muss. Und ja, ich habe ihm halt gesagt, Herr Kokum, das ist halt mein tägliches Brot gewesen oder ist es sogar immer noch, ne? Sich leid der anderen anzuhören, um dann letztendlich dafür zu sorgen, dass man immer Mittelwegkompromisse findet. Ja. Und er wollte tatsächlich Mr. Reigns einfach gar nicht kündigen. Aber Mr. Reigns hat ihn so vorgeführt, das war schon echt frech. Ja, das, da bilde ich mir kein Urteil drüber. Ja, seien Sie froh, dass Sie nicht dabei gewesen sind. Ja, seien Sie froh. Ja, wie gesagt, es gibt Hardliner und es gibt nicht Hardliner. Und mein Teil bin Hardliner. Ich kündige wahrscheinlich ein bisschen zu schnell oder rede schneller von Kündigungen wie wer anders. Na, die doch. Als Beispiel jetzt. Es gibt natürlich solche und solche. Genau, der letzte wichtige Punkt ist, wollen Sie auch Visitenkarten haben? Warte, ist Brause. Nicht Brause. Ja, wäre ganz cool, wenn wir Visitenkarten für Sales Petit hätten mit unserer... Wissen Sie was, man bräuchte ein Diensthandy. Privates und ein Diensthandy. Ja, das auch. Ja, es wäre schon mal, wenn man eine zweite SIM-Karte reinlegen könnte. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Ne, weil ich habe das ja jetzt mal ausprobiert mit der Brause. Mal gucken wollt, wie ist der Prozess und so. Und das funktioniert ganz leicht. Für normale Officer halte ich das auch als sinnvoll. Vor allen Dingen dann auch für Detectives, weil die können dann einfach so eine Visitenkarte geben. Die können dann mit dem Edding dann ihre Telefonnummer draufschreiben oder ihre Kontaktadresse. Ja, wenn Sie Fragen haben, dann legt Ihnen das hin. Ja, finde ich gut. Ja, dann gucke ich mal, dass ich... Also bevor ich die bestelle, schicke ich Ihnen das Design. So ein Musterwerk, genau. Ja, genau. Ich habe da einen Grafiker, der ja für mich arbeitet. Ja. Dem frage ich, ob er das nebenbei noch machen möchte. Kurz. Sie haben die Brause aber schon gut nach vorne gebracht, habe ich gehört, ne? Direkt, wir kämpfen noch. Und was wollen Sie machen? Naja, momentan müssen wir noch ein bisschen kämpfen. Also jetzt hier in der Stadt sind wir gut aufgestellt wieder, sage ich mal. Wir sind eigentlich in allen wichtigen Läden drin. Der Norden ist noch ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, Brunus Pitstop ist ganz schwierig, ne? Ja, der Satin auch. Da war mein Verkaufsmitarbeiter oben. Kurz danach wurde er von Mayhams besucht. Nein. Ne? Ja, doch. Warum? Ja. Ich habe ihm gesagt, er soll mir das nicht erzählen. Weil sonst könnte das denn anscheinend erwecken. Ich würde natürlich irgendwas machen, ne? Mit Bevorzug und so weiter. Er hat irgendwo eine Anzeige aufgegeben. Aber anscheinend wurde er besucht. Okay. Wollen Sie jetzt wirklich gegen Mr. Rain zu hart vorgehen? Natürlich. Ich bin gespannt. Also ich würde es Ihnen raten, Herr Tanaka. Wenn Sie das Gespräch heute mitbekommen hätten. Ja, ja. Also ich habe heute sechseinhalb Stunden gearbeitet gestern. Und ich wurde nicht bezahlt für diese sechseinhalb Stunden wegen dem Herrn Rain. Ja. Und ich mag sie zwar sehr komisch, ne? Aber ich würde trotzdem mein Geld für meine Arbeit haben. Ja, zu Recht. Also ich würde es Ihnen auch geben. Aber ich glaube, es ist viel witziger, wenn Sie das Geld sich einklagen würden. Macht das auch. Also diese Vorlage gebe ich Ihnen bewusst, Herr Tanaka, wenn Sie das verstehen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das wäre tatsächlich der letzte Punkt. Das habe ich den anderen auch schon gesagt. Also Suspendierung und Kündigung. Unbedingt immer den Schriftweg und immer nach dem Gesetz, ne? Ja, habe ich ja auch 20 Mal gesagt. Ja, also weil zum Beispiel heute die Suspendierung, ne? Welchen Arsch könnte ich sie tatsächlich verklagen? Weil die Gesetzeswidrig ist die Suspendierung. Weil da steht kein Grund drin. Ja, im Endeffekt verklage ich die Behörde, ne? Mit juristischer Person sie. Ne, also da muss man halt aufpassen. Das habe ich den anderen auch gesagt. Das muss unbedingt drinstehen im Grund. Das muss auch nicht ausführlich sein. Aber im Grund und voraussichtliche Dauer. Zum Beispiel, was weiß ich, maximal eine Woche. Sie meinen im internen System vom LSPD? Ne, ne, das muss derjenige, den Sie suspendieren per Gesetz, muss das schriftlich bekommen. Ja, verstehe, verstehe. Wie bei der Kündigung. Ja. Also weil es steht ja im Gesetz drin, dass über die Kündigung, Kündigung, Suspendierung und Gehaltskürzung muss der Mitarbeiter schriftlich informiert werden. Mit voraussichtlicher Dauer, ne? Also es muss nicht mal genau sein. Am besten einfach immer sieben Tage zum Beispiel reinschreiben und halt der Grund. Okay. Schreibe ich gleich auch nochmal in die Gruppe. Das dürfen wir nicht vergessen, weil die können uns uns alle verklagen. Ne, das sollten wir auch nicht vergessen. Das ist ein guter Punkt. Ja, es gibt halt, heute war halt so viel und es ist halt immer noch so viel in Arbeit. Alles gut. Äh, die Dienstanweisung, Schieferpolis wurde alles entfernt. Äh, tatsächlich habe ich, wissen Sie, wie man sucht? Äh, ja. Warum haben Sie es mir nicht gesagt, Sie Arsch? Ich habe doch gesagt extra, wie, ich muss herausfinden, wie man sucht. Ich habe jede Scheiße einzeln durchgelesen und dann hat Frau Marsch mir gesagt, drück doch auf die Lupe. Kennen Sie die Ersetzenfunktion? Ja, die habe ich dann auch gefunden, Herr Tanaka. Ich hätte das nur durch Frau Marsch erfahren. Naja, ich dachte, Sie wissen das. Ne, aber jetzt ist die Dienstanweisung aktuell. Wir haben den Watch Commander nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Äh, noch ein paar Sachen da angepasst und direkter geschrieben und daher ist sie jetzt auch fertig. Ähm, achso, die Rechnungen von McGill sind auch gekommen. Sind so 200.000, aber das ist ja. Okay, für die Departments, ne? Ja, äh, da, da schreibe ich gleich den Antrag noch für das MoFag. Äh, was Sie noch machen müssen, ist, Sie müssen sich mit den anderen Departments nochmal zusammensetzen. Am besten auch den Herrn Kuskeler sagen, brauchen Sie dringend in, in diesem Department brauchen Sie mehr, ähm, ähm, Marktfahrzeuge. Ja, dass wir nochmal gucken, welche Departments brauchen die jetzt gerade nicht so präsent. Also brauche ich zum Beispiel der Pero 20 Fahrzeuge, ja, während hier die Kacke am Dampfen ist. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, also, wenn's nach mir ging, hier in Davis nur Victor-Einheiten, nur Victors. Mhm, warum? Einfach nur Victors. Naja, weil die Officer erstmal, äh, das Dienst-Equipment zu schätzen lernen sollen und nicht hier die ganze Zeit auf irgendwelche, äh, schnellen Autos geiern sollen. Die sollen, äh, die sollen, äh, sich ihren, mit ihrem Arsch in den normalen Streifenwagen reinsetzen und Streife fahren. Ich versteh das gar nicht, warum Police-Officer unbedingt diesen Drang haben, so schnelle Autos zu fahren. Ey, ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich find eine Victor-Einheiten... Genau, deswegen würde ich hier einfach nur 15 Victors hinstellen zum Beispiel, also jetzt Hausnummer, ne? Und es gibt nichts anderes. Es gibt Victors, die Detektors natürlich, äh, andere Sache, aber für die normalen Officer, das sind sowieso alles nur Officer 1. Woher kommen die dann? Aus Russland? Ja. Victor, verstehen Sie? Ja, ja, verstehe ich schon. Aber ist ja, äh, das Synonym für... Ja, ja, ich hab schon verstanden. Ja, ja, ist spät. Aber, äh, äh, also, wenn es nach mir ginge, äh, diese ganzen schnellen Fahrzeuge, oder schnellen Marktfahrzeuge weg, also braucht hier niemand, meiner Meinung nach. Ja. Ja, manche brauchen wir schon. Ja, ein paar für die Supervisor und so, die haben sich das ja dann auch verdient, aber eigentlich soll der normale Officer 1 im normalen, der kann auch ruhig ein bisschen, entschuldigen Sie, wenn ich es so sage, abgefuckt sein, im normalen abgefuckten Streifenwagen sitzen. Ja, finde ich auch. Ähm... Also, das ist so meine Vorstellung eigentlich. Ja, dann reden Sie mit den anderen Departments nochmal, also wie gesagt, ich, ich, äh, ne, also, das müssen Sie untereinander ausmachen. Aber das muss im System... Äh, ich hab eine Information, was ganz cool ist, Sie können jetzt in den OVIs oder in den, ähm, im LSPD-System bei den Fallakten, ähm, die Sektoren eintragen. Es kann sogar sein... Eintrat hat man ja schon geschrieben. Genau. Es kann sogar sein, dass das System das automatisch anhand Ihrer PD-Nummer erkennt, in welchem Sektor Sie sind. Das ist auch ganz gut. Ähm, dann haben Sie die Möglichkeit, äh, Fahrzeuge können gefahndet werden jetzt. Ja, das wird dann praktisch, wenn wir ein Fahrzeug suchen, können Sie das rot markieren, dann sieht jeder Officer im System, das Fahrzeug wird gefahndet. Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt einer, äh, irgendwie zu schnell war und wir catchen den und mit dem Speed-Druck und wir fahnden den, dann, und wir catchen ihn bei der nächsten Verkehrskontrolle, dass es dann hinterlegt. Ähm, und was auch ganz, ganz gut ist, dass Fahrzeuge, Standorte aus dem Fuhrpark nun im System auch angezeigt werden. Ja, das ist relativ simpel. Dann brauchen wir die Fahrzeuge aber bedenken. Das, das, äh, hat mir ja bei Tante auch schon mitgeteilt. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Online- und Offline-Funktion für die Departments und dann war es das erst mal. Ja, Bußgeldrechner kommt die Tage noch rein, haben die mir geschrieben. Ja. Äh, genau, ja. Also eigentlich sind wir mit diesen Umstellungen, sind wir eigentlich alles durch. Die Konten sind da, die Budgets sind da, die Autos, müssen wir vielleicht noch ein bisschen gucken, äh, aber ist alles da. Die Departmentleiter sind da, die Spinde sind da, die Officer sind alle, also ich, ich hätte es mir eigentlich stressiert. Ja, aber es läuft gut, also, ich glaube, Herr Kukum meinte, er hat 10 bis 15 Bewerbungen in der Pipeline. Heute ist ein, äh, Recruit Officer geworden. Er wurde dann auch reibungslos hierher versetzt. Das hat alles wunderbar funktioniert, hat Herr Kukum sehr gut gemacht. Ja, ja, aber, äh, wie gesagt, also, wegen hier Davis, also, wenn, wenn ich es entscheiden darf, dann, äh, brauchen keine Schnellstreifen. So einen mit einem abgefuckten Streifenwagen fahren. Also natürlich auch ich, ne, und auch Kuskela, also, wenn alle oder niemand so nach dem Motto, äh, mit gutem Beispiel vorangehen. Mich können sie da rausnehmen. Ja, aber, äh, also, ich sehe keinen Sinn darin, äh, äh, dass die Davis-Leute irgendwelche Highspeed-Fahrzeuge oder irgendwas fahren dürfen. Buffalo, SDX und keine Ahnung was. Ja, die 414 ist das einzige Fahrzeug, was sie hier lassen können. Und natürlich die, äh, ähm, die Anmarkt, äh, Komisch-Nachfahrzeuge. Und eine Victor-Einheit, die Anmarkt ist für den Watch Commander. Welche sind jetzt die Anmarkt-Komisch-Nachfahrzeuge? Weil, äh, die stehen, also, die eigentlichen, die sie ja bestellt haben, okay, weil die eigentlichen, die sie bestellt haben, stehen ja noch am Hafen. Ja, ich habe keine Ahnung, wann die kommen sollen. Äh, ja, ich denke mal nächste Woche. Ja. Äh, wichtig ist... Weil mit der Leitbar sind ihre, ähm, da, Darf ich fragen, warum die SWAT-Fahrzeuge hier sind? Weil das... Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Genau, weil der SWAT, ähm, hier ist ja das Hauptlager des LSPDs. Ja. Und tatsächlich ist Davis ja von allen Punkten am zentralsten zu erreichen. Wir haben ja extra diese Zeitmessung gemacht. Und die SWAT-Einheiten sind ja verteilt auf die Departments teilweise. Oder sollen das werden? Und wenn dann dieser, äh, Umspruch der SWATs kommt, dann fahren die alle hierhin und haben direkt zentral ihre Waffen, ihr Fahrzeug, ihr Helikopter, alles hier und können von hier aus starten. Ja, verstehe. Ja. Ähm, das Ding, das Ding. So, ja, nee, äh, also die 4-1, sie meinen wahrscheinlich die 4-1-1 sollen wir hier lassen. Nee, die 4. Eine 4-1-4. Oh, ich gehe mal ganz kurz, äh, auf Toilette. Boah. Ich hatte jetzt bestimmt... Heute nur zwei Gamecrashes. Geistes, geistes, krank. So, Wadi muss noch das Geld überweisen für die Wohnung. Dann ist das auch erledigt. Heute waren wir sehr, sehr produktiv, muss ich ehrlich sagen. Also das Manöver, ne, mit dem Fahrzeugstoppen, Alter, ich habe wirklich gedacht, er bremst ab. Tut mir nochmal leid, ähm, wie warst du aber 10 Stunden im Department? Ja, aber das ist gerade so viel Organisation, ich muss halt mit Leuten reden, denen helfen und so. Und ich liebe das RP gerade. Ich habe wirklich nicht nur dieses Action-RP, sondern ich lerne halt die Officer und alle nochmal ein bisschen besser kennen. Und das macht mir halt auch gerade unfassbar viel Spaß. Also wir haben heute so viel gemanagt und getan und Wegweisen gemacht, auch mit der Hanni zusammen, die hat uns da so gut geholfen und ergänzt. Wir haben heute einfach sehr viel geschafft, was wir, auch die Akten alle erledigt, was wir liegen gelassen haben, ist jetzt alles erledigt. Walter Weiß kann morgen, also, ne, ich habe ja gesagt, bei 7.000 Sachen machen wir morgen 12.000, die erreichen wir wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr. Aber morgen kann Walter Weiß, ähm, ganz entspannt, äh, ins Department gehen und seine Sachen sind alle erledigt. Und er kann ganz in Ruhe den nächsten Tag angehen, hat keine Lasten, nichts dergleichen. Äh, wegen Evans muss ich ganz gut sagen, Evans hat sich heute tatsächlich zu lange auf der Nase rumtanzen lassen, ich hätte hier schon längst weggeknüppelt. Aber, äh, ja. Leck mir am Arsch, das war ein Zapp. Game Motion, danke dir für neun Monate. Mafuyu check, Mafuyu dual. Dieses RPE sowieso besser als dieses Action-RPE. Auch heute das Gespräch mit dem, ähm, mit dem, mit dem, mit dem, ähm, äh, Reigns, das Gespräch mit dem FD und so, das war heute alles sehr, sehr geil. Also, mir hat das Spaß gemacht, wirklich. Natürlich, also wirklich sich auch mal mit Leuten hinstellen, ohne diesen Zeitdruck. Wisst ihr, was ich meine? Diesen, 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 diesen Zeitdruck, dass man da steht und ewig lang, äh, immer von Einsatz zu Einsatz setzt. Das ist ja genau das, was ich meine. Und auch diese innere Vision haben wir ja heute getestet, die fand ich eigentlich auch ganz cool. Die Entführung war heute, also man muss sagen, das war ultra witzig. Also, da muss ich Harald und so nochmal echt, äh, echt loben. So, und wenn dann Leute in meinen Chat kommen, ja, Projektleiter macht wieder das. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Server gehört nun mal am Ende des Tages mir. So, und wenn wir dann andere RP-Spieler, die er vielleicht untypisch in diesem Kosmos findet, ja, in diesem Kosmos findet und sagt, ja, Dennis, wie kannst du denn den, ne, das und das machen. Ich weiß, egal, Harald Ecker und Lamy und der, der, äh, Harrison, der Opa, die haben das RP-Ultra gefeiert und das war mal was anderes für die, was Neues. Und die machen so lustige Situationen für unseren Server, da kann man die doch mal belohnen, auch mal denen eine neue Möglichkeit geben. Was anderes, aus ihrem Alltag reißen. Und das Gespräch mit Reigns auch echt geil, einfach so in einem Gespräch mal Zeit geben und nicht nach fünf Minuten mit Kündigung rausschicken. Ja, definitiv. Der Freeman war der Beste. Wer hat mit der Harley gebummst? Also, ich... Das ist immer noch ein Spiel, Leute, ne? Also, chillt mal ein bisschen. Oh, hier ist so ein Vieh, Alter, was hier rumfliegt. Überleg mal, was diese fingierte, fingierte Geiseln-Name heute auf dem Server für RP gebaut hat. Für Cops, für FD, alle. Waren ja alle dabei. Die Handkasse, genau. So langweilig, wenn man halt immer alles so nach Vorschriften macht und so. So, hör auf mit so einem Quatsch. Kommen denn nur die Elefanten? Ja, ja, ja. Ihr seid mir auch so kleine Elefanten. So. So. Gut, Herr Tanaka. Haben Sie sonst was auf dem Herzen? Nee, wie gesagt, abschließend nur. Also, ich glaube, hier sollten die Officer dann halt auch lernen, ja, genügsam zu sein, ne? Weil ich denke, unsere Officer sind, was Fahrzeuge angeht, sehr privilegiert. Definitiv, die sind in vielen Belangen privilegiert. Man muss nur mal in andere Bundesstaaten gucken, die sind froh, wenn die einen Streifenwagen haben, der eine Klimaanlage hat oder geschweige denn, funktioniert ein Gurt, ne? Ja. Kommen wir jetzt an Andreas. Ich habe das Gefühl, hier kriegen viele Menschen in Rache nicht wohl. Ich denke, das sollten die hier lernen und wer damit nicht klarkommt, dann wissen wir ja gleich Bescheid und dann will das sein. Ich springe jetzt in mein Bett nach Hause. Also in mein Auto und dann in mein Bett. Gut. Also außer die 414 darf ich alle tauschen. Außer die 414 und die schwarze Victor-Einheit unten nicht. Ja, das ist für den Watch-Command. Jedes Department hat eine. Die Anmarktfahrzeuge außen vor. Genau. Dann können sie alles tauschen. Okay, cool. Reden Sie mit dem Departmentleiter und dann machen das dann, ja? Ja. Welche Türen hier abschließen? Das ging doch mal. Hm. Was ist das für eine Tastatur? Von Rocket. Ich kann aber das Modell nicht sagen. Aus dem Kopf kann ich ja nicht sagen. Alter, das waren einfach fucking 12 Stunden jetzt fast, Leute. Das ging ja so schnell um. 596 verabschiedet sich in den Feierabend. Er, der gerade im Funk war, macht auch so eine gute Leitstelle immer, ne? Er spricht so ruhig und deutlich. So gut von ihm, wirklich. Ich vergesse seinen Namen immer. Gürtel schon wieder vergessen, ey. Passiert mir in letzter Zeit immer. Ja. Ja. Ich bin ein bisschen, ähm, überrascht, dass heute keine Schießerei oder so auf das Department passiert ist. Vielleicht kann ich direkt hier rausgehen. Hab grad den Trailer zum FD-Update gesehen. Sieht geil aus. Nice, ne? Tony findet das auch ultra sick. Und am Freitag ist der Plan. Den Tandaka, den lassen wir jetzt mal heute Nacht mit seinem Department alleine. Danke dir, Herr Tandaka. bis morgen, Chief. Wir sehen uns, ja? Tschüss, komm ich nach. Schön Feierabend. Ihnen auch. Und die Tandaka genießt diese Ruhe jetzt. Wie viele Leute sind auf dem Server noch, Chad? Teilt gerne den FD-Trailer, ne? Auf dem YouTube-Kanal von Lucky5. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Gerne auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook. Überall teilen. 56 Leute noch, Alter, um halb drei. Äh, halb zwei. Entschuldigung. Morgen überweist Walter das Geld für das Apartment. Das kann er eigentlich auch jetzt nochmal, weil dann wird das auch erledigt. Dann, äh, alles erledigt. Alle Sachen, die heute angelegen haben, sind alle erledigt. Alter, ey, das ist krass. Ich bleib mal kurz noch zur Bank. Okay. Hahaha, Gamblex, Junge. Das war witzig, heute. Kommt einfach die Leiter da hoch, die Idioten, ey. Wollten das so observieren, ob der Oponau lebt? Cool ist, auf Lucky5 wird ja die Bank auch bespielt und so, ne? Ich bin jetzt so ironisch, dass Kurkumen ausgechnet der schief ist, der mit der ersten Kündigung da ist, ja. Oh, Alter. Alter. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Die Kontonummer ist bezahlt. Vertrag weggeschickt. Perfekt. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das nächste Ziel ist ein Haus. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Das ist die Kontonummer. Liebe Leute, das war es für heute. 11 Stunden und 48 Minuten waren wir live bisher. Mein Arsch ist einfach ein L. Ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Das war heute euer Highlight. Kleiner Tipp, Leute. Wir haben auf unserer Website lucky5.de eine Funktion. Da könnt ihr alle Livestreamer auf einen Blick sehen. Lucky5.de slash live. Wenn ihr nachts nicht pennen könnt oder ihr wollt gucken, wer gerade streamt und so. Heute waren zum Beispiel 47 Streamer aus allen Bereichen auf dem Server dort live. Da könnt ihr tatsächlich einfach mal vorbeischauen. Auch jetzt gerade mal gucken, ob noch jemand live ist. Und das ist ganz cool, um auch neue Streamer kennenzulernen. Auch kleinere Streamer. Die freuen sich über Follows. Und ich gucke mal, ob jetzt noch irgendjemand streamt. Dann raiden wir nochmal jemanden. Kleiner Streamer. Lucky5.de Jetzt live. Ah, ich habe hier jemanden. Jetzt live. So. Sorry. Gut. Ich schicke euch da rüber, Leute. Rastet mal alle aus, ne? Mit Follows und so. Wir sehen uns wieder. Morgen. Ich checke gerade mal. Bei einem Stream. Bis dahin. Ciao, Leute. Kisa dachte sich auch erstmal mit dir. Hallo. Einfach mitmachen.